Die antike Welt war aus den Fugen geraten. Völkermassen aus dem Norden und Osten wälzten sich über den europäischen Kontinent und überfluteten alle Länder, mordeten, raubten und hinterließen völlige Verwüstung. Man musste Krieg führen, um zu überleben. Die Zeit der Völkerwanderung wird sie genannt. Doch mit Wandern hatte das nichts zu tun. Es ging ums nackte Überleben. Das wilde Chaos war wohl von den Hunnen ausgelöst worden. Seit dem Ende des vierten Jahrhunderts drangen sie aus Zentralasien nach Westen vor. Niemand konnte sie aufhalten. Sie hatten die Germanenvölker entwurzelt und trieben sie vor sich her. Schnell und grausam fielen sie in das überraschte Europa ein. Ihr ungewohnter Körperbau, ihre völlig fremd anmutenden Gesichtszüge und ihre Art zu leben sorgten dafür, dass die Geschichtsschreiber jener Zeit unheimliche Dämonen aus ihnen machten. Für die Christen waren sie die Geißel Gottes, offensichtlich nicht von dieser Welt. Womöglich waren sie direkt den Tiefen der Hölle entstiegen. Aus der Sicht der Heiden waren sie in den unwegsamen, unheimlichen Sümpfen Russlands von Hexen und Waldgeistern gezeugt worden. Angeblich bandagierten sie die weichen Schädelknochen ihrer Kinder, um den Köpfen ihre langgestreckte Form zu geben. Und den Säuglingen wurden die Nasen platt gedrückt, damit sie unter den hunnischen Helm passten. Sie waren unter uns, ohne dass wir wussten, woher sie kamen. In den Brunnen der Götter trängten sie ihre Pferde. Auf den Stufen der Tempel nahmen sie unsere Frauen. An den Säulen unserer Stadt zerschmetterten sie die Köpfe unserer Kinder. Nackt über die Hälse der Pferde geworfen. So verließen unsere Töchter die Stadt. Wir werden sie nie wiedersehen. Warum die Hunnen so plötzlich mit aller Gewalt nach Europa stürmten, ist unbekannt. Wahrscheinlich war es der Hunger, der sie trieb. Denn ihre Bevölkerung war kontinuierlich gewachsen, und die armseligen Steppen ihrer Heimat konnten das Nomadenvolk nicht mehr ernähren. Da brachen sie alle Brücken hinter sich ab und drängten nach Westen, ins sagenhaft reiche Europa. Römer und Germanen fühlten sich ihnen gegenüber anfangs völlig wehrlos und wurden einfach abgeschlachtet. Denn die Hunnen besaßen eine neue Art der Kriegsführung, die sehr erfolgreich war. Infanterie, wie die Römer sie hatten, war ihnen unbekannt. Sie waren hervorragende Reiter und kämpften vom Rücken ihrer Pferde aus. Eine absolute Neuheit war die Konstruktion ihrer Sättel, so sicher, wie sie im gestreckten Galopp ihre Pfeile abschießen konnten. Das war noch nie dagewesen. Die Hunnen kämpften in kleinen, beweglichen Einheiten von 500 oder 1000 Mann. Unter schrecklichem Kriegsgeheul fielen sie über ihre Feinde her, sodass die auseinanderstoben und meist vernichtet wurden. Doch das Römische Imperium bäumte sich noch einmal auf gegen die Invasion aus dem Osten. Germanen und Römer kämpften Seite an Seite. Gemeinsam traten sie den Hunnen in der weiten Ebene um Chalons-sur-Marne auf den katalonischen Feldern entgegen. Man schrieb das Jahr 451. Es muss ein grausiges Gemetzel gewesen sein, bei dem den höchsten Blutzoll die Germanen zahlten. Auf der Seite der Römer kämpften Franken und Westgoten als Verbündete, auf der Seite Attelas, des Hunnenkönigs, alle die Germanenstämme, die er bereits unterworfen hatte. Rom konnte noch einmal siegen. Die Hunnen zogen sich zurück. Doch die Kräfte des Imperiums waren damit erschöpft. Es war nahezu ungeschützt. Und für die hungernden und entwurzelten Germanen war es das Land, in dem Milch und Honig floss. Auf der Suche nach schneller Beute überzogen sie die Provinzen der sterbenden Weltmacht. Bei Trier durchbrachen die Vandalen die Grenzen des Römischen Reiches. Sie sturmten die Stadt. Die Bevölkerung floh, ebenso die Römischen Soldaten. Den Angreifern war das einerlei. Sie plünderten gründlich, hausten wie die Vandalen. Ein römischer Chronist berichtete, Schauspielvorführungen gibt es jetzt keine mehr. Auch da nicht, wo sie vorher üblich waren. Man spielt nicht in der Stadt Mainz. Sie ist verwüstet. Man spielt nicht in Köln. Es ist voll von Feinden. Man spielt nicht in der wunderschönen Stadt Trier. Sie liegt viermal zerstört am Boden. Man kann nicht mehr vor lauter Armseligkeit und Elend dieser Zeit. Die Mehrzahl der heimatlosen Völker zog mit Kind und Kegel einfach weiter, wenn es nichts mehr zu rauben gab. Sie wollten oder konnten kein Land länger in ihrem Besitz halten. Die Franken mussten ihre alte Heimat am Niederrhein, dem heutigen Belgien, nicht verlassen. Seit rund 200 Jahren hatten sie sich hier in den düsteren Wäldern des Nordens zusammengetan, kleine germanische Völkerschaften und nannten sich die Freien, die Franken. Der Hunnensturm war südlich von ihrem Territorium vorbeigefegt. Auch sie hatten an der Seite des römischen Imperiums tapfer gegen die Hunnen gekämpft. Doch jetzt wurde aus den ehemals Verbündeten der neue Feind für die sterbende Weltmacht. Das Imperium lag am Boden. Das war die richtige Zeit, um sich das römische Gallien einzuverleiben, dieses verlockende, fruchtbare Land direkt in ihrer Nachbarschaft, wo sogar Trauben reiften, jene süßen Früchte, aus denen die Römer so ein köstlich berauschendes Getränk herzustellen wussten. Clodwig war ihr neuer Held, ihr König, und unter seiner Führung begehrten sie in den letzten Jahren zunehmend auf. Dem letzten römischen Stadthalter in Gallien, Syacrius, hatten sie immer wieder erheblichen Ärger bereitet. Auch ohne die Franken war seine Lage schon höchst besorgniserregend, ja nahezu aussichtslos. Denn das römische Imperium, dessen Vertreter er ja war, war zerbrochen. Und seither war er, Syacrius, die letzte Bastion eines nicht mehr existierenden Weltreichs. Ein ganzes Jahrzehnt hatte er ausgeharrt auf diesem verlorenen Posten und wieder und wieder davon geträumt, Rom möchte sich noch einmal erheben, noch einmal erwachen zu neuem Leben, zu neuer Blüte. Ein Weltreich wie Rom, wie konnte das einfach untergehen? Es durfte nicht sang- und klanglos verschwinden und ihn, den Stadthalter, als einzigen mit erhobener Fahne zurücklassen, hier in diesem entlegensten Winkel der Welt, in Gallien, in Soasson, so nah bei diesen unberechenbaren Franken. Fürwahr, welch grausames Schicksal! Wäre doch ein starker Cäsar auf den Thron gekommen, ein Claudius etwa, oder Trajan, die hätten den Zusammenbruch des Reichs verhindert. Aber stattdessen wurde jener Jüngling gekrönt, dieser Schönling, Romulus Augustus. Welch ein Name für einen Cäsar! Als Omen hatte er gelten sollen, Romulus, der Gründer der Stadt, die einst dem Reich den Namen gab, und Augustus, der Heilige, der Geweihte, der Erhabene. Der erste römische Kaiser war mit diesem Titel geehrt worden, nachdem er das Reich aus einer Krise zu neuen Höhen geführt hatte. Doch was ist aus dem Herrscheramt geworden? Ein schöner Jüngling mit einem schönen Titel, doch völlig machtlos, wird einfach zur Abdankung gezwungen. Gestürzt von einem Ruggier-Fürsten, Odoaker, der von germanischen Söldnern, die Land forderten, so einfach zum König von Italien ausgerufen worden war. Die Germanen, diese Barbaren. Zugegeben, als Soldaten in den eigenen Reihen waren sie lange von unschätzbarem Wert gewesen. Furchtlose Kämpfer, stark und von enormer Größe. Rom hatte das immer honoriert, und die Führer der germanischen Söldner wurden am Hofe die mächtigsten Persönlichkeiten. Sogar der Titel Patricius wurde ihnen verliehen. Doch als Gegner waren sie beängstigend, fast unbesiegbar. Und dem Reich war es nie geglückt, sie völlig zu bezwingen. Sie waren einfach wilder als alle anderen unterworfenen Völker und jahrhundertelang eine ständige Bedrohung. Schon Tacitus, der Geschichtsschreiber, berichtete, dass sie keinerlei Zurückhaltung kannten, wenn es um Krieg führen oder trinken ging. Und das war vor 400 Jahren. Doch seither hat sich nichts geändert. Sie sind so rauflustig wie eh und je. Wie soll man einen ordentlichen Feldzug führen gegen diese Horden, die keine Angst kennen und auf dem Schlachtfeld vom Geschrei ihrer Frauen angefeuert werden? Rohes Fleisch sollen sie verzehren, wie die wilden Tiere. Und wie die wilden Tiere, so pflegen sie auch, über die geordneten römischen Legionen herzufallen. Nur ihre Anführer haben meist Pferde und sind mit Schild und Frame bewaffnet. Framen? Das sind Speere mit einer schmalen, kurzen Eisenspitze, die aber sehr scharf ist und die sie auch im Nahkampf verwenden. Wie eine wilde Meute kommen sie daher. Die Kämpfer zu Fuß werfen auch noch kleinere Spieße, einer immer mehrere, und zwar ungeheuer weit. Dabei sind sie nackt oder nur mit einem Umhang leicht bekleidet. Einige haben Schwerter oder größere Lanzen. Ein Prunken mit schmucken Waffen ist ihnen fremd. Lediglich ihre Schilde bemalen sie mit sorgfältig ausgesuchten Farben. Nur wenige tragen einen Panzer oder einen Helm aus Metall oder Leder, den sie irgendwann bei uns eingetauscht haben, gegen Felle oder Bernstein, dessen Wert ihnen scheinbar völlig unbekannt ist. Sie kennen keine Schlachtordnung wie wir. Ihre Behändigkeit passt sich dem Reiterkampf vorzüglich an. Ein Zurückgehen, lediglich zum Zwecke eines neuen Vorstoßes, gilt bei ihnen eher als ein Zeichen von kluger List und nicht als Angst. Nur der Verlust des Schildes ist in ihren Augen eine Schmach ohnegleichen. Wer auf diese Weise ehrlos wird, darf weder an Opfern noch am Ting teilnehmen. Sie haben keine vernünftige eigene Schrift, kein Staatswesen mit Geschichte, keine einheitliche Reichskirche mit Bischöfen an der Spitze. Stattdessen glauben sie an ihre Druiden und ein Sammelsurium von Göttern, die Angst und Schrecken verbreiten und oft mit Menschenopfern gnädig gestimmt werden müssen. Und wenn sie nicht gerade Krieg führen, so sind sie von unübertroffener Faulheit und überlassen die gesamte Arbeit ihren Frauen. Und jetzt kamen sie. Durch die Nebel der Morgendämmerung hörte man das Schnauben und Stampfen ihrer Pferde, noch bevor das Auge sie erspähte. In den Uferauen sammelten sie sich vor dem Angriff. Ja, er hatte sie erwartet. Und wenn es das Schicksal so wollte, dann starb er heute einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfeld. Er, der übrig gebliebene Bannerträger des zugrunde gegangenen römischen Imperiums. Er, Syagrius, der Letzte. Syagrius, letzter römischer Machthaber in Gallien. 486 n. Chr. von Clodwig, dem Frankenkönig, bei Soasson geschlagen und hingerichtet. Steht in den Geschichtsbüchern. Für die Römer war es so, wie Bischof Orenzius von Aquitanien sagte. Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt. Und schon läuft ab die Zeit der letzten Tage. Ganz Gallien raucht wie ein einziger Scheiterhaufen. Clodwig war erst 20 Jahre alt. Unter seiner Führung sollten die Franken noch halb Europa erobern und auf dem Boden Galliens die römische und die germanische Kultur zu einer neuen Ordnung verbinden. Der mittelalterlichen Welt. König Clodwig aus dem Haus der Merowinger war der erste große König, den die Franken hervorbrachten. Doch die Schwierigkeiten für ihn müssen enorm gewesen sein. Sein neues Frankenreich hatte plötzlich ein Vielfaches der ursprünglichen Größe und wuchs noch weiter, denn bereits zehn Jahre nach seinem Sieg über Syagrius unterwarf er die Alemannen in der Schlacht bei Zülpig. Wie konnte er solche ein Riesenreich dauerhaft beherrschen? In ihrer Heimat waren die Franken gewohnt, ganz anders zu leben als hier in den besetzten Gebieten. Städte waren als Aufenthaltsort außerordentlich unbeliebt. Clodwigs Untertanen hausten in einfachen Häusern aus Lehm oder Holz mit Stroh gedeckt. In einem einzigen großen dunklen Raum lebten Mensch und Vieh einträchtig zusammen. Es war noch genauso, wie Tacitus das einst beschrieben hatte. Das Land ist schaurig durch seine Wälder und hässlich durch seine Sümpfe, reicher an Niederschlägen nach Gallien zu und windiger nach Norikum und Pannonien hin. Getreide gedeiht gut, Edelobst dagegen gar nicht. Vieh gibt es in Menge, doch ist es zumeist ein unansehnlicher Schlag. Selbst beim Großvieh vermisst man die natürliche Stattlichkeit und den stolzen Stirnschmuck. Nur die Größe der Herden macht den Germanen Freude, und Viehherden sind ihr einziger und liebster Reichtum. Gold und Silber haben ihnen die Götter, ich weiß nicht, ob aus Gnade oder aus Zorn, versagt. Doch will ich nicht behaupten, es gebe in Germanien überhaupt keine Gold- und Silberader, denn hat schon jemand danach gesucht? Besitz und Verwendung dieser Metalle reizen die Germanen nicht sonderlich. Man kann beobachten, wie bei ihnen Gefäße aus Silber, die ihre Gesandten und Fürsten geschenkt bekommen haben, ebenso gering gewertet werden wie solche aus Ton. Ihre Dörfer legen sie nicht, wie wir, so an, dass die Häuser Wand an Wand stehen und eine Straße bilden. Jeder lässt vielmehr um seinen Hof einen freien Raum. Vielleicht will man sich dadurch vor Feuergefahr schützen. Vielleicht versteht man sich aber auch nicht recht aufs Bauen. Nicht einmal behauene Steine oder Ziegel benutzen die Germanen. Ohne Rücksicht auf gefälliges und schönes Aussehen verwenden sie zu allem unbehauenes Holz. Auch ist es üblich, unterirdische Höhlen auszuheben und eine dicke Schicht Mist darauf zu legen. Das ist eine Zufluchtsstätte für den Winter und ein Aufbewahrungsort für die Feldfrüchte. Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen und ein Pflug aus Holz. Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern. Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut. Wenn die Bauern ein Korn Getreide säten, konnten sie auf zwei bis drei Körner Ertrag hoffen. War das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken, so blieb die Ernte aus und pure Verzweiflung machte sich breit. Nein, für Schönheit und Luxus hatten Klotwigs Franken keinen Sinn. Wichtiger war ihnen, was die Natur an Nahrung lieferte. Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze gab es in den Wäldern. Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff jener Zeit. Die Menschen glaubten an geheimnisvolle Kräfte in der Natur. Eine Bärenklaue um den Hals einer schwangeren Frau sollte das Kind stark werden lassen. Eine Buche schützte vor Blitzschlag. Und wenn Spinnweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen. Die Natur war von Wesen belebt, von Feen und Kobolden, war voller Zeichen und Wunder, war ein Wesen, das lebte. Wollte man einen Baum fällen, so musste man sich vorher bei ihm entschuldigen. Eichen waren heilig. Die Natur spendet Leben und sie nimmt es. Sie ist eine Göttin und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwerung. Das war das Weltbild der Franken zu Beginn des Mittelalters. Sie waren Heiden und das besetzte Gallien war römisch-katholisch. Bischoefe und Priester waren wie Staatsbeamte und Bischoefe durften sogar Recht sprechen. Der Klerus funktionierte wie eine Staatsbürokratie. Ein Netz von Klöstern überzog das Land, untereinander verbunden durch Straßen, die das Imperium erbaut hatte. Das Leben der Bürger in den Städten, den Zentren römischer Kultur mit Theatervorführungen, Badeanstalten und Lustbarkeiten aller Art, konnte kaum gegensätzlicher sein als das, was die Franken gewohnt waren. Nahezu unüberbrückbar schien die Kluft und den Franken drohte ein ähnliches Schicksal wie so vielen anderen germanischen Stämmen, nämlich unterzugehen in der Überzahl der einheimischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Für viele Franken hatte die christliche Religion eine starke Anziehungskraft, war sie doch aus dem Untergang des römischen Imperiums unbeschadet hervorgegangen. Ihre Machthaber, die Bischoefe und Priester, besaßen das gesamte Wissen und Können der vergangenen Kultur. Auch die Frau des Frankenkönigs Krodichilde, eine Tochter des Königs von Burgund, war Christin. Natürlich war es ihr wichtig, Klodwig zum wahren Glauben zu bekehren. Bei der Taufe des erstgeborenen Sohnes ließ sie die Kirche mit Teppichen und Decken schmücken, auf das Klodwig, der durch die Predigt nicht bekehrt werden konnte, durch diese festliche Handlung zum Glauben erweckt werde. Ihr Sohn aber erstickte, als er eben getauft war, noch in den weißen Kleidern. Da schwoll dem König die Galle und erschallt heftig die Königin und sprach, wäre der Knabe geweiht im Namen meiner Götter, gewiss lebte er noch. Für Krodichilde war es die Strafe Gottes dafür, dass ihr Gatte noch Heide war. So brachte sie auch ihren nächsten Sohn zur Taufe. Er bekam ebenfalls das Taufwasser in die Lunge und erkrankte schwer, aber er erholte sich wieder. Wir wissen nicht, ob Klodwig letztendlich dem steten Einfluss seiner Frau erlag oder ob es politisches Kalkül war. Jedenfalls ließ er sich taufen. Eine Volksversammlung aus vom Bischof ausgesuchten Klakören klatschte begeistert Beifall, als der König seinen Entschluss bekannt gab. Die Inszenierung war prächtig. In weißem Taufhemd schritt der König mit 364 edlen Franken zur Taufkapelle. Allen Pomp, dessen sie fähig war, bot die Kirche auf, galt es doch, die überlegene christliche Kultur zu zeigen. In anderen Schriften wird berichtet von 3000 seiner wilden Kampfgefährten, die mit ihm die Taufe nahmen. Das war praktisch die gesamte Oberschicht Frankens. Mit entblößtem Oberkörper und ohne Waffen trat der König vor den Vertreter der Römischen Kirche in Gallien, Bischof Remigius von Raas. Beuge dein Haupt in Demut, stolzer Sigamba, und verehre von nun an, was du bisher verbrannt ist, und verbrenne, was du bisher verehrt ist. Nun, da Klodwig Christ geworden war, unterstellte er die Kirche seinem Reich, denn die Kirche hatte das, was dem Frankenkönig fehlte, sie hatte Einfluss auf die Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Klodwig konnte nun auf die Hilfe seiner neuen Untertanen zählen. Jetzt hatte er den gleichen Glauben wie sie. Sein neues Reich war dadurch innerlich gefestigt und er konnte daran gehen, es Stück für Stück zu erweitern. Die christliche Überlieferung weiß eine andere Geschichte über Klodwigs Bekehrung zu Als die Franken in der Schlacht von Zülpich schon fast besiegt waren und die Alemannen bereits triumphierten, da gelobte Klodwig Jesus Christ, Krodekilde verkündet, du seist der Sohn eines lebendigen Gottes. Ich flehe dich an. Gewährst du mir jetzt den Sieg über meine Feinde, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen in deinem Namen. Und da er solches gesprochen, wandten sich die Alemannen und fingen an zu fliehen. So jedenfalls wusste Bischof Gregor von Thur es zu berichten. Die Franken, die zum wahren Glauben bekehrt werden sollten, kannten natürlich nicht die Erzählung aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter. Da wird dem Heerfuehrer Jephtar eine sehr ähnliche Begebenheit zugeschrieben. Wir wissen nicht, war es nur frühchristliche Propaganda oder war auch ein Körnchen Wahrheit dabei. Für das Volk kam jedenfalls klar zum Ausdruck, wer unter den Göttern der mächtigste war. Der König und seine Krieger blieben von der christlichen Botschaft jedoch weitgehend unberührt. So ließ sich Clodwig auch nicht daran hindern, die Burgunder zu überfallen und seinem Reich einzuverleiten. Die Burgunder, das waren die Nachbarn des Frankenkönigs und ihr Herrscher Gundobart war Clodwigs Schwiegervater. Sie hatten sich nach einer verheerenden Niederlage gegen die Hunnen hierher geflüchtet und lebten jetzt zwischen dem Genfer See und Lyon an der Rhon. Vielleicht ist es hier entstanden in ihrer neuen Heimat das Heldenepos von der Niederlage gegen Etzel, den Hunnenkönig, das Nibelungenlied. Die dem Tod geweihten, die lagen allumher, zu Stücken lag zu hauen, die Königin so her. Dietrich und Herr Etzel zu weinen huben an, jämmerlich sie klagten, um manchen Freund und Untertan. Da war der Helden Herrlichkeit verschlungen von dem Tod. Die Leute hatten alle viel Jammer und viel Not. Mit Leid war nun beendet des Königs hohes Fest. Das Schicksal stets auf Freude, doch Leid am Ende folgen lässt. Wer Wer im Nibelungen Lied eine getreue Darstellung des geschichtlichen Geschehens sucht, der wird enttäuscht, denn das Epos ist erst einige hundert Jahre später niedergeschrieben worden, und so haben sich Ereignisse am Hofe der Frankenkönige mit der älteren Geschichte der Burgunder vermischt. Mit der Übernahme Galliens durch die Franken war eine neue Zeit angebrochen. Klodwigs Bekehrung zum Katholizismus bedeutete den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Europas, wenngleich von christlicher Lebensführung bei ihm nichts zu spüren war. Klodwig entstammte dem altfränkischen Adelsgeschlechter Merowinger, dessen Gründer Merowech seinen Ursprung von einem Meerdrachen ableitete, was für das sagenhafte Alter seiner Sippe sprechen sollte. Die Königswürde konnte nach altfränkischem Recht nur an Mitglieder der edelsten Geschlechter fallen. Denn dabei war es jahrhundertelang geblieben, dass die Franken langgelockte Könige aus ihrer ersten und sozusagen vornehmsten Sippe wählten. Klodwig hatte seine eigene Methode, sich und seinen Nachkommen die Königswürde für alle Zukunft zu sichern. Er ließ kurzerhand alle Adelsfamilien mitsamt seinen eigenen entfernten Verwandten bis zum letzten Mann ermorden, sodass im ganzen Frankenreich nur noch er selbst und seine Söhne für die Krone in Frage kommen konnten. Er ging dabei mit beispielloser Hinterlist vor, wie die Geschichtsschreiber jener Zeit berichten. Nach der Ermordung des letzten seiner Verwandten hat er öffentlich geklagt, nun keinen Gesippen mehr zu haben, der ihm im Unglück beistehen könne. Aber so sprach er nicht aus Schmerz, sondern in arger List, um vielleicht doch noch einen Verwandten ausfindig zu machen und ihn umzubringen. An der Rheingrenze lebten neben Clodwigs Neuem Reich noch andere Frankenstämme, die Schatten und die Ribuarier. Mit List und Gewalt beseitigte er auch ihre Könige und vereinigte am Ende alle Franken unter seiner Herrschaft. Die von Hunnensturm und Völkerwanderung entwurzelten germanischen Völker, die sich im heutigen Frankreich niedergelassen hatten, wurden alle nacheinander seine Beute. Aber die Franken nahmen germanische Stämme in ihren Bund auf, sondern auch komplette römische Legionen. 50 Jahre später schreibt ein Chronist Bis zum heutigen Tage sind sie deutlich als die Legionen erkennbar, in denen ihre Väter einstmals dienten. Sie tragen deren Standarten, wenn sie in die Schlacht ziehen, und halten ihre Sitten. Und die römische Tracht bewahren sie in allen Einzelheiten. Fast 300 Jahre lang herrschten die Merowinger Könige. Oft wurde das Reich unter den Thronerben aufgeteilt. Das Rhein-Moselland Austrien war deutschstämmig. In Neustrien, Nordfrankreich, hatten sich überwiegend Germanen, Kelten und Römer vermischt. Burgund, das heutige Südfrankreich, war bald ganz romanisch. Doch immer wieder fand das Frankenreich zur Einheit zurück. Im ewigen Auf und Ab der Thronwirren waren Verrat und Meuchelmord an der Tagesordnung. Immer aber herrschte unbestritten das einzige langgelockte Königsgeschlecht der Merowinger, weil der große Klodowech ihm das absolute Kronmonopol gesichert hatte. Über die Nachfahren Klodwigs berichtete im sechsten Jahrhundert der fränkische Bischof und Geschichtsschreiber Gregor von Thur Als nun König Sigibert sah, dass seine Brüder sich Weiber wählten, die ihrer nicht würdig waren, und sich so weit erniedrigten, selbst Mägde zur Ehe zu nehmen, da schickte er eine Gesandtschaft nach Spanien und freite mit reichen Geschenken um Brunich Hilde, die Tochter König Athanagels, denn diese war eine Jungfrau von feiner Bildung, schön von Angesicht, züchtig und wohlgefällig in ihrem Benehmen, klugen Geistes und anmutig im Gespräch. Der Vater versagte sie ihm nicht und schickte sie mit großen Schätzen dem Könige. Der versammelte die Großen seines Reichs, ließ ein Gelage anrichten und unter unendlichem Jubel und großen Lustbarkeiten nahm er sie zu seinem Gemahl. Und da sie dem Glauben des Arius ergeben war, wurde sie durch die Belehrung der Bischöfe und die Zusprache des Königs selbst bekehrt, glaubte und bekannte die Heilige Dreieinigkeit und wurde gesalbt. Als Siegeberts Bruder König Hilperich dies sah, freite er, ob schon er bereits mehrere Weiber hatte, um Galswinter, Brunichildens Schwester, wobei er durch seinen Gesandten versprach, die anderen Weiber zu verlassen, wenn er nur ein ihm ebenbürtiges Königskind zur Ehe empfinge. Der Vater glaubte diesen Versprechungen und übersandte ihm seine Tochter gleich wie die frühere mit reichen Schätzen. Galswinter war aber älter als Brunichilde und als sie zum König Hilperich kam, wurde sie mit großen Ehren aufgenommen und ihm vermählt, auch wurde sie von ihm mit großer Liebe verehrt, sie hatte nämlich große Schätze mitgebracht. Sie trat auch zur rechtgläubigen Kirche über und wurde gesalbt, aber des Königs Liebe zu Frede Gunde, die er schon früher zum Weibe gehabt hatte, brachte schweren Streit zwischen ihnen. Galswinter beklagte sich beim König über die Kränkungen, die sie unaufhörlich zu ertragen habe nichts gelte. Daher bat sie, er möge die Schätze behalten, welche sie mit sich gebracht habe, aber sie selbst frei in ihr Vaterland heimziehen lassen. Der König aber ging heimtückischer Weise nicht darauf ein, sondern begütigte sie durch sanfte Worte. Endlich ließ er sie durch einen Dienstmann erdrosseln und fand sie tot in ihrem Bette. Der König aber nahm, als er die Tote beweint hatte, nach wenigen Tagen abermals Fredegunde zu seinem Gemahl. Während jener Zeit konnte wohl jeder Franke froh sein, nicht als Merowinger geboren zu sein, denn kaum einer dieses Geschlechts starb eines friedlichen Todes. In ihrem Herzen blieben die Franken noch lange Heiden. Von der christlichen Botschaft waren sie nicht so leicht zu überzeugen. Ihr Himmel hieß Valhalla und dahin kamen nur die Krieger Odins, die heldenhaft in den Schlachten gefallen waren. Dort lebten sie weiter unter Kämpfen und Zechen. So mancher getaufte Fürst bestand auf seiner Kriegsausrüstung auch noch nach dem Tod. Als Grabbeigabe fanden Archäologen einen Helm mit einer Stirnplatte aus reinem Gold. Den unteren Rand des Helms zieren Weinreben. Weinstöcke hatten einst die Römer nach Gallien gebracht und die Franken schätzten das berauschende Getränk, das man daraus gewinnen konnte. Über der Stirn wurden zwei Kreuze genau dort eingeritzt, wo früher die heidnischen Zeichen angebracht waren. Ein Grabstein zeigt auf der einen Seite das Bildnis des Toten, eines Kriegers von Schlangen umgeben, den Symbolen germanischen Götterglaubens. Schlangen waren das Symbol für verwandte Seelen, die den Kämpfer ins Reich der Toten begleiten sollten. Auf der anderen Seite des Steins die erste überlieferte Darstellung germanischen Ursprungs von Jesus, sein Kopf von Lichtstrahlen umgeben. Heidnische und christliche Symbolik nebeneinander, Barbaren und Christen miteinander, das waren die Anfänge der abendländischen Kultur zur Zeit der Merowinger. Wie lebte man in diesen Zeiten und wovon lebte man? Die einen lebten vom Krieg und von der Beute. Gab es keinen Krieg, dann lebten sie von den anderen. Die anderen, das waren die Bauern. Das Land gehörte dem König. Der König vergab weite Gebiete als Lehn an seine getreuen adeligen Gefolgsleute. Die wiederum verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und bekamen dafür einen Teil der Ernte. Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen. Es gab kein Bürgertum, es gab kaum Handel. Die vorhandenen Römerstraßen führten durch dichte Wälder, in denen noch Wölfe und Bären lebten. Sie wurden benutzt, solange sie benutzbar waren. Ausgebessert oder erneuert wurden sie nicht. Wie sah Europa aus zur Zeit des frühen Mittelalters, als die Merowinger herrschten. Ganz Westeuropa, von den Pyrenäen bis nach Thüringen, von der Nordsee bis an die Alpen, war fränkisch geworden. Im Norden gehörten die Friesen zu den wenigen Germanen, die nicht auf Wanderschaft gegangen waren, sondern in ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten an der Nordsee blieben. In Friesland florierte schon früh ein blühender Handel mit England und anderen Nordsee- Anrainern, während das restliche Germanien noch mit Urwald überwuchert und völlig versumpft war. Die Friesen waren die ersten germanischen Kaufleute. Durch ihre Handelsgeschäfte reich geworden, besaßen sie bereits eine eigene Münzprägung und galten in merowingischer Zeit als Westphalen ausgebreitet. Heiden waren sie und galten als außerordentlich wild. Das Grenzgebiet zwischen ihnen und den Franken blieb stets unruhig. Mal fielen die Sachsen im Frankenreich ein, mal die Franken bei den Sachsen. England war ein recht ödes Land. Angeln, Sachsen und Jüten besiedelten England und vertrieben die keltische Urbevölkerung nach Wales, Irland und Schottland. Auf der ganzen Menschen. Ab dem sechsten Jahrhundert wurde England von Rom aus missioniert, sehr erfolgreich, denn in den folgenden Jahrhunderten waren die englischen Mönche begehrte und gelehrte Pilger, die emsige Missionsarbeit leisteten. Spanien war das Reich der Westgoten. Die Gebiete nördlich der Pyrenäen hatten sie an die Franken verloren und sich ganz auf die iberische Halbinsel zurückgezogen. Hier nahmen sie gegen Ende des sechsten Jahrhunderts den katholischen Glauben an. Doch was war aus dem einstigen Imperium geworden, jenem sagenhaften römischen Reich der Antike? Wo waren seine Überreste? Was hatte überdauert? Italien wurde beherrscht von den Langobarden. In Nordafrika, der Kornkammer des Römischen Reiches, hatten sich die Vandalen niedergelassen. Nahezu unversehrt dagegen blieb der Osten des Reichs. Der römische Kaiser Konstantin hatte im Jahr 330 seine Residenz von Rom nach Byzanz verlegt und der Stadt am Bosporus seinen Namen gegeben, Konstantinopolis. Unter den Söhnen des Theodosius war das Reich 395 aufgeteilt worden, in Ostrom oder das byzantinische Reich und Westrom. Während Westrom unter dem Hunnensturm und der Völkerwanderung zerbrach, war Byzanz davon verschont geblieben. Während Rom von Vandalen und Goten geplündert wurde, war Konstantinopel zum Nabel der damaligen Welt geworden. Es gab keine Stadt außer Rom, die sich mit ihr vergleichen konnte. Gewaltige Bauwerke, Kirchen, Basiliken, Paläste und Villen zeugten von ihrem Reichtum. In Konstantinopel residierte der Kaiser des Byzantinischen Reiches. Nachdem das weströmische Reich untergegangen war, erhob Anspruch darauf, führe der Christenheit und ihr Beschützer zu sein. Aber Rom hatte er nicht schützen können. Doch jetzt, zur Zeit der Germanenreiche auf weströmischem Boden, jetzt ging von Rom eine neue Kraft aus, die Kraft der römischen Kirche. Sie hatte den Zusammenbruch des Imperiums überlebt. Sie wurde von den neuen Machthabern gebraucht. Und indem sich die römische Kirche in den Dienst der neuen Herrscher stellte, die germanischen Heiden christianisierte, wuchs ihre Macht. Und Rom wurde mehr und mehr zum Zentrum des Reiches, das nicht von dieser Welt sein sollte. Seit unter Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war, da war es vorbei mit dem Frieden unter den Menschen, mit Brüderlichkeit und Mitleid. Bereits wenige Jahre später auf dem Konzil in Arl 314 hatte die Kirche jeden Deserteur des Kaiserlichen Heeres mit dem Bann belegt. Es war vorbei mit der Verachtung der Dinge dieser Welt, mit der freiwilligen Armut der frühen Christen. Das galt nur noch für die Gläubigen, nicht mehr für die Führung der Kirche. Bereits 40 10% vom Grund und Boden im Römischen Weltreich besessen. Im Mittelalter wird sie in Westeuropa gar ein Drittel ihr Eigen nennen. Für Kaiser Konstantin war es eine rein politische Entscheidung gewesen, die Religion, die trotz vielfacher Verfolgung nicht einzudämmen war, zur Staatsreligion zu erheben. Die Christen hatten sich erlediglich geweigert, an der gottgleichen Verehrung des Kaisers teilzunehmen, indem ihnen eingeräumt worden war, den einzig wahren Glauben im Staate zu besitzen, hatten sie auf der anderen Seite den Kaiser als ihren weltlichen Herrn anerkennen müssen. Der Kaiser war und blieb der unumschränkte Herrscher über die Kirche. Konstantin selbst hatte sich erst auf seinem Sterbebett taufen lassen. Als die nachfolgenden römischen Kaiser zum Christentum übertraten, behaupteten sie ihre Würde als Oberpriester, nannten ein Titel, der später auf die Päpste übergehen sollte. Gleichzeitig hoben sie das Ansehen der Bischöfe ihren Gemeinden gegenüber. Manche Kaiser vertrauten ihre Kinder den Bischöfen zur Erziehung an, was dann die ganz natürliche Folge hatte, dass diese in der Furcht Gottes, das heißt, in der Demut gegen die Priester erzogen wurden, und als sie selbst Kaiser wurden, ihre Knie vor denselben beugten und ihnen die Hände küssten. Rom war das Zentrum weltlicher Macht. Die Welt des Glaubens sollte sie nicht ebenso regiert werden? Von Rom aus? Die von den Aposteln gestifteten Gemeinden waren die Richtschnur religiösen Lebens für die Übrigen. Und da Rom die einzige Gemeinde im Abendland war, sie war von Paulus gestiftet worden, so war es denn ganz natürlich, dass sich die abendländischen Bischöfe hin und wieder in streitigen Fällen kollegialisch an die Bischöfe von Rom wandten und um Rat baten. Die Stelle des römischen Bischofs wurde nun eine sehr begehrte und beneidete. Der heidnische Stadthalter zu Rom Prätextatus sagte, macht mich zum Bischof von Rom, dann will ich sogleich Christ werden. Die Bewerber um diese Stelle lieferten sich mitunter blutige Auseinandersetzungen. Alle Bischöfe nannten sich Papst, von Papa, Vater, oder Oberpriester, oder sogar Stellvertreter Jesu, und gaben sich untereinander diese Titel, also auch dem Bischof von Rom, der bald Papst der Stadt Rom, bald schlichtweg Papst genannt wurde. Schon im vierten Jahrhundert verlangten die römischen Bischöfe, dass ihnen der erste Rang unter den Patriarchen, also auch unter allen nicht, weil sie sich für Nachfolger Petri hielten, sondern weil sie ihren Sitz in der damaligen Hauptstadt der Welt hatten. Aber man dachte noch nicht daran, ihnen eine höhere Würde als den anderen Patriarchen einzuräumen. Die einzige rechtmäßige kirchliche Institution war die allgemeine Kirchenversammlung. Für die Beachtung der allgemeinen Kirchengesetze hatte dann jeder Bischof in seine Diözese Sorge zu tragen. Mit welcher Vehemenz die frühen Christen um die Glaubenswahrheiten rangen, zeigte die zweite Kirchenversammlung zu Ephesus im Jahre 449. Militante Mönche erzwangen die Annahme ihrer Glaubenssätze mit dem Schwert und die Zusammenkunft ging als Mörderversammlung in die Annalen ein. Weit wirksamer als die geistlichen Waffen waren eben irdische Knüppel. Zahllose Mönche bildeten förmlich Freikorps von fanatischen Bischöfen angetrieben, um theologische Streitigkeiten zu bereinigen. Der römische Feldherr Vitalianus musste 314 in Konstantinopel einrücken, um die Stadt vor den wütenden Mönchen zu schützen. Der römische Präfekt Orestes wollte der Verfolgung Einhalt gebieten. Allein er verlor darüber beinahe sein Leben, in dem er von einem wütenden Mönch mit einem Stein am Kopf schwer verwundet wurde. Die römische Regierung schwieg, da sie die Schuldige nicht zu strafen wagte. So groß war die Macht der Kirche bereits. Von dem Zeitpunkt an, als der christliche Glaube zur Staatsreligion erhoben wurde, ging es auch in den Führungsetagen der Kirche um Macht. Das Hauptstreben der Bischöfe war darauf Angelegenheiten zu beseitigen, ja, womöglich sich über den Kaiser zu stellen. Der römische Bischof stand wie jeder andere Staatsbeamte unter dem römischen Kaiser und dieser und sein Stadthalter waren seine Richter. Auch als das weströmische Imperium nicht mehr existierte, blieb der Kaiser in Konstantinopel Herrscher über die Kirche. Die Reichssynoden wurden von den Kaisern berufen und diese präsidierten hier durch einen Kommissarius. Die Beschlüsse der Synoden wurden nicht vom Bischof in Rom, sondern von den Kaisern bestätigt und selbst wenn eine solche Kirchenversammlung gegen den Willen des römischen Bischofs gehalten wurde, so verlor sie dadurch nichts von ihrer allgemeinen Gültigkeit. Bei strittigen Bischofswahlen entschied immer der Kaiser und kein Bischof durfte sein Amt ohne die kaiserliche Bestätigung antreten. Noch gegen Ende des sechsten Jahrhunderts nennt Gregor der Erste den Kaiser in Konstantinopel Mauritius seinen frommen Herrn, dem die Gewalt über alle Menschen vom Himmel herab erteilt worden sei und sich selbst nennt er einen unwürdigen Diener. Wer bin ich, der ich zu meinem Herrn rede als Staub und Wurm? Wie weit die Macht eines byzantinischen Kaisers noch im siebten Jahrhundert über der des römischen Bischofs steht, demonstriert Kaiser Konstanz am Beispiel des Bischofs Martin. Martinus wagte es, den Befehlen des Kaisers entgegen zu handeln. Ja, er ließ sich in hochverräterische Pläne ein. Dies bewog den Kaiser, den römischen Bischof durch seinen Stadthalter in Rom gefangen nehmen und nach der Insel Naxos bringen zu lassen, wo Martinus ein ganzes Jahr lang im Gefängnis saß. Von hier brachte man ihn nach Konstantinopel, sperrte ihn 39 Tage lang ein und stellte ihn dann vor ein Gericht, welchem der Großschatzmeister präsidierte. Der römische Bischof hatte die Gicht in den Beinen und erschien sitzend in einem Sessel. Der Richter befahl ihm jedoch, das Verhör stehend abzuwarten und da Schuld war offenbar und so ward ihm denn bald vom Großschatzmeister das Urteil gesprochen. Du hast gegen den Kaiser verräterisch gehandelt. Du hast Gott verlassen und Gott hat dich wieder verlassen und in unsere Hände gegeben. Darauf übergab er den Bischof von Rom dem Gouverneur von Konstantinopel mit der Weisung, ihn ohne Bedenken in Stücke zerhauen zu lassen, wenn er wolle. Dem hochverräterischen römischen Papst wurde nun ein Halseisen umgelegt und an Ketten wurde er durch die Stadt geschleppt. Vor ihm her ging der Scharfrichter mit entblößtem Schwert zum Zeichen, dass der Verbrecher zum Tode verurteilt war. Darauf wurde Martin ins Gefängnis gebracht, mit Ketten auf eine Bank geschlossen und unter freien Himmel gestellt, wie es mit allen Verbrechern den Tag vor ihrer Hinrichtung geschah. Martin fand mitleidige Seelen. Die Gefängniswärter legten ihn ins Bett und der Kämmerling des Kaisers ließ ihn zu Essen bringen. Ja, der sterbende Patriarch Paulus von Konstantinopel, ein frommer Mann, den Martin feierlich als Ketzer verflucht hatte, bat auf seinem Sterbebette den Kaiser um seines Feindes Leben. Es wurde ihm bewilligt. Martin wurde aus dem Lande gewiesen. Durch das ganze Mittelalter wird sich das Bestreben der römischen Kirche ziehen, die Vormachtstellung der weltlichen Herrscher zu beseitigen. An die Stelle des weltlichen Staates sollte ihrer Meinung nach der Gottes Staat auf Erden treten. Die Vorstellung vom Gottes Staat geht zurück auf die Schrift des heiligen Augustinus De Civitate Dei. Auch wenn die römische Kirche seit Kaiser Konstantin staatlichen Schutz genoss, so war sie doch nicht immer unumstritten. Als in der Zeit der Völkerwanderung im Jahr 410 die Westgoten das bereits angeschlagene Imperium überrannten und Rom plünderten, war es das erste Mal seit über tausend Jahren, dass ein feindlicher Fuß die Stadt siegreich betrat. Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der Bevölkerung. Das war der Beweis für die Sinnlosigkeit, ja, Sündhaftigkeit des Christentums. Die alten Götter hatten Rom ein Jahrtausend lang geschützt. Der neue Gott konnte es nicht. Den Christen wurde vorgeworfen, ihr Abfall von den alten Göttern hätte das Unglück heraufbeschworen. Das Volk forderte daher die Rückkehr zum alten Glauben. Augustinus, als Wortführer der Christenheit, holte zum Gegenschlag aus. Gottesstaat ist eine gewaltige Schilderung des Kampfes zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Satans. In der ersten Hälfte der 22 Bücher führt er den Nachweis, dass nicht die Christen, sondern im Gegenteil die Dekadenz der Heiden für den Niedergang der Römischen Kultur verantwortlich wären. In der zweiten Hälfte entwickelt er seine Vorstellung vom Gottesstaat, der katholischen Kirche, im Gegensatz Für Augustinus ist der irdische Staat die Gemeinschaft des Bösen. Er wird im Endgericht verdammt und vernichtet werden. Der Gottesstaat ist die Gemeinschaft der Guten, der Heiligen, der Christen. Die Kirche selbst ist der Leib Christi mit Christus als Haupt. Was lag näher als ein weltumspannender irdischer Gottesstaat unter der Führung des Stellvertreters Christi auf Erden? Eine alle umfassende Glaubensgemeinschaft. Das musste die Lösung sein, die Erlösung vom Bösen, vom Teufelsstaat. Den Weg bereiten für den Christusstaat darauf kam es an. Denn der Erlöser selbst hatte ja angekündigt, er werde dereinst als Weltenherrscher wiederkommen. Um vom Teufelsstaat zum Gottesstaat zu gelangen, bedurfte es natürlich einiger Richtlinien. Vor allem musste völlig klar sein, was der richtige Glaube war. Es durfte da keine Ungereimtheiten oder Unklarheiten geben. Zwei Jahre vor seinem Tod verfasst Augustinus ein Handbuch der Heresien, in dem er nicht weniger als 88 verschiedene Irrlehren beschreibt. Schlimmer jedoch als die Juden sind die Heretiker. Jämmerlicher noch und wahnsinniger handeln sie im Unterschied nicht nur zu den Juden, die gegenwärtig Christus verleugnen, sondern sogar zu jenen Juden, die ihn damals töteten. Sie bekämpfen die Kirche, die der Leib Christi ist, und leugnen ihn, der das Haupt dieser Kirche ist. Heresie bedeutete ursprünglich selbst erwählte Lebens- oder Lehrart. Im kirchlichen Sprachgebrauch wurde daraus eine sittliche Verfehlung der Ungehorsam gegen die göttliche Offenbarung. Im hohen Mittelalter wird sie sogar als Staatsverbrechen verurteilt und bestraft werden. Und man wird einen neuen Namen hinzufügen, benannt nach der Glaubensgemeinschaft, die der Kirche als Heresie erschien. Man wird sie ausrotten, die Katarer, die Ketzer. Augustinus' Schrift Schrift De Heresibus ist das erste Handbuch der Ketzerei. Der erste Ketzer wurde jedoch schon vorher hingerichtet. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts in Trier. Aus Verfolgten waren Verfolger geworden. Das ganze Mittelalter wird erhellt von den Feuern der Inquisition. Jede selbsterwählte Lebensart wird von der Kirche verfolgt und ausgemerzt werden, denn der neue Gottesstaat verträgt keine Andersdenkenden. Die letzte Hexe wird 1825 in St. Gallen in der Schweiz verbrannt werden, rund 300 Jahre, nachdem das Mittelalter eigentlich zu Ende sein sollte. Schon nach wenigen Jahrhunderten gab es weit mehr Opfer der Kirche als Märtyrer, die ihr Leben für sie geopfert hatten. Und die Vorstellung vom düsteren Mittelalter? Vielleicht kommt sie daher, dass kaum ein Licht des Geistes die Feuer der Inquisition überstrahlen Zu Beginn des Mittelalters sehen wir auf der europäischen Bühne drei Hauptakteure. In Konstantinopel herrscht der Kaiser des Byzantinischen Reiches. Byzanz hat die unruhigen Zeiten von Hunnensturm und Völkerwanderung unbeschadet überstanden. Doch sich mit den kriegerischen Germanen anzulegen, die sich auf weströmischem Boden breit gemacht hatten, danach steht dem Kaiser nicht der Sinn. An des byzantinischen Kaisers Nabelschnur hängt die römische Kirche. Sie hat den Zusammenbruch Westroms überlebt, kann sich aber dem Machtanspruch des Kaisers in Konstantinopel nicht entziehen. Der hatte durch ein eigenes Gesetz bestimmt, die Kirche zu Konstantinopel sei das Haupt aller christlichen Kirchen. Dagegen forderten die römischen Bischöfe die Vorherrschaft. Stephanus, der 253 Bischof von Rom wurde, war der Erste, der behauptete, er sei mehr als die anderen Bischöfe, denn er sei der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus. Ja, er ging sogar so weit, dass er den asiatischen Bischöfen die Kirchengemeinschaft aufkündigte, weil sie seinen Vorschriften nicht gehorchen wollten. Diese waren höchst erstaunt über die Dreistigkeit ihres Herren Bruders in Christo. Und der Bischof Firmelian von Kapadokien äußerte sich in einem den Bischöfen zugeschickten Zirkular Offenbare als unverkennbare Torheit des Stephanus ärgern, welcher sich seines Bischofssitzes rühnt und sich für einen Nachfolger des Apostels Petrus ausgibt. Dritter Hauptakteur ist das Frankenreich der Merowinger, das sich weiter festigen und vergrößern kann. Die Merowinger brauchen die Kirche, um in den besetzten Gebieten herrschen zu können. Die Stärke der Kirche wiederum ist ihre Macht über das Volk. Vorherrschend unter den Offenbarungsphilosophen war die Ansicht, dass die Materie, das Körperliche, die Quelle alles Bösen sei. Das Heil des menschlichen Geistes besteht darin, dass es sich von den Fesseln der Materie losmache und zu dem höchsten Gott zurückkehre. Der Weg zu Gott führt über die Kirche. Der Mensch soll ein rein geistiges Leben führen und alle vom Körper ausgehenden sinnlichen Regungen wie einen Feind bekämpfen, denn sie sind böse, sie sind sündig. Erlösen kann nur die Kirche. Daher gewann schon unter den Christen der ersten Jahrhunderte der Gedanke Raum, dass es verdienstlich und zur Erlangung der Seligkeit förderlich sei, sich Entbehrungen und körperliche Qualen freiwillig aufzuerlegen. Der Gedanke lag nahe, sich diese durch selbst erteilte Schläge zu verursachen, und wir finden daher schon frühzeitig unter den Christen selbst Geißler, besonders unter den Mönchen. In den Statuten vieler Klöster heißt es darüber, Wenn die Mönche die Geißelung an sich selbst ausüben, so sollen sie sich an Jesum, ihren liebenswürdigsten Herrn erinnern, wie er an die Säule gebunden und gegeißelt ward, und sie sollen sich bemühen, wenigstens einige geringe von den unaussprechlichen Schmerzen und Leiden selbst zu erfahren, durch Selbstgeißelung konnte man sein Gewissen beruhigen, wenn man eine Sünde begangen hatte, und als durch die Priester der Glaube aufkam, dass man durch diese oder jene von ihnen auferlegte Buße sich entsündigen könne, so lag der Gedanke nahe, dass dies durch selbst gegebene Schläge geschehen könne. Ein weiterer Grund dafür war auch der, dass man dadurch die Anfechtungen des Fleisches besiegen wollte. Diese Schwärmerei nahm besonders im vierten Jahrhundert überhand. Glaubenswahrheit war, was Bischof Zeno von Verona um 360 so ausdrückte. Der größte Ruhm der christlichen Tugend ist es, die Natur mit Füßen zu treten. Diese düstere Ansicht verbreitete sich über die ganze christliche Welt. Die frommen Christen hielten sich nicht für wert, dass die Sonne sie bescheine. Jede Genuss erschiene ihnen ein Schritt zur Hölle und jede Qual ein Schritt zum Himmel. Die Wüsten Syriens und Ägyptens bevölkerten sich mit frommen Christen, welche Jesum nachfolgen wollten und weil dieser gelitten hatte, es für verdienstlich hielten, sich noch weit größere Qualen freiwillig aufzuerlegen. Diese Schwärmerei wurde zur Epidemie. Manche dieser Heiligen behängten sich mit schweren eisernen Ketten 260 Pfund Eisen an seinem Körper. Einer dieser Büßer namens Talileus klemmte sich in den Reifen eines Wagenrades und brachte in dieser Stellung zehn Jahre zu, worauf er sich zur Belohnung für seine Ausdauer in einen engen Käfig zurückzog. Einige taten das Gelübde jahrelang kein Wort zu reden oder keinen Menschen anzusehen. Da es das höchste Ziel aller dieser für ihre Seligkeit mit Füßen zu treten und jede vom Fleische stammende Regung zu unterdrücken, so wurde natürlich auch der Geschlechtstrieb als höchst unchristlich verdammt und bekämpft. Dieser mächtigste der Triebe war aber schwer zu besiegen. St. Hieronymus um 330 geboren erzählt, dass bei diesem Kampf mit der Natur Jünglinge und Mädchen sich Gehirnentzündungen und oft Wahnsinn zugezogen haben. Doch je mehr die Büßer ihren Leib kasteiten, desto üppiger wurden die Bilder der Fantasie, die ihnen der Teufel vorführte. Und je mächtiger so der Satan seine Herrschaft über das Körperliche demonstrierte, desto größer mussten die Anstrengungen werden, ihm zu widerstehen. Die Auseinandersetzung musste eskalieren. Einige bestrichen, um sich den Kampf zu erleichtern, ihre rebellischen Glieder mit Schierlingssaft, und andere machten der Sache schlicht und einfach abschnitten. Damit hörte freilich alles auf, auch die Versuchung. Und wenn ein Verdienst im Überwinden liegt, auch das Verdienst. Der sonst so vernünftige Kirchenvater Origenes tat dies ebenfalls. Leoncius, ein Priester zu Antiochien, Jakobus, ein syrischer Mönch, und noch viele andere unter den Priestern und Laien folgten diesem Beispiel, sodass ein Gesetz gegen die Kapaunierwut erlassen werden musste. Mit Mystizismus vereinigte asketische Schwärmerei steckt an. Sie verbreitete sich wie die Pest in der Christenheit. Die so das heilsuchenden Menschen fingen an, überall in den Wüsten und auch in den Städten große Gemeinschaften zu bilden, die Klöster. Sankt Pachomius, der eigentliche Stifter derselben, hatte in dem Seinigen 1400 Mönche und führte noch über 7000 andere die Aufsicht. Im 4. Jahrhundert gab es in Ägypten wenigstens 100.000 Mönche und Nonnen, denn dass die Frauen von dieser Epidemie nicht verschont blieben, kann man sich leicht denken. Die Stadt Oxirinchus hatte mehr Klöster als Wohnhäuser und in ihnen beteten und arbeiteten Nonnen. Die Heiden mochten spotten, so viel sie wollten. Dieses unheilige Feuer war nicht mehr zu löschen. Es gelang ihnen nicht, denn die geachtetsten Kirchenlehrer priesen das Mönchs- und Einsiedlerleben über alles und nannten es den geraden Weg in das Paradies. Die heiligsten Bande der Natur wurden zerrissen. Jünglinge verließen ihre Bräute, wie der heilige Alexius, der in der Brautnacht in die Wüste rannte. Das waren die Früchte der Lehren solcher Männer wie Sankt Hieronymus, der sagte, Und wenn sich deine jungen Geschwister an deinen Hals werfen, deine Mutter mit Tränen und zerstreuten Haaren und zerrissenen Kleidern den Busen zeigt, der dich ernährt hat, dein Vater sich auf die Türschwelle legt, stoße sie mit Füßen von dir und eile mit trockenen Augen zur Fahne des Kreuzes. Die im Orient entstandene Hysterie fand auch in Europa lebhaftesten Anklang und Heilige und Klöster schossen überall wie Pilze aus dem Boden. Besonders wirkte dafür St. Ambrosius, Bischof von Mailand, dem wir den ambrosianischen Lobgesang, das Tedeum Laudamus verdanken und St. Hieronymus, sowohl durch eigenes Beispiel als durch Schriften. Hieronymus hatte selbst längere Zeit in der syrischen Wüste gelebt und schrieb ein Werk betitelt Lob des einsamen Lebens, welches für ein Meisterstück der Beretsamkeit gilt. Der heilige Martin war der erste der Klöster in Frankreich anlegte. Er war 316 in Pannonien geboren und hatte das Kriegshandwerk ergriffen. Als er einst einem Armen die Hälfte seines Mantels gab, bildete er sich ein, Jesu Stimme zu hören, welche ihm zurief, was du anderen getan hast, hast du mir getan. Dies bewog ihn, sein Regiment zu verlassen und unter die Heiligen zu gehen. Sein Ruf verbreitete sich bald, er wurde Erzbischof von Thur und ein sehr stolzer Heiliger. Als er vor Kaiser Valentinian erschien, wollte dieser sich nicht von seinem Throne erheben, um St. Martin zu begrüßen. Diesen verdross solcher Hochmut, er betete und, so erzählt die Geschichte, feurige Flammen schlugen aus dem Thronsessel empor, sodass seine kaiserliche Majestät schnell in die Höhe fahren musste, wollte sie nicht ihren allerhöchsten, aller durchlauchtigsten, allerwertigsten verbrennen. Da nun nicht jeder ein Heiliger werden konnte, die Christenheit wäre sonst ausgestorben, musste eine Möglichkeit gefunden werden, dennoch Eingang in die Glückseligkeit zu finden. Diesen Weg fand der römische Bischof Gregor der Große gegen Ende des sechsten Jahrhunderts. Fegefeuer hieß der Ort, wo seiner Erklärung nach die menschlichen Seelen geläutert wurden, damit sie rein in den Himmel kamen. Denn Feuer war das Reinigungsmittel. Wer so halb zwischen Himmel und Hölle garte, der konnte darauf rechnen, dass er gehörig lange darin braten musste, wenn nicht die Priester ihn durch Fürsprache und Beten gegen harte Währung in den Himmel beförderten. Das Reglement im Fegefeuer war nur ihnen bekannt und daher konnten sie allein beurteilen, wie viele Messen dazugehörten. Aber diese Messen waren keineswegs kostenlos. Im siebenten Jahrhundert veränderte sich die Situation. Mohammed erschien auf der Weltbühne und begründete eine neue Religion, den Islam. Das Christentum erhielt zwar einen Schock, aber für das Ansehen Roms und seiner Bischöfe sollte sich diese Konkurrenz als höchst vorteilhaft erweisen. Mohammed bedeutet der Gepriesene. Im Jahre 570 wurde er in Mekka geboren. Mit 40 Jahren erreichten seine religiösen Visionen ihren Höhepunkt und wurden nach seinem Tode im Koran niedergeschrieben. Seine Landsleute begegneten ihm anfänglich mit Spott und Gewalt, sodass er sich 622 entschloss mit seinen Getreuen nach Medina auszuwandern, wo er für seine Lehren einen günstigeren Boden vorfand. Von da aus unternahm er Kriegszüge gegen die Mekaner und die jüdischen Stämme, konnte 629 die erste Wallfahrt nach Mekka antreten, eroberte dieses 630, womit der Siegeszug seiner Lehre in Arabien begann. Es ist nur ein einziger Gott, welcher die ganze Welt beherrscht. Er will von den Menschen treu verehrt sein durch Tugend. Tugend besteht in Ergebung in den göttlichen Willen, andächtigem Gebete, Wohltätigkeit gegen die Armen und Fremden, Redlichkeit, Keuschheit, Nüchternheit, Reinlichkeit, tapferer Verteidigung der Sache Gottes bis in den Tod. Wer diese Pflichten erfüllt, ist ein Gläubiger und empfängt den Lohn des ewigen Lebens. Diese Religion musste in der damaligen Zeit großen Anklang finden, denn sie war einfach und verständlich, während die der Christen immer unklarer, mystischer und damit unverständlicher geworden war. Außerdem war es der Bevölkerung häufig lieber, von den Muslimen beherrscht zu werden, als vom Kaiser in Konstantinopel und seiner Kirche. Glaubensgemeinschaften wie die der Kopten wurden von der Kirche argwöhnisch als Heretiker betrachtet und liefen Gefahr verfolgt zu werden. Die Muslime dagegen forderten in der Regel nur eine Abgabe, die häufig geringer war, als die Steuern, die sonst dem Kaiser zu entrichten waren. Dafür genoss man ihren Schutz. Ein Übertritt zum Islam wurde von den neuen Herrschern zwar gewünscht, aber nicht mit Waffen und Drangsal erzwungen. Außerdem standen die Muslime in dem Ruf, ihre Verträge einzuhalten. Besonders bei den Völkern des Oriens verbreitete sich daher die Lehre Mohammeds mit großer Schnelligkeit. Muslime übernahmen die Kontrolle in Südpalästina und eroberten 635 Damaskus. Bald musste in ganz Asien und Nordafrika die christliche Kirche dem Islam weichen. Dadurch verschwanden die Patriarchen von Antiochien, Jerusalem und Alexandrien. Sie waren immer die großen Rom gewesen. Der römischen Kirche stand jetzt nichts mehr im Weg, nach dem Vorbild der römischen Cäsaren zentral von Rom auszuherrschen, zumal der Kaiser in Konstantinopel zur gleichen Zeit in seiner eigenen Hauptstadt von den Kriegern Mohammeds den Sarazenen belagert wurde und deshalb nicht einschreiten konnte. Als im Jahre 640 die Anhänger Mohammeds Jerusalem einnahmen, wurde Rom zur heiligen Stadt der Christenheit. Rom Hier hatte Petrus gewirkt. Ein Besuch an seinem Grab oder die Berührung seiner Reliquien garantierten die Erlösung von allem Bösen. Sein Grab wurde überall in Europa zum Mittelpunkt der Verehrung. Die Pilger legten Geschenke nieder und schworen Eide auf Petri Grab. Schon im dritten und vierten Jahrhundert hatten viele Pilger die heiligen Städten in Rom besucht. Doch nach dem Fall Jerusalems erreichten die Pilgerzüge ungeahnte Ausmaße. Aus allen Teilen der damaligen Welt strömten sie herbei. Alle Schichten der Bevölkerung waren vertreten. Bischöfe, die ihre Angelegenheiten am päpstlichen Hof mit Gebeten an den Gräbern der Apostel verbinden wollten, Priester und Mönche, die vor allem Reliquien mit nach Hause nehmen wollten, Knochensplitter der Heiligen oder auch nur Leinenstreifen, die über die heiligen Gräber gelegt wurden. Doch die meisten Pilger waren einfache Leute. Eine Wallfahrt nach Rom an die Gräber der Märtyrer sollte das Heil ihrer Seele sicherstellen. Je weiter der Weg und je beschwerlicher die Reise war, desto größer war ihr Verdienst und mussten sie zu Fuß über die Alpen, dann war das erkämpfte Seelenheil umso größer. Die meisten kamen nur einmal in ihrem Leben. Reiche Gläubige, die auf Dauer gekommen waren, wurden zu einer ständigen Einkunftsquelle für Rom. Sie ließen sich in der Nähe der Peterskirche nieder, um ihre leichter in den Himmel aufgenommen würden. Die Fremden, die sich in Rom niederliessen, wurden allmählich romanisiert. Diejenigen, die in die Heimat zurückkehrten, genossen zu Hause großes Ansehen, hatten sie doch Rom gesehen, die heilige Stadt. Sie wurden zu den wichtigsten Trägern römischen Einflusses in Westeuropa. Bischöfe und Kleriker brachten außer Reliquien auch Die Regelung und Versorgung des anwachsenden Pilgerstroms wurde zur vordringlichen Aufgabe der Kirche. Häuser und Herbergen mussten für die Pilger errichtet werden. Rom boomte sozusagen. Und ihr Einfluss auf die damalige Christenheit wuchs und wuchs. Rom war dabei, den Kampf gegen Konstantinopel um die Vorherrschaft im christlichen Glauben für sich zu entscheiden. Zumindest was den Einfluss in Westeuropa betraf. Rom, Wolzen miteinander. Während die Wellen der Pilgerströme Rom überfluteten, erfasste die Woge des Islam die iberische Halbinsel. Im Jahre 711 drangen die Araber über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien ein und zerschlugen das christliche Reich der Westgoten. In Rom schrillten die Alarmglocken. Der Islam hatte zwar lästige Gegner der eigenen Kirchenpolitik beseitigt und Rom zum Zentrum der Christenheit erhoben, doch jetzt wurde er zur akuten Bedrohung für die römische Kirche in ganz Europa. Das fränkische Königreich war das einzige festgefügte Staatsgebilde, das jetzt noch Widerstand leisten konnte. Viel es, so boten die nächsten 1000 oder 2000 Kilometer kein ernsthaftes Hindernis. Die Heere des Islam hätten bis zu den Grenzen Polens durchstoßen und mithilfe ihrer beträchtlichen Seemacht auch über England die mohammedanische Herrschaft errichten können. Die letzte Bastion der Christenheit in Westeuropa war jetzt das Frankenreich der Merowinger. Doch die Glaubensstärke der Franken stand nicht besonders hoch im Ansehen. Sie waren weit eher Heiden als Christen. Papst Gregor II. erkannte die Gefahr, die der Kirche drohte und schickte Missionare, um die Franken gegen den Islam innerlich der christlichen Religion zum Sieg zu verhelfen. Winfried hieß der Mönch der Benediktiner, der in die germanischen Wälder des Frankenreiches geschickt wurde. Die Benediktiner lebten nach den Regeln des heiligen Benedikt und galten als treffliche Vertreter des Christentums. Benediktiner Klöster waren Zufluchtsorte für Wissenschaft und Künste in jener Zeit und berühmt in ganz Europa für ihre ausgezeichneten Schulen. In seiner ansehen und hatte die schönsten Aussichten auf eine glanzvolle kirchliche Karriere. Aber er hatte keinen Sinn für diese Art von Erfolg. Eine andere Leidenschaft hatte sich seiner bemächtigt. Er wollte den germanischen Heiden das Licht des wahren Glaubens bringen. Mönche und Priester gab es bereits im Frankenland. Schon Ende des sechsten Jahrhunderts waren die ersten Sendboten aus Irland zu den Franken gekommen, Doch das Christentum das sie verbreitet hatten ging mehr in die Richtung einer Nationalkirche und war weitgehend unabhängig von Rom. Und es stand im Verruf, dem Heidentum ähnlicher zu sein als dem Christentum. Diese Priester sollen sogar heidnisches Opferfleisch verzehrt haben. Winfried wusste, dass es Mönche gab, die sich gleich mit fünf Beischläferinnen im Bett vergnügten. Wie sollten diese Männer in der Lage sein, den Heiden das Evangelium zu predigen oder dem Islam mit seiner Vielweiberei Einhalt zu gebieten? Der Bischof von Rom, der sich auch Papst Gregor II. nannte, hatte dem Engländer befohlen, die Kirche im Frankenreich und in den angrenzenden Gebieten gründlich zu reformieren. Ziel sollte sein, die Völker nicht nur dem christlichen Gott zugänglich zu machen, sondern sie auch fest an die Kirche in Rom und dessen Papst zu binden. Winfried war nach Rom gereist, um sich für seine apostolische Mission die nötigen Instruktionen zu holen und natürlich Verstärkung, denn das war kein Ein-Mann-Unternehmen. Alles alte germanische Brauchtum musste durch die christliche Missionierung umgewertet werden. Aus heidnischen Feiern wurden nach der Anweisung des Papstes christliche Feste gemacht. So muss jedes Fest zu Ehren ihrer Götter in ein anderes umgeformt werden, in Feste der heiligen Märtyrer, Feste mit religiösen Zeremonien. Winfried war mit dem Papst einig in der Überzeugung, dass der straffe rechtgläubige Aufbau der neuen Kirchenprovinzen nötig sei, um den islamischen Versuchungen wirksam zu begegnen. Diskutiere mit den Heiden und frage sie, warum besitzen Christen Länder mit Überfluss, aber Heiden nur dürftige Regionen hatte ihm ein Freund geraten. Aber Winfried diskutierte nicht. Was sich zerstören ließ, wurde rücksichtslos und gründlich vernichtet. Heiligtümer und Wohnstätten wurden in Schutt und Asche gelegt. Die Externsteine, eine Kultstätte im Teutoburger Wald, widerstand. Sie war zu gewaltig. Um sie dennoch zu christianisieren, musste eine Kreuzszene eingemeißelt werden. Winfried ließ die Eichen fällen, die den Heiden heilig waren, und aus ihrem Holz Kirchen errichten. Das war in der Tat ein starkes Stück, und es spricht für die Franken, dass sie Winfried und seine Gefährten nicht gleich erschlagen haben. Aber wie muss die Wut in ihnen hochgekocht sein? Wie müssen sie die Rache Donas erwartet haben? Doch die blieb aus. Hatte der alte Gott seine Kraft verloren? War die Zeit reif für den neuen Gott der Christen? Manch einer schlug sich vorsichtshalber auf die Seite des christlichen Gottes und ließ sich taufen. Winfried meldete die ersten Erfolge seiner Mission nach Rom. Er benötigte dringend weitere Unterstützung. In zahlreichen Schreiben an die Klöster in seiner Heimat versuchte er, mehr Mönche und Nonnen für seine Arbeit zu begeistern. Und er hatte Erfolg. Papst Gregor II. war sehr angetan von den Erfolgen des englischen Mönchs. Er wollte ihn sehen, also reiste Winfried erneut nach Rom, wurde dort zum Bischof ernannt und bekam seinen neuen Namen, Bonifatius. Das ist der, der die gute Botschaft bringt. Aus England kam personelle Verstärkung. Unter den zahlreichen Helfern, die jetzt eintrafen, waren auch seine Neffen Willibald und Wunibald und seine Nichte Walburga, allesamt verlässliche Verwandte, denen er Schlüsselpositionen anvertrauen konnte. Sie alle waren im rechten Glauben aufgewachsen, waren bereits im Alter von fünf, sechs oder sieben Jahren in Klöster gekommen, die sich durch ihre asketische Disziplin einen Namen gemacht hatten und waren dort von Nonnen und Mönchen erzogen worden. Das Leben von Heiligen war ihnen praktisch vorgezeichnet. Jetzt reisten sie in die alten Römer-Siedlungen an der Donau und gründeten neue Diözesen, Regensburg, Salzburg, Passau und Freising. In seinem engeren Missionsgebiet und südlich davon schuf Bonifatius die Bistümer Eichstätt, Würzburg, Bührerburg und Erfurt. Oft wurden die Trümmer zerstörter Siedlungen und Kastelle aus der Römerzeit zu Bausteinen christlicher Gotteshäuser, wie das Kloster von Salzburg, das sich aus den alten Gebäuden und Festungsanlagen der Römischen Stadt Juwavum erhob. Als Bonifatius sah, dass alles wohlgeordnet war, brach er zu seiner letzten Mission auf, von der er nicht zurückkehren sollte. Er wollte den Friesen die frohe Botschaft bringen. Doch die haben ihn einfach erschlagen. Walburga und ihr Onkel Bonifatius sind die Schlüsselfiguren der christlichen Frühzeit des Frankenreichs und Persönlichkeiten der sakralen Politik und Gesellschaft des abendländischen Mittelalters. Eine Ballung der Verehrungsorte findet man im nördlichen West- und Mitteleuropa. In Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und im Norden Frankreichs häufen sich die Patroninnen und Reliquienstätten der heiligen Walburga. Hier galt sie als Schutzheilige gegen die Normannengefahr des 9. und 10. Jahrhunderts. Bonifatius wurde seinem eigenen Wunsch entsprechend im Dom zu Fulda begraben. Es gibt einen lauschigen Ort in der großen Wildnis, mitten unter den Völkern, denen wir Gottes Wort predigen. Dorthin haben wir eine Schar von Mönchen gesetzt, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben und ein Kloster erbauen. Männer strenger Abstinenz, die sich des Weins, des Mez und Fleisches enthalten und keine Knechte haben, sondern mit der Frucht ihrer Hände Arbeit sich Hier nun möchte ich mit eurer gütigen Erlaubnis meinen altersmüden Leib ein wenig ausruhen und nach meinem Tode hier begraben sein. Die innere Stärke des Glaubens, das war das eine Bollwerk gegen den Islam. Doch damit allein war die militärische Stärke der Araber nicht zu brechen. In den kaum 80 Jahren seit dem Tod Mohammeds hatte sich der neue Glaube ausgebreitet wie Feuer vor dem Sturm. Und noch ehe ein Jahrhundert vergangen war, hatte er seine Herrschaft nach Syrien, Persien, Ägypten, die afrikanische Küste entlang, das Niltal hinauf und tief hinein nach Nordindien getragen. Das Christentum hatte mittlerweile nahezu die Hälfte seines Wirkungsbereichs rund um das Mittelmeer an die neue Religion verloren. Die Westgoten waren von den Arabern besiegt und der Islam hatte sich über ganz Spanien ausgebreitet. Im Eiltempo war alles bis zu den Pyrenäen unterworfen worden und jetzt rückten die Sarazenen vor in Richtung Frankenreich. Nach Bonn fiel 720. Herzog Oldo von Aquitanien konnte 721 noch Toulouse erfolgreich verteidigen. Sein Herzogtum hatte über einige Jahrhunderte hinweg seine Sonderstellung zwischen dem Frankenreich der Merowinger und dem Westgotenreich halten können. Oldo unternahm einen verzweifelten Versuch. Er verheiratete seine Tochter mit dem Araber Führer Othman. Es schien zu gelingen, denn eine Zeitlang schliefen die Überfälle der Muselmanen ein. Doch dann wehte wieder ein schärferer Wind aus Damaskus und Othman wurde abgesetzt. Jetzt ging es schlimmerlos als je zuvor und Oldo sah sich bei Arl dem Heer der Sarazenen gegenüber, das unter ihrem neuen Führer Abder Rachman heranrückte. Es sollen etwa 400.000 Mann gewesen sein. Ein schier unfassbarer Gegner. Jetzt musste sich Herzog Oldo entscheiden. Entweder verlor er sein Herzogtum an die Araber oder er musste sich den Franken anschliessen. In jedem Fall stand er auf verlorenen Posten. Er fluchtete zu den Franken, die er bisher bekämpft hatte. Im Frankenreich hatte die Dynastie der Merowinger schon seit geraumer Zeit ihre Macht eingebuesst. Die Herrscher waren zu Schattenkönigen herabgesunken. Wer jetzt im Reich das Sagen hatte, das waren die Hausmeier, Verwalter in höchster Position. Und der jetzige Hausmeier war ein ganz besonderer Kerl, Karl der Hammer, Karl Martell. Von seiner Geburt erzählt man sich folgende Geschichte. Sein Vater, Pipin der Zweite, war auch schon Hausmeier. Er hatte zwei, wie es scheint, rechtmäßige Frauen zur gleichen Zeit, die reich begüterte Plektrudis und die schöne Alfaida. Als die schöne Alfaida einem Knaben das Leben schenkte, wurde dem Vater die Geburt gemeldet mit den Worten »Es ist ein Kerl«, das heißt in der deutschen volkstümlichen Sprache »ein Knabe mit starken Gliedern«. Pipin der Zweite, neben seiner anderen Gemahlin sitzend, bemerkte dazu »Kerl, das ist ein hübscher Name«. So wurde der Sohn der schönen Alfaida also Mit ihm erhielt ein künftiges Herrschergeschlecht den Namen Kerlinger oder Karolinger. Karl Martell hatte es verstanden, gegen den rivalisierenden Adel und die immer wieder auflackernde Opposition das Reich unter seine Herrschaft zu bringen. Ein neues fränkisches Heer hatte er geschaffen, aus seinen Vasallen gebildet. Um das zu finanzieren, wurden weite Ländereien aus dem Riesenbesitz der Kirche eingezogen und als Lehen zu lebenslänglichem Besitz an seine getreuen Gefolgsleute vergeben. Der Besitz der Kirche umfasste in jener Zeit bereits ein Drittel des gesamten Frankenreiches. Die Ritterschaft musste ihm dafür mitsamt ihren eigenen Vasallen Kriegsdienst leisten. 732 also traf Karl der Hammer bei Tour und Poitier mit seinen Franken auf die Araber. Jetzt zeigte sich der Weitblick der Reform, denn ohne die Vermehrung seiner Reiterscharen wäre er dem Arabersturm nicht gewachsen gewesen. Karl rückte mit seinem ganzen Heerbann auch mit dem Aufgebot der rechtsrheinischen Germanen zum Schutz des fränkischen Nationalheiligtums St. Martin bei Tour heran. So weit waren die Feinde schon vorgedrungen. Südlich der Bienn, beiderseits der Straße von Tour, kam es zum Kampf. Über die schwergerüsteten fränkischen Scharen prasselte ein schlagkräftige, aber ziemlich unbewegliche Kavallerie und schienen den Arabern unterlegen zu sein. Ihre Pferde waren einfach nicht so schnell, kaltblüter, massig und stark, besser geeignet als Zugtiere, aber nicht für die Kavallerie. Gegen die schnellen Rasse Pferde der Araber waren sie fast chancenlos. Trotzdem gelang es Karl Martell dem Gegner stand zu halten. Als die Franken am nächsten Tag die Licht gebracht hatte, fanden sie den Feind geflüchtet, das Lager und unermessliche Beute ihr eigen. Abderrahman aber lag auf dem Schlachtfelde. Es war das erste unerbittliche Halt für den Islam in Europa, die erste schwere Niederlage auf offenem Felde. Wahrscheinlich war es ein Sieg, der ihm seinen Beinamen eintrug, der Hammer, der Schmiedehammer. Aber die Kraft der Sarazenen war damit noch nicht völlig gebrochen. Doch die kontinuierliche Gegenwehr der Franken in den folgenden Jahren konnte dem gegnerischen Vormarsch bis 738 endgültig ein Ende setzen. Völlig zurückgedrängt und von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden die Araber allerdings erst über 700 Jahre später. Es war nicht nur ein Sieg der Franken gegen die Araber. Es war auch ein Sieg der Christenheit, ein Sieg Die Gefahr des Islam schien gebannt. Der Papst in Rom hatte das Volk der Franken fest im Griff, dank der ausgezeichneten Missionsarbeit des Bonifatius. Karl Mattel hatte das durchaus unterstützt, obwohl er andererseits einen großen Teil der Kirchengüter eingezogen hatte. Und der Kaiser in Konstantinopel als offizielles Oberhaupt der christlichen Kirche war unter dem Druck der Araber völlig machtlos gegenüber der neuen Entwicklung. Was dem Papst jetzt noch fehlte, um den Gottesstaat auf Erden unter seiner Oberhoheit zu errichten, das war die Macht über die weltlichen Herrscher, deren mächtigster im Moment Karl Mattel war. Denn Karl war im Frankenreich nicht zuletzt durch seinen Sieg über die Araber so stark geworden, dass er darauf verzichten konnte, nach dem Tod des Königs einen neuen aus dem Geschlecht der Merovinger zu ernennen. Stattdessen regierte er selbst mit allen Königlichen Macht Befugnissen. Dennoch hielt er die Fiktion der Merovinger Herrschaft dadurch aufrecht, dass er in den zeitgenössischen Analen und seinen Urkunden die Jahre nach dem Tode unseres Königs berechnen ließ. Papst Gregor III. ließ ihn also wissen, dass er bereit sei, ihn zum König der Franken zu erheben, sofern er ihm gegen die immer deutlicher bedrohenden Langobarden zu Hilfe käme. Als Symbol ließ er Karl Mattel den St. Peters Schlüssel überreichen. Aber trotz unablässiger, mit allen Mitteln betriebener Bemühungen lehnte Karl Mattel immer wieder ab. Er war nicht bereit, um den Preis der Königs Würde aus den Händen des Papstes sich und sein Reich der Kirche zu unterstellen. Der zweite Grund für Karls Ablehnung des päpstlichen Angebots waren die Langobarden. Mit ihnen wollte sich Karl Mattel nicht anlegen. Er brauchte ihre Hilfe gegen die immer noch nicht völlig gebannte Gefahr der arabischen Invasion. Vorläufig musste sich Papst Gregor III. also noch selbst mit den Langobarden auseinandersetzen. Die Langobarden hatten die Schwäche des Kaisers in Konstantinopel benutzt und sich in Italien hemmungslos ausgedehnt. Sie griffen byzantinisches Gebiet in Italien an und machten auch nicht Halt vor päpstlichen Territorien, obwohl sie eigentlich selbst katholisch waren. Sie waren dabei so erfolgreich, dass der Papst bald Blut und Wasser schwitzte. Es gab noch einen weiteren, sehr triftigen Grund für Karl Mattel die Königswürde abzulehnen. Einer seiner Vorgänger im Hausmeier-Amt hatte vor rund 80 Jahren versucht, die Merowinger abzusetzen und König der Franken zu werden. Sein Staatsstreich war missglückt und er hatte den Versuch mit dem Leben bezahlen müssen. Es hatte darauf in einige Zeit gekostet, die angeschlagene Macht der Hausmeier wieder herzustellen. Hausmeier, das war nämlich ein ganz besonderes Amt. Ursprünglich bot es wohl wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Wahrscheinlich kümmerte sich der Hausmeier um die Belange der Königlichen Ehefrau am Hof der Merowinger. Dennoch gewann das Amt über die Zeit hinweg an Einfluss und war bald ein begehrtes Sprungbrett zur Macht für einflussreiche Adelsfamilien. Und während die fränkischen Könige immer mehr zu einer Schattenregierung herabsanken, wurden die Hausmeier immer mächtiger. Schließlich verloren die Könige ihre Bewegungsfreiheit und das Recht, ihre Beamten selbst zu ernennen, sogar die eigentliche Regierungstätigkeit mussten sie aufgeben, um sie einem vom Adel vorgeschlagenen Vertrauensmann, dem Hausmeier, zu überlassen. Die ganze Königsmacht hielt am Ende der Hausmeier in seinen Händen. Und das Amt war mittlerweile erblich geworden. Das wollte Karl Martell nicht aufs Spiel setzen. Gewinnen konnte er nicht viel mehr, als er bereits hatte, aber alles verlieren, wenn der Adel nicht mitspielte. Als Karl Martell 741 starb, hinterließ er seinen beiden Söhnen Karlmann und Pippin dem Dritten die Hausmeier Würde. Nicht mehr nur als ein Amt, sondern schon als absolute Herrschaft. Karlmann und Pippin der Dritte regierten scheinbar einträchtig miteinander das Riesenreich. Karlmann im Osten, Pippin im Westen. Karlmann hatte sich den Missionar der Deutschen, Bonifatius, als Berater verpflichtet. Daher genoss er beim Papst einen gewissen Vorzug. So wandten sich die päpstlichen Gesandtschaften, die immer wieder Hilfe gegen die Langobarden forderten, an Karlmann. Doch beide Brüder dachten nicht daran, der Aufforderung des Papstes Folge zu leisten, denn Aquitanien war wieder aufsässig geworden und die Alemannen wollten sich auch Die Führung der Feldzüge hatte offenbar Karlmann inne, doch Pippin der Dritte wurde mehr und mehr zur stärkeren politischen Persönlichkeit. Doch schien die Machtfülle, die die beiden Brüder einst von ihrem Vater Karl Martell übernommen hatten, wieder etwas abzubröckeln. Eine starke Adelsopposition machte sich allmählich breit, die wieder einen König aus der alten Dynastie wollten. Schließlich sahen sich einen aus dem gelockten Geschlecht der Merovinger zum König zu erheben. Sie suchten sich daher den Unfähigsten unter den lebenden Merovingern aus, Hilderich den Dritten. Er sollte der letzte der Merovinger Könige werden. Auch in der Frage der Kirchengüter traten sie den Rückzug an, was wahrscheinlich dem Einfluss des Bonifatius zuzuschreiben ist. Vier Jahre später kam es zu einem seltsamen Geschehen. Im Jahre 747 auf dem Hoftag zu Düren erklärte Karlmann seinen Rücktritt vom Hausmeieramt. Er wollte sich zurückziehen ins Kloster Monte Cassino in Italien. Der Entschluss Karlmanns kam völlig überraschend und die Ursachen sind bis heute unklar. Hatte er einfach das Interesse an den politischen Ränkespielen verloren? Aus Gewissensbissen meinen viele Historiker, weil er das Heer der besiegten Alemannen an der Mündung der Nemz in der Neckar im Jahre 746 habe umstellen und niedermetzeln lassen. Waren die Franken, besonders der harte Karlmann, auf einmal so zart fühlend? Oder war es die Eingebung seines geistlichen Beraters Bonifatius, den Papst Gregor III. nach dem Sieg über die Sarazenen zum Erzbischof ernannt hatte. Denn wenn sich der Papst als Schutzherrn der Christenheit einen fränkischen König wünschte, dann konnte schließlich nur einer der beiden zum Herrscher erhoben werden. Dann war es wohl besser, der andere ging ins Kloster. Karlmann verschwand in Monte Cassino. Seine Frau und die Söhne wurden von jeder Teilnahme an der Macht ausgeschlossen. Sie flüchteten nach Italien zu den Langobarden. Pippin III. war jetzt allein Herrscher des Frankenreiches, aber er war noch nicht König. Drei Jahre lang erhielt er Bittgesuche vom neu erwählten Papst Zacharias um Hilfe gegen die Langobarden, die das Oberhaupt der Kirche neuerdings regelrecht tyrannisierten. Dann endlich beantworteten die fränkischen Stände die Bitten des Papstes mit der Frage, ob nicht ein beraubt und ein würdigerer an seine Stelle gesetzt werden dürfe. Die Ansicht des Papstes konnte nicht überraschen und Zacharias, einer der schlauesten unter den Päpsten, gab Kraft göttlicher Erleuchtung zur Antwort, Es ist besser, den König zu nennen, der die königliche Macht hat. Pippin III. hatte grünes Licht. Im Jahr darauf schickte er den letzten Merowinger König Schilderich samt seinen Kindern ins Kloster. Die Klöster gehener Zeit hatten offensichtlich auch die Aufgabe, unliebsame Gegner der Herrschenden zu beherbergen und unter Aufsicht zu halten. Für seine Krone wünscht Pippin III. den feierlichen Akt der Salbung nach biblischem Ritus durch den Erzbischof von Mainz, Bonifatius. Es ist dies die erste Salbung bei den Franken. Um auch den übrig gebliebenen Heiden im Reich deutlich zu machen, wer jetzt der unumschränkte Herrscher war, ließ er sich auch noch durch die traditionelle germanische Schilderhebung intronisieren. Das Amt des Hausmeiers schaffte der neue König wohlweislich ab. Kein Zweifel aber, dass die Kirche eines Tages für so viel geleistete Hilfe Vergütung und Gegenleistung verlangen wird. Zunächst in ihrem Streit mit den Langobarden, dann aber in Formstärkeren Einflusses und der Anerkennung der kirchlichen Vormacht. Papst Zacharias erlebte aber die Früchte seiner Politik nicht mehr. Papst Stephan II. war oberster Bischof von Rom geworden. Gleich bei seinem Amtsantritt war er mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Langobarden wollten die Oberherrschaft über Rom. Der verzweifelte Papst packte seine sieben Sachen und zog ins Frankenreich. Nach seiner Alpen Überquerung im Frühjahr 754 wurde er mit allen Ehren empfangen. Pepin schickte ihm seinen Sohn Karl dreißig Meilen weit entgegen und ritt selbst eine Meile ihn zu begrüßen. Er Er nicht dass der Bischof vom Pferde stieg sondern begleitete ihn selbst zu Fuß gleich einem Stall Knechte. So erzählen die päpstlichen Geschichtsschreiber und machen damit deutlich dass Pippin den Papst als oberste Instanz anerkannte. Als Gegenleistung wurde Pippin von Papst Stephan selbst zum König gesalbt und ebenso seine Söhne Karl und Karl Mann was die Erblichkeit der Papst ernannte Pippin zum Schutzherrn der Römer er verlieh ihm den Titel Patricius Romanum Pippin besaß nun ein neues ein christliches Heil Königtum und Papsttum waren von diesem Tage an fest miteinander verbunden Es war eine weltpolitische Machtverlagerung von grundlegender Bedeutung die sich da voll zog Die Krönung Pippins zum König der Franken von Gottes Gnaden bedeutete gleichzeitig die Loslösung der Römischen Kirche aus der Abhängigkeit vom Oströmischen Kaiser in Konstantinopel der ja laut Gesetz der oberste Herr der Christenheit war und bis zu diesem Zeitpunkt der einzige Herrscher von Gottes Gnaden Feierlich entband das Kirchenoberhaupt Pippin des Eides den er seinem König geleistet hatte und tat die Franken wenn sie Pippin und seine Nachfolger nicht als Könige anerkennen Würden in den Bann damit war Pippins Macht und Königs Würde gefestigt und die Vorherrschaft der Karolinger in Mitteleuropa für die nächsten 150 Jahre festgeschrieben Der Bann oder die Exkommunikation kommt schon weit früher in der christlichen Kirche vor aber dann war er immer nur gegen einen Einzelnen gerichtet und dieser hatte daran schwer zu tragen wenn er sich auch persönlich gar nichts daraus machte das Volk betrachtete ihn als dem Teufel verfallen und floh seine Gemeinschaft als kaiserlichen waren rührte selbst der ärmste nicht an sie wurden verbrannt Mit der Exkommunikation wurde der Gebannte auch zugleich für bürgerlich tot erklärt er konnte keine Rechtssache vor Gericht führen nicht Zeuge sein und kein Gut zu lehen oder in Pacht geben Vor die Tür eines Gebannten stellte man eine Totenbare und seine Leiche durfte nicht in geweihter Erde begraben werden Daraus erklärt sich dass selbst Könige vor dem Banne zitterten In jener finsteren Zeit konnte ein Land kein größeres Unglück treffen als das Interdikt Der Bann gegen ein ganzes Volk Trauer und Verzweiflung waren über dasselbe ausgebreitet als Wüte die Pest Der Landmann ließ seine Arbeit liegen denn er glaubte dass der verfluchte Boden nur Unkraut statt Früchte trüge Der Kaufmann wagte es nicht Schiffe auf die See zu schicken weil er befürchtete Blitze könnten sie zertrümmern Der Soldat wurde ein Feigling denn er meinte Gott sei gegen ihn Keine Wallfahrt keine Taufe keine Trauung kein Gottesdienst kein Begräbnis mehr Alle Kirchen waren geschlossen Altäre und Kanzeln entkleidet Die Bilder und Kreuze lagen auf der Erde Keine Glocke tönte mehr Kein Sakrament wie Vieh in ungeweihter Erde Ehen wurden nur eingesegnet auf den Gräbern nicht vor dem Altare Alles sollte verkünden dass der Fluch des Heiligen Vaters auf dem Lande lasste Kurz der ganze Klerus mit allem was daran und darum hängt war suspendiert Das also hatten die Franken zu erwarten wenn sie Pippin keine Gefolgschaft leisten sollten So wird es jedenfalls von den Geschichtsschreibern dargestellt die natürlich alle Männer der Kirche waren Pippins Gegengeschenk an den römischen Papst war das Exarchat ein breiter Landstrich zwischen Mittelmeer und Adria von Rom bis Ravenna die heutige Romagna und Ancona Das Land gehörte dem byzantinischen Kaiser in Konstantinopel und war von den Langobarden besetzt Für Pippin schien es ein guter Handel brauchte er doch von seinem eigenen Land nichts abzutreten und etwas zu verschenken das einem nicht gehörte das war schon immer die billigste Lösung außerdem hatte Pippin in Italien keinerlei Ambitionen Für den Bischof von Rom war es ebenfalls ein gutes Geschäft endlich war das Riesenreich der Franken und ihr König Pippin von ihm abhängig Pippin war König von des Papstes Gnaden und das Land das die Kirche erhielt das sollte der Kirchenstaat werden auch wenn jetzt noch kein Zugriff darauf möglich war aber dafür würde er Papst Stephan schon noch sorgen Bevor der Papst nach Italien zurück reiste erschien in letzter Stunde ein tot geglaubter um seine warnende Stimme zu erheben Karlmann Pippins Bruder war aus dem Kloster geflohen und wendete sich gegen den bevorstehenden Krieg gegen die Langobarden Im Handumdrehen aber wurde er durch kirchliches und königliches Einschreiten zum desertierten Mönch erklärt der nach kirchlichem Recht nicht gehört werden durch noch strengere Internierung finden musste damit er in sicheren Gewahrsam kam wurde er in ein fränkisches Kloster gebracht nach Bien wo der rüstige Krieger auffällig rasch noch im gleichen Jahr starb Auch die Großen des Reiches waren keineswegs für diesen Handel Bonifatius und der Papst durften größte Mühe gehabt haben die Sache unter Dach und Fach zu bekommen Doch Pippin gedachte sich anders aus der Affere zu ziehen Natürlich hatte er dem Papst auch militärische Hilfe gegen die Langobarden versprochen um ihm die Gebiete der pipinischen Schenkung zu sichern Diese Schenkung war der Beginn der weltlichen Herrschaft des Papstes ebenso eine entscheidende Weichenstellung für die Struktur des europäischen Mittelalters Es bedeutete eine Umorientierung des Papstes was sich schon zu Zeiten Karl Mattels angedeutet hatte Der Bischof Roms wandte sich vom byzantinischen Osten ab und suchte Schutz und Beistand im germanischen Westen Was sollte Pippin tun Die Langobarden waren Freunde der Franken und Pippin hatte kein Interesse an Italien Und ob dort der Papst oder die Langobarden herrschten das war ihm egal Also schob er die Sache auf die lange Bank Als Papst Stephan nach Rom zurückgekehrt war und die Franken zu lange zögerten ihn von den Langobarden zu befreien schrieb er einen Brief nach dem anderen an Pippin und als derselbe immer noch nicht kam schickte Stephan einen Brief des Apostels Petrus an Pippin seinen Sohn und die fränkische Nation in welchem der Apostel auf die Langobarden schimpfte dringend um Hilfe bat und dem Frankenkönig mitteilte dass wenn er nicht bellen wolle er vom Reich Gottes ausgeschlossen sei Es sich mit dem Fels auf dem die Kirche erbaut war zu verderben war eine ernste Sache andererseits mit den befreundeten Langobarden hatte man so manchen Gegner bezwungen auch die Sarazenen wie konnte man sie dazu bewegen das Exarchat zu räumen oder konnte man Bischof Stephan irgendwie wieder beruhigen Pippin wollte es sich nicht mit der Kirche verderben schließlich hatte ihn der Papst zum König von Gottes Gnaden erhoben Der Kaiser in Konstantinopel der würde sich wahrscheinlich weiter ruhig verhalten hatte er doch auch gegen die Langobarden nichts unternommen um seinen Besitz zu behaupten Pippin entschloss sich endlich in Italien einzurücken Der Langobarden König der eben noch Ravenna erobert hatte und schon drohend vor Rom stand gab beim Angriff der überlegenen Franken schnell auf und wurde in Pavia eingeschlossen In einem Vertrag mit den Siegern sicherte er zu die eroberten Plätze auszuliefern Doch kaum waren die Franken über die Alpen zurückgekehrt als die Langobarden wieder vor Rom erschienen Die Stadt vermochte den ersten Anstürmen zu trotzen Unglaublich schnell waren die Franken wieder zur Stelle Die Langobarden unterlagen erneut dieses Mal am Fuße des Mont Senis und wieder flüchtete der Langobarden König nach Pavia wo er im Herbst 756 zum zweiten Mal kapitulierte Nun musste er die fränkische Oberhoheit anerkennen einen jährlichen Tribut zusichern und sich dafür verbirgen die besetzten Gebiete zu räumen Pippin war zufrieden erneuerte sein Schenkungsversprechen an den Papst und zog ab Doch auch diesmal hielten sich die Langobarden nicht an die Bestimmungen des Friedens Pippin ließ die Dinge im Süden gewähren obwohl die Langobarden unter ihrem neuen König Desiderius wieder um sich griffen und wieder zu Kräften kamen immerhin hatte Pippin der Kirche gegenüber seinen guten Willen gezeigt Viele Historiker sind der Ansicht Pippins Feldzüge gegen die Langobarden wären nicht viel mehr als eine bewaffnete Demonstration gewesen um die traditionelle Freundschaft mit den Langobarden nicht aufs Spiel zu setzen Die annektierten Gebiete so einfach zu räumen hätte für den Langobarden König eine politische Schlappe bedeutet die er sich nicht leisten konnte ohne seine Machtstellung zu gefährden und so musste Papst Stephan warten Als König Pippin der dritte im jahre 768 starb war die Angelegenheit immer noch nicht bereinigt Er rief die Großen des Reichs an sein Sterbebett nach Saint-Denis Sie sollten ihre Zustimmung zur Reichsteilung unter seine beiden Söhne Karlmann und Karl geben Während Karlmann kein langes Leben beschieden sein sollte wird Karl Kaiser Karl der Große werden Hier hebt sich an eine köstliche Historie von König Pipinus und von jenem Sohn den man nennt den Großen Kaiser Karl Perchte seine Mutter eine bretonische Prinzessin ward vom König Pippin um Freit Er schickte seinen Hofmarschall sie zu holen aber der Treulose gab Befehl sie im Dunkel des Bayerischen Waldes zu töten um seine eigene Tochter unter zu schieben Perchte entran den Mordknechten und flüchtete in eine einsame Mühle Hier lebte sie mit der Familie des Müllers und verdiente ihr Brot durch kunstvolle Spinnerei Wie nun der König sich über Jahr und Tag auf der Jagd verirrte geriet und die seinigen gastlich aufnahm unter dem ging sein Sterndeuter hinaus um seinen Notdurft und sah auch das Gestirn an da sah er an dem Gestirn dass sein Herr heut auf die Nacht bei seiner ehelichen Hausfrau sollt liegen und sollt von ihm schwanger werden und gewinnen ein recht degen Kind er geht hinein und sagt es dem Herrn der fragt den Müllner ob er nicht sich hätte der Müllner leugnet und sprach er hätte keine sprach König Pipinus so leg deiner Töchter eine zu mir der Müllner tat das ohne Widerrät aber der Sterndeuter sah dass sie nicht sein ehelich Weib sollt werden man legt nun die jüngere Tochter zu die war auch nicht die rechte da muss nun die Jungfrau herfür gehen des erschrak sie gar und der König sprach erschrecket nicht so sehr er legt sich zu ihr und der Sterndeuter ging und kam bald wieder herein und sprach es leid Kunigs Kind an Kunigs Arm und der edle König Pipinus hat die Nacht mancherlei zu kosen mit Prächten seiner edlen Frauen Ja in jener Nacht soll er gezeugt worden sein der sagenhafte Kaiser Karl der Große Geschichten über und um ihn gibt es viele Vater Europas wird er genannt und die beiden großen europäischen nationen Frankreich und Deutschland streiten sich darum war er nun Franzose oder Deutscher Charlemagne oder Karl der Große Er war ein Europäer und sein Reich war Europa Vor 1200 Jahren hat er das vorweggenommen was die Politiker heute wieder anstreben ein vereintes Europa Er hat das Fundament des christlichen Abendlandes gelegt auf dem heute wieder aufgebaut wird In deutschen Landen hat sich um Karl den Großen eine ganz besondere Gattung von kleinen Legenden gebildet die den großen Kaiser als Beschützer der verfolgten Preisen Karl ist wie Uland schön sagt der Held und Heilige des deutschen Rechts der Urquell aller Gesetzgebung und Rechtspflege Das friesische Rechtsbuch leitet von ihm den Ursprung seiner Gesetze ab und im Schwabenspiegel heißt die alte Lex Allermanorum Karls Recht Er ist der gerecht waltende Herrscher der nicht gestorben ist sondern in den Untersberg bei Salzburg versetzt auf die Stunde der höchsten Not des Reiches wartet um entscheidend in einer letzten Schlacht auf dem Walser Felde für sein Volk einzugreifen Schon im Mittelalter wurde Karl zum idealen christlichen Kaiser stilisiert und vor allem im französischen Sprachraum zur Hauptfigur zahlreicher Sagen und Eben Sein Hof war Zentrum der Kunst und der Wissenschaften Diese gaben den Anstoß zur karolingischen Renaissance der Neubelebung der geistigen Kräfte unter Rückbesinnung auf die Antike Ihren Ausdruck fand sie in der romanischen Kunst und Architektur Wer war er nun wirklich jener Karl der Große dessen Glorie bis in unser Jahrhundert herüberleuchtet Für die Kirche war er jedenfalls ein Heiliger 1165 von Papst Paschalis dem Dritten kanonisiert Für die Sachsen die er dreißig Jahre lang mit Krieg überzog um ihnen mit dem Schwert das Christentum einzubläuen Für die war er wohl eher dem Teufel verwandt Die wenigen Geschichtsschreiber seiner Zeit spart nicht mit Lob und Ehren allen voran sein Sekretär und Vertrauter Einhard der nach Karls Tod die Vita Caroli Magni verfasste das Leben Karls des Großen Von Von Geburt und frühen Kindheit sogar seinen Knabenjahren ist nichts bekannt Weder Schriften noch Dokumente sind darüber vorhanden Auch lebt heute niemand mehr der davon erzählen könnte So habe ich mich entschlossen diese Zeit zu übergehen schreibt Einhard Karls erste Lebensspanne ist seltsamerweise in völliges Dunkel gehüllt obwohl er doch ein Sohn König Pippins des dritten war erst als er im jahre 768 das Frankenreich von seinem Vater übernimmt werden die Berichte klarer Karl regierte nicht allein er musste sich die Herrschaft mit seinem Bruder Karlmann teilen mit dem er sich nicht sonderlich vertrug Karlmann warf ihm vor ein unehelicher Spross Pippins zu sein und damit eigentlich nicht erbberechtigt Karl war anderer Ansicht schließlich war er der Erstgeborene doch nicht genug damit es mischte noch jemand mit in der großen Politik zwischen dem Papst in Rom den Franken und den Langobarden die Italien beherrschten und der römischen Kirche immer noch die Gebiete des Kirchenstaates vorenthielten es ist nicht der Kaiser in Konstantinopel nein der hat andere Sorgen vor allem Thronstreitigkeiten und daneben der Druck der Sarazenen jener Krieger Lars die immer wieder Konstantinopel belagerten es ist die Mutter der beiden Franken Könige die kräftig an den Fäden der Politik zieht Perchte oder Bertrada die Spinnerin wie sie auch genannt wurde sie schmiedete Ehepläne für ihren Sohn Karl er sollte die Tochter des Langobarden Königs heiraten und damit eine unzerstörbare Koalition der beiden Reiche unter fränkischer Führung schaffen Der Papst in Rom Stefan der Vierte war erbost als er das erfuhr Wie konnte er die Franken dann noch veranlassen gegen die Langobarden loszuschlagen um ihm die Gebiete seines Kirchenstaats zu sichern Er sah sich plötzlich ohnmächtig einem fränkisch schlankobardischen Block gegenüber Um die Allianz zu verhindern schrieb er umgehend an König Karl Besteht jener Eheplan so kann er nur vom Teufel eingegeben sein Das ist keine heilige Ehe sondern einfach ein sündiges Verhältnis Seid ihr denn ganz von Sinnen Wie kann sich das aller Welt voran leuchtende Franken Volk und euer Königliches Edelgeschlecht mit der minderwertigen Langobardenrasse verbinden diesen treulosen und stinkenden Volk Es ist ja gar kein richtiges Volk aber das Geschlecht der Aussätzigen stammt von ihnen Wie kann ein Mensch von gesundem Verstand begreifen dass so hoch berühmte Könige sich nun dieser Ansteckung aussetzen wollen Der Heilige Petrus der Apostelfürst der die Schlüssel des Himmelreichs in Händen hält befiehlt dir die Tochter des Langobarden Königs nicht zu heiraten solltest du dennoch tun was Gott missfällt und unseren Protest missachten und dich in irgendeinem Punkte diesen Ermahnungen widersetzen so seist du hiermit gebannt und aus dem Königreich Gottes ausgestoßen Doch Papst Stephans Einfluss war nicht groß genug um die Hochzeit zu verhindern und Karl nicht katholisch genug um den Kirchenbann des Papstes genügend zu fürchten er heiratete also Desiderata die Tochter des Langobarden Königs Desiderius sie soll ausnehmend hässlich gewesen sein was für den Einfluss von Karls Mutter spricht das Antwortschreiben an den Papst in dem man die Eheschließung anzeigte fiel sehr höflich aus mit der Versicherung man werde St. Peter immer dar sein Recht verschaffen natürlich nur soweit es nachweisbar wäre Papst Stephan schwieg dazu es war die Ruhe vor dem Sturm er konnte sich nicht mit der bestehenden Situation abfinden die Franken hatten offensichtlich nicht die Absicht die pipinische Schenkung für die Pipin einst zum König von Gottes Gnaden gesalbt worden war auszuführen und dem Papst die zugesicherten Gebiete zu verschaffen und dass die Franken den Kirchenbann so einfach ignorierten das war eine böse Schlappe für das päpstliche Ansehen allmählich dämmerte es auch dem Langobarden König Desiderius dass sich die frühere Italien Politik der Franken geändert hatte der verstorbene Pipin hatte nicht die geringsten Interessen sich in die Streitereien zwischen Papst und Langobarden einzumischen er wollte nur König sein und brauchte dazu den Segen der Kirche da sein Geschlecht nicht königlicher Herkunft war seine Ahnen waren alle nur Hausmeier nachdem Pipin gesalbt worden war ließ er im Übrigen die Langobarden so lange gewähren bis die Stimme des römischen Papstes ihn zum Handeln zwang ob Desiderius diese Freiheiten jetzt noch hatte war fraglich denn jetzt war seine Tochter Desiderata die Frau des Frankenkönigs und praktisch ein Faustpfand in der Hand der Franken von wem die folgende Initiative ausging ist fraglich jedenfalls tat sich Papst Stephan in aller Heimlichkeit mit dem König der stinkenden und aussätzigen Langobarden zusammen gegen das aller Welt voran leuchtende Frankenvolk Desiderius versprach dem Apostelfürsten halb Italien der Papst wollte ihn im Gegenzug zum Protektor der Christenheit annennen ein Putsch im Machtzentrum der Kirche dem Lateran wurde inszeniert und der Papst rief die vor den Toren Roms wartenden Langobarden zu Hilfe gegen die Franken die zum Schutz des Apostelführers am heiligen Stuhl stationiert waren und dem Oberhaupt der Kirche angeblich ans Leben wollten Doch Papst Stephan hatte sich in Desiderius getäuscht Kaum hatte der Langobarden König die Macht über das Kirchenterritorium in seinen Händen da ließ er dem Kirchen Oberhaupt sagen dem Papst genüge es dass ich seine Feinde beiseite geschafft habe die bis jetzt am Lateran geherrscht haben er hat gar nicht nötig weiterhin Ansprüche geltend zu machen denn wenn ich ihm jetzt nicht weiter helfe und ihn beschütze dann wird König Karlmann kommen um den Tod seiner Leute zu rächen und den Pontifex gefangen zu nehmen Papst Stephan war vom Regen in die Taufe gekommen mit den Langobarden war kein Handel möglich Desiderius wollte alles mit dem Frankenkönig Karlmann hatte er es sich durch den Putsch verscherzt denn Rom gehörte zum Interessenkreis Karlmanns blieb nur noch dessen Bruder Karl übrig der über die andere Hälfte des Frankenreiches herrschte auch wenn dieser inzwischen die stinkende und aussätzige Langobardin geheiratet hatte und den Kirchenbann einfach ignorierte Papst Stephan an die Königin Mutter Bertrada und an König Karl nur mit vieler Schlauheit sind wir dann zu Desiderius entronnen ohne die Hilfe dieses unseres ausgezeichneten Sohnes wären wir und der ganze Klerus in der Kirche ermordet worden solche Teufeleien wurden sicherlich ohne Karlmanns Wissen gegen uns angestiftet Gegendarstellung gab es keine denn von Karlmanns Leuten am Lateran waren alle getötet oder verjagt worden die Reaktion im Frankenreich war ungeheuer das ganze fein gesponnene Bündnis mit den Langobarden erwies sich als sinnlos jetzt hatte Desiderius ganz Italien in der Hand und die Kirche dazu das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Langobarden und dem Papst war empfindlich gestört Desiderius zu mächtig geworden Nur mit Mühe konnte Karlmann zurückgehalten werden den Papst sofort abzusetzen Er musste sich überzeugen lassen dass ein solches Unternehmen nicht nur höchst unpopulär sei sondern vor allem auch ein gefährliches Abenteuer denn die fränkische Königswürde ohne den Segen des Papstes könnte ins Wanken geraten Auch Karls Geduld war zu Ende Er hatte sich der politischen Führung der Mutter gebeugt hatte die ungeliebte und hässliche Langobarden Prinzessin gegen den Willen des Papstes geheiratet und jetzt war alles umsonst Eine fränkisch langobardische Verständigung konnte es nicht mehr geben Mit einem höhnischen Brief schickte er Desiderata zurück zu ihrem Vater ins Langobarden Reich und um den Skandal perfekt zu machen heiratete er umgehend die kaum vierzehn jährige Hildegard in die er sich verliebt hatte Hildegard gebahre kurz darauf einen Knaben der nach dem Vater Karl genannt wurde Die Erregung über diese Ungeheuerlichkeit nahm gefährliche Ausmasse an Desiderius war tödlich beleidigt Der königliche Bruder Karl Mann schimpfte Karl einen Eid und Ehebrüchigen Heiden der überdies zu Unrecht die Krone trage da er unehelich geboren sei Ein Bruderkrieg schien unvermeidbar Karl hatte schlechte Karten denn auch seine eigenen Mannen waren geteilter Meinung Da setzte er alles auf eine Karte völlig überraschend steht er mit einer Schar seiner Getreuen an den Grenzen des Bruderreiches und Karl Mann sichtlich erschrocken wird von merkwürdigen Todesahnungen geplagt so dass er dem Kloster Saint-Denis sofort einen riesigen Besitz überschreibt um sich auf das Jenseits vorzubereiten und tatsächlich ist er wenige Tage später tot sofort überschreitet Karl die Grenze bevor sich Position bilden kann lässt er sich von der Reichsversammlung der Adeligen zum König über das Bruderreich wählen die Witwe Karl Manns flieht mit ihren Söhnen ausgerechnet zu Desiderius dem Langobarden König dies alles ging mit solcher Geschwindigkeit vor sich dass an eine Gegenwehr nicht zu denken war jetzt herrschte Karl allein über die Franken doch es gärte gewaltig im Reich der Bruch der Verträge mit den Langobarden gleichzeitig die schmähliche Behandlung der Desiderata und die skandalöse Hochzeit mit Hildegard und dann noch die undurchsichtigen Begleitumstände beim Tode Karl Manns das war zu viel Karls Volk das die Frank noch nicht hatten unterwerfen können die Sachsen die Sachsen waren noch Heiden denn bisher war es Rom nicht gelungen sie vom wahren Glauben zu überzeugen also rüstete Karl im Frühjahr 772 zum christlichen Feldzug gegen die Sachsen er konnte zwar nicht erwarten das widerspenstige Volk gleich zu besiegen aber der Krieg brachte Vorteile innen politisch wurde das Reich dadurch stabilisiert und König profilieren und außen politisch befand er sich wieder auf Papst Kurs wenn er den Sachsen das Christentum brachte der Segen Roms würde seine Herrschaft wieder festigen und den lästigen Kirchen bann beseitigen Der Sommerfeldzug war erfolgreich und niemand hatte Gelegenheit gegen das neue Regime zu rebellieren Es gelang die sächsische Grenzfestung die Eresburg zu nehmen 30 Kilometer südlich vom heutigen Paderborn Die Eresburg in der Hand des Feindes das hätten die Sachsen vielleicht verschmerzen können denn man konnte sie zurück erobern aber die Franken hatten auch noch Irminsul gefällt das war entschieden zu viel sie war das Heiligtum der Sachsen die Irminsul die riesige alte Welt Esche sie trug das Himmels Gewölbe und ihr Verlust war einfach unwiederbringlich vielleicht war dies der Hauptgrund warum sich die Sachsen dreißig Jahre lang erbittert gegen die Franken wirten Um sie gefügig zu machen nahm Karl Geiseln Wenn er aber glaubte sie damit befriedet zu haben so irrte er gewaltig denn das Germanenvolk war nur ein loser Stammes verband und wenn Karl sich von einem Teil des Volkes Geiseln holte so war das keine Gewehr dafür dass nicht ein anderer Teil des Heidenvolkes sich erbittert weiter zur Wehr setzte Doch einstweilen war der Feldzug für Karl ein großer Erfolg und als bei Lippspringe vor den Franken eine Quelle aufsprudelte der Buller Born da war jeder von der Gott Gefälligkeit des Krieges überzeugt denn das war eindeutig ein Wunder und König Karl war die göttliche Berufung dass der Buller Born immer wieder versiegt um dann erneut aufzusprudeln woher sollten die Franken das wissen inzwischen nahmen die Ereignisse in Italien einen Verlauf der die Aufmerksamkeit König Karls erforderte Papst Stephan war gestorben und an seine Stelle der römische Aristokrat Hadrian zum Bischof von Rom gewählt worden niemand wusste welche Haltung er der fränkischen Krone gegenüber einnehmen und wie er sich mit Desiderius stellen würde der hatte ihm nämlich zu verstehen gegeben dass nunmehr er mit seinen Langobarden und nicht mehr der fränkische König den heiligen Petrus beschützen wolle Hadrian antwortete er würde denjenigen als Patricius der Römer anerkennen der ihm die strittigen Gebiete aus den Vereinbarungen mit Pippin dem dritten übergebe Karls nektierten Gebiete heraus zu geben er fühlte sich stark Herr über Italien die römische Kirche müsste sich ihm unterwerfen doch der Papst dachte gar nicht daran klein beizugeben er blieb stur und Desiderius zog mit seiner Streitmacht nach Rom um mit Gewalt die Söhne Karlmanns von Hadrian salben zu lassen sollte sich der Apostelführer weigern so war er entschlossen ihn davon zu jagen Papst Hadrian weigerte sich tatsächlich und anstatt sich verjagen zu lassen übermittelte er dem Langobarden König das strikte Verbot St. Petri die heilige Stadt zu betreten sollte er diesem Himmelsverbot trotzen so sei er mit seiner ganzen Begleitung für alle Ewigkeit gebannt und verflucht da war er wieder der gefürchtete Kirchenbann was bei Karl und den Franken nichts bewirkt hatte jetzt bei den Langobarden hatte der Papst damit Erfolg sie blieben vor Scheu und Bestürzung tatsächlich stehen und gaben ihre Sache in dem Augenblick auf als der Sieg bereits sich erschien mit einem Schlag hatte König Desiderius die Macht über seine Krieger verloren Papst Hadrian wäre töricht gewesen hätte er nur auf die Wirkung seines Fluchs gebaut Bei der Glaubenstärke der Langobarden konnte er da keineswegs sicher sein Er hatte gleichzeitig Boten an den fränkischen Hof gesandt um Karl mitzuteilen dass der Heilige Vater auch weiterhin zu den Franken halten wolle und und die Aufstellung der Karl Mann Söhne zu Gegenkönigin ablehne wenn König Karl nun auch seinerseits die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit seinem Vater Pippin dem dritten erfüllte Karl versuchte es mit Geld Er schrieb an Desiderius da man wisse dass die langobardischen Freunde hierdurch einen erheblichen materiellen Verlust erleiden müssten da sie jahrelang allerdings widerrechtlich im Genuss der Einkünfte aus den strittigen Gebieten gestanden hätten habe die fränkische Krone sich entschlossen ihnen unmittelbar nach Ausfolgung an die Kurier den Betrag von 14.000 Gold Solidi anzuweisen Desiderius gab sich noch nicht geschlagen und lehnte das Angebot ab er hatte die Alpen übergänge stark befestigen lassen die Franken sollten nur kommen und die Franken kamen in zwei Abteilungen traten sie an Desiderius zog in Eilmärschen nach Norden um die uneinnehmbaren Alpen übergänge zusätzlich zu sichern die Franken kamen zu spät ihre Sache stand ungünstig an eine Ersturmung der von den Langobarden besetzten Pässe war nicht zu denken Desiderius war sich seines Sieges sicher und schon bereit den scheinbar abziehenden Franken nachzusetzen da erhob sich im Langobarden Lager Schlachtenlärm ja Panik Karl hatte auf Schleichwegen mit einem Teil seiner Truppe den Pass umgangen und war dem Gegner in den Rücken gefallen Desiderius saß in der Falle Ob bei den Langobarden tatsächlich Verrat im Spiel war wie gemunkelt wurde ist nicht sicher jedenfalls war Karls Sieg bald von Sagen umwoben es hieß ein langobardischer Spielmann sei nächtlich ins fränkische Lager geschlichen und habe sich erboten den Feind über die Berge zu führen als Belohnung forderte er dass alles Land ihm gehören solle so weit sein Horn vernommen aus Leibes Kräften dann lief er in die umliegenden Täler und fragte jeden den er traf hast du Blasen hören und wenn der nichts ahnende bejahte gab er ihm eine Ohrfeige und sagte dann bist du mein Noch viele Jahrhunderte später kannte man am Mont Cenny den Frankensteig und nannte die dortige Bevölkerung die Trans Kornati die Zusammengeblasenen Die Langobarden waren rechte Desiderius seine Hauptstadt Pavia die Franken folgten auf dem Fuß und belagerten die Festung Als endlich im Juli 774 Pavia kapitulierte wies Karl alle Verhandlungen mit Desiderius zurück Der Langobarden König samt seiner Frau wurde geschoren und in ein fränkisches Kloster gesteckt Karlmanns Witwe und ihre Kinder erfuhren das gleiche Schicksal denn auch sie waren in die Hände der Franken geraten Die Klöster jener Zeit waren die sichersten Gefängnisse Um die Langobarden Frage ein für allemal zu lösen ließ sich Karl selbst zum Herrscher über die Langobarden erheben Wenn Papst Hadrian geglaubt hatte er könne jetzt das langersehnte Land für seinen Kirchenstaat in Besitz nehmen so sah er sich getäuscht Karl der König der Franken und Langobarden wie er jetzt hieß dachte gar nicht daran Nach eingehendem Studium der Verträge war er zu dem Schluss gekommen sein Vater Pippin habe dem Heiligen Stuhl die beanspruchten Gebiete nicht geschenkt sondern nur versprochen sie zu schenken Das war ein bedeutsamer Unterschied Zu diesem Versprechen stand Karl Er konnte es so lange wiederholen bis der Papst zu einem billigen Vergleich bereit wäre Italien war in seiner Hand Der Papst war in seiner Hand Warum sollte er jetzt große Zugeständnisse machen Karl hatte eine ganz andere Vorstellung eine Vision Der Gottesstaat des Augustinus wurde zu seinem Lieblingsbuch Von seinem Ratgeber in Kirchenfragen Alcuin ließ er sich daraus vorlesen Der Gottesstaat war universell an kein bestimmtes Land oder Volk gebunden Der Glaube sollte alle Untertanen seines Reiches miteinander verbinden ganz gleich welchem Stamm sie angehörten Karl sah seine Mission vor sich Er wollte nicht warten bis alle Menschen gute Christen geworden waren um sein Reich der nächsten Liebe zu errichten Er wollte das Reich Gottes Wirklichkeit werden lassen hier und heute Gott hatte ihn so hoch erhoben dass er jetzt Herr über die Christenheit war das war göttliche Vorsehung er war dazu ausersehen das Reich Gottes zu schaffen und wenn das so war dann waren die Franken das auserwählte Volk Gottes und hatte nicht die Sehnsucht der Christenheit von jeher dem Gottes Staat auf Erden gegolten und nicht seinem schwächlichen Ersatz dem Kirchenstaat dass er mit solchen Gedankengängen auf dem rechten Weg war hatte ihm der angelsächsische Bischof Katwulf bestätigt als er anlaesslich des Siegs über die Langobarden meinte der König der Franken sei nunmehr der Stellvertreter Gottes auf Erden Gedenke stets mein König Gottes deines Herrn in Furcht und Liebe weil du an seiner Stelle stehst und über alle seine Glieder zu wachen und zu regieren und Rechenschaft abzulegen hast am Tage des Gerichts Der Bischof von Rom steht an zweiter Stelle Er steht an Christi Stelle Ja er würde den Gottes Staat schaffen Der Kirchenstaat des Papstes war damit völlig überflüssig Während der Papst vergeblich auf die Übereignung der versprochenen Territorien für seinen Kirchenstaat wartete wurde Karl zurück ins Reich gerufen Die Sachsen hatten die Schändung ihres Heiligtums der Irminsul gerecht nicht um Beute zu machen sondern in ungestümem Hass überfluteten sie die fränkischen Grenzgebiete zerstörten Kirchen und Kreuze und jagten die verängstigten Christen vor sich Heer Noch ganz unter dem Eindruck der Berichte wurde folgender Entschluss zum Gesetz erhoben Das treulose und buntbrüchige Volk der Sachsen soll so lange bekriegt werden bis es entweder vertilgt ist oder das Christentum angenommen hat Der Vernichtungskrieg wurde sofort aufgenommen Innerhalb von drei Monaten waren alle Vorbereitungen beendet und das größte Heer das je unter einem fränkischen Kommando gestanden hatte setzte sich von Düren aus in Bewegung Im Tross folgte eine Schar Priester sie sollten dafür Sorge tragen dass die Unterworfenen auch wirklich katholisch wurden Das Heer stieß ins Leere Die Sachsen waren nicht bereit sich in offener Schlacht zu stellen Während sich zwei Sachsen Stämme die Ostfalen und die Engern freiwillig Karl unterwarfen überfielen die Westfalen unter ihrem Führer Widukind die Rückendeckung der Franken Es kam nicht viel heraus bei diesem Feldzug Die Priester kamen nicht zum Zug denn die Franken waren froh mit heiler Haut aus den unheimlichen Gebieten wieder abziehen zu können zumal es schon recht herzlich wurde Doch kaum waren die Franken außer Landes da sammelte Widukind die Stämme wieder unter seiner Führung Dabei wurde klar dass Unterwerfung und eidliche Verpflichtung den Franken gegenüber gar nicht ernst genommen wurde Kaum war das Frühjahr angebrochen da eroberten im Handstreich die Sachsen ihre Ehresburg zurück Als Karl bald darauf mit einem großen Heer heranrückte regte sich kein Widerstand Widukind war wieder verschwunden Engern und Ostfalen zeigten sich friedlich und verhandlungsbereit und am heiligen Patalbronn hier entstand später Paderborn ließen sich ganze Scharen taufen In Gruppen stiegen sie in das seit Urzeiten heilige Wasser Doch dass dies die Abkehr von ihren Göttern bedeuten sollte dass sie jetzt plötzlich Christen waren das leuchtete ihnen nicht ein Warum sollte man nicht die Formalität der sogenannten Taufe über sich ergehen lassen wenn die Franken dafür wieder abzogen Karl glaubte das Land endgültig unterworfen zu haben und berief die große Reichsversammlung des Jahres 777 mitten in das eroberte Feindesland nach Patalbronn Die großartige Heerschau und die pompöse Hofhaltung Acht Ochsen und Hunderte von Schweinen wurden pro Tag benötigt sollten die Sachsen beeindrucken Ein großer Staatsakt war geplant Alle Sachsen Führer sollten ihrem neuen Herrn huldigen und sich anschließend in einer umfangreichen Taufzeremonie öffentlich zum Christentum bekennen Alle Welt sollte sehen dass die wilden Sachsen nun befriedet waren und bekehrt zum christlichen Glauben dem fränkischen König huldigten dem Stellvertreter Gottes auf Erden Alles lief nach Plan Die Sachsen Führer erklärten feierlich dass ein jeder und mit ihm seine Gefolgsleute ihren gesamten Besitz und ihre persönliche Freiheit zum Unterpfand für künftige Treue gäben Doch ein Sachse fehlte ausgerechnet der mächtigste unter ihnen wie du Kind Amtlich ließ man erklären im Bewusstsein seiner vielen Übeltaten sei er vor dem Angesicht des Königs geflüchtet da er nicht auf dessen Großmut habe rechnen können Nach außen hin war Karls Erfolg perfekt eine großartige Demonstration seiner Macht und die Franken schwelgten in Kreuzzugs Stimmung Der Gottesstaat war greifbar nahe Gerade als sie sich in diesem Siegesbewusstsein sonnten erschien eine Gesandtschaft aus Spanien In Spanien herrschten die Krieger Mohammed In einer Revolution hatte ein neuer Machthaber den alten Soleimann abgelöst Jetzt war Soleimann am Hofe Karls erschienen und diesen um Hilfe gegen den neuen Herrn zu bitten denn die christlichen Gemeinden die unter Soleimanns Herrschaft noch freie Religionsausübung genossen fänden sich jetzt unter schwerster Bedrückung Im Namen seines rechtmäßigen Herrn des Kalifen in Bagdad biete er ihm zum Dank die Herrschaft über die vorwiegend christlich besiedelte Nordmark Spaniens vom Westmeer bis zum reichen Barthelona Zweifellos war das der nächste Schritt in Richtung Gottes Staat und hätte man erst mal die Nordmark Spaniens in der Hand so wäre der Rest der iberischen Halbinsel wohl nur noch eine Frage der Zeit Mit einer Wucht ohne gleichen rüstete Karl nun zum Feldzug gegen die Sarazenen Der Kreuzzugs Gedanke trat damit erstmals offen ins Bewusstsein der Christenheit In der Fantasie vieler Kirchenmänner fegte Karls Armee bereits über die iberische Halbinsel setzte über nach Nordafrika vertilgte den Islam der Küste entlang bis Jerusalem um siegreich über Konstantinopel wieder zurück zu kehren Es war wohl notwendig solche Vorstellungen in helles Licht zu rücken denn die Franken begannen kriegsmüde zu werden Welch ungeheure Anforderungen das andauernde Kriegführen an das Volk stellte zeigt eine Mobilmachungsorder Karls an den Abt von Fulda Deshalb befehlen wir dir dass du mit vollzähliger Mannschaft alle wohl bewaffnet und ausgerüstet am 17. Juni an den genannten Ort kommest Das ist sieben Tage vor der Messe St. Johannes des Täufers So ausgerüstet sollst du mit deiner Mannschaft an den genannten Ort kommen dass du von dort wohin auch unser Befehl weist Feldmarsch mäßig abrücken kannst also mit Waffen und Werkzeugen und allem Kriegsbedarf an Kleidung und Kost Demnach muss jeder Reiter Schild Lanze Schwert und Halbschwert Bogen und Köcher mit Pfeilen haben auf den Karren Werkzeuge Jeder jeder Art Nämlich Beile und Brecheisen Bohrer Äxte Hacken Eiserne Spaten und was sonst an Geräten im Felde notwendig ist Lebensmittel von der Versammlung ab für drei Monate Waffen und Kleider für ein halbes Jahr und das befehlen wir unbedingt sorgt ihr für die Befolgung dass ihr im vollen Frieden nach dem genannten Ort ziert durch welchen Teil unseres Reiches euer Weg euch auch führen mag dass ihr euch also nicht untersteht außer Heu Holz und Wasser irgendetwas anzurühren und jeder von euch lasse seine Leute zusammen mit ihren Karren und Reitern marschieren und bleibe stets bei ihnen damit die Abwesenheit des Herren den Leuten nicht etwa Gelegenheit zu Übergriffen gibt und so sammelten sich tausende von Kämpfern zu Fuß dazu schwere Panzerreiter hochgerüstete Krieger mit gewaltiger Kampfkraft die Kosten waren enorm denn ein Reitpferd und die Ausrüstung entsprachen dem Gegenwert von 20 Kühen wer dafür aufkommen musste das waren die reichen Grundherren im Einfache Bauern schlossen sich zusammen und stellten einen gepanzerten Kämpfer wer sollt gab es nicht der Lohn war die Beute im Feindesland das größte Heer das je die christliche Welt gesehen zog in zwei Armeegruppen Richtung Spanien so ein Mann hatte Karl versprochen die gesamte Bevölkerung werde auf seiner Seite sein und sich gegen die ungeliebte Herrschaft erheben insbesondere natürlich die Christen doch die Wirklichkeit sah ganz anders aus überall wurden die Franken feindselig empfangen und auch die Revolte die Soleimann im Lande anzetteln wollte verpuffte ohne Wirkung schon das dem Frankenreich nahegelegene Pamplona wehrte sich erbittert also gab es statt des erwarteten Dankgottesdienstes ein blutiges Strafgericht zur Ehre Gottes die Festung wurde vollständig zerstört an eine nordspanische Mark mit Pamplona in der Schlüsselstellung war bei dieser Haltung der Bevölkerung wohl nicht mehr zu denken der militärische Spaziergang den man erwartet hatte entwickelte sich zu einem bösen Abenteuer auf das man in keiner Weise vorbereitet war das wankende Reich der Sarazenen erwies sich als festgefügter glänzend regierter Staat und man konnte froh sein mit heiler Haut davon zu kommen und nicht mal das schien sicher so brach Karl den Feldzug ab denn außer der Eroberung Pamplonas waren keine weiteren Erfolge erzielt worden und die Temperaturen auf der spanischen Halbinsel setzten überdies den schwer bewaffneten Männern stark zu auf dem Rückweg durch die Pyrenäen man war schon fast an den Grenzen des Franken Rhein Die waskonischen Christen wollten die Zerstörung ihrer Hauptstadt Pamplona nicht ungerecht lassen Während das Heer in lang ausgedehnter Marschordnung wie diese der schmale Pass erzwang sich vorwärts schob brachen plötzlich die Waskonen aus einem auf dem höchsten Berggipfel gelegenen Hinterhalt Die dichten Wälder deren es dort noch viele gibt sind für solche Zwecke sehr geeignet Sie überfielen den letzten Teil des Trosses und die zur Deckung bestimmten Mannschaften von oben her warfen sie in die gähnenden Schluchten erschlugen im Hand Gemenge wer sich zur Wehr setzte und raubten alles Gepäck Im Dunkel der Nacht stoben sie dann nach allen Seiten auseinander Der Überfall war mehr als ein schmerzlicher Ausgang des Feld Unter den Gefallenen befand sich nämlich der Magraf Fraudland der berühmteste Held im fränkischen Heer Karl der Große war ihm besonders zugetan und es wurde gemunkelt der Graf sei des Königs eigener Sohn Karls Ruf der Unbesiegbarkeit hatte schwer gelitten und ob sein Gottesstaat auf Erden wirklich Gott gewollt war schien plötzlich fragwürdig Zu allem Überfluss hatten die Sachsen und der Widukind Karls Abwesenheit genutzt und waren über die Hessen und Thüringer hergefallen Sie hatten alle Missionare erschlagen oder verjagt und die Mönche von Fulda hatten nur mit größter Not die Gebeine des heiligen Bonifatius retten können Als Karl jetzt seine rheinfränkische Garde in Bewegung setzte die Scara Franziska war es zu spät denn es herbstelte schon bedenklich und Widukind war wieder über alle Berge Karl konnte nur noch ein paar Nachzügler stellen Er musste sich einen ganzen Winter lang gedulden Dann zog er erneut mit einer Armee gegen die Sachsen und lief wieder ins Leere Wenn mit dem Schwert den Sachsen nicht beizukommen war vielleicht konnten es die Streiter Gottes die Missionare Die geretteten Gebeine des heiligen Bonifatius wiesen vielleicht den Weg Noch herrschten in Sachsen die alten Traditionen sie mussten mit neuen Glaubensinhalten gefüllt werden jeder heidnische Festtag musste einen katholischen Inhalt bekommen Die Männer des Glaubens zogen los um dem Vertreter Gottes auf Erden den Weg zu bereiten Er der Beherrscher aller Himmel und Zeiten sandte einen gewaltigen König den klügsten und tapfersten dass er nicht etwa aus der Ferne sondern aus reißender Giesbach sich auf euch stürzen wird um eure trotzigen Nacken zu beugen Er wird über euer Land herfallen wird es mit dem Schwerte mit Verwüstung Brand und Versklavung heimsuchen als Rächer des Gottes den ihr schmäht Auf euch passt das Wort der alten Verheißung sie wurden wenige und von Kummer und Elend bewegt Es sollte noch eine Weile dauern bis die Missionare Recht behielten Als Gesandte genossen die Missionare Gastrecht bei den Sachsen und vielleicht wären diese mit der Zeit auch Christen geworden Doch so lange wollte der Frankenkönig nicht warten 782 berief er erneut eine Reichsversammlung ein nach Lippspringe auf sächsischem Boden Beschlossen wurde die fränkische Grafschafts Verfassung Sie bedeutete das Ende der sächsischen Freiheit denn die sächsischen Gebiete wurden jetzt unter fränkische Verwaltung gestellt Den Sachsen wurden fränkische Grafen vor die Nase gesetzt und auf ungehorsam gegen die neuen Herren stand nun die Todesstrafe Mit dem Tode sollte künftig auch bestraft werden wer eine Kirche schendet beraubt oder verbrennt Wieder hielt Karl den Krieg für beendet wendete sich nach Italien um seine Pippin vom Papst zu Königin salben zu lassen Das nutzte Widukind und versammelte die Sachsen erneut unter seiner Führung Mit jeder neuen Rebellion schien Widukinds Einfluss zuzunehmen Zwei Franken Heere wurden in Eile den Sachsen entgegen geworfen Der königliche Kämmerer Adal Gis Marschall Geilo und Pfalzgraf Vorrat befehligten das erste Aufgebot Graf Dietrich setzte mit den ripuarischen Franken nach sie wollten die Sachsen in die Zange nehmen Über den Kampf berichten die Reichsanalen Nachdem Adal Gis Geilo und Vorrat die Nacht in ihrem Lager auf dem rechten Weserufer verbracht hatten besprachen sie sich untereinander und kamen zu der Befürchtung dass sich der Ruhm des Sieges an den Namen Dietrichs heften würde wenn dieser an der Schlacht teilnehme Daher beschlossen sie ohne ihn mit den Sachsen zu kämpfen sie griffen zu den Waffen und zogen mit größter Eile als wenn sie es nicht mit einem in Schlacht Reihe stehenden Feinde zu tun hätten sondern auf der Verfolgung von Fliehenden und beim Beutemachen wären so schnell die Rosse sie tragen konnten auf die Sachsen los die vor ihrem Lager zur Schlacht geordnet standen so übel wie der Anmarsch so übel war auch der Kampf kaum hatte die Schlacht begonnen wurden sie von den Sachsen umzingelt und fast alle getötet die jenigen die entrinnen konnten flohen nicht in das eigene Lager sondern in das jenseits des Gebirges gelegene Lager Dietrichs Der Verlust der Franken war noch viel größer als er zahlenmäßig zu sein schien weil die beiden Kommandeure Adalgis und Geilo vier Grafen und zwanzig andere namhafte und edle Männer gefallen waren abgesehen von all den anderen die ihnen gefolgt waren und lieber mit ihnen untergehen als überleben wollten Jetzt ist die Geduld des Frankenkönigs zu Ende Er erscheint mit einem mächtigen Heer an der Weser sächsische Bauern Väter und Söhne werden vor das königliche Kriegsgericht geschleppt wer leugnet wird überführt wer schweigt der ist schuldig schuldig des Treuebruchs am König 4500 Sachsen lässt er an einem Tag enthaupten und sieht dabei zu die aller färbt sich rot vom Blut der Opfer Wer heute den niedersächsischen Ort Verden an der Aller besucht wird keinen Wegweiser zum Sachsen ein finden man muss schon danach fragen Wege von großen Eichen umsäumt führen durch 4500 Findlinge herangebracht von Königsberg und der niederländischen Grenze wenn man beim Fremdenverkehrsamt nach der Bedeutung dieser Steinsetzung fragt drücken die Mitarbeiter einem etwas in die Hand was vom Landesjugendpfarramt Hannover herausgegeben wurde es lohnt sich nicht das zu lesen es sei denn man sucht die Schuld für einen Massenmord nur bei den Opfern Nein die Sachsen wollten nicht katholisch werden und diesem christlichsten aller Herrscher dienen ihr Kampfeswille war noch nicht gebrochen erneut organisierte sie Widukind in großen Verbänden jetzt wagten sie sogar den Franken offene Feldschlachten zu liefern In Detmold und Anderhase stürzten sie sich im Sommer 783 auf das fränkische Heer barbrüstige Frauen an ihrer Spitze die wild schreiend aus den Wäldern über die überraschten Franken herfielen Die Franken sollen erst die Oberhand gewonnen haben als fränkische Frauen aus dem Heerestross sich ebenso barbrüstig in die Schlacht warfen Drei Tage wogte der Kampf bei unerträglicher Sommerhitze dann waren die Sachsen vollständig geschlagen Doch Karls Zorn über deren Widerspenstigkeit ist noch nicht verraucht In breiter Front zieht er mit seinem Heer durch das entvölkerte Land reißt Häuser ein schüttet die Brunnen zu vernichtet die Saat verbrennt die Wälder Wer nicht fliehen kann wird niedergemetzelt Im Sachsenland herrscht Friedhofstille Wer noch am Leben ist fällt unter Karls neues Blut Gesetz Wer in eine Kirche gewaltsam eindringt und in ihr gewaltsam oder dieblich etwas wegnimmt oder die Kirche durch Feuer einäschert sterbe er des Todes Wenn jemand die heilige 40-tägige Fastenzeit nicht aus Not sondern zwecks Herabsetzung des Christentums verschmäht und Fleisch isst sterbe er des Todes Wenn jemand einen Bischof Priester oder Diakon tötet sterbe er des Todes Wenn jemand den Körper eines verstorbenen Mannes nach dem Brauch der Heiden durch Feuer verzehren lässt und seine Gebeine zu Asche macht sterbe er des Todes Wenn jemand sich ungetauft verbergen will und es verschmäht zur Taufe zu kommen sterbe er des Todes Wenn jemand mit den Heiden eine Verschwörung gegen die Christen oder den König verabredet sterbe er des Todes Die heidnischen Priester und Wahrsager sind sofort zur Aburteilung den Königlichen Gerichten auszuliefern Versammlungen unter freiem Himmel sind nicht mehr gestattet Erstmalig wird jetzt per Gesetz die Kirchensteuer angeordnet 10% von allem für den Gott der Christenheit In der Praxis mussten diese Bestimmungen geradezu auf die Vernichtung der sächsischen Bevölkerung hinauslaufen Für die Sachsen war es nämlich unmöglich all die Vorschriften die sie größtenteils gar nicht verstanden einzuhalten Dass die Gesetze eingehalten wurden dafür sorgten die fränkischen Priester die im Sachsenland praktisch Polizeigewalt hatten Gegen das strenge Regime regte sich auch Protest aus den eigenen Reihen Wenn 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 das leichte Joch Christi und die süße Last mit der gleichen Inbrunst dem äußerst hartnäckigen Sachsenvolk gepredigt würde, wie die Leistung des Zehnten und beim kleinsten Verschulden die Ausführung der gesetzlichen Vorschrift gefordert wird, so würden sie die Taufe kaum verabscheuen Doch eine Freiheit blieb den Sachsen Hatten sie sich eines der vielen Vergehen zu Schulden kommen lassen, so konnten sie Zuflucht nehmen in den christlichen Kirchen Es war nämlich gleichzeitig das Recht des Kirchen Asyls eingeführt worden So kam Gottes Barmherzigkeit endlich auch über die Sachsen Denn der Priester der über die Gnadenwürdigkeit des Finden hatte wurde damit zum Herren über Leben und Tod Unter dieser Knute bricht endlich der Sachsische Widerstand zusammen Was Karl jetzt noch fehlt das ist Widukind Wenn er ihn nicht fangen und in Gewahrsam bringen kann könnte die Sachsische Rebellion jederzeit wieder aufbrechen Er jagt ihn kreuz und quer durch das Sachsenland ohne Erfolg Immer wieder entwischt ihm Widukind Widukinds weiteres Schicksal ist umstritten Die Geschichtsschreiber zur Zeit Karls des Großen waren ausnahmslos Kirchenmänner Widukinds Erzfeinde Nach ihren widersprüchlichen Angaben wurde er gefasst oder stellte sich selbst und ließ sich taufen König Karl in eigener Person soll sein Taufpate gewesen sein Bei näherem Hinsehen ist Widukinds Bekehrung zum Christentum und seine Taufe eher Ausdruck christlicher Propaganda jener Zeit Denn begraben wurde Widukind nach alter germanischer Sitte Trotz der Blutgesetze Karls des Großen Auch wenn die großen Kämpfe vorüber sind und die Sachsen scheinbar bezwungen so flammen doch immer wieder einzelne Revolten auf Die Bauern wehren sich vor allem gegen die Abgabe des Zehnten der Kirchensteuer die von den Priestern mit großem Nachdruck eingetrieben wird Da greift Karl zum letzten Mittel seiner Sachsen Politik um endlich Frieden im Reich zu schaffen Beginnend 795 werden in einer ersten Massenvertreibung 10.000 Sachsen deportiert Das Mittel bewährt sich und fortlaufend finden weitere Umsiedelungen statt die größte im Jahr 804 wo dem Anal des Klosters Lorsch zufolge der gesamte Stamm der Nordsachsen Albinger und Wigmoti mit Weib und Kind oder dem Beistand Gottes und nach seinem weisen Ratschluss auf verschiedenen Wegen aus Sachsen geführt und auf Gallien und andere Teile des Reiches verteilt wurde So entstanden überall im Reich die Ortsnamen mit dem Stamme Sachsen Sogar in Rom entstand ein Sachsen Viertel In In die verlassenen Siedlungen rückten überall Franken oder rechtzeitig zum Sieger übergetretene Sachsen Familien ein In Holstein auch Slaven die dem Frankenkönig Waffenhilfe geleistet hatten So hatte sich das Wort des Heiligen Lebuin der in fränkischem Auftrag die Sachsen missionierte doch den klügsten und tapfersten dass er nicht etwa aus der Ferne sondern aus nächster Nähe wie ein reißender Gießbach sich auf euch stürzen wird um eure trotzigen Nacken zu beugen Er wird über euer Land herfallen wird es mit dem Schwerte mit Verwüstung Brand und Versklavung heimsuchen als Rächer des Gottes den ihr schmäht Auf euch passt das Wort der alten Verheißung Sie wurden wenige und von Kummer und Elend bewegt Karl der Große hat sein Ziel erreicht Der Gottes Staat ist Wirklichkeit geworden von den Pyrenäen bis an die Elbe und im Südosten bis tief hinein ins heutige Ungarn Der größte Teil Italiens gehörte zu seinem Herrschafts Bereich und eigentlich auch die römische Kirche Der Papst in Rom war verständlicherweise nicht ganz zufrieden mit seiner Stellung denn im Gegensatz zum Frankenkönig der sich als Vertreter Gottes auf Erden fühlte war er der Papst nur der Vertreter Christi Die Arbeitsteilung zwischen den beiden himmlischen Stadthaltern fasste Karl in einem Brief an den Papst zusammen Unsere Aufgabe ist es mit Hilfe der göttlichen Güte überall die Kirche Christi gegen die Angriffe der Heiden und Verwüstungen durch die Ungläubigen nach außen mit Waffen zu verteidigen und als Schutz im Inneren durch Ausbreitung des katholischen Glaubens zu festigen Eure Aufgabe ist es mit zu Gott erhobenen Händen gleich Moses uns im Kampf zu unterstützen auf das durch euer Eintreten von Gott geführt und gefördert das christliche Volk über die und der Name unseres Herrn Jesus Christus in der ganzen Welt verherrlicht werde Kürzer gesagt Karl wollte herrschen und kämpfen im Zeichen der christlichen Religion der Papst sollte für den Sieg beten Auch wenn die römische Kirche im Frankenreich wenig weltliche Macht besaß so hätte sie doch durchaus zufrieden sein können Ihre Abhängigkeit vom byzantinischen Kaiser Thron war nicht mehr spürbar Der Macht war enorm und durch das Reichsgesetz der zehnprozentigen Kirchensteuer waren ihre Säckel prall gefüllt Bisher hatte man die gläubigen Christen zur Zahlung dieser Abgabe überreden müssen und wenn auch schon am Ende des siebenten Jahrhunderts eine fränkische Synode den Zehnten für eine göttliche Satzung erklärt hatte und jeden mit dem Bann bedrohte der ihn nicht bezahlen wollte so hatte man jetzt war es anders jetzt konnte man den Zehnten auf alles mögliche anwenden nicht nur auf Feldfrüchte Schafe Ziegen Kälber Hühner und sonstigen Erwerb sondern man konnte ihn sogar von Dingen erheben die sich für Geistliche nicht sonderlich schicken wie im folgenden Fall zu Brescher belehrte ein Pfarrer die Frauen im Beichtstuhl dass sie ihm auch den Zehnten von ehelichen Umarmungen entrichten müßten eine der Frauen welche sich von der Rechtmäßigkeit der geistlichen Ansprüche hatte überzeugen lassen wurde von ihrem manne wegen ihrer langen Abwesenheit zur Rede gestellt von ihm gedrängt beichtete sie das saubere Beichtstuhl Geheimnis der beleidigte Ehemann sann auf eine herbe Züchtigung er veranstaltete ein großes Gastmahl zu welchem auch der zehntlustige Pfarrer geladen wurde als man in der besten Unterhaltung war erzählte der Wirt der Gesellschaft die Nichtswürdigkeit des Pfaffen und wandte sich dann plötzlich an diesen indem er ihm sagte da du nun von meiner Frau den zehnten von allen Dingen verlangst so empfange nun auch den hier dabei überreichte er dem Pfaffen ein Glas voll Urin und zwang den halbtoten Pfarrer dasselbe vor den Augen der johlenden Gesellschaft zu lehren seitdem wird er sich wohl besser überlegen worauf er den zehnten erheben will inwieweit die Anekdote geschichtlichen Tatsachen entspricht mag dahingestellt sein doch macht sie deutlich welch neues Bewusstsein die geistlichen Herren beflügelt haben mag am Weihnachtstag des Jahres 795 ist Staatstrauer angesagt die Pfarrer lassen beten für einen Toten Papst Hadrian ist gestorben ein Priester aus Rom wird zum neuen Papst gewählt verblüffend schnell innerhalb 24 Stunden Leo der dritte Papst Leo geriet bald in Konflikt mit einer starken stadtrömischen Adelsfraktion sei es wegen seiner frankenfreundlichen Haltung sei es wegen seines zupackenden ja harten Regierungsstils vorgeworfen wurde ihm allerdings etwas ganz anderes mein Eid und Ehebruch während der feierlichen Bittprozession am Tage des Apostels Markus Am 25 April 799 fielen seine Feinde über ihn her Einhard der Geschichtsschreiber Karls des Großen berichtet Die Römer hatten Papst Leo schwer misshandelt ihm die Augen ausgestochen und die Zunge ausgerissen Blind und stumm bedeutete im Mittelalter amtsunfähig wer nicht sehen und sprechen konnte konnte auch nicht herrschen was wirklich geschah lässt sich kaum feststellen mag sein dass ihn seine Gegner einfach vom heiligen Stuhl verjagen wollten jedenfalls konnte Leo nach St. Peter fliehen von dort brachten ihn fränkische Königsboten nach Spoleto in Sicherheit überraschenderweise war Leo unversehrt ein Wunder war geschehen Gott habe ihn von seiner Blendung befreit Karl der Große schickte Erzbischof Hildebald von Köln nach Italien um Leo den dritten abzuholen und unter starker Bedeckung zu ihm zu geleiten doch kurz darauf erschien auch abgesandte aufständischen Römer in Paderborn welche den Papst des Adulterium et Periurium des Ehebruchs und Meineids verklagten Jetzt schaltete sich Alkuin ein des Königskirchlicher Berater Mit Nachdruck erinnerte er an den alten Grundsatz kanonischen Rechts Primam Sedem Anemine Judicari Dass der erste Stuhl von niemandem gerichtet wird Dabei wusste Alkuin sehr wohl Bescheid über die Vergehen des Papstes In einem seiner Briefe gesteht er einen Bericht über die Unkeuschheit und den Ämterkauf durch Papst Leo den dritten vernichtet zu haben Aber der Stellvertreter Christi auf Erden durfte nicht weltlicher Gerichts unterliegen konnte nicht mit irdischen maßstäben gemessen werden Es gab keinen Menschen auf der Welt der über ihm stehen durfte Es sei denn er König Karl der Vertreter Gottes auf Erden Man hörte auf diese Mahnung Karl entsandte die Erzbischöfe Hildebald von Köln und Arn von Salzburg um Leo nach Rom zurückzuführen und in sein Amt und seine Rechte wieder einzusetzen Nach Erfüllung dieses Auftrags hielten Hildebald und Arn Untersuchung Nein nicht über den Papst sondern über dessen Ankläger Da diese ihre Vorwürfe nicht genügend zu beweisen vermochten wurden sie wegen falscher Anklage gefangen gesetzt und in fränkisches Gebiet geschafft Damit waren freilich die Verhältnisse nicht bereinigt Die römische Opposition gegen den Papst war noch nicht besiegt Es brodelte weiter in der Stadt So entschloss sich Karl im folgenden Jahr 800 selbst nach Rom zu reisen wo er am 23. November von Leo nach den Regeln imperialen Zeremoniells empfangen wurde Karl erkannte die Notwendigkeit die Vorwürfe gegen den Papst definitiv auszuräumen sah sich aber eingedenk der Mahnungen Alquins auch an den Grundsatz gebunden dass über den Nachfolger Petri nicht gerichtet werden kann darum berief er eine Synode welche die Sache nochmals untersuchte jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt kein Tribunal zu sein nicht richten zu können noch zu wollen es fanden sich keine Beweise gegen Leo das heißt keine Zeugen die aus eigener Kenntnis die Anklagen hätten stützen können der Papst seinerseits leistete am 23 Dezember vor der Synode einen Reinigungseid in vollem Ornat das Evangelienbuch in der beringten Hand bestieg er die Kanzel der Peters Kirche und sprach mit fester Stimme es ist bekannt teuerste Brüder dass böse Menschen wieder mich aufgestanden sind mich haben verstümmeln wollen und schwere Beschuldigungen auf mich gehäuft haben zur Untersuchung dieser Angelegenheit ist der gnädigste und erlauchteste König Karl nebst seinen Bischöfen und Fürsten in diese Stadt gekommen deshalb bekenne ich Leo Papst der heiligen römischen Kirche von niemand verurteilt noch gezwungen sondern aus meinem freien Willen mich in eurer Gegenwart vor Gott der mein Gewissen kennt und vor dem heiligen Apostel Fürsten Petrus in dessen Kirche wir sind rein von allen schuldvollen Verbrechen wie sie mir zur Last gelegt sind ich habe sie weder getan noch tun lassen dessen ist Gott mein Zeuge vor dessen Angesicht wir kommen werden und vor dessen Angesicht wir stehen dies tue ich aus meinem freien Willen um jeglichen Verdacht niederzuschlagen nicht als ob es so in den Kirchengesetzen stunde oder als ob ich damit meinen Nachfolgern oder unseren Brüdern und Mitbischöfen einen Präzedenzfall oder eine neue Regel auferlegen wollte damit war die Sache beendet der dank des Papstes für Karls unterstützung sollte nicht lange auf sich warten lassen zwei Tage später während des Weihnachtsgottesdienstes am Grab des Apostels Petrus die Peterskirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt selbstverständlich nur mit einer Auswahl der Papsttreuen tritt Leo der dritte an Karl heran und setzt ihm die Kaiserkrone aufs Haupt Die Anwesenden bejubeln Karl den Großen als ihren Augustus und Imperator Karl ist überrascht ja sogar ungehalten und Einhard schreibt später Er würde an jenem Tage trotz des hohen Festes die Kirche nicht betreten haben wenn ihm die Absicht des Papstes vorher bekannt gewesen wäre Nicht dass Karl der Große etwas dagegen gehabt hätte Kaiser zu sein Nein das war sicher nicht der Anlass seines Unmuts er wollte diesen Titel der dem Herrn über die gesamte Christenheit zustand aber nicht so als Geschenk aus der Hand des Papstes und wahrscheinlich auch nicht hier in Rom er hatte doch Aachen zu einer neuen christlichen Stadt auf den Ruinen der römischen Antike machen wollen seine Pfalz Kapelle war eben in diesem Jahre 800 fertiggestellt worden die besten der besten hatte er sich für diesen Bau geholt und selbst festgelegt wie er auszusehen hatte damit er jeden Vergleich mit den schönsten Kuppelbauten in Ravenna Rom und Byzanz bestehen konnte Das Karls erzählt über den Ausbau Aachens zum zweiten Rom Da steht in seiner Pfalz der huldreiche Karl bestimmt wo die ragenden Mauern verlaufen des künftigen Rom Eifrig müht sich die tätige Schar Die einen hauen den Marmor zurecht für hochragende Säulen und führen die Mauern der Burg auf Andere wälzen eifrig die Steinblöcke herbei Hier bemühen sich Andere warme Heilquellen zu erschliessen fassen das von Natur kochende Wasser des Bades in Mauerwerk ein und hauen aus marmornen Stufen schöne Sitzbänke Dort bauen wieder Andere dem ewigen König mit gewaltiger Anstrengung einen herrlichen Tempel Schon ragt zu den Sternen das heilige Haus mit geglätteten Mauern Ja er muss die Kaiserkrönung als Anmaßung des Apostelfuehrers empfunden haben Er hätte sich lieber die Krone selbst aufs Haupt gesetzt wie es auch die byzantinischen Kaiser zu tun pflegten Doch jetzt war er Kaiser von des Papstes Gnaden nachdem Nachdem die römischen Ereignisse im Reich bekannt geworden waren bekamen die Klöster Hochkonjunktur Eine geistliche Karriere erschien vielen erstrebenswert denn die Macht des Papstes im Gottes Staat hatte erheblich zugenommen auch wenn Karl jetzt Kaiser war aber eben von des Papstes Gnaden Gläubige überschrieben ihren Grundbesitz den Klöstern nicht nur um des Seelenheils willen Man war dadurch auch von den erdrückend gewordenen Kron- und Militärlasten befreit und die Klöster zahlten Leibrenten bis zur dreifachen Summe des normalen Ertrags Die dadurch enterbten Söhne bekamen Kirchenämter und dass es in den Kirchenämtern nicht unbedingt weltfremd zugehen musste das hatte das Beispiel Leo des Dritten ja gezeigt So wuchs der Reichtum der Kirche enorm 1813 veranlasste der Abt des Großklosters Germain des Prays in der Nähe von Paris eine Aufzeichnung des Besitzstandes seines Klosters Es umfasste rund 23.000 Hektar bebautes Land das von 4710 Familien bearbeitet wurde mit 5316 Kindern und sonstigen Verwandten Dabei waren die Leibeigenen nicht mitgezählt Es werden wohl rund 16.000 bis 20.000 Menschen gewesen seien die dieser riesigen Kloster Grundherrschaft angehörten Ihre jährlichen Abgaben an das Kloster umfassten etwa 2300 Doppelzentner Getreide 2000 Schweine und Ferkel 4600 Hühner 23.000 Eier 4600 Eimer Wein und circa 20.000 Denare das sind Silbermünzen karolingischer Prägung Dazu kamen an Dienstleistungen für die kirchlichen Herren rund 80.500 Frontage und 4.600 Fron Fuhren Aus den Aachener Synodalbeschlüssen von 816 geht hervor dass die großen Abteien im Reich durchschnittlich zwischen 3000 und 8000 Bauernstellen hatten Die untere Grenze für kleine Kirchen und Klöster lag immer noch bei 300 bis 400 Hofstellen Und Klöster und Kirchen gab es viele im Gottesstaat Auch die reichsten Grundherren konnten nicht mehr mit der kirchlichen Grundherrschaft konkurrieren Zahlreiche Klostergründungen des Königs und des Adels führten dazu dass der Edle dann die Stelle des Bischofs oder Abts innehatte Weltliche und geistliche Macht verschmolzen miteinander Die adeligen Bischöfe und Äbte brauchten ihr weltliches Standesbewusstsein nicht abzulegen Sie betrachteten die Klöster praktisch als ihren Herrschaftsbesitz Auch das Zölibat war noch nicht erforderlich Es wurde zwar mehr und mehr von den Päpsten befürwortet aber nur von denen die nicht selbst verheiratet waren Zwingend war es bis jetzt jedenfalls nicht Ja die römische Kirche glänzte in neuem Machtbewusstsein und Reichtum während die Herrschaft Karls des Großen offensichtlich ihren Zenit überschritten hatte Seit der Kaiser Krönung hatte die Kirche wieder die Oberhand gewonnen Vielleicht fehlten Karl dem Großen militärische Herausforderungen oder es machte sich allmählich sein Alter bemerkbar Zunehmend widmete er sich jetzt den notwendigen Reformen um das Reich nach innen zu festigen Er bemüht sich die Bildung seiner Untertanen zu mehren und per Gesetz und unter Strafe wird jetzt ein bestimmtes Minimum an Wissen verlangt das Vaterunser und das apostolische Glaubens Bekenntnis Weil er den Alkohol miet setzte er strenge Strafen auf Trunkenheit weil er aber das Fasten nicht vertrug vier Gerichte ließ er sich auftragen außer dem Braten durfte ein jeder sich nach genau fest gesetztem Tarif davon freikaufen die sächsischen Zwangschristen hingegen hatten auf Bruch der Fastenzeit die Todesstrafe zu erwarten es sei denn der Priester stellte fest dass die Not sie dazu gebracht habe Fleisch zu essen auch der Landzuwachs der Kirche musste per Gesetz eingedämmt werden offensichtlicher Rückgang der Kampfkraft seiner Armee ohne kaiserliche Genehmigung darf sich fortan niemand zum Priester weihen lassen denn wir haben vernommen dass vielfach nicht ein frommes Herzens Bedürfnis der Grund ist sondern vielmehr die Absicht sich auf diese Weise der Heeres Pflicht oder anderen staatlichen Leistungen zu entziehen jeder Grundbesitzer der über mindestens zwölf Hörige verfügt muss einen Panzer haben wer einen solchen Besitz womöglich verschweigt oder ihn gar verkauft hat Bestrafung zu gewärtigen Nein seine Armee die durfte er nicht vernachlässigen auch wenn es größtenteils ruhig geworden war im Reich so lauerten doch überall noch Gefahren da war an der Nordgrenze der heidnische Dänenkönig Gottfred sein Volk gehörte zu den Nordmännern auch Normanen genannt immer wieder kam es zu kriegerischen Zusammenstößen mit ihnen mit 200 Schiffen waren sie jüngst im fränkischen Friesland erschienen nach Erhalt eines Lösegelds von 100 Pfund Silber fortan Danegeld genannt zogen sie wieder ab der Chronist des Kaisers schreibt ironisch er betrachtet Friesland und Sachsen vollständig als eigene Besitzungen und beabsichtigt in Kürze mit einem großen Heer nach Aachen vorzustoßen die Dänen waren mit den Sachsen befreundet gewesen aber für die Franken waren sie einstweilen noch kein ernstzunehmender Gegner König Gottfried wurde kurz darauf ermordet und seine Söhne vermochten kein so großes Aufgebot zu sammeln Die Dänen hatten sich bisher dem katholischen Glauben erfolgreich widersetzt und um einer Zwangskristianisierung nach dem Muster der Sachsen vorzubeugen hatte Gottfried zwischen Nord und Ostsee einen Schutzwall errichten lassen den Dane Wirk Willi Brort ein Benediktiner der dem friesischen Heidentum den Kampf angesagt hatte war schon vor 100 Jahren in den Norden gezogen mit 30 dänischen Jünglingen war er zurückgekehrt sie sollten zum christlichen Glauben erzogen werden Willi Brorts Missionsversuch war nicht sehr erfolgreich die 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 Nordleute fanden es geeignet sämtliche Beschläge von Reliquien Kästchen und Heiligen Schriften in Kleiderspangen umzuarbeiten womit sie diese einer nutzbringenden Aufgabe zuführten lange Zeit war es nach Willi Brorts Anfangsversuch ruhig und die Dänen blieben ihren Göttern treu Im heidnischen Norden konnte Handel treiben wer immer es wollte zu den nordischen Göttern brauchte er sich deswegen nicht zu bekennen im christlichen Frankenreich war das anders hier durfte Handel nur von Christen getätigt werden wollte ein nordischer Händler seine Pelze verkaufen musste er sich vorher taufen lassen natürlich hatte der Norden auch Bedarf an Waren die im fränkischen Reich erzeugt wurden also blieb den Nordleuten meist nichts anderes übrig als sich zum Zwecke einer Handelserlaubnis im Frankenreich taufen zu lassen das sahen die Mönche gern und auch der christliche Kaiser Karl wäre nicht vielleicht ein Taufhemd aus gutem friesischen Tuch ein geeignetes Geschenk das zur Bekehrung verstärkt anreizen könnte plötzlich war die Nachfrage nach kostenlosen Taufhemden dermaßen groß dass die friesische Heimweberei die kaiserlichen Bestellungen nicht rasch genug erledigen konnte man musste bei der unerwartet hohen Bekehrungsfreudigkeit zur groben sackleinenden Ersatzware greifen die nordischen Händler merkten es sofort weshalb ein Teufling erbost ausrief 20 Mal habe ich mich von euch waschen lassen aber noch nie hat man mir so schlechtes Zeug dabei angeboten die Nordmänner waren eigentlich immer friedliche Händler gewesen und tüchtige Seefahrer dazu zum Handeln aber braucht man Frieden und daher gab es seit jeher einen heiligen Kauffrieden in Skandinavien An bestimmten Tagen strömten Freunde und Feinde an den heiligen Orten zusammen jeder verrichtete sein Opfer an die Götter kein Blut durfte vergossen werden An diesen Tagen blühte der Tauschhandel und der Gedanke des Kauffriedens nahm immer mehr Raum ein Schließlich wurden sogar Handelsstädte gegründet in denen der Kauffrieden das ganze Jahr hindurch wirksam war ohne kultische Bindung duldsam gegenüber Andersgläubigen oder ihre Waren gar nicht hätten anbieten können diesen Frieden überwachten Beauftragte des Koenigs Wickgrafen genannt durch diese friedlichen Handelszentren blühte der Norden foermlich auf Händler aus allen Teilen der damaligen Welt konnten sich ungehindert im Norden bewegen doch jetzt seit der Zwangschristianisierung der Sachsen wurden die Wikinger wie die Nordmänner auch genannt wurden zunehmend unruhiger Überfälle auf die Küsten häuften sich hatten sie vielleicht Angst ihnen könnte das gleiche Schicksal widerfahren wie den Sachsen Der erste Überfall hatte schon vor Karls Kaiser Krönung statt gefunden Er hatte einen Aufschrei in der christlichen Welt ausgelöst Das von irischen Mönchen erbaute Kloster Lindisfarne an der englisch-schottischen Küste war geplündert worden Die Insassen von ein paar Drachenschiffen waren an Land gestürmt hatten den Mönchen die Kleider vom Leibe gerissen das Steinkreuz des Bischofs Ethel Volt umgestoßen alle Klosterschätze geraubt das Vieh geschlachtet und das Fleisch an Bord gebracht Wer sich nicht männlich wehrte war niedergeschlagen worden waren Hatten sich die ersten Überfälle noch auf England Schottland und Irland beschränkt so war jetzt auch das christliche Frankenreich davon betroffen Die Schiffe tauchten im Frühjahr irgendwo am Horizont auf und waren bald darauf gelandet noch bevor die Küstenwache zur Stelle sein konnte Die Raubzüge liefen blitzartig ab sodass das trage Landherr darauf nicht reagieren konnte Zu Anfang waren es noch einzelne Schiffe doch schnell werden ganze Flotten Verbände daraus offensichtlich hatte es sich bei den Nordmännern herumgesprochen wie leicht Beute zu machen war wenn man nur schnell genug wieder auf hoher See war Mit Diplomatie und christlicher Mission war den Wikingern bisher noch nicht beizukommen gewesen Jeder Bauer und Krieger des Nordens war sein eigener Herr Es gab starke Bindungen an die Sippe und die Familie Könige hatten nur so viel Macht wie sie sich mit Hilfe ihrer Gefolgsleute verschaffen konnten Eine Staatsgewalt wie im Frankenreich gab es nicht bei ihnen Eine Schiffsmannschaft konnte ihren eigenen Krieg führen wenn es ihr vorteilhaft erschien Eine Flotte von 20 Schiffen stellte schon eine bedrohliche Macht dar Aber aus den anfänglichen Beute Zügen einzelner Gruppen sollten sich bald große Feld Züge Landnamen Wasserwege entwickeln Wie konnte man ihnen entgegentreten Karl der Große beschloss eine Flotte zu bauen Die Franken waren zwar nie Seefahrer gewesen aber sie würden es schon lernen Mit einer Flotte konnte man dem Dänen König anders gegenüber treten und ihm seine Feindseligkeiten heimzahlen Man könnte ihn in seine Insel Welt verfolgen und die Sache wäre dann rasch beendet Auch im Mittelmeer könnte man sich ganz anders durchsetzen gegen die Sarazenen und gegen Byzanz sie alle hatten Schiffe Völlig neue Perspektiven müssen den alternden Kaiser beseelt haben Mit all seiner Energie beginnt er das Vorhaben In See gestochen ist die Flotte nie Und Dänemark ist von Karl nie erobert worden Der Tod war schneller Am 28. Januar 1814 stirbt der Kaiser Romanen Franken und die ganze Christenheit sind tief im Gram von Elend bedrückt Wehe uns jammernden Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl Wehe uns jammernden So lamentieren die Gläubigen des Reichs allen voran der Klerus Ob ihn das Volk ebenso betrauert hat 46 Jahre Kaiser Karl regiert von 768 bis 814 Doch nur in zwei Jahren gab es keinen Krieg In Gottes Namen zwang er die Völker mit Feuer und Schwert zum Christentum Langobarden Sachsen Friesen Bayern Avaren Slaven Basken In ganz Deutschland gibt es nicht weniger als 109 Kultstätten des Heiligen Karl Und zur Nacheiferung an Gesinnung und Taten fordert die Stadt Aachen seit 1950 auf und erwählt alljährlich unter den Großen und Großen dieser Welt einen um ihn mit dem internationalen Karlspreis auszuzeichnen Churchill Adenauer Kissinger Cole Clinton Was da wohl zur Nacheiferung empfohlen wird Wohl dem Volk dessen Herr sein Gott ist Das meinte Alcuin der geistliche Berater Kaiser Karls Aber das war im frühen im düsteren Mittelalter Kaiser Karl hatte drei Söhne Die sollten das Riesenreich erben Frühzeitig hatte er sie zu Königen salben lassen und eine Einteilung geschaffen Einer sollte Italien bekommen der andere Aquitanien der dritte sollte sein Nachfolger werden und das übrige Reich beherrschen Aber der Tod wirft diese Berechnungen über den Haufen Zwei der Prinzen sterben vorzeitig und das sind die tüchtigen Söhne gewesen Übrig bleibt der wenig taugliche Ludwig der eigentlich nur Aquitanien bekommen sollte Kaiser Karl hatte ihn vier Monate vor seinem Tod in Aachen zum Mitkaiser und Erben eingesetzt und die Zustimmung der Reichsversammlung eingeholt Der 71 Jährige spürte wohl sein Ende nahen und musste während des Krönungs Zeremoniells von seinem Sohn gestützt werden Ludwig setzte sich die Kaiserkrone selbst aufs Haupt So hätte sich Karl auch seine eigene Krönung gewünscht Kaiser nicht aus den Händen des Papstes sondern aus eigener Machtvollkommenheit Ja Ludwig sollte das Werk des Vaters fortsetzen den Gottesstaat auf Erden bewahren und vergrößern Ludwigs Aufgaben zeichneten sich bereits klar ab Da war Papst Leo der dritte der Kaisermacher Seinem Machtanspruch durfte man nicht erliegen war doch die Kirche in den letzten Jahrzehnten zunehmend mächtiger und reicher geworden Dann galt es die Nordmänner die Wikinger zu missionieren und dem Gottesstaat womöglich einzugliedern sonst könnten sie zur Gefahr werden Doch Ludwig besaß nicht annähernd die Tatkraft seines Vaters Schon im ersten Jahr seiner Regierung stießen die Normannen unbehelligt bis zur Noirmündung vor Es gab keine fränkische Flotte um ihnen entgegen zu treten und es wird auch nie eine geben Stattdessen setzte Ludwig auf die Kirche Missionare wurden losgeschickt und Ludwig erwarb sich den Beinamen der Fromme Der Papst in Rom hatte im Reich mehr zu sagen als je zuvor Seine Mönche waren es auch die die Wikinger katholisch machen sollten Frühere Missionierungsversuche wie die von Willibraud waren kläglich gescheitert Man musste sich etwas Neues einfallen lassen um die freien und selbstbewussten Söhne des Nordens unter das Kreuz zu bringen Eine beteilte hielt er einen guten Landstrich an der Wesermündung um ein Leben in Wohlstand führen zu können Der Kaiser hoffte dass die Wikinger einen der ihren doch wohl in Ruhe lassen würden Insbesondere erschien ihm Harald Klack der richtige Mann zu sein mit dessen Hilfe es gelingen könnte einen Missionar nach Dänemark einzuschleusen Ein solcher war zur Hand Bepackt mit kaiserlichen Geschenken und seinen kirchlichen Zaubergeräten zog Ansgar in Begleitung des Mönchs Outbert den Rhein hinab zur Nordsee und segelte nach Dänemark Von der Missionsarbeit wissen die Chronisten keinen Erfolg zu verzeichnen Dennoch ließ der Kaiser nicht ab von seinem Lieblings Gedanken Er wollte den Wikinger Geist von innen her vernichten Die nächste Gelegenheit kamen als Gesandte des Schweden Königs aus Birka nach Worms zum Reichstag kamen und Handelsverträge abschließen wollten Der Kaiser ließ sich eine Missionsreise nach Birka zusichern Ansgar bekam vom Kaiser persönlich seine Instruktionen und brach mit dem Mönch Widmar ein zweites Mal zu einer Nordlandreise auf Unterwegs stießen sie auf Seeräuber die ihnen die kaiserlichen Geschenke und die vierzig Bibeln und Reliquien Kästchen abnahmen offenbar herrschte wieder einmal Mangel an Kleiderspangen Mit großer Schwierigkeit setzten sie also die sehr lange Reise zu Fuß fort wo es sich machen ließ auf Schiffen über die zwischenliegenden Gewässer und kamen schließlich zur Hafenstadt am Lande der Svehr Birka genannt Der schwedische König Björn empfing sie freundlich und gestattete nach Rücksprache mit seinen Vertrauens Leuten dass sie das Evangelium verkünden durften In Birka gab es so viele Religionen und Götter da kam es auf einem mehr oder weniger nicht an Bereits eineinhalb Jahre später wurde die erste Kirche nahe Birka errichtet allerdings war das zunächst der einzige Erfolg der Missionsreise Ansgar kehrte zurück ins Frankenreich und schickte eine große Zahl von Priestern nach Birka sie sollten dies Zentrum heidnischen Glaubens sturmreif machen er selbst reiste in das dänische Heitabu in Dänemark hatte sich ein Sohn des ermordeten Königs zur Alleinherrschaft empor gearbeitet er suchte Anerkennung und Bundesgenossen um seine Herrschaft zu sichern Ansgar versprach ihm beides und der arglose König gestattete ihm dafür den Bau einer Kirche im Norden des Frankenreichs war inzwischen die Handelsstadt Hammerburg an der Elbe gegründet worden ein viereckiger Wall war aufgeworfen worden mit inneren Durchmesser bis zu sieben Metern hoch mit starken Holz Palisaden und da im Frankenreich Handel etwas mit Christentum zu tun hatte entstand in der Mitte der Hammerburg eine Taufkapelle für Ansgar den Missionar den Nordmännern schadeten die von der Hammerburg ausgehenden Missionsbemühungen zunächst nicht sie planten ganz andere Dinge nachdem sich die kleinen Raubzüge so gut bewährt hatten mit besserer Ausrüstung würde man weit größere Siege erkämpfen können ganze Länder könnten die Beute sein die Katastrophe kam 820 über Irland die Alster Annalen berichten das Meer spie Fluten von Fremden über Erin aus und es gab keinen Hafen keinen Landeplatz keine Befestigung keine Burg keine Wehr ohne Flotten von Wikingern und Seeräubern Die zerstrittenen irischen Kleinkönige wurden hinweggefegt Die Wikinger hatten in dem tollkühnen Torgiesel einen starken Führer der sich zum König über die ganze Insel ausrufen ließ und dem christlichen Klerus zum Trotz den heidnischen Göttern opferte Während die Wikinger nach der Eroberung Irlands jetzt neue Kräfte sammelten zeichnete sich im Frankenreich Ludwig des Frommen allmählich der Niedergang Ludwig dessen Kaisertitel vom Papst 816 nachträglich bestätigt wurde sah sich der unlösbaren Aufgabe gegenüber das Frankenreich im Innern organisieren zu müssen denn die aggressive Eroberungspolitik seines Vaters hatte viele Probleme nur verdrängt Aus den vielen Völkern die sich Karl der Große einverleibt hatte war noch kein einheitlicher Staat entstanden und die Adeligen die über die einzelnen Stämme herrschten machten zunehmend ihre eigene Politik je schwächer der Kaiser an der Spitze war in seinem Bemühen das Reich zu festigen erließ Ludwig der Fromme 817 das Gesetz über die Unteilbarkeit des Reichs die drei Söhne Ludwigs wurden zu Mitkaisern gekrönt und durch ein kompliziertes Aufteilungssystem wurden ihnen ihre Macht Bereiche zugewiesen hier regte sich bereits der erste Widerstand des Adels Bedeutete doch das Aufteilungssystem einen Bruch mit den alten Stammesrechten Als Ludwigs zweite Frau einem weiteren Sohn das Leben schenkte musste die Machtverteilung wieder neu geregelt werden Damit waren die drei älteren Brüder nicht einverstanden Um die einzelnen Anspruchsberechtigten entstanden Adelsparteien die den leidigen Streit der Brüder um das noch gar nicht fällige Erbe zur Staatsaffäre machten Es kam zu einer offenen Auseinandersetzung in der die drei Erstgeborenen den Vater absetzten Doch die Brüder waren sich nicht einig Sodass es dem mächtigen Klerus im Reich gelang Ludwig den Frommen wieder in sein Amt zu setzen Auf dem Lügenfeld bei Kolmar das liegt rund 50 Kilometer südlich von Straßburg standen sich drei Jahre später die Kontrahenten mit ihren Heeren erneut gegenüber Doch Ludwig der Fromme hatte bei seinen Männern schon so viel an Ansehen eingebüßt dass er sich plötzlich allein auf dem Schlachtfeld fand Seine Leute waren größtenteils zu den Söhnen übergelaufen Für Ludwig den Frommen war die Herrschaft zu Ende Unter den drei übrig gebliebenen Söhnen einer war inzwischen verstorben kam es 841 beim Fontenoy erstmals zu blutigen Kämpfen 843 wurden die Streitereien mit dem Vertrag von Verdun beendet und das Frankenreich endgültig aufgeteilt Karl der Zweite auch der Kale genannt erhielt das Westfränkische Reich das spätere Frankreich Lothar der Erste wurde Herrscher über Lotharingien das von der Nordsee über den Rhein bis nach Italien reichte und Ludwig bekam den Ostfränkischen Teil das spätere Deutschland daher wird er auch Ludwig Deutsche Genottinger nutzten die Gelegenheit die Dreiteilung des Reiches war ihnen willkommen durch die Zwistigkeiten der Brüder sind die Küstenwachen unbesetzt am 12. Mai des Jahres 841 segeln dänische Schiffe die Seine aufwärts ins Zentrum des Westfränkischen Reichs Rouen wird erobert ein Jahr später fallen sie in Friesland ein mit 67 Schiffen segeln norwegische Wikinger im Jahr darauf die Loire aufwärts und die Bewohner von Monde erleben das Fest Johannes des Täufers auf eine Weise wie sie es sich nicht hatten träumen lassen die Wikinger überwintern sogar auf einer Insel im Fluss und richten sich ein als ob sie für immer bleiben wollten ja sie lassen sogar Frauen und Kinder nachkommen für die Verpflegung muss das umliegende Land aufkommen zwei Jahre später werden alle drei Reichsteile mit großen Flottenverbänden angegriffen 120 Schiffe fahren die Seine aufwärts und erobern Paris um die Wikinger schar loszuwerden zahlt Karl der Kahle 7000 Pfund Silber das seine Grafen aus dem Volk eintreiben wobei ein gutes Teil immer in die Tasche der Adligen fließt die zweite Flotte fällt in Spanien und Nordafrika ein eine dritte Gruppe plündert erneut Friesland während eine vierte nach Hammerburg segelt dort treffen die Wikinger auf den Missionar Ansgar der Chronist Rimbert berichtet Ansgar traf Maßnahmen um die heiligen Reliquien wegzuschaffen und entkam mit knapper Not sogar ohne Mantel während die Priester in alle Richtungen flohen die Feinde hatten sich jetzt der Stadt bemächtigt und plünderten alles was in ihr und dem umgebenden Lande war sie kamen am Abend blieben über Nacht und den folgenden Tag nachdem sie alles in Brand gesteckt hatten zogen sie fort dort wurde die Kirche die herr war herrlich herrlich war unter der leitung mit dem wunderbar eingerichteten Mönchskloster dort ging die prachtvoll geschriebene Bibel die seine Majestät der Kaiser unserem Pater geschenkt hatte in Flammen auf ebenso wie mehrere Bücher alles an Kirchengeräten und anderen Kostbarkeiten wurde zerstört entweder durch Plünderung oder durch Feuer fast nackt konnte er den Feinden entkommen während die Missionsstation Hammerburg mit ihrer Taufkapelle völlig zerstört wurde blieb die außerhalb des Ringwalls gelegene Kaufmannssiedlung unbehelligt Waffen aus dem damaligen Kampf wurden vor einigen Jahren aus der Elbe gebaggert Dänische Wikinger drangen auf ihren Booten auch rein aufwärts bis nach Mainz vor Das kleine Stiftsdorf Bonn wurde völlig geplündert und zerstört Die alljährlichen Beutezüge waren für die heimgesuchten Völker ein Aderlass Hungersnöte stellten sich ein Im 9. Jahrhundert ist die große Hungersnot am Rhein im Jahre 850 historisch belegt Der Getreidepreis war so hoch dass man große Silberstücke für einen kleinen Sack Getreide bezahlen musste Das dreigeteilte Frankenreich war nicht in der Lage sich wirkungsvoll gegen die Nordmänner zur Wehr zu setzen ihre Beutezüge sollten bis ins 11. Jahrhundert andauern Ein Gebiet an der Mündung der Seine trägt bis heute ihren Namen die Normandie Hier hatte sich ein Teil von ihnen niedergelassen und einer der ihren wird 1066 als Wilhelm der Eroberer in England einfallen Die Wikinger waren die erfolgreichsten Seefahrer ihrer Zeit Jedes ihrer Schiffe war aus rund 20 Eichen gefertigt und mit aufwendigen Verzierungen versehen Sie waren hochseetauglich Um ohne Landsicht auf offener See ihr Ziel zu erreichen erfanden sie einfache Navigationsinstrumente Nein Sie waren nicht nur die unvorstellbar grausamen Barbaren als die sie von den Mönchen der Christianisierungszeit hingestellt wurden Sie waren vor allem kluge und strategische Krieger die sich gegen eine Welt zur Wehr setzten die mit Feuer und Schwert alle Völker katholisch machen wollte Sie betrieben auch ehrlichen Handel vor allem mit russischen und arabischen Kaufleuten Andere Scharen von Wikingern hielten Ausschau nach besiedelbarem Land Land in ihrer Heimat war landwirtschaftlicher Boden knapp so kamen sie nach Island Grönland ja bis nach Nordamerika doch wie weit sie auch segelten die christlichen Missionare folgten ihnen auf dem Fuß seiner Kirche sondern nur Bischof von Rom mit einigen Sonderrechten die sich das Papsttum im Laufe der Jahrhunderte gegenüber den anderen Bischöfen erkämpft hatte das sollte nun anders werden zu diesem zwecke wurden zu Anfang des neunten Jahrhunderts die in der Geschichte unter dem Namen der pseudo isidorischen dekretalen bekannten falschen Urkunden von einem päpstlichen Schreiber zusammengestellt sie wurden unter dem Namen des höchst geachteten Bischofs Isidor von Sevilla der 636 gestorben war verbreitet und begannen mit 60 Briefen der allerersten Bischöfe Roms denen eine Menge bischöfliche Beschlüsse echte und falsche folgten Der Hauptzweck dieser Fälschung war es den römischen Bischof zum unumschränkten Kirchenmonarchen zu machen die Macht der Erzbischöfe Bischöfe und Synoden zu brechen ja die Bischöfe unmittelbar dem Papst in Rom zu unterwerfen die Kirche von aller weltlichen Gerichtsbarkeit unabhängig zu machen und allen Einfluss des Staates auf kirchliche Angelegenheiten und Verhältnisse zu unterbinden Auch wenn der oberste Bischof von Rom bereits die Vorherrschaft über die anderen Bischöfe gewonnen hatte so setzte er jetzt Brief und Siegel unter seine Alleinherrschaft Und um den Anspruch der römischen Kirche an die Welt ganz deutlich zu machen ist in der Zusammenstellung auch eine Schenkungsurkunde enthalten durch welche Kaiser Konstantin dem Apostel Petrus das ganze abendländische Reich und dessen Hauptstadt Rom zusichert Das Betrügerische dieser Briefe und Urkunden liegt so klar zutage dass man kaum begreift wie selbst Bischöfe ihnen damals Glauben schenken konnten Aber die meisten waren ungelehrte Leute welche nicht einmal die Geschichte ihrer Kirche kannten und lieber waren sie von dem entfernten Bischof von Rom abhängig als von ihrem nahen Erzbischof der ihnen auf die Finger schauen konnte In diesen Briefen die ja angeblich von den römischen Bischöfen der ersten Jahrhunderte geschrieben worden sein sollten kommen Bezeichnungen von Dingen vor die man zu ihrer Zeit noch gar nicht kannte Die Kirchenväter der ersten Zeit zitieren Stellen aus der Bibel nach der Übersetzung des viel später lebenden Heiligen Hieronymus selbst aus Büchern die erst im siebten Jahrhundert geschrieben wurden Es gibt darin sogar Stellen aus den Beschlüssen einer Synode zu Paris im Jahre 829 Diese pseudo-isidorischen Dekretalen wurden die Grundlagen des Papsttums Jetzt war der Papst in Rom unumschränkter Gesetzgeber in geistlichen und weltlichen Dingen Welche Kraft von diesen Schriften ausging zeigte sich sehr schnell bei den nachfolgenden Päpsten Papst Nikolaus der Erste verkündete dass die Untertanen den Königen die den Willen Gottes nicht täten keinen Gehorsam schuldig wären Der Wille Gottes war natürlich das was der Papst verkündete Seinen Namen setzte er in allen Schriften vor den der Könige Gegen die Allmacht des Papstes zeigte sich sogar Widerstand in den eigenen Reihen Die Erzbischöfe Teutgaut von Trier und Günther von Köln protestierten Du bist ein Wolf unter Schafen Du handelst gegen deine Mitbischöfe nicht wie ein Vater sondern wie ein Jupiter Du nennest dich einen Knecht der Knechte und spielst den Herrn der Herren Du bist eine Wespe aber glaubst du dass du alles tun dürftest was dir gefällt wir kennen dich nicht und deine Stimme und fürchten nicht deinen Donner die Stadt Gottes von der wir Bürger sind ist größer als Babylon das sich rühmt ewig zu sein und das sich brüstet als ob es nie irren könne johannes johannes der achte der 872 den römischen stuhl bestieg sprach von dem kaiser karl dem kahlen da er von uns zum kaiser gekrönt sein will so muss er auch zuerst von uns gerufen und erwählt sein in seinem schreiben an die bischöfe des ostfränkischen reichs heißt es was schaffen wir denn in der kirche an jesu stadt wenn wir nicht für jesus gegen der fürsten übermut kämpfen wir haben sagt der apostel nicht mit fleisch und blut sondern wieder die fürsten und gewaltigen zu kämpfen je schwächer die weltlichen herrscher nach der fränkischen reichsteilung geworden waren desto überbordender gebärdete sich die führung der römischen kirche in ihrem machtgefühl stefan der fünfte wurde 885 papst er war schon nicht mehr damit zufrieden ein mensch zu sein die päpste werden wie jesus von ihren müttern durch die überschattung des heiligen geistes empfangen alle päpste sind so eine gewisse art von gott menschen um das mittleramt zwischen gott und den menschen besser betreiben zu können ihnen ist auch alle gewalt im himmel und werden verliehen worden und was für das haupt der kirche gilt das gilt auch für ihre glieder so wird es nicht mehr lange dauern bis priester von der kanzel predigen mit der absolutions gewalt hat jesus dem priestertum eine macht verliehen die selbst der hölle furchtbar ist der selbst luzifer nicht zu widerstehen vermag eine macht die sogar hinüber reicht in die unermessliche ewigkeit wo sonst jede irdische macht ihre grenze und ihr ende findet eine macht sage ich die fesseln zu brechen vermag welche für eine ewigkeit geschmiedet waren durch die begangene schwere sünde sich gegen dieses neue macht bewusstsein der römischen kirche zu behaupten wird den künftigen herrschern der europäischen reiche sehr schwer fallen und die päpste der kommenden jahrhunderte werden dank ihrer allmacht bar jeder moralischen beschränkung sein der heilige franz von assisi wird sagen wenn mir ein priester und ein engel zugleich begegnen würden so würde ich zuerst den priester grüßen dann erst den engel weil der priester eine viel höhere macht und hoheit besitzt als die engel die macht und hoheit der priester betrifft natürlich nur ihr amt nicht den menschen der dieses amt innehat das heilige amt steht über allem auch über den menschlichen schwächen ihrer trager der fromme rabanus maurus der von 822 bis 842 abt in fulda war und später erzbischof von mainz wurde stellte klar wenn man einen geistlichen sieht die hand auf dem busen eines weibes so muss man annehmen dass er sie segne ob daher wohl das wort kommt eine frau befinde sich in gesegneten umständen nehmen könnten. Auf eine deshalb an ihn gerichtete Frage antwortete Papst Nikolaus I., Es kann niemand, so sehr er auch verunreinigt sein mag, die heiligen Sakramente verunreinigen, welche Reinigungsmittel aller Befleckungen sind. Der Sonnenstrahl, welcher durch Kloaken und Abtritte geht, kann doch dieserhalb keine Befleckung an sich ziehen. Daher mag der Priester beschaffen sein, wie er will. Er kann das Heilige nicht beflecken. Fürwahr, ein Trost für die gesamte Christenheit. Im fünften Jahrhundert nach Christi Geburt versank das römische Imperium im Chaos von Hunnensturm und Völkerwanderung. Übrig blieb das byzantinische Reich im Osten mit einem Kaiser, der in Konstantinopel residierte. Übrig blieb auch die römische Kirche. Ihre Macht war ungebrochen, denn in jenen schweren Zeiten suchten die Menschen mehr denn je Trost im Glauben. Entwurzelte Germanenstämme zogen raubend und mordend durch Europa und machten sich auf dem Boden des einstigen Imperiums breit. Sie waren Heiden und die eroberten Gebiete waren römisch-katholisch. Die Eindringlinge waren zu wenige, um in den besetzten Gebieten dauerhaft zu herrschen. Das gelang nur einem Germanenvolk, den Freien, den Franken. Das römische Gallien hatten sie schon fest in ihrer Hand. Und innerhalb von drei Jahrhunderten wuchs das Frankenreich zur neuen Weltmacht heran. Es reichte von den Pyrenäen bis an die Nordsee, vom Atlantik bis an die Elbe und im Südosten bis tief hinein ins heutige Ungarn. Der größte Teil Italiens gehörte zu seinem Herrschaftsbereich und eigentlich auch die römische Kirche. Ja, die heidnischen Franken waren Christen geworden, ganz pragmatisch, denn mit der Unterstützung der Kirche regierte es sich leichter. Und der mächtigste, der christlichste aller Herrscher, Karl der Große, vereinigte konsequent die Welt des Glaubens mit der Staatsgewalt und verwirklichte seine Vision vom Gottesstaat auf Erden. Auf der Höhe seiner Macht wurde er am Weihnachtstag des Jahres 800 vom Papst der römischen Kirche zum Kaiser gekrönt. Karl der Große hielt das Zepter fest in seiner Hand. Er war der Vertreter Gottes auf Erden und die römische Kirche war sein Werkzeug. Doch als sein Sohn, Ludwig der Fromme, den Thron bestieg, wendete sich das Blatt. Der Klerus wurde zum eigentlichen Herrscher. Die Berater des Kaisers, die Bischöfe hatten das Sagen und die heilige Allianz zwischen Kaiser und Papst wurde bald zum Machtkampf hinter den Kulissen. Die Söhne Ludwigs des Frommen teilten das fränkische Riesenreich des Abendlandes schließlich unter sich. Der Gottesstaat auf Erden zerbrach. Karl der Zweite, auch der Kale genannt, erhielt das westfränkische Reich, das heutige Frankreich. Lothar der Erste wurde Herrscher über Lotharingien, das von der Nordsee über den Rhein bis nach Italien reichte. Und Ludwig der Deutsche bekam den ostfränkischen Teil, das heutige Deutschland. Während die Macht der Karolinger jetzt schnell versiegte, schwang sich die römische Kirche zu neuen Höhen auf. Rund ein Drittel des Grund und Bodens in Europa nannte sie ihr eigen. Und durch die zehnprozentige Kirchensteuer, die ihr Karl der Große per Gesetz eingeräumt hatte, war sie die stärkste Wirtschaftsmacht. Rom wurde Mitte des 9. Jahrhunderts das Zentrum der abendländischen Welt. Und der Bischof von Rom, einst ein Bischof unter vielen, fühlte sich jetzt als Papst und Alleinherrscher über den Klerus, ja sogar über die ganze Christenheit. Um jedermann von der Rechtmäßigkeit der päpstlichen Herrschaftsansprüche zu überzeugen, war es notwendig, nachweisen zu können, dass schon die ersten römischen Bischöfe solche Machtvollkommenheit besessen hätten. Urkunden und Briefe der allerersten Kirchenväter sollten jeden Zweifel daran beseitigen. Dass diese pseudo-isidorischen Dekretalen, wie sie genannt werden, größtenteils Fälschungen waren, hergestellt in den Schreibstuben des Papstes, war dabei völlig unerheblich. Kaum 50 Jahre nach dem Tod Kaiser Karls des Großen, setzte Papst Nikolaus I. mit einem vorher nie dagewesenen Selbstbewusstsein die kirchlichen Herrschaftsansprüche durch. Er nannte sich Richter über die ganze Welt, fühlte sich durch keinerlei fremdes Recht gebunden, da er von Christus selbst eingesetzt zu sein glaubte. Bei solcher Machtvollkommenheit war es kaum verwunderlich, dass das Papsttum bald seltsame Blüten treiben sollte. Im Jahre 900 wird im Ostfränkischen, dem Deutschen Reich, ein neuer König gekrönt. In deutschen Landen ist er der letzte aus dem Geschlecht der Karolinger. Doch ein Hoffnungsträger für das schwache Reich ist er nicht, er ist erst sieben Jahre alt, Ludwig das Kind. Er wird auch nicht erwachsen werden, denn er ist schwachköpfig. Die Verwaltung des Reichs liegt in den Händen der Erzbischöfe Hatto von Mainz und Salomon von Konstanz. Sie regieren im Namen des Königs, für die Kirche. Der Adel, die Pfalzgrafen, einst die Stützen des Kaiserreichs, kümmern sich jetzt nur noch um ihre eigenen Interessen und bekriegen sich oft genug gegenseitig. Dabei wäre gerade jetzt eine starke Hand nötig, die Einheit schafft, um den alljährlich sich wiederholenden Raubzügen der Ungarn wirkungsvoll entgegenzutreten. Auch die nordische Gefahr ist keineswegs gebannt. Die Wikinger fallen in schönster Regelmäßigkeit im Reich ein. Und was tut der Bischof von Mainz? Er redet von der verdienten Geißel Gottes, die man demütig über sich ergehen lassen muss. Dabei gäbe es den starken Mann im Reich, der sich auch bei den anderen Mächtigen durchsetzen könnte, der den täglich wachsenden Ansprüchen der geistlichen Herren wirkungsvoll entgegentreten könnte. Es ist Otto, der Sachsenherzog. Gerade die Sachsen, die noch vor hundert Jahren von Karl dem Großen so schrecklich dezimiert, mit Feuer und Schwert ins Christentum geprügelt wurden, gerade die sind wieder stark geworden und weiterhin trotzig dem Klerus gegenüber. Otto hat sein Lehen nicht wie andere aus der Hand des Bischofs im Namen eines regierungsunfähigen Königs erhalten. Er ist von seinem Sachsenvolk gewählt worden, nach altem Stammesbrauch. Doch Otto stammt aus keinem Herrschergeschlecht. Dagegen ist König Ludwig das Kind ein Karolinger. Damit ist sein Thron unantastbar und Erzbischof Hatto kann in seinem Namen Regieren, wie er will. Keine Macht, selbst nicht der König hat das Recht, dem Priester zu widersprechen. Denn der Priester ist Gottes Rechtsverwahrer. Die Edlen aber sind nur irdische Machthaber. Solcherlei Weisheit ist jetzt in mancher Predigt zu hören. Als endlich im Jahre 911 Ludwig das Kind in seinem 18. Lebensjahr stirbt, wird der Reichstag einberufen. Alle Pfalzgrafen sind versammelt, um einen neuen König zu erwählen. Die Herrschaft der Karolinger ist im Deutschen Reich mit Ludwig zu Ende gegangen. Es gibt keinen Nachfolger. Jetzt soll einer der Pfalzgrafen König werden. Otto von Sachsen wäre wohl der Richtige. Aber viele der Edlen sind dagegen. Sie fürchten, Otto könnte nicht nur die Rechte der Kirche beschneiden, sondern auch ihre eigenen. Außerdem ist Otto den herrschenden Bischöfen ein Dorn im Auge. Und wie sollte er gegen den Klerus regieren können? Auch Otto selbst will die zum Greif nahe Königskrone nicht. Er fühlt sich zu alt für diese schwere Aufgabe, das Reich und die zerstrittenen Grafen zu einen, gegen einen starken Klerus. Auch würde Erzbischof Hatto der Wahl sicher nicht zustimmen, hatte doch Otto kürzlich verlauten lassen, er würde das Mainzer Erzbistum mit seinen riesigen Ländereien in Sachsen und Thüringen einfach auflösen. Fiele die Wahl tatsächlich auf Otto, so würde sich Bischof Hatto beim westfränkischen König Hilfe holen. Bei den Franken des Westreichs herrschte nämlich noch ein Karolinger, Karl III. Der hatte zwar selbst alle Hände voll zu tun gegen die aufständischen Großen seines Reichs und gegen die Nordmänner. Auch erfreute er sich nicht sonderlich großer Machtvollkommenheit. Die Kirche war bei den Westfranken ebenfalls mächtiger als die Könige. Doch Karl der Einfältige, wie er auch genannt wurde, hätte er ablehnen können, wenn ihn die Kirche um Hilfe bat? Wahrscheinlich hätte er sich mit Unterstützung der Bischöfe auch die deutsche Krone geholt. Das alles galt es zu bedenken. Schließlich einigte man sich auf Konrad von Franken. Der war ein tapferer Kriegsmann und den Kirchenmännern sehr willkommen. Erzbischof Hatto selbst hatte ihn vorgeschlagen. Sieben Jahre lang versuchte Konrad, dem zerrissenen Reich Ruhe zu geben, trat mit Hilfe der Bischöfe den immer eigenmächtiger werdenden Herzögen entgegen, versuchte das Reich vor den Ungarn zu schützen. Doch alles war vergeblich. Er hatte nicht das Volk auf seiner Seite, sondern nur die Kirche. Sein Gegenspieler war erst Otto von Sachsen. Und als der starb, war es dessen Sohn, Herr Heinrich, der sich wie sein Vater von seinem Volk zum Herzog wählen ließ. Beim Ting, nach altem Stammesbrauch. Das war ein glatter Verstoß gegen das herrschende Recht des Königs. Nur der durfte einen Herzog ernennen und ihm ein Lehen geben. Konrad zog gegen Heinrich ins Feld und holte sich eine blutige Nase. In deutschen Landen konnte man nur mit den Sachsen herrschen, nicht gegen sie. Das war Konrads bittere Erkenntnis. Und so war seine größte Tat wohl die, dass er auf dem Sterbebett seinen Bruder, der die Königswürde erben sollte, veranlasste, auf den Thron zu verzichten. Stattdessen schickte er ihn zum Sachsenherzog, zu Herrn Heinrich, um ihm die Krone anzutragen. Herr Heinrich saß am Vogelherd. Die Minnesänger an den mittelalterlichen Burgen und Höfen erzählten noch lange die Geschichte von Herrn Heinrich und seiner Berufung zum deutschen König, zum Gründer des Deutschen Reichs. Das Reich, das Heinrich vorfand, war im Großen und Ganzen ein recht schmaler Streifen, von der Nordsee bis zum Kamm der Alpen. Im Westen reichte das Gebiet nur stellenweise über den Rhein. Im Osten waren die Slaven rings um den Thüringer Wald vorgedrungen, hatten Elbe und Saale überschritten und sich im Maintal breitgemacht. Was zwischen den eng zusammengeschobenen Flanken lag, war nur zum Teil kultiviertes Land, umgeben von ausgedehnten Wäldern und Sümpfen. Nur am Rhein und an der Donau gab es größere Siedlungen, die noch meist aus der Römerzeit stammten. Hier wurden die Waren getauscht, Werkzeuge aller Art, Waffen und Rüstungen und feinere Kleider für die Reichen. Das Kargeleben war ständig bedroht von den Horden der verschiedenen Slavenstämme, die den Osten heimsuchten. Am schlimmsten trieben es die Ungarn. Sie kamen in größeren oder kleineren Schwärmen, drangen in Häuser und Kirchen, raubten die Vorräte und Schätze, zerstampften die Felder und töteten oder verschleppten die Einwohner, wenn diese nicht rechtzeitig in Wälder und Sümpfe geflüchtet waren. Es schien, als wären die Zeiten der Hundeneinfälle zurückgekehrt. Als Herr Heinrich gekrönt wurde, lag die Königsmacht am Boden. Stattdessen regierten die Bischöfe, und in den einzelnen Territorien hatten die Stammesherzöge das Sagen. Das führte andauernd zu Auseinandersetzungen, denn die Herzöge mussten sich gegen die Feinde von außen zur Wehr setzen und zogen oft genug auch gegeneinander ins Feld. Dazu brauchten sie Vasallen, die sie bezahlen mussten. In ihrer Not zogen sie häufig Kirchengüter ein, was dem Klerus sehr missfiel. Nein, es war eigentlich kein Reich, das der neue König Heinrich I. bei seiner Krönung vorfand. Es war mehr oder weniger eine Ansammlung von Fürstentümern, die bald miteinander, bald gegeneinander kämpften. Herr Heinrich, wie der neue König überall genannt wurde, ging gleich sehr tatkräftig zu Werke. Auf sein eigenes Volk, die Sachsen, auf die konnte er sich verlassen. Auch die Franken waren auf seiner Seite, denn der Herzog der Franken war Eberhard, der Bruder des verstorbenen Königs. Gleich zu Beginn seiner Herrschaft erteilte Herr Heinrich dem Klerus eine herbe Abfuhr. Als der Nachfolger Hathos von Mainz, Erzbischof Heriger, ihn zum König salben wollte, lehnte Heinrich I. einfach ab. Heriger drohte daraufhin. Niemand wird einen König anerkennen, der nicht gesalbt ist. Auch der König des Westfrankenreiches drüben, jenseits des Rheines, wird nicht dulden, dass hier jemand sich König nennt, der die heilige Weihe verachtet, unter die selbst Kaiser Karl sich beugte. Die Drohung verfehlte jedoch ihr Ziel. Da Herr Heinrich die Kirchenmänner brüskierte, war er ziemlich sicher, die anderen Edlen auf seiner Seite zu haben. Und der König der Westfranken, Karl der Einfältige, der hatte sich selbst einen Dorn ins Fleisch gesetzt, als er den Nordmännern Land an der Atlantikküste gegeben hatte, die heutige Normandie, und die Wikinger hatten dort sofort einen starken und blühenden Staat errichtet. Karl der Einfältige also, der hatte genug zu tun, seine eigene Krone zu behalten. Erzbischof Heriger gab sich geschlagen. Aus Rom war keine große Hilfe zu erwarten, denn auf dem Stuhl Petri herrschte ziemliches Chaos. Entschlossen festigte Herr Heinrich seine Macht gegenüber der Kirche, indem er auf frühere Gepflogenheiten zurückgriff. Die Bischöfe wurden jetzt wieder vom König eingesetzt, ihm ergebene Männer, die ihr Amt nicht mehr dazu benutzten, um in die Geschäfte des Reiches hineinzureden oder gar Unfrieden zu säen. Fast im Handumdrehen schaffte er es jetzt ohne Blutvergießen, die restlichen Stammesherzöge unter seiner Führung zu einen. In überraschend kurzer Zeit war es dem neuen König gelungen, das Reich im Inneren zu festigen. Viel größer waren die Schwierigkeiten, die ihm die Ungarn bereiteten. Ihre schnelle Reiterei galt als unbesiegbar. Sie nur einigermaßen aufzuhalten, ging schon fast über die Kräfte seiner Armee. Sie gab vernichten, zu schlagen. Daran war einstweilen noch nicht zu denken. In seiner Not unterbreitete Heinrich dem Ungarnführer ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen konnte. Für neun lange Jahre verpflichtete er sich zu einer jährlichen Tributleistung, wenn die Ungarn für diese Zeit sein Volk unbehelligt ließen. So hatte er Zeit gewonnen, die er entschlossen nutzen wollte. Er, der König, ordnete daher Folgendes an. Zum Ersten, dass allen Talben in den Gauen sofort steinerne Burgen angelegt oder vorhandene umgebaut werden sollen. Zum Zweiten, dass Städte und größere geschlossene Siedlungen mit festen steinernen Mauern zu umgeben sind. Zum Dritten, dass ein Reiterheer geschaffen werde, in dem von neun Männern immer einer ständig in der Burg wohnen soll, während seine acht Gefährten ihre Äcker bestellen, säen und ernten mögen. Zum Vierten, dass von jeder Ernte ein beträchtlicher Teil auf der Burg abzuliefern sei, sowohl zum Unterhalt der Reiter als auch zum Vorrat, wenn bei einem Überfall die Gausassen dort Zuflucht suchen müssen. Zum Fünften schließlich, dass alle Tinge, Tagsatzungen und Feste im Gau immer in den Burgen sollen begangen werden, damit das Volk sich an sie gewöhne und in ihnen heimisch werde. Es galt uns gutes Recht, dass, wer den Boden bebaut, auch das Schwert tragen darf. Nun wird bald manch einer das Schwert tragen, der Äcker nicht mehr sein Eigen nennt. Aber die Not gebietet uns, so zu handeln. Das war die Geburtsstunde der Ritter, der Armee der Panzerreiter. Landauf, landab konnten sie in Turnieren ihre Künste zur Schau stellen und dabei gegenseitig ihre Kräfte messen. Es war eine Waffe mit gewaltiger Durchschlagskraft, die da entstand, und fortan sollten als vollwertige Krieger nur noch die Panzerreiter gelten. Aber die neue Elite-Truppe war teuer. Der Wert einer Rüstung samt Pferd entsprach einem Gegenwert von 40 bis 45 Kühen. Das war der Bestand eines ganzen Dorfes. Als erstes führte Herr Heinrich sein neues Reiterheer gegen die Slaven, die mit Ungarn befreundet waren und sich oft genug auf deren Seite gestellt hatten. Mit der neuen Waffe waren die Slaven leicht zu besiegen. Dann endlich kam wieder der Tag, an dem die Abordnung der Ungarn erschien, um ihren jährlichen Tribut einzufordern. »Euer Weg war vergeblich. Die Männer meines Volkes wollen nun nichts mehr herschenken, und unser Vertrag vom Jahre 924 ist damit hinfällig geworden«, eröffnete ihnen der König. Für die Ungarn war das eine herbe Enttäuschung, hatten sie sich doch bereits an diese bequeme Art des Broterwerbs gewöhnt. Eine Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld war unausweichlich. Um die Jahreswende 933 wälzte sich ihr Zug von der Donau zum Elbetal und flutete durch Böhmen heran. Der Hunger hatte sie noch mitten im Winter aufbrechen lassen. Und als die erste strenge Kälte nachließ und sich der Winter dem Ende zuneigte, da stießen sie an die Grenzen des Reichs. Doch überall waren Burgen entstanden, uneinnehmbar für die Steppenreiter. Und die Burgen zu umgehen und sie im Rücken zu lassen, das wagten sie nicht. Sie wären zwischen zwei Fronten geraten. So teilten sie ihr her. Während der eine Teil an der Belagerung festhielt, umging der andere Teil die Befestigungsanlagen, um über das Landesinnere herzufallen. Doch statt der erwarteten Beute fanden sie nur verlassene Hofstellen, kein Vieh, nur leere Ställe und Scheunen. Enttäuschung machte sich breit. Hunger und Kälte zehrte an den Kräften. Und irgendwo in den Wäldern, da wartete Herr Heinrich mit seiner Streitmacht auf sie. Erschöpft schlagen sie ihr Nachtlager auf und postieren ihre Wachen. Noch ist der neue Tag nicht angebrochen. Da sind Sachsen und Thüringer mitten unter ihnen. In wilder Flucht rettet sich wer kann. Doch sie geben sich noch nicht geschlagen. Noch nie hatten sie einen Kampf verloren. Und jetzt, im Sattel ihrer Pferde, da sind sie wieder in ihrem Element und neuer Mut keimt auf. Das nächtliche Gemetzel, Mann gegen Mann, das war nicht ihr Kampf. Da waren sie chancenlos. Als der neue Tag anbricht, da reiten sie an. Es ist noch ihre altbewährte Kampfesweise, die sie anwenden. Welle auf Welle, den Pfeil auf dem Bogen sprengt heran, schießt, wendet und jagt zurück. Aber der Erfolg ist nicht mehr der gleiche wie früher. Von den Berghängen fliegen ihnen die Pfeile entgegen, reißen Löcher in die Angriffsfront. Getroffene, Männer wie Pferde, wälzen sich am Boden und behindern die nächsten Angriffswellen. Doch nicht genug damit. In ihrem Rücken ertönen Horn-Signale. Herrn Heinrichs neue Waffe, die Reiterei, sprengt heran. Da ist es vorbei mit den Ungarn, mit der Geißel Gottes. Wer noch fliehen kann, der sucht das Weite. Solange Heinrich König ist, werden sie nicht wiederkommen. Waffen tragen und zum Kampf ziehen ist nun ausschließlich Sache der Reiter geworden. Die Bauern können nicht ihre Felder bestellen und zugleich wirkungsvoll Krieg führen. Die Zeit der Ritter bricht jetzt an. Ihre Burgen versprechen Schutz und Zuflucht. Die Krieger müssen versorgt werden, nicht nur mit Lebensmittel, sondern auch mit Waffen, Werkzeugen, Kleidung und Hausrat aller Art. So siedeln sich rund um die Burgen Handwerker und Händler an. Städte entstehen. Es ist der Beginn einer neuen Gesellschaftsordnung. Ein Jahr nach dem großen Erfolg gegen die Ungarn kam es zum Krieg mit Dänemark. Die Dänen gehörten zu den Nordmännern, den Wikingern, die im 8., 9. und 10. Jahrhundert einen großen Einfluss auf die damalige Welt ausübten. Die begabten Seefahrer starteten von ihren skandinavischen Heimatländern aus in die ganze Welt, bis nach Kanada kamen sie. In Europa gab es kaum einen Flecken, der von den Wikingern nicht bedroht wurde. Zur Zeit Karls des Großen überfielen sie die Nordseeküste im Frühjahr und kehrten mit großer Beute im Winter heim. Die Dänen suchten hauptsächlich die englischen Küsten heim, kamen aber auch bis ins Mittelmeer. Sie fuhren auch rein aufwärts bis nach Mainz und plünderten die Dörfer der Region. Jahrhunderte später sprach man noch von der nordischen Gefahr. Das war der Feind, dem sich jetzt Herr Heinrich entgegenstellte. Im Juni des Jahres 934 zog er mit seinem neuen Ritterheer nach Norden. Die Dänen verschanzten sich hinter den festen Wellen, die sie von der Schlei bis zur Eide gebaut hatten, um jedem Feind den Zugang zu ihrer Handelsstadt Haithabu zu verwehren. Erdwelle und Holzpalisaden aber waren für Heinrichs Panzerreiter schon lange kein ernstes Hindernis mehr. Und die Dänen mussten zu ihrem Schrecken erleben, dass in kurzer Zeit nicht nur die Welle in Heinrichs Hand fehlen, sondern auch die Stadt Haithabu belagert und brannt wurde. Da gab der Dänenkönig den Kampf auf und verlegte sich aufs Verhandeln. Herr Heinrich erklärte, er habe nicht die Absicht, das Land der Dänen zu unterwerfen und das Volk sich botmäßig zu machen, aber er müsse fordern, dass die Züge der Nordmannen in sächsisches Gebiet und nach Friesland künftig hin unterblieben und er verlange zum Unterpfand dafür die Abtretung des jetzt genommenen Gebiets einschließlich der Welle und der Stadt Haithabu. Das waren harte Bedingungen für die Dänen, denn von Haithabu aus führten die Handelswege nach Friesland und dem Süden sowie die Seewege nach Schweden. Was willst du mit Haithabu, König der Deutschen? Ihr habt keine Schiffe und deine Leute sind nicht der Seefahrt kundig. Was nützt dir die Stadt am Meer, wenn du es nicht befahren kannst? Als Kompromiss wurde vereinbart, dass die Dänen ihre Stadt weiter nutzen dürften, aber gleichzeitig Sachsen in Haithabu angesiedelt werden sollten. Der Norden des Reichs blieb von jetzt an von den Einfällen der Nordmänner verschont. Herr Heinrich stand nun im 61. Lebensjahr. Sein Reich war wohl bestellt, die äußeren Feinde besiegt, die Übermacht der römischen Kirche zurückgedrängt. Die Herzöge hatten jedoch große Macht behalten und herrschten nahezu uneingeschränkt in ihren Territorien. Doch solange sie sich unter den König stellten, war das Reich stark. Eines blieb König Heinrich noch zu tun. Er musste die Nachfolge seiner Herrschaft sicherstellen. Das mag ihm so manche schwere Stunde bereitet haben. Seine Tochter Gerberga, die wusste er wohl verheiratet mit dem Herzog von Lothringen. Lothringen war damit fest ans Deutsche Reich gebunden. Aber seine vier Söhne, die mögen ihm wohl Kopfzerbrechen bereitet haben. Gerade Otto, der sein Nachfolger werden sollte, war kein Herrscher nach dem Sinn Herrn Heinrichs. Er strebte zu sehr nach Geltung. Kaiser wollte er werden, sagte er schon als Junge. Herr Heinrich soll dagegen gehalten haben, mein Sohn Otto I., du Hosenscheißer, wirst niemals Kaiser. Da stieg aus der Hose Otto der Große. So wusste man in späteren Zeiten, über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu berichten. Doch als Herr Heinrich im Jahre 936 starb, erwählten die Großen des Reiches einstimmig den 24-jährigen Otto zu seinem Nachfolger. Otto hat von seiner königlichen Würde eine sehr hohe Meinung. Er will herrschen wie Karl der Große und den Gottesstaat auf Erden wieder zum Leben erwecken. In der Karlsstadt Aachen lässt er sich vom Mainzer Erzbischof mit dem heiligen Öl salben. Die Kroninsignien werden ihm überreicht, das Schwert zum Schutz gegen alle Feinde Christi, die Armspangen, der Königsmantel sowie Zepter und Stab. Zwei Erzbischöfe setzen ihm die Krone aufs Haupt, und König Otto nimmt auf dem Marmorthron Karls des Großen Platz. Jetzt ist er König von Gottes Gnaden, gesalbt von den Vertretern des Himmels auf Erden. Ganz nah fühlt er sich seinem Vorbild, Karl dem Großen. Gleich zu Beginn seiner Regierung gründet er das Magdeburger Kloster und lässt es dem heiligen Mauritius weihen, dem Bekämpfer der Heiden. Er will nicht von den Landesherzögen abhängig sein. Er will ihre Macht brechen und allein regieren. So hat er sie bald alle gegen sich. Und im Reich herrscht Bürgerkrieg. Drei Jahre toben die Aufstände. Dann hat Otto sie alle bezwungen. Der Herzog von Franken fällt bei Andernach im Kampf, und der Herzog von Lothringen ertrinkt auf der Flucht im Rhein. Ottos Bruder Heinrich und der Erzbischof von Mainz werden gefangen gesetzt. Jetzt kann Otto über die Herzogtümer der Verschwörer verfügen. Aber die Wirren im Innern schwächen das Reich. Im Osten erheben sich die mühsam unterworfenen Slaven und durchstoßen die Grenze. Auf der anderen Seite des Reichs fallen die Westfranken und der König Ludwig im Elsass ein. Otto hat große Mühe, seine Macht zu behaupten. Der Weg zum Kaisertum und zum Gottesstaat auf Erden scheint endlos lang. Doch mit viel Glück kann er die Ruhe im Reich wiederherstellen und die Grenzen sichern. Jetzt, da seine Herrschaft weitgehend gefestigt ist, beschließt er, die Slaven zu missionieren. Und auch den Dänen will er das Heil der Kirche bringen, um sie für die Zukunft zu befrieden. Gleichzeitig beginnt er, die Machtstrukturen im Inneren des Reichs zu verändern. Er will sich die Kirche gefügig machen. Mit Neugruendungen und großzügigen Landüberschreibungen an Bistümer und Klöster sichert er sich das Recht, dort auch Bischöfe und Äbte zu ernennen oder auf die Wahl Einfluss zu nehmen. Die Treuesten aus seiner Gefolgschaft sollen diese hohen Kirchenämter bekleiden und Aufgaben der Reichsverwaltung übernehmen. Nach deren Tod werden die Ländereien wieder dem König zufallen. Dieses Reichskirchensystem wird ein Pfeiler seiner Königsmacht und erweist sich als sehr vorteilhaft für das ganze Land. Otto ist dadurch vom Wohlwollen des Adels weitgehend unabhängig, denn über die Kirche beherrscht er das Volk. Eine neue Anziehungskraft geht jetzt aus von dem gefestigten Reich der Deutschen in der Mitte Europas und seinem König Otto I. Aber er ist noch nicht Kaiser, noch nicht Otto der Große. Kaiser sein bedeutet, Beschützer der ganzen Christenheit zu sein. Kaiser sein bedeutet auch, den Stuhl des Papstes in Rom zu schützen. Kaiser sein bedeutet letztlich auch, über Italien zu herrschen. Und was sich in dem Land südlich der Alpen seit ein paar Jahrzehnten abspielte, das schrie förmlich nach einer starken, ordnenden Hand. In jener Zeit gab es noch keine Kardinäle. Der Papst wurde von der römischen Geistlichkeit und vom Volk Roms gewählt. Vom Volk, das heißt von denen, die den größten Einfluss hatten, und das war der römische Stadtadel. Für die Papstwahl war daher nicht immer ein gottesfürchtiges Leben von Bedeutung, sondern oft völlig andere Qualitäten. So trug es sich zu, dass zu Beginn des 10. Jahrhunderts nicht der Heilige Geist, sondern die Mätresse des mächtigen Markgrafen Adalbert von Toskana, Marozia, den päpstlichen Stuhl mit ihrem Liebhaber Sergius III. besetzte. Marozia gebar dem Papst einen Sohn, der später ebenfalls Papst werden sollte. Als Sergius starb, erhob Marozia ihren neuen Liebhaber, der auch ihre Schwester Theodora begattete, zum nächsten Papst, Anastasius II. Diesem folgte in kurzer Zeit Johannes X., denn das Schwesternpaar konsumierte viele Päpste. Aber Johannes X. überwarf sich mit Marozia. So ließ sie ihn gefangen setzen und ersticken. Leo VI., der ihm folgte, wurde ebenfalls nach einigen Monaten ermordet. Endlich machte Marozia ihren mit Sergius III. gezeugten Sohn Johannes XI. zum Papst. Mord und Totschlag erfüllten Rom. Einer der Feinde des Papstes bemächtigte sich desselben und ließ ihn im Gefängnis vergiften. Als römisches Hurenregiment ging die Zeit in die Geschichtsschreibung ein und der päpstliche Schriftsteller Bischof Baronius berichtete, In diesem Jahrhundert war der Gräuel der Verwüstung im Tempel und Heiligtum des Herrn zu sehen, und auf Petris Stuhl saßen die gottlosesten Menschen, nicht Päpste, sondern Ungeheuer. Wie hässlich sah die Gestalt der römischen Kirche aus, als geile und unverschämte Huren zu Rom alles regierten, mit den bischöflichen Stühlen nach Willkür schalteten und ihre Galane und Beischläfer auf Petris Stuhl setzten. Selbstredend nahm sich so mancher hohe geistliche Würdenträger ein Beispiel an den römischen Verhältnissen. Man findet unter dem Klerus nichts anderes als Üppigkeiten, liederliches Leben, Völlerei und Hurerei. Ihre Häuser haben sie ganz infam gemacht und sie in Hurenherbergen verwandelt. Tag und Nacht wird darin gesoffen, getanzt und gespielt. Ihr Bösewichte, müsst ihr die Vermächtnisse der Könige und die Almosen der Fürsten so anwenden? So klagte ein Zeitgenosse. Aber die politischen Verhältnisse in Italien waren nicht minder chaotisch. Der König der Langobarden war im Jahr 950 unverhofft verstorben und die 19-jährige Königin Adelheid war somit plötzlich Witwe geworden. Margraf Beringar von Ivrea war Herr eines Fürstentums in der westlichen Lombardei und nutzte die Stunde. Er riss die Herrschaft über die Langobarden an sich und wollte die Königin Witwe Adelheid zwingen, seinem Sohn Adalbert ihre Hand zu reichen. Damit sollte die Machtergreifung legitim gemacht werden. Als Adelheid die Verbindung mit Adalbert zurückwies, wurde sie, so der Bericht des Abtes Odilo von Cluny, unschuldig gefangen gehalten, durch vielfache Quellereien geängstigt, ihres Haarschmuckes beraubt und am Ende mit einer Dienerin in einen dunklen Kerker eingeschlossen. Die Kunde von ihrem Leiden verbreitete sich schnell im Abendland. Schließlich gelang es ihr zu fliehen. Ein Geistlicher hatte der Königin Witwe und ihrer Dienerin Männerkleidung verschafft. Unter vielen Gefahren schlugen sich die beiden Frauen durch bis in die Gegend von Mantua, wo sie ein Ritter namens Azzo auf seiner Burg am Gardasee in Sicherheit brachte. Von dort rief Adelheid die Hilfe des deutschen Königs an. Jetzt ist es soweit. König Otto muss nach Süden. Im Spätsommer 951 überquert er mit seiner Heeresmacht den Brenner und kommt durch das Etchtal nach Oberitalien. Kein Widerstand regt sich. Trient und Verona öffnen ihm die Tore. Im September rückt er in die Hauptstadt Pavia ein. Auch Mailand, die größte Stadt Oberitaliens, nimmt ihn mit offenen Armen auf. Nun, nach dem erfolgreichen Einmarsch, wirbt er um die Hand der jungen Adelheid. Welche Frau könnte einem solchen Sieger widerstehen? Noch im gleichen Jahr findet die Hochzeit statt. Mit der Heirat gewinnt der deutsche König auch die Langobardenkrone und nennt sich jetzt wie sein Vorbild Karl der Große Rex Francorum et Langobardorum. König der Franken und Langobarden. Jetzt ist Otto seinem Kaisertraum schon zum Greifen nahe. Er lässt bei Papst Agapetus II. nachfragen, ob der seinem Wunsche nach der Kaiserkrönung entsprechen wolle. Der Papst lehnt ab. Otto ist nicht in der Lage, trotz seiner Streitmacht in Italien Druck auf den Papst auszuüben, denn zu Hause im Deutschen Reich revoltiert wieder der Adel. Er muss so schnell wie möglich zurück, will er Herr im eigenen Lande bleiben. In Eilmärschen geht es über die Alpen nach Norden, dem aufsässigen Schwabenherzog entgegen. Aber es kommt noch schlimmer. Während Otto noch in blutiger Schlacht den Sieg erkämpft, kommt es im Osten des Reiches zum nächsten Aufstand. Es sind die Slaven, die sich gegen seine Herrschaft und die Christianisierung auflehnen. Entschlossen wirft er seine Streitmacht nach Osten. Die Slaven sind noch nicht besiegt, da fallen die Ungarn in Bayern ein. Sie überqueren den Lech und versuchen Augsburg zu nehmen. Die Augsburger wehren sich verbissen, wollen nicht kapitulieren. Obwohl die Stadt nur von einer einfachen Mauer umgeben ist, halten die Verteidiger unter Bischof Ulrich mehrere Wochen lang dem Feind stand. Doch mit jedem Tag wird die Lage aussichtsloser. Auf die Nachricht vom Ungarn-Einfall übergibt Otto I. den Befehl über die an der Elbe stehende Streitmacht, dem Markgrafen Gero. Er soll sich allein mit den Slaven schlagen. Mit einem Teil der Truppe hastet der König über Weißenburg an der Altmühl und Donauwörth in Richtung Augsburg. Am 9. August schlägt er nicht weit von der belagerten Stadt entfernt sein Lager auf und sammelt in aller Eile Bayern und Schwaben, Franken und Böhmen unter sein Banner. Als die Ungarn durch Spähtrupps von der Ankunft der deutschen Streitmacht erfahren, geben sie die Belagerung von Augsburg auf und beziehen Schlachtordnung am linken Lechufer. Am Morgen des 10. August rückten die Deutschen unter dem Banner des heiligen Michael auf beschwerlichem und unebenem Gelände dem Feind entgegen. Nur rund 8000 Mann sind sie stark. Doch es sind schwer gerüstete Panzerreiter. Die Ungarn greifen mit schnellen, berittenen Bogenschützen an. Ein Teil von ihnen umgeht das Heer Ottos in weitem Bogen, fällt mit gellendem Geschrei überraschend den Tross an und verursacht erhebliche Verwirrung. Erst Konrad der Rote, im Jahre zuvor noch Rebell gegen den König, kann mit seinem fränkischen Aufgebot die Ordnung wiederherstellen. Jetzt stürmen die Deutschen mit Vehemenz gegen die Reihen der Ungarn. Mehrere Stunden wird erbittert und blutig gekämpft. Gegen Abend ist der Sieg errungen, das feindliche Heer in dem Lech getrieben. Da die Flussufer sehr steil sind, werden die Ungarn fast vollständig aufgerieben. In dieser Schlacht hat sich Otto seinen Beinamen der Große erworben. Jetzt hat er auch das Volk auf seiner Seite, und seine Herrschaft ist jetzt endgültig gefestigt. Die Ungarn werden nicht wiederkommen. Der Jubel des deutschen Heeres war nicht ungetrübt. Viele Kampfgefährten waren gefallen. Unter ihnen auch Konrad der Rote, der so viel zum Sieg beigetragen hatte. Als der Ausgang der Schlacht schon abzusehen war, hatte Konrad wegen des heißen Tages die Helmbänder geöffnet. Zu früh. Ein Pfeil drang durch seine Kehle. Nach der Schlacht auf dem Lechfeld zog Otto sofort wieder an die Elbfront gegen die Slaven. Die boten freiwillig Tributzahlungen an, wollten aber ihre Selbstständigkeit behalten. Otto der Große wollte sie jedoch als Teil seines christlichen Reiches. Der Sieg blieb ihm treu. Gleich in der ersten Schlacht unterlagen die Slaven unter Fürst Stoynef. Sein Kopf wurde auf eine Lanze gesteckt und auf freiem Feld zur Schau gestellt. Seinem Berater stachen die Sieger die Augen aus, schnitten ihm die Zunge ab und ließen ihn zwischen den Leichen auf dem Schlachtfeld liegen. Keine sehr christliche Tat. Das deutsche Reich Otto des Großen war endlich innerlich gefestigt. Jetzt war die Zeit, sich seinem Kaisertraum zu widmen. Nach der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn hatte er vorsorglich schon mal die Kaiserkrone in Auftrag gegeben. Das himmlische Jerusalem sollte sie symbolisieren, denn das heilige römische Reich war das Abbild des himmlischen Gottesreichs und hatte damit weltweite Geltung. Die Krone ist heute noch in der Wiener Hofburg zu sehen. Während die Besten der Goldschmiedekunst an Ottos Kaiserkrone arbeiteten, bestieg am 16. Dezember 955 in Rom ein neuer Papst den Petrusstuhl, Johannes der Zwölfte. Johannes der Zwölfte hieß zuvor Oktavian. Er war erst 19 Jahre alt und kein Geistlicher. Seine Großmutter war jene lebenslustige und einflussreiche Geliebte mehrerer päpstlicher Vorgänger Marozia, Geliebte auch des Markgrafen von Toskana. Johannes verkaufte Bistümer und Kirchenämter an den Meistbietenden und gab ungeheure Summen aus für Pferde und Hunde. Pferde hielt er nicht weniger als 2000, und diese durften nur mit Pistazien, Rosinen, Mandeln und Feigen gefüttert werden, die vorher in gutem Wein eingeweicht worden waren. Guter Hafer und Heu wäre ihnen wahrscheinlich lieber gewesen. Unter seiner Regierung ging es recht lustig zu. Man lachte und tanzte in der Kirche und sang dazu sehr ungeistliche Lieder. Der päpstliche Palast wurde von Johannes dem Zwölften in einen Harem verwandelt. Kein Weib war so keck, sich sehen zu lassen, denn Johannes notzüchtigte alles, Mädchen, Frauen und Witwen, selbst über den Gräbern der heiligen Apostel. So schrieb über ihn der Bischof von Cremona, Luitbrandt. Es versteht sich von selbst, dass diese Art zu leben nicht ganz billig war. Papst Johannes der Zwölfte sann auf Abhilfe und fand eine sehr ergiebige Geldquelle, die Dispensations- und Absolutionsgelder. Wollte jemand trotz mangelnden Alterspriester werden, so kostete das sechs Dukaten. Große Summen brachte auch die Erlaubnis, das Fasten zu umgehen. Eine weitere Einnahmequelle war die Erlaubnis zur Ehe zwischen Blutsverwandten. Wenn man bedenkt, dass bis zum 14. Verwandtschaftsgrad jede eheliche Verbindung per Kirchengesetz verboten war, dann musste nahezu jeder Heiratswillige diese Taxe entrichten, denn in ländlichen Gebieten war dann fast jeder mit jedem verwandt. Das war der Papst, der Otto den Großen zum Kaiser krönen sollte. Fast neun Jahre waren seit König Ottos Italienreise und seiner Heirat mit Adelheit vergangen. Aus dem Süden kamen jetzt zunehmend Klagen über den Lehnskönig, den Otto über die Langobarden eingesetzt hatte. Spoleto in Mittelitalien hatte dieser erobert und bedrohte jetzt auch Rom. Papst Johannes der Zwölfte sowie Bischöfe und Adelige in Nord- und Mittelitalien riefen Otto um Hilfe. Otto der Große war bereit, die Kaiserkrone fertiggestellt. Seinen siebenjährigen Sohn Otto den Zweiten ließ er in Aachen zum König krönen und übergab dem Erzbischof von Mainz die Vormundschaft sowie die Regentschaft im Reich. Dann brach er im Herbst 961 mit einem Heer und seiner Gemahlin nach Italien auf. Sein Lehnskönig dachte nicht daran, sich einem Kampf zu stellen. Er zog sich stattdessen in seine Festungen zurück. Und Otto der Große dachte nicht daran, ihn dort zu belagern. Er hatte anderes im Sinn. Der Mönch Adalbert von Trier berichtet, 961 feierte der König Weihnachten in Pavia. Dann zog er weiter, war zu Rom günstig aufgenommen und unter dem Zuruf des ganzen römischen Volkes und der Geistlichkeit von dem Papst Johannes am Lichtmesstag 962 zum Kaiser und Augustus ernannt und eingesetzt. Der Papst hielt ihn auch mit vieler Herzlichkeit bei sich und versprach Zeit seines Lebens, wolle er nicht von ihm abfallen. Jetzt war Otto endlich Kaiser, Beschützer der Christenheit. Papst und Kirche waren ihm untertan. Jetzt saß er auf dem Thron Karls des Großen. Im Privilegium Ottonianum vom 13. Februar 962 bestätigte Otto, nunmehr Schutzherr der Stadt Rom, den päpstlichen Besitz, das heißt, alle von König Pippin und Kaiser Karl dem Großen gemachten Schenkungen. Ausdrücklich bekundete Otto, dass er sein Kaisertum als Erneuerung und Fortsetzung der kaholingischen Tradition verstehe. Das muss dem Papst wohl Sorge bereitet haben, denn Kaiser Karl der Große verstand sich als der Vertreter Gottes auf Erden und hatte den Papst nur Stellvertreter Christi sein lassen. Doch das päpstliche Dogma lautete inzwischen, kein weltlicher Herrscher dürfte über dem Papst stehen. Kaiser Otto der Große verließ Rom, um den Widerstand seines Lehenkönigs im Langobardenreich endgültig zu brechen. Doch während er noch dessen feste Plätze belagerte, schickte Papst Johannes XII. seine Sendboten in das byzantinische Kaiserreich und zu den Ungarn, um sie gegen Otto den Großen zu mobilisieren. Das wurde dem neuen Kaiser doch zu bunt. Er kehrte zurück nach Rom, berief ein Konzil ein, und angeblich erfuhr er erst hier höchst unheilige Dinge über den Heiligen Vater. Die achtungswertesten Bischöfe traten gegen Johannes XII. als Ankläger auf. Einer sagte, dass er gesehen habe, wie der Papst einen im Pferdestall zum Bischof ordinierte. Andere bewiesen, dass er Bischofsstellen für Geld verkaufte und dass er einen zehnjährigen Knaben zum Bischof von Lodi gemacht habe. Man beschuldigte ihn ferner des unzüchtigen Lebenswandels, dass er den Kardinal Subdiakonus kastriert, mehrere Häuser in Brand gesteckt, beim Wein auf des Teufels Gesundheit getrunken und beim Würfelspiel oftmals Venus und Jupiter angerufen habe. Nachdem die Synode feierlichst die Wahrheit dieser Aussagen beschworen hatte, bat sie den Kaiser, den Papst trotz aller Beweise nicht ungehört zu verdammen. Johannes wurde dazu beordert, aber statt seiner kam ein Brief, in welchem er schrieb, »Wir hören, dass ihr einen anderen Papst wählen wollt. Ist das eure Absicht? So exkommuniziere ich euch alle im Namen des Allmächtigen Gottes, damit ihr außer Stand gesetzet werdet, weder einen Papst zu verdammen, noch eine Messe zu halten.« Nun machte Kaiser Otto nicht sehr viel Umstände mit dem liederlichen Papst, setzte ihn ab und den von Volk, Adel und Geistlichkeit erwählten Leo VIII. an seine Stelle. Johannes hatte sich in der Zwischenzeit mit den Schätzen der Peterskirche davon gemacht. Kaum war Kaiser Otto mit seinen deutschen Rittern wieder abgezogen, da verlangten die römischen Damen nach ihrem Liebling Johannes und wussten es durch ihre einflussreichen Gatten dahin zu bringen, dass er wieder im Triumph nach Rom zurückgeholt wurde. Dem neu gewählten Papst Leo gelang es zu entkommen, aber mehrere seiner Freunde fielen Johannes in die Hände, der sie schändlich verstümmeln ließ, neben anderen der Bischof von Speyer, Ottgar. Er wurde so lange gepeitscht, bis er tot war. Der heilige Vater, Johannes XII., genoss aber die neue Herrlichkeit nicht lange. Er entführte eine schöne Frau, wurde von dem Manne derselben auf frischer Tat ertappt und totgeschlagen. Ein seltsamer Tod für den Stadthalter Christi auf Erden. Otto kehrte Italien den Rücken, auch wenn es auf dem Papstthron immer noch drunter und drüber ging. Er war jetzt endlich Kaiser von Gottes Gnaden und auf der Höhe seiner Macht. Den größten Teil von Italien beherrschte er, und sein Reichskirchensystem hatte sich als vortreffliches Instrument seiner Macht erwiesen. Er konnte Bischöfe und Äbte ernennen und wieder absetzen. Damit war auch die Kirche seinem Einfluss unterworfen. Er saß auf dem Thron Karls des Großen, auch wenn sein Reich nicht ganz so groß geworden war. Doch sein Aufenthalt in Deutschland dauerte nur ein Jahr. Die chaotischen Zustände in Rom forderten erneut seine Anwesenheit. Auf dem Stuhl Petri saß jetzt Johannes XIII. Bereits im Jahr seiner Ernennung wurde er von den Römern davongejagt und rief jetzt nach Ottos Hilfe. Also brach der Kaiser wieder nach Italien auf. Diesmal nahm er seinen Sohn mit auf die Reise. Papst Johannes XIII. sollte die kaiserliche Hilfe gleich ordentlich bezahlen und seinen Sohn zum Mitkaiser salben, damit die Thronfolge unumstößlich sei. Schon auf die Kunde vom Herannahen des kaiserlichen Heeres beriefen die Römer Johannes XIII., als sei nichts gewesen, auf den Papstthron zurück. Und am Weihnachtstag 967 krönte der Papst Ottos elfjährigen Sohn zum Kaiser Otto II. Otto der Große beschloss, in Italien zu bleiben, um auch in diesem Teil seines Reiches Ordnung zu schaffen und die Anerkennung seiner Kaiserwürde durch Byzanz zu erzwingen. Unter Italien war immer noch Teil des Byzantinischen Reichs und dessen Kaiser in Konstantinopel sah sich auch als Beschütze der Christenheit, auch wenn er bisher nicht viel unternommen hatte, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Aber er war der rechtmäßige Erbe des Römischen Imperiums, nicht der Papst oder der neue Kaiser des Germanenreichs, Otto der Große. Es folgten Feldzüge gegen die byzantinischen Besitzungen in Unteritalien und immer wieder Verhandlungen. Dann war es soweit. 972 wurde der Zwist endlich beigelegt, durch eine Hochzeit. Die byzantinische Prinzessin Theophanu reichte dem deutschen Kaisersohn Otto II. ihre Hand. Dass Theophanu in Wirklichkeit keine Prinzessin, sondern nur die Nichte des Kaisers in Konstantinopel war, das brauchte in der Heimat ja keiner zu wissen. Wichtig war das Prestige und dass durch diese Heirat das deutsche Kaisertum endlich von den byzantinischen Herrschern anerkannt wurde. Das war ein gewaltiger politischer Erfolg. Das hatte nicht einmal Karl der Große zu Wege gebracht. Als im August 972 Kaiser Otto der Große nach Deutschland zurückkehrte, war er auf dem Gipfel seiner Macht. Seinen Ruhm konnte er allerdings nicht mehr lange genießen. Er starb bereits ein Jahr später. Von den zeitgenössischen Geschichtsschreibern wurde er als Haupt der Welt gepriesen, als von Gott erwählter mächtigster Herrscher und Beschützer des christlichen Abendlandes. Er hatte den Gottesstaat auf Erden nach dem Vorbild Kaiser Karls wiedererstehen lassen und die römische Kirche noch einmal unter seiner Herrschaft gezwungen. Doch wie lange werden sich die Päpste in Rom das gefallen lassen, unter den Herrschern der Welt nur die zweite Geige zu spielen? Im Moment war daran nichts zu ändern. Das Reichskirchensystem Ottos des Großen war ein starkes Bollwerk gegen die Allmacht des Oberhirten in Rom. Also begnügten sich die Nachfolger Petri einstweilen damit, dem Satan das Leben recht schwer zu machen und die Sünde aus der Welt der Gläubigen zu schaffen. Wer in der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern seiner Frau beiwohnt, muss ein Jahr Buße tun oder 16 Solidos an die Kirche bezahlen oder unter die Armen verteilen. Tut er es in Besoffenheit und zufällig, so darf er nur 40 Tage Buße tun. Jeder muss sich vor Empfang des Abendmahls der Frau sieben Tage enthalten. Der Verehelichte, der sich von der sichtbaren Empfängnis bis zur Geburt des Kindes von der Frau nicht enthält, muss, wenn ein Sohn geboren wird, 30 Tage, wenn eine Tochter geboren wird, 40 Tage Buße tun. Derlei Vorschriften gab es eine ganze Menge. Buße tun, das hieß Opfern, Fasten und Beten. Nein, es war nicht leicht, nach den Regeln des christlichen Gottes zu leben. Überall lauerte die Versuchung, die Sünde, das Böse, Satan. Die ganze Welt war Teufelswerk. Fratzen Luzifers waren die alten Götter, an die man seit Menschengedenken geglaubt hatte. Die Kirche, uralte, heilige Bräuche waren Hexenkünste, und leider gab es noch genug Volk, das daran festhielt. Hebammen waren sehr bewandert in der Kunst des Heilens, und ihr Wissen über die Kräuter wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Beim Pflücken war es wichtig, die richtigen magischen Worte zu murmeln, damit das Kraut später auch seine volle Wirkung entfalten konnte. Die Kirche verbot das Sammeln der Kräuter nicht, aber es musste unter Gebeten erfolgen, und mit Nachdruck verurteilte sie, dass anstelle des Credo oder des Pater Noster abscheuliche Zaubersprüche angewandt wurden. Eine große Menge verbrecherischer Frauen haben sich dem Teufel ergeben. Auf dem Rücken von Tieren durchqueren sie in der Luft riesige Entfernungen, um sich an dem Orte zu versammeln, wo der Hexensabbat stattfindet. Dort dienen sie in bestimmten Nächten der heidnischen Göttin Diana als ihrer Herrin. Ach, dass sie doch die einzigen Opfer ihres Wahns wären und nicht noch viele andere auf den Weg des Verderbens zerren würden. Eine unglaubliche Anzahl von Menschen lässt sich nämlich von ihrem Lug und Trug verführen und hält all das für wahr. In diesem Wahn weichen sie sogar vom rechten Glauben ab und verfallen in den heidnischen Irrtum, es gäbe irgendwelche Götter und höhere Mächte außer dem einzigen Gott. In Wirklichkeit tritt doch der Teufel immerzu in anderer Gestalt und Verkleidung auf und täuscht so ein ihm verfallenes, schwaches Gemüt mit mancherlei Bildern. Einstweilen begnügte sich die Geistlichkeit in den meisten Fällen noch damit, die so vom Satan verführten, von der Kanzel herab auf den rechten Weg zu bringen. Aber es war höchste Zeit, Buße zu tun. Das Jahrtausend ging zu Ende. Ein Fieber banger Hoffnungen, Furcht und Erwartungen begann sich der Menschen zu bemächtigen. Augustinus hatte gelehrt, dass mit der Geburt Christi das tausendjährige Reich begonnen hätte. Jetzt gingen die tausend Jahre zu Ende. Stand die Wiederkunft Christi unmittelbar bevor? Im Jahr 999 erfasste viele Christen Todesangst. Sie ließen ihre Äcker unbestellt und spendeten große Summen der Kirche. Viele pilgerten nach Rom. Andere glaubten, nach der Offenbarung der Heiligen Schrift müsse der Wiederkunft Christi die Herrschaft des Antichrist vorausgehen. Die müsse mit dem Jahre tausend anbrechen. Hat nicht gerade jetzt, so kurz vor der Zeitenwende, ein Mann den Papstthron bestiegen, von dem alle Welt behauptet, er stünde im Bündnis mit dunklen Mächten, begünstige die Wissenschaften und dergleichen Teufeleien. Dabei ist doch die Heilige Schrift die einzige Wahrheit. Alles andere muss Teufelswerk sein. Papst Silvester II. trieb eifrig Mathematik und hatte die arabischen Ziffern eingeführt. Man erzählt sich, der Teufel selbst habe ihm die Papstwürde verheißen und versprochen, ihn nicht eher zu holen, als bis er in Jerusalem Messe lesen würde. Dazu besteht freilich wenig Hoffnung, denn diese Stadt ist von den Sarazenen besetzt. Und Silvester II. glaubte daher, die Bedingung eingehen zu können. Als mit dem Anbruch des neuen Jahrtausends nichts geschah, atmete man auf und erinnerte sich an die Bibelworte. »Den Tag und die Stunde kennt niemand, nicht einmal die Engel des Himmels.« Doch drei Jahre später sollte Papst Silvester sein Schicksal ereilen. Es gab nämlich in Rom eine Kapelle, welche den Namen Jerusalem führte. Hier las der Papst eine Messe, ohne an den Namen zu denken, und der Teufel holte ihn, gewissenhafterweise. Silvesters Grab hat lange geschwitzt und seine Gebeine rasselten schrecklich. Das Leben der Menschen begann sich allmählich zu verändern. War es der Beginn des neuen Jahrtausends, in dem viele einen Neuanfang sahen? Ein burgundischer Mönch berichtet. Als das dritte Jahr, nachdem Jahrtausend ins Land zog, wurden fast auf der ganzen Erde, vornehmlich aber in Italien und Gallien, die Kirchen umgebaut. Nicht etwa wegen Baufälligkeit. Die meisten waren sogar recht gut erhalten, sondern weil jede christliche Gemeinde, von glühendem Wetteifer erfasst, eine noch prächtigere besitzen wollte als die Nachbargemeinden. Es war geradezu, als schüttle die Welt ihr Alter ab und legte allenthalben einen weißen Mantel von Kirchen an. Damals wurden fast sämtliche Kirchen der Bischofssitze, die den verschiedenen heiligen geweihten Klosterkirchen, ja selbst die Dorfkirchlein, von den Gläubigen schöner wieder aufgebaut. Diese rege Bautätigkeit war teuer, aber die Jahrtausendwende hatte der Kirche durch die Spenden der Gläubigen solche Reichtümer beschert, dass sie sich den Kirchenbau gut leisten konnte. Es wird angenommen, dass zu dieser Zeit in Deutschland rund die Hälfte des Grund und Bodens Eigentum der Kirche war. Ungarn- und Normanneneinfälle gehörten scheinbar der Vergangenheit an, die Bevölkerung war kräftig gewachsen und die Orte um Burgen und Klöster wurden schnell größer und gaben gute Verdienstmöglichkeiten für ein aufstrebendes Handwerk. Verstärkt setzte jetzt auch der Handel mit Waren aller Art ein. Es arbeiteten nicht mehr alle Menschen auf dem Feld. Die Erträge waren durch die Einführung der Dreifelderwirtschaft mit ihrem Fruchtwechsel deutlich besser geworden. Und neuerdings konnte man schon Pflüge mit Rädern säen, die sich viel tiefer in den Boden gruben. Die Zugtiere schafften das ohne Mühe, denn es waren auch neue Zuggeschirre erfunden worden, die die Kraft der Tiere besser nutzten, das Kummet für die Pferde und das Stirnjoch für die Rinder. Verstärkt wurde jetzt auch die Kraft des Wassers genutzt, nicht nur zum Kornmalen, sondern neuerdings auch zum Walken der Wollstoffe. Wassergetriebene Hammerwerke für die Eisenverarbeitung waren die allerneueste Errungenschaft. In den Gelehrtenstuben jener Zeit, das waren die Klöster, las man jetzt neuerdings Cicero und Aristoteles, und mancher Kirchenmann schätzte die antiken Dichter höher als das Christentum. Südlich der Alpen soll es von diesen Leuten noch mehr gegeben haben, die aber häufig durch Schwert und Feuer ihr Ende fanden. Besonders in den wirtschaftlich besser entwickelten Regionen tauchten jetzt immer wieder so unglaubliche Ansichten wie diese auf, dass nicht die göttliche Vorsehung, sondern der Zufall die Welt regiere. In der Diözese Utrecht ermahnte der Priester, den Dorfältesten doch zur Kommunion zu gehen. Ihm sei ein Krug voll Bier lieber als der Kelch des Herrn, gab der zur Antwort. Und so blieb die Kirche leer, weil auch die übrigen Dorfbewohner der gleichen Meinung waren. Das war Rebellion gegen Gott. Warnungen, dass literarische Bildung zu jener Dummheit anleite, die in eitler Ruhmsucht bestehe, und dass Beretsamkeit und Philosophie zu Arroganz verführe, fruchteten wenig. Auch der Hinweis auf die Einfachheit der galiläischen Fischer, die Christus gefolgt waren, konnten den neuen Unglauben nicht aus der Welt schaffen. Die menschliche Seele ist nichts. Sie verschwindet mit dem letzten Atemzug. Das hatte der Mönch Alpert von Metz gehört, von Wirtshausgängern. Wie kamen solch gotteslästerliche Behauptungen in die Welt? Entsprangen sie den Werken der antiken Philosophen? Oder spielte die Enttäuschung mit, dass zur Jahrtausendwende weder der erwartete Christus noch der Antichrist erschienen waren? Es war eine eigenartige Situation. Auf der einen Seite wuchsen als Zeichen einer neuen Frömmigkeit überall die romanischen Kirchen aus dem Boden, auf der anderen Seite wucherte dazwischen das Unkraut des Unglaubens, der Heresie. Es musste etwas geschehen. Die Kirche hatte deutlich an Glaubwürdigkeit verloren und die Päpste an Macht und Ansehen. Papst Benedikt IX., nach den Aussagen vieler seiner Zeitgenossen ein verkommener Jüngling, hatte es sich mit den Römern verdorben. Bevor er davon gejagt wurde, verkaufte er sein Amt an den ehrwürdigen Gregor VI. gegen klingende Münze. Die Römer aber wählten gleichzeitig Silvester III. zum Papst. Während sich nun Silvester III. mit Gregor VI. darum stritt, wem denn nun eigentlich der päpstliche Thron gehören solle, tauchte Benedikt IX. wieder auf, wollte den Verkauf seines Amtes wieder rückgängig machen und den Petrus-Thron erneut besteigen. Das waren unhaltbare Zustände. Der deutsche König musste einschreiten. Es war Heinrich III. Und er kam aus dem Geschlecht der Salier, nachdem die ottonische Linie erloschen war. Heinrich III. war noch nicht zum Kaiser geseibt wie seine Vorgänger, aber seit Otto dem Großen verstand sich jeder deutsche Herrscher als Beschützer der Christenheit. Im September 1046 zog Heinrich III. mit seinem Heer über die Alpen nach Süden, entschlossen, dem päpstlichen Spuk ein Ende zu bereiten. Seine erste Station Pavia. In einer Synode lässt er den Beschluss fassen, den Handel mit kirchlichen Ämtern zu verbieten. Weiter geht es Richtung Süden. Kurz vor Rom beruft er die nächste Synode ein. Die Rechtmäßigkeit des Pontifikats der drei Päpste wird überprüft. Da dankt Gregor VI. freiwillig ab. Silvester III. wird seines Amtes enthoben. In Rom dann die dritte Synode. Auch Benedikt IX. wird abgesetzt. Heinrich III. schlägt Bischof Suidger von Bamberg als Clemens II. zum Papst vor. Dem wird auch sofort zugestimmt und zum Weihnachtsfest salbt der neue Papst, Heinrich III. zum Kaiser. Doch die Päpste jener Zeit hatten ein gar kurzes Leben. Es dauerte kein Jahr und Clemens II. war tot. Vergiftet, wie man vor einigen Jahren an den Gebeinen des Toten feststellen konnte. Nun schlug Heinrich III. den Bischof Poppo von Brixen vor. Als Papst Damasus II. lebte er ganze 23 Tage. Kaum ein Bischof hatte nun noch große Lust, als Papstkandidat nach Rom zu gehen. Doch nun wandten sich die Römer selbst an Kaiser Heinrich III. mit der Bitte um einen neuen Papstvorschlag. Des Kaisers Wahl fiel auf Bischof Bruno von Thul. Der war gar nicht besonders begeistert von der Aussicht, Papst zu werden. Er war aber ein fetter Kaiser Heinrich III. und so konnte er nicht gut ablehnen. Nach einigen Monaten Bedenkzeit stimmte er zu und wurde Papst Leo IX. Leos Amtszeit wehrte immerhin fünf Jahre und er nutzte die Zeit. Vehement ging er gegen den Handel mit Kirchenämtern, auch Simonie genannt, vor. Er hielt feierliche Gottesdienste ab und konnte als glänzender Redner die Gläubigen begeistern. Auf einmal wurde der Papst für die Massen des Volkes ein unmittelbares Erlebnis und belebte überall, wo er hinkam, den Glauben an seine heilige Sendung. Zum Ratgeber erwählte sich Papst Leo IX. einen kleinen, braunen, ungewöhnlich hässlichen Mönch mit Namen Hildebrandt, den er alsbald zum Subdiakon beförderte. Hildebrandt wurde schnell zur grauen Eminenz, zur verborgenen Seele aller päpstlichen Maßnahmen. Als Leo IX. am 19. April 1054 starb, war es Subdiakon Hildebrandt, der zum Kaiser nach Deutschland reiste und sich dessen Ängsten vertrauten, den Bischof Gebhardt von Eichstädt als Kandidaten für die Papstwahl erbart. Nur widerstrebend entsprach der Kaiser dem Wunsche Hildebrandts und Bischof Gebhardt von Eichstädt wurde Papst Viktor II. Der 5. Oktober 1056 ist ein Datum, das kaum in irgendeinem Geschichtsbuch große Erwähnung findet. Und dennoch geschieht an diesem Tag etwas, dass das Machtverhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum völlig verändern wird. Im Alter von nur 38 Jahren stirbt Kaiser Heinrich III. Sein Sohn Heinrich IV. soll die Nachfolge antreten, doch der ist noch keine sechs Jahre alt. Also übernimmt des Kaisers Witwe Agnes die Regentschaft für ihr Kind. Papst Viktor II., der frühere Vertraute und Berater des verstorbenen Kaisers, eilt ihr zu Hilfe, denn sie ist im Ränkespiel um die Macht keineswegs gewachsen. Doch hinter Papst Viktor II. zieht bereits ein anderer die Fäden, Subdiakon Hildebrandt. Als im folgenden Jahr auch Papst Viktor II. stirbt, ist es wieder Hildebrandt, der die Papstwahl entscheidend beeinflusst. Dem Aufschwung des Papsttums zu neuen Höhen steht jetzt nichts mehr im Wege. Ziel ist die unbedingte Herrschaft der geistlichen Gewalt über die weltliche. Und Subdiakon Hildebrandt ist der Stratege hinter den Kulissen. Zuerst muss die Wahl des Papstes dem Einfluss weltlicher Herrscher entzogen werden. Dass ein Kaiser wie der verblichene Heinrich III. drei Päpste absetzen konnte und vier Päpste intronisieren, das durfte es nicht mehr geben. Den Papst zu erwählen, das wird von nun an Aufgabe der Kardinäle, die einen aus ihrer Mitte zum Oberhirten annennen. Natürlich wird Hildebrandt jetzt Kardinal. Ob die folgende Begebenheit auch dem Einfluss Hildebrandts zuzurechnen ist, muss offen bleiben. Hauptdrahtzieher war jedenfalls ein Erzbischof, nämlich Anno von Köln. Die Bischöfe Günther von Bamberg und Egbert von Braunschweig waren mit von der Partie, ebenso wie einige deutsche Herzöge. Es war ein Anschlag auf den mittlerweile elfjährigen Thronfolger Heinrich IV. Das Pfingstfest im Jahr 1062 verbrachte die Kaiserin mit ihrem Sohn auf der Rheininsel Kaiserswerth bei Düsseldorf. Vor den Augen seiner hilflosen Mutter wurde der junge Thronfolger auf ein bereitgehaltenes Schiff gelockt und entführt. Heinrich versuchte sich durch einen Sprung in die Fluten des Rheins zu retten, doch des Erzbischofs Männer fischten ihn wieder heraus und brachten ihn nach Köln. Erzbischof Anno setzte anschließend auf einer Reichsversammlung den Beschluss durch, dass immer derjenige der Verwalter der Krone sein solle, in dessen Gebiet sich der junge Herrscher gerade aufhielte. Agnes, die Mutter des Thronfolgers, gab auf. Sie ging in ein römisches Kloster. Während in Rom Kardinal Hildebrand die päpstliche Politik beherrschte, regierte Erzbischof Anno von Köln jetzt das Kaiserreich. Dass das Papsttum nun die Oberhand über das Kaisertum gewann, ist nicht verwunderlich. Im heranwachsenden Heinrich IV. muss die erzwungene kirchliche Bevormundung eine Rebellion ausgelöst haben. Sein Vater Heinrich III. hatte noch die Macht, Päpste einzusetzen oder nach Belieben auch absetzen zu können. Er, Heinrich IV., war ein Gefangener der Kirche, ohnmächtig sogar den Bischöfen gegenüber. Im 15. Lebensjahr mündig erklärt, trat König Heinrich IV. im März 1065 die Regierung des Reiches an. So recht und schlecht, wie man das von einem Heranwachsenden seines Alters erwarten konnte. Ohne die Hausmacht eines eigenen Herzogtums war er dem Wohlwollen der geistlichen und weltlichen Landesfürsten ausgeliefert. Und die machten ihm das Regieren ziemlich schwer, mussten sie doch um ihre eigenen Vorrechte fürchten, wenn sie den König stärkten. Während Heinrich noch darum kämpfte, seine Macht zu festigen, wurde im Jahr 1073 in Rom ein neuer Papst gewählt. Es wird niemanden wundern, dass es gerade jener kleine, braune, ungewöhnlich hässliche Mönch mit Namen Hildebrandt war, der als Papst Gregor VII. den Stuhl des Oberhirten bestieg. Die Aussichten Gregors VII. als Weltherrscher in die Geschichte einzugehen, waren nicht schlecht. Das Reichskirchensystem Otto des Großen hatte überall im Reich mächtige Kirchenfürsten entstehen lassen, die von einem noch mächtigeren Kaiser eingesetzt und auch abgesetzt werden konnten. Viele Regierungsämter waren von Kirchenmännern besetzt. Die Rechtsprechung lag meist in den Händen der Bischöfe. Jetzt gab es keine Kaisermacht mehr, nur noch den jungen König Heinrich IV., der verzweifelt um seine Anerkennung kämpfte. Jetzt lag die ganze Macht bei ihm, Papst Gregor VII. Dass sein Anspruch auf die völlige Herrschaft über die gesamte Christenheit, ja, über die ganze Welt außer Frage stand, das sollten wieder einmal die Urkunden und Briefe der allerersten Bischöfe Roms die sogenannten Pseudo-Isidorischen Dekretalen beweisen, bekanntlich Fälschungen aus der Feder päpstlicher Schreiber des 9. Jahrhunderts. Nach Gregors Grundsatz war der Papst der Stadthalter Gottes. Gott hatte ihm die ganze Welt zu Lehen gegeben. Daraus folgte, dass alle weltlichen Herrscher ihren Besitz nur als Lehen aus den Händen des Papstes empfangen könnten. Jeder Herrscher, der dem nicht entsprechen wollte, wurde mit dem Bann bedroht. In seinen Kanzleigrundsätzen, Dictatus Pape, offenbarte er den neuen Kurs der Kirche. Quod Romana Ecclesia a solo domino sit fundata, dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden ist. Quod Solus Romanus Pontifex, jure dikator universalis, dass allein der römische Bischof mit Recht weltumfassend genannt wird. Quod Ille Solus Posset, deponere episkopus vel reconquiliare, dass allein er Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann, dass alle Fürsten allein des Papstes Füße küssen, dass allein sein Name in den Kirchen genannt wird, dass dieser Name einzigartig ist auf der Welt, dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen, dass sein Urteilsbruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann, dass er von niemandem gerichtet werden darf, dass niemand es wage, denjenigen zu verurteilen, der an den apostolischen Stuhl appelliert, dass die wichtigen Streitfragen jeder Kirche an ihn übertragen werden müssen, dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird, dass der römische Bischof, falls er kanonisch eingesetzt ist, durch die Verdienste des heiligen Petrus unzweifelhaft heilig wird, nach dem Zeugnis des heiligen Bischofs Enodius von Pavia, dem viele heilige Väter beistimmen, wie aus den Dekreten des heiligen Papstes Symmachus hervorgeht. Zur Ausführung seiner ehrgeizigen Pläne hielt es Gregor VII. für nötig, die Geistlichkeit von allen Banden zu trennen, durch welche sie mit der bürgerlichen Gesellschaft und mit dem Staate verbunden war. Sie sollte kein anderes Interesse als das der Kirche haben und dieser mit Leib und Seele angehören. Da Familienbande die fesselndsten und einflussreichsten Bande von allen sind, so unternahm er es, um jeden Preis die Ehe bei Geistlichen auszurotten. Dass im Hintergrund noch andere Beweggründe eine Rolle spielten, zeigt ein Konzil aus dem Jahre 1278, also rund 100 Jahre später. Die Priester hatten nämlich den Kampf um ihre Frauen nicht so gleich aufgegeben. Es heißt dort, in einer der Verordnungen, Da die Fleischeslust den Klerikalstand vielfältig entehrt, besonders wenn es zum Kinderzeugen kommt, so verordnen wir, dass die Kleriker, besonders die in den heiligen Weihen sich befindlichen, sich nicht unterstehen, ihren im geistlichen Stand erzeugten Söhnen und ihren Konkubinen etwas testamentarisch zu vermachen. Solche Vermächtnisse sollen der Kirche des Testators zufallen. Die gregorianische Reform gilt als herausragende Leistung Gregors VII. und ging in die Kirchengeschichte ein. Doch sie erschöpfte sich nicht in der Forderung nach dem Zölibat der Geistlichen. Eines der Hauptziele war, die Einsetzung von Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten durch weltliche Machthaber zu unterbinden. Investitur wird die Zeremonie genannt, in welcher der Kaiser den künftigen Bischof zum Reichsfürsten erhob und ihn mit Landbesitz belehnte. Der Bischof war jetzt Vasall des Kaisers. Gleichzeitig überreichte ihm der Herrscher einen Ring zum Zeichen der Vermählung des Bischofs mit dem Reich und den Hirtenstab, das Symbol des geistlichen Hirtenamtes. Der Geistliche wurde nicht eher in seine Würde eingesetzt, bis diese Zeremonie stattgefunden hatte. Sie war das Band, durch welches die Bischöfe mit dem Landesfürsten zusammenhingen. Dieses Band wollte Gregor lösen, um der weltlichen Macht alle Gewalt über die Kirche und deren Diener zu entziehen. Auf einer Synode im Jahr 1075 erließ er ein Dekret, welches allen Geistlichen bei Strafe des Verlustes ihrer Ämter verbot, die Investitur aus der Hand eines Laien, eines Nichtgeistlichen zu empfangen. Laien, die dem zuwiderhandelten, wurden mit dem Bann bestraft. Die Fürsten waren erstaunt über die neue Anmaßung des Oberhirten und scherten sich nicht um seine Befehle. Gregor wusste jedoch sehr wohl, was er wagen konnte. Er mühte sich nicht mit den kleineren Fürsten ab. Er wollte ihnen seine Macht zeigen, indem er sie gegen den Angesehensten unter ihnen, gegen König Heinrich IV. richtete. Als Heinrich IV. des Papstes neue Ansprüche nicht beachtete und fortfuhr, in Deutschland und Italien nach herkömmlicher Weise Bischöfe zu ernennen, geschah das Unvermeidliche. Zu Neujahr 1076 erhielt der König ein drohendes Schreiben des Papstes mit der Aufforderung, nach Rom zu kommen, um sich vor dem Oberhirten zu verantworten. Heinrich IV. war empört über diese Unverschämtheit und berief eine Synode nach Worms. Hier erhob Kardinal Hugo Candidus, der unter Umgehung der anderen Kardinäle Gregor auf den Papstthron befördert hatte, schwere sittliche Vorwürfe gegen den Oberhirten. 26 deutsche Kirchenfürsten erklärten daraufhin einstimmig Gregor VII. für abgesetzt. Ein königlicher Brief mit der Mitteilung hiervon wurde nach Rom gesandt und dort öffentlich verlesen. Eine Synode lombardischer Bischöfe in Piacenza schloss sich dem Urteil von Worms an. Auch in Rom empörte sich eine Menge Gebanter gegen den Papst und überfiel ihn in der Kirche, als er gerade sein Hochamt hielt. An den Haaren schleppten sie ihn ins Gefängnis. Aber Gregor hatte nicht nur Feinde in Rom. Vor allem Mathilde, die mächtige Markgräfin von Toskana, war ihm sehr eifrig zugetan und so kam er schnell wieder frei. Der Oberhirte war kein Mann, der schnell klein beigab und so ließ seine Antwort an Heinrich IV. nicht lange auf sich warten. Heiliger Petrus, Erster unter den Aposteln, höre mich, dein Knecht. Kraft deiner Vollmacht, zur Ehre und zum Schutze deiner Kirche, im Namen des Allmächtigen Gottes, untersage ich dem König Heinrich, der sich gegen deine Kirche in unerhörter Anmaßung erhoben hat, die Regierung des Deutschen Reiches und Italiens. Entbinde alle Christen des Eides, den sie geleistet haben oder noch leisten werden, und verbiete hierdurch, dass irgendjemand ihm als König diene. Zugleich mit dem Bannspruch überschwemmte ein Heer von Mönchen ganz Deutschland und bearbeitete das Volk. Zuerst schrien die Deutschen fast einstimmig gegen den verwegenen Papst. Doch schnell fielen des Königs Getreue von ihm ab, bis auf einen, Herzog Gottfried von Lothringen. Doch den räumten Mörder aus dem Wege. Die deutschen Fürsten versammelten sich zu Tribur und erklärten hier dem König, dass sein Reich zu Ende sei, wenn er sich nicht innerhalb eines Jahres vom Banne befreie. Als Heinrich IV. Verhandlungen mit dem Papst aufnehmen wollte, um das Unheil abzuwenden, luden die Fürsten zum Reichstag nach Augsburg. Auch der Papst war eingeladen und machte sich auf den Weg. Heinrichs Gegner waren dabei, eine Allianz zu bilden. Niemand stand mehr auf des Königs Seite. Niedergedrückt von dem finsteren Geist seiner Zeit, von aller Welt verlassen, nur noch wenige Soldaten waren bei ihm, entschloss sich der deutsche König, im Büscherhemd nach Rom zu gehen und den so furchtbar gewordenen Gegner zu versöhnen. In bitterer Kälte, es gab einen strengen Winter in jenem Jahr, eilte er mit Frau und Sohn durch Burgund und über den Mont-Signy nach Oberitalien. Die Italiener strömten ihm zu und verlangten, er solle an der Spitze eines Heeres den rebellischen Großpfaffen zur Rede stellen. Aber der Mut des Herrschers war gebrochen. Er wollte demütig von Gregor Gnade erflehen. Dieser ließ sich nichts weniger träumen als das. Er war auf seiner Reise nach Augsburg bereits in die Lombardei gekommen. Als er die Ankunft des Kaisers vernahm, floh er eiligst nach dem festen Schlosse Canossa, welches seiner Buhlerin, der reichen Markgräfin Mathilde von Toskana, gehörte. Hier erschien am 25. Januar 1077 der deutsche König. In einem leinenem Büßerhemde, bloßen Hauptes und Barfuß. So stand er in dem Raum vor der inneren Ringmauer des Schlosses, drei Tage und drei Nächte lang, mitten im Schnee, zitternd vor Frost und matt vor Hunger und Durst. Aus den Fenstern des Schlosses schaute Gregor an der Seite seiner Buhlerin auf seinen gedemütigten Feind herab und hätte ihn gern so sterben sehen. Des Papstes unmenschlicher Härte brachte alle Hausgenossen zum Murren und endlich gab er den Bitten der Markgräfin nach, die zwar Heinrichs Feindin, aber barmherziger war und führte den Kaiser an den Altar. Hier durchbrach Gregor eine Hostie. Bin ich der Verbrechen schuldig, deren du mich in Worms bezichtigt hast? So mag Gott, der Herr, mich durch einen plötzlichen Tod strafen. Sprach der Papst und nahm die Hälfte der Hostie. Gregor war nicht abergläubisch und nicht nervenschwach. Er blieb am Leben. Der Bann wurde nun von Heinrich genommen, aber die Bedingung war hart. Wirst du dich auf dem zusammengerufenen Reichstage rechtfertigen und die Krone wiedererhalten, so sollst du mir gehorsam und untertänig sein. Heinrich IV. kehrte nach Deutschland zurück. Doch die deutschen Fürsten waren mit ihrem König nun doch nicht mehr zufrieden und wählten einen anderen, Rudolf von Schwaben. Jetzt brachte Bürgerkrieg aus. Gregor VII. verhielt sich ruhig, solange nichts Entscheidendes geschah. Als aber Heinrich in einer Schlacht geschlagen wurde, sandte er dem Gegenkönig eine Krone zu, mit der stolzen Inschrift »Der Fels gab Petrus, Petrus gab Rudolf die Krone«. Über Heinrich verhängte er aufs Neue den Kirchenbann. Doch diesmal verfehlte der Bannflug seine Wirkung. Der politische Zweck war zu vordergründig und so konnte Heinrich genug Getreue um sich scharen. Vor allem die Bürger der schnell wachsenden Städte waren auf des Königs Seite, da sie oft von der Tyrannei ihrer Bischöfe genug hatten. Auf drei Synoden ließ er Gregor VII. absetzen und den Erzbischof von Ravenna zum Oberhirten wählen. Als Clemens III. bestieg der den päpstlichen Stuhl. Drohend prophezeite der abgesetzte Gregor, »Dass noch in demselben Jahre vor dem Petersfeste ein falscher König sterben werde.« Damit seine Prophezeiung an Heinrich auch in Erfüllung gehe, sandte er einige Meuchelmörder aus. Aber Gregors Absicht wurde zum Segen für Heinrich. Am 15. Juni 1080 besiegte er Rudolf. Rudolf wurde im Kampf die rechte Hand abgeschlagen, die Hand, mit der er Heinrich IV. die Treue geschworen hatte. Er starb noch auf dem Schlachtfeld an dieser Verletzung. Das galt als Zeichen des Himmels, als Erfüllung der Gregorschen Prophezeiung, nur nicht ganz im Sinne des Propheten. Nun rückte Heinrich gegen Rom, vernichtete das Heer der päpstlichen Gespielin Mathilde, eroberte die Stadt und belagerte den rasenden Gregor VII. in der Engelsburg. Die von diesem zu Hilfe gerufenen Normannen, welche damals in Unteritalien herrschten, rückten mit 30.000 Mann an. Aber anstatt Gregor zu befreien, eroberten sie die Stadt und legten Rom in Schutt und Asche. Jetzt musste Gregor vor der Wut der Römer fliehen. Er ging nach Salerno zu den Normannen, wo er kurz darauf starb. Erst Sohn eines Schmieds, dann der eifernde Mönch Hildebrand, spätere Schreiber gaben ihm den Namen Höllenbrand, endlich dann Papst Gregor VII. Das Reich Gottes auf Erden wollte er erzwingen und starb zuletzt wie ein gestürzter Tyrann. Für Heinrich IV. muss Gregors Tod eine große Erleichterung gewesen sein. Das Reichskirchensystem Otto des Großen war noch einmal gerettet und mit Clemens III. saß jetzt wieder ein Papst auf dem Petrusstuhl, der nicht dagegen ankämpfte. Heinrich IV. hatte ihn zum Papst erhoben und im Gegenzug salbte Clemens III. Heinrich IV. zum Kaiser. So einfach war die Welt plötzlich wieder. Doch der Waffenstillstand zwischen Kaisertum und Papsttum wird nicht lange wehren. Bereits im Jahre 1122 wird die römische Kirche den Sieg in der Auseinandersetzung um die Investitur davon tragen. Im Wormser Konkordat gegen den Sohn Heinrichs IV. Aus der Urkunde Heinrichs des Fünften Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit Ich, Heinrich von Gottes Gnaden erlauchter Kaiser der Römer, überlasse aus Liebe zu Gott und zur heiligen römischen Kirche und zu dem Herrn Papste Kalixtus und um meines Seelenheils willen Gott und seinen heiligen Aposteln Petrus und Paulus und der heiligen katholischen Kirche jede Investitur mit Ring und Stab und gestatte, dass in allen Kirchen meines Königreiches und Kaiserreiches die Wahl auf kanonische Weise stattfinde und die Weihe frei sei. Die Besitzungen und Regalien des heiligen Petrus, die vom Beginn dieses Streites bis auf den heutigen Tag, sei es zu meines Vaters oder auch zu meiner Zeit genommen wurden, stelle ich, soweit ich sie habe, derselben heiligen römischen Kirche wieder zu. Die ich aber nicht besitze, werde ich getreulich zurückerstatten lassen. Auch gebe ich wahren Frieden dem Herrn Papst Kalixtus und der heiligen römischen Kirche und allen, die auf seiner Seite stehen oder gestanden haben. Und worin die heilige römische Kirche Hilfe verlangen wird, werde ich getreulich helfen und worüber sie Klage vor mich bringt, ihr Recht verschaffen, wie es sich gebührt. Und so wird der Streit um das Recht, Bischöfe einsetzen zu dürfen, mit der Niederlage des Kaisers im Wormser Konkordat enden. Das Streben des Papsttums nach absoluter Macht war durch das Vorbild Gregors VII. zum Wahn der römischen Kirche geworden. Im Jahre 1095 berief Papst Urban II. eine Synode nach Clermont-Ferrand, um das Überhandnehmen von Unglauben und Sittenlosigkeit zu bekämpfen und der sinkenden Kirche wieder aufzuhelfen, um Zucht und Sitten wieder aufzubauen und den Frieden, der aus der Welt entschwunden ist, wiederherzustellen. Der Papst sprach unter freiem Himmel, Da kein Gebäude, die 14 Erzbischöfe, 225 Bischöfe, 400 Äbte und die Unmasse der niederen Geistlichen und der Laien, die anwesend waren, aufzunehmen vermochte. Das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwerfung. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und das Allerheiligste ist entweiht. Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt. Das auserwählte Volk muss unwürdige Bedrückung erleiden. Das königliche Priestertum muss als Sklave Ziegel brennen. Die Fürstin der Länder, die Stadt Gottes muss Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber zergehen? Will einem nicht darüber das Herz zerfließen? Liebe Brüder, wer kann das mit trockenen Augen anhören? Der Tempel des Herrn, aus dem er in seinem Eifer die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben hat, damit das Haus seines Vaters nicht eine Mördergrube werde, ist nun Sitz des Teufels geworden. Die Stadt des Königs aller Könige, die den anderen die Gesetze des unverfälschten Glaubens gegeben hat, muss heidnischem Aberglauben dienstbar sein. Die Kirche zur heiligen Auferstehung, die Ruhestätte des Herrn, steht unter der Herrschaft derer, die an der Auferstehung keinen Teil haben, sondern als Stoppeln zur Erhaltung des ewigen höllischen Feuers, werden dienen müssen. Die ehrwürdigen Orte sind in Schafkrippen und Viehställe verwandelt. Dem preiswürdigen Volke werden die Söhne entrissen und gezwungen, heidnischer Unreinheit dienstbar zu werden und den Namen des lebendigen Gottes zu verleugnen und mit lasterhaftem Munde zu schmähen. Und wenn sie sich den gottlosen Befehlen widersetzen, so werden sie wie das Vieh hingeschlachtet, Genossen der heiligen Märtyrer. Den Tempelschendern gilt jeder Ort, jede Person gleich viel, sie morden die Priester im Heiligtum. Wehe uns, die wir in den Jammer der gefahrvollen Zeit versunken sind, von der der fromme König David sie im Geiste voraussehend klagend gesprochen hat. Gott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen, die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt. Herr, wie lange wirst du zürnen? Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder. Gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampfe zu sterben, als unser Volk und die Heiligen Leiden zu sehen. Wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, der schließe sich uns an. Wir wollen unseren Brüdern helfen. Zieht aus, und der Herr wird mit euch sein. Wendet die Waffen, mit denen ihr in sträflicher Weise Bruderblut vergießt, gegen die Feinde des christlichen Namens und Glaubens. Die Diebe, Räuber, Brandstifter und Mörder werden das Reich Gottes nicht besitzen. Erkauft euch mit wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes, dass er euch eure Sünden, mit denen ihr seinen Zorn erweckt habt, um solch frommer Werke und der Vereinigten fürbitten der heiligen Willen schnell vergebe. Wir aber erlassen durch die Barmherzigkeit Gottes und gestützt auf die heiligen Apostel Petrus und Paulus allen gläubigen Christen, die gegen die Heiden die Waffen nehmen und sich der Last dieses Pilgerzuges unterziehen, alle Strafen, welche die Kirche für ihre Sünden über sie verhängt hat. Und wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm die Vergebung seiner Sünden und die Frucht ewigen Lebens zuteil werden wird. Unterdessen aber betrachten wir diejenigen, welche im Glaubenseifer jenen Kampf auf sich nehmen wollen, als Kinder des wahren Gehorsams und stellen sie unter den Schutz der Kirche und der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Sie sollen vor jeder Beunruhigung ihres Eigentums oder ihrer Personen gesichert sein. Es zeigte sich, dass das Werk von Gott gesegnet war. Denn alt und jung folgten mit der größten Freude diesem Aufgebot, so Schwieriges es auch verlangte. Und nicht nur die persönlich Anwesenden hatten sich an dem Feuer der Worte des Heiligen Vaters begeistert. Die Predigt ging in alle Welt hinaus und entzündete auch die, welche sie nicht aus seinem Munde gehört hatten, zugleichen Entschlüssen. Da trennte sich der Mann von dem Weibe und das Weib von dem Manne. Der Vater vom Sohne, der Sohn vom Vater. Es war kein Band der Liebe, das diesem Eifer hätte Nachteil bringen können, so dass viele Mönche aus ihrem Kloster kamen. Und viele, die sich freiwillig um des Herrn willen eingeschlossen hatten, kamen aus ihrer Klausur. Doch hatte nicht bei allen die Liebe zu Gott ihren Entschluss veranlasst und nicht alle trieb die weise Überlegung dazu. Viele schlossen sich bloß an, um ihre Freunde nicht zu verlassen oder um nicht für Träge zu gelten oder aus Leichtsinn oder um ihrer Gläubiger, denen sie schwer verschuldet waren, spotten zu können. Verschieden waren also die Beweggründe. Alles eilte herbei. Niemand dachte im Abendland an Alter oder Geschlecht, Rang oder Stand. Niemand hielt sich an Abreden. Alles gab ohne Unterschied sein Wort und gelobte einmütig mit Herz und Mund den Pilgerzug. Wo ein Fürst die Reise gelobt hatte, strömte das Volk haufenweise zusammen, um sich seinem Gefolge anzuschließen. Es hatten aber alle miteinander verabredet und auch der Herr Papst hatte es ihnen geboten, dass die, die den Zug mitzumachen gelobten, das segensreiche Zeichen des lebendig machenden Kreuzes auf ihren Kleidern trügen, zur Erinnerung an das Leiden, dessen Städte sie besuchen wollten. Am 7. Juni 1099 langten die Kreuzfahrer nach einem qualvollen Zug endlich vor Jerusalem an. Drei Jahre vorher hatten sie sich auf den Weg gemacht. Und wir, vor Freude frohlockend, kamen bis zur Stadt Jerusalem am Dienstag, acht Tage vor den Iden des Juni, und wir belagerten sie bewunderungswürdig. Das Heer litt jedoch schrecklich unter dem Durst. Die Umgebung von Jerusalem ist dürr und wasserarm, und man findet nur in ziemlich großer Entfernung ein paar Bäche, Quellen oder Brunnen. Selbst diese Quellen waren kurz vor der Ankunft unserer Truppen von den Feinden zugeschüttet worden, damit sie weniger lange ausreichten bei der Belagerung der Festung. Sie hatten Erde hineingeworfen, oder sie durch verschiedene andere Mittel verstopft. Sie hatten auch die Zisternen geöffnet und die anderen Behälter von Regenwasser, oder hatten sie auch boshaft verborgen, damit die von Durst gequälten armen Unglücklichen nicht kommen konnten, dort Linderung zu suchen. Während dieser Belagerung erlitten wir die Qual des Durstes in solchem Maße, dass wir Rinder und Büffel heute zusammennähten, in denen wir Wasser sechs Meilen weit herbeiholten. Das Wasser, das uns derartige Behälter lieferten, war stinkend, und ebenso wie dieses faulige Wasser war das Gerstenbrot für uns ein täglicher Anlass zu Unbehagen und Betrübnis. Die Sarazenen stellten den Unsrigen heimlich Fallen, indem sie die Brunnen und Quellen verpesteten. Sie töteten alle, die sie fanden, und versteckten deren Tiere in Höhlen und Grotten. Unsere edlen Herren sannen nun auf Mittel, die Stadt mit Hilfe von Maschinen anzugreifen, um in sie eindringen und das Grab unseres Erlösers verehren zu können. Man baute zwei hölzerne Burgen, und nicht wenig andere Maschinen, Katapulte für Steine, Ramböcke und Speerwurfmaschinen. Der Herzog Gottfried stellte einen mit Maschinen bewährten Turm her und Graf Raimund tat desgleichen. Aus fernen Gegenden ließen sie Holzer beischaffen. Als die Sarazenen die Unsrigen diese Maschinen bauen sahen, befestigten sie die Stadt bewundernswert und verstärkten die Wehren der Türme. Am Mittwoch und Donnerstag griffen wir die Stadt von allen Seiten stark an. Aber bevor wir sie im Sturm nahmen, ließen die Bischöfe und Priester durch ihre Predigten und Ermahnungen den Beschluss fassen, dass man zu Ehren Gottes einen Bittgang um die Welle von Jerusalem machen wolle und dass er begleitet würde von Gebeten, Almosen und Fasten. Am Freitag ganz früh unternahmen wir einen allgemeinen Sturm auf die Stadt, ohne ihr schaden zu können. Wir waren bestürzt und in großer Furcht. Als dann die Stunde kam, in der unser Herr Jesus Christus es zuließ, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, schlugen sich hitzig unsere auf dem Turm aufgestellten Ritter, unter anderem Herzog Gottfried und Graf Eustachius, sein Bruder. In diesem Augenblick erkletterte einer unserer Ritter mit Namen Liettaud die Stadtmauer. Bald, nachdem er hinaufgestiegen war, flohen alle Verteidiger von den Mauern durch die Stadt und die Unsrigen folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Der ganze Tempel war von ihrem Blut überrieselt. Nachdem die Unsrigen die Heiden zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen und töteten oder ließen leben, wie es ihnen gut schien. Bald durcheilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und rafften Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich. Sie plünderten die Häuser, die mit Reichtümern überfüllt waren. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren und entledigten sich ihm gegenüber ihrer Dankesschuld. Am folgenden Tag erkletterten die Unsrigen das Dach des Tempels, griffen die Sarazenen, Männer und Frauen an, zogen das Schwert und schlugen ihnen die Köpfe ab. Einige stürzten sich von der Höhe des Tempels hinab. Bei diesem Anblick wurde Tancred von Entrüstung erfüllt. Die Unsrigen beschlossen im Rat, jeder solle Almosen spenden und beten, damit Gott denjenigen wähle, von dem er wünschte, dass er über die anderen herrsche und die Stadt verwalte. Man befahl auch, alle Toten Sarazenen aus der Stadt zu werfen, wegen des unsäglichen Gestanks, denn die ganze Stadt war völlig mit ihren Leichnamen angefüllt. Die lebenden Sarazenen schleppten die Toten aus der Stadt und machten daraus Häuser hohe Haufen. Niemand hat jemals von einem ähnlichen Blutbad unter dem heidnischen Volk gehört oder es gesehen. Scheiterhaufen gab es wie Ecksteine und niemand außer Gott kennt ihre Zahl. Man konnte nicht ohne Entsetzen diese Menge von Toten sehen und der Anblick der Sieger, die von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren, war nicht minder entsetzlich. So wurde am Freitag, den 15. Juli 1099 die heilige Stadt der christlichen Welt erstirnt. So berichteten die Augenzeugen. Es gab keinen Grund für diesen ersten Kreuzzug der Christenheit im Jahre 1099 für dieses Massaker an den Mohamedanern, außer dem Wahn eines allumfassenden Gottesstaates auf Erden unter der Führung des Papstes. Rund 70.000 Männer, Frauen und Kinder waren in Jerusalem von den christlichen Horden niedergemetzelt worden. Für die römische Kirche war der Kreuzzug ein voller Erfolg. Der Papst hatte sich als Herrscher der ganzen Christenheit gezeigt, als Stadthalter Gottes auf Erden, sein Schwert hatte die Sarazenen bezwungen und Palästina dem Reich Gottes auf Erden einverleibt. Und vielleicht konnte man ja die christliche Herrschaft über den gesamten Orient ausdehnen. Sobald das heilige Grab aufgefunden war, strömten jetzt die frommen Christen dorthin. Wallfahrten nach dem heiligen Land kamen in Mode. Alle Orte, die durch die Bibel eine besondere Bedeutung erlangt hatten, wurden zum Ziel der Pilger, sogar der Misthaufen, auf welchem Hiob gesessen hatte. Als mit der Wallfahrt auch der Ablass verbunden wurde, überspülte eine wahre Pilger Flut das heilige Land. Der Ablass ist ein Kind des Fegefeuers unter Ohrenbeichte. In der ersten Zeit der christlichen Kirche mussten diejenigen, welche wegen grober Vergehen aus der Gemeinde ausgestoßen waren und wieder aufgenommen werden wollten, alle ihre Sünden und Verbrechen öffentlich vor der Gemeinde bekennen. Als die Priester mächtig wurden, verwandelten sie dieses öffentliche Bekenntnis gar bald in ein Geheimnis, um ihre Macht zu erhöhen. Nach Anordnung des Papstes sollte ein jeder jährlich wenigstens einmal einem Priester seine Sünden insgeheim bekennen und die ihm auferlegte Buße tragen. Wer die Beichte unterließ, wurde von der Kirche ausgeschlossen und erhielt kein christliches Begräbnis. Durch diese Einrichtung erlangten die Priester eine große Macht über die Gläubigen, denn sie erfuhren von ihnen die geheimsten Dinge. Es lag jetzt ganz in der Hand des Geistlichen, den Beichtenden von seiner Schuld zu erlösen und diese Macht wussten die Priester zu nutzen, indem sie den Sünder freisprachen, absolvierten, je nachdem, wie viel er zahlte. Man konnte also die Zeit, die man nach dem Tode im Fegefeuer verbringen musste, durch den Kauf eines Ablasses verkürzen. Wer zu diesem oder jenem Gnadenort wallfahrte und das bestimmte Geld auf dem Altar opferte, der erhielt Ablass nicht allein für schon begangene Sünden, sondern sogar für einige Jahre im Voraus. Das war natürlich äußerst verlockend, denn man wurde nicht nur seine Sünden los, sondern konnte die Wallfahrt auch noch mit einem kleinen Nebengeschäft verbinden. Reliquien erfreuten sich größter Beliebtheit. Eine Reliquie aus dem Heiligen Land, die war nicht mit Gold und Edelsteinen aufzuwiegen. Ein kleines Hindernis gab es dabei allerdings. Die Reliquie musste auf Anordnung des Papstes in Rom geprüft werden und wurde nur für echt befunden, wenn der Besitzer die Echtheit zu beweisen wusste durch klingende Münze. Eine gute Reliquie war ein Schatz für ein Kloster und jeder christliche Altar musste seine Reliquie haben und je heiliger diese war, desto größer war wiederum der Nutzen, den man daraus ziehen konnte, denn anzusehen waren diese Reliquien nicht umsonst. So wurden aus dem heiligen Lande Heiligtümer aller Art mitgebracht. Die ganze Garderobe Jesu, der Jungfrau Maria, des heiligen Josef und viele andere Heiligen kam zum Vorschein. Man fand die heilige Lanze, mit der der römische Ritter Longinus Jesus in die Seite gestochen hatte, das Schweißtuch, mit dem die heilige Veronika Jesus den Schweiß abgetrocknet hatte, als er nach Golgatha ging. Sogar ein Abdruck seines Gesichts war auf dem Tuch zu sehen. Von diesem Tuch gab es so viele Stücke, dass sie zusammen wohl dreißig Meter lang sein mochten. Die Weinkrüge von der Hochzeit von Kana entdeckte man auch, und in ihnen war noch Wein enthalten, der nie weniger wurde. Ursprünglich waren es nur sechs, aber sie vermehrten Hals gab es so viele, dass man aus dem dazu verwendeten Holz hätte ein Kriegsschiff bauen können, und Nägel vom Kreuz wogen viele Zentner. Dornen aus der Dornenkrone fanden sich, einige bluteten an jedem Karfreitag. Der Kelch, aus dem Jesus getrunken hatte, als er das Abendmahl einsetzte, fand sich auch, nebst Brot, welches von dieser Mahlzeit übrig geblieben war, ferner die Würfel, mit denen die Soldaten um Jesu Rock spielten. Solcher ungenähter Röcke zeigte man eine ganze Menge, unter anderem zu Trier, Argentö, Santiago, Rom und Friaul und so weiter. Die größte Wahrscheinlichkeit der Echtheit hat ein zu Moskau Aufbewahrter, der durch den Soldaten, der ihn gewann, einen Georgier mit nach Hause gebracht worden sein soll. In Trier wurde noch im Jahre 1845 ein altes Kleidungsstück ausgestellt, das den Anspruch erhob, ein Rock Jesu zu sein. Die ganze gebildete Welt empörte sich, und es gab eine Menge Untersuchungen über diese heiligen Röcke. Sie besaßen nämlich alle eine wohlbezahlte päpstliche Bulle, die ihre Echtheit bezeugte. Man fand Hemden der Maria, die so groß sind, dass sie einem dicken Mann als Umhang hätten dienen können. Einen sehr kostbaren Trauring der Maria, der zu Perusa gezeigt wurde, sehr niedliche Pantöffelchen und ein paar ungeheuer große Roter, welche sie trug, als sie der heiligen Elisabeth ihren Besuch machte. Ja, man fand Haare der heiligen Jungfrau von allen möglichen Farben, nebst ihren Kämmen. Blut Jesu fand sich bald tropfenweise bald in Flaschen gefüllt. Etwas davon, so erzählt die Legende, hatte Nikodemus, als er Jesus vom Kreuze nahm, gesammelt und damit viele Wunder vollbracht. Windeln Jesu fanden sich in großer Menge, auch die Hosen des heiligen Josef entdeckte man nebst seinem Zimmermanns Handwerkszeug, einer der dreißig Silberlinge fand sich, und der ungeheuer dicke, vier Meter lange Strick, an welchem sich der Verräter Judas erhängte. Sein sehr kleiner, leerer Geldbeutel tauchte ebenfalls auf, nebst der Laterne, mit welcher er leuchtete, als er Jesus verriet. Sogar die Stange kam zum Vorschein, auf welcher der Hahn saß, als er petrige Wissen wach krähte, nebst einigen Federn dieses Vogels. Ferner der Stein, mit welchem der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, das Waschbecken, in welchem sich Pilatus die Hände wusch, die Knochen des Esels der Jesus am Palmsonntag getragen, wie auch einige der an diesem Tage gebrauchten Palmzweige. Ferner fand man die Steine, mit denen Sankt Stephanus gesteinigt wurde, herrliche Achate und eine Unmasse von Knochen der zu Bethlehem umgebrachten Kinder. Sogar aus dem Alten Testament fanden sich Reliquien, manche hatten demnach wohlbehalten Jahrtausende auf die fromme Entdeckung gewartet. Man fand den Moses das Rote Meer zerteilte, Manna aus der Wüste, Noas Barth, ein Stückchen von dem Felsen, aus welchem Moses Wasser schlug. Nein, diese Aufzählung ist kein Scherz. Es schien völlig natürlich, die wundertätige Kraft, die von einem Heiligen ausging, auch auf alle Gegenstände zu übertragen, mit denen er je in Berührung gekommen war. Das ganze Mittelalter ist geprägt von dem tiefen Glauben an diese Kräfte und man könnte fast sagen, dass der Reliquienkult die eigentliche Religion des Mittelalters war. Der Glaube des Volkes daran war so stark, dass die Geistlichkeit es wagen konnte, Dinge als Reliquien zu zeigen, die unsinnig oder unmöglich waren. Noch im 15. Jahrhundert berichtet der päpstliche Geheimschreiber Apoggio Bracciolini die Geschichte von den heiligen Hosen Ein Mönch hatte sich in eine hübsche Frau verliebt und versuchte es auf alle Weise sie zu verführen. Es gelang ihm auch. Sie stellte sich sehr krank und verlangte nun den Mönch als Beichtvater. Dieser kam, blieb mit ihr der Sitte gemäß allein, um ihr die Beichte abzunehmen und wurde erhört. Am anderen Tag kam er wieder und legte, um es sich bequemer zu machen, seine Hosen auf das Bett der Frau. Dem Manne schien die Beichte etwas lange zu dauern. Er wurde neugierig und tat unvermutet in das Zimmer. Der Mönch absolvierte so schnell als möglich und floh, aber vergaß seine Hosen mitzunehmen. Diese fielen nun dem rache schnaubenden Ehemann in die Hände. Er stürzte damit auf die Gasse und zeigte diese verräterischen Beinkleider seinen Nachbarn, entflammte sie zur Wut und brach mit ihnen ins Kloster ein. Der Mönch sollte sterben. Ein alter, besonnener Pater versuchte vergebens den Hitzkopf zu beruhigen, der übrigens jetzt die Sache gern vertuscht hätte, wenn es angegangen wäre. Das merkte der alte Pater und sagte ihm, er brauche wegen dieser Hosen nichts Übles zu denken, denn diese wären die Beinkleider des heiligen Franziskus, welche Krankheiten wie die, woran seine Frau litte, gründlich heilten. Zu seiner Beruhigung wolle er die Hosen feierlich abholen. Alsbald zogen Mönche mit Kreuz und Fahne nach dem Hause des ehrlichen Dummkopfes, legten die heilige Reliquie auf ein seidenes Kissen, stellten sie zur Verehrung heiligen Hosen des liederlichen Mönchs den Gläubigen zum Kusse herum. Dann trug man sie in feierlichem Bittgang nach dem Kloster zurück und legte sie hier zu den übrigen heiligen Reliquien. Diese Erzählung ist kein Scherz. Sie findet sich in einem ganz ernsten Werk, in dem Poccio Bracciolini mit großer Entrüstung von der Verderbtheit der Geistlichen berichtet. Doch die Kreuzzüge hatten nicht nur großen Einfluss auf den Reliquienhandel. Ihre Wirkung auf das gesamte Abendland kann kaum überschätzt werden. Siebenmal überfielen die christlichen Heere das Heilige Land, bis endlich am 18. Mai 1291 die letzte Bastion der Christenheit Akka wieder aufgegeben werden musste. In dieser Zeit kam der Orienthandel so richtig in Schwung und die Handelsstädte wuchsen, wurden reich und mächtig. Die Stadt Pisa hatte unter dem Oberbefehl ihres Erzbischofs mit 120 Schiffen an der Belagerung Jerusalems teilgenommen. Eine Kolonie in Jaffa sprang dabei heraus. Genua war ebenfalls am ersten Kreuzzug beteiligt. Niederlassungen in Antiochien erhielten die Genueser dafür. Das versprach gute Geschäfte. Venedig drohte leer auszugehen. Es hatte den ersten Kreuzzug nicht mitgemacht. Aber jetzt, ein Jahr nach der Eroberung Jerusalems ging die venezianische Handelsflotte gleich mit 200 Schiffen in Jaffa vor Anker. Die Händler witterten die unermesslichen Reichtümer des Orients. Und damit begann die Blütezeit der großen Handelsstädte. Eine andere Auswirkung der Kreuzzüge konnten weder Päpste noch Kaiser erahnen. Und doch sollte sie im Laufe der nächsten Jahrhunderte das mittelalterliche Weltbild sprengen. Das war der direkte Kontakt mit der hochstehenden arabischen Kultur. Auch wenn in früheren Zeiten schon Berührungspunkte vorhanden waren, vor allem durch die arabischen Besitzungen in Spanien und Süditalien, von jetzt an bricht sich neues Wissen Bahn, vor allem im Bereich der Wissenschaften, der Medizin und Mathematik. Diesen Kampf wird die römische Kirche nicht gewinnen, selbst wenn sie mit dem Schwert der Inquisition, mit Folter und mit dem Feuer der Scheiterhaufen dagegen ankämpfen wird. Nach dem ersten barbarischen Kreuzzug im Juli 1099 gaben sich die christlichen Heerscharen im Heiligen Land einer überaus verwerflichen Lebensweise hin. Einer der Kreuzfahrer war Hugo de Pellant, ein Edelmann aus der Champagne. Der damals gerade 19-Jährige kehrte entsetzt nach Frankreich zurück. Mit seinem Onkel Hugo de Champagne reiste er 1104 erneut nach Jerusalem. Fünf Jahre lang suchten die beiden dort nach uralten Schriften. Wieder in Frankreich übergaben sie die gefundenen Dokumente zur Auswertung und Deutung dem Zisterzienser Orden. Es war offensichtlich bedeutungsvoll, was sie da gefunden hatten, denn im Jahre 1114 bereisten sie erneut das Heilige Land, um weitere geheimnisvolle Schriften mit nach Hause die Gründung der Abtei von Clairvaux in Auftrag. Ein junger, eifriger Mönch sollte sie leiten, Bernhard de Fontaine. Er wird sich einen Namen machen als Bernhard von Clairvaux oder Heiliger Bernhard und er wird die Seele des Zweiten Kreuzzuges ins Heilige Land werden. Vier Jahre später gründete jener Kreuzfahrer der ersten Stunde Hugo de Payan zusammen mit sieben weiteren Männern, darunter zwei Mönchen der Zisterzienser, den Orden der Tempelritter. Bernhard von Clairvaux hatte an der Abfassung ihrer Ordensregel mitgewirkt und pries alsbald die Ziele des Ordens. Frei vom Streben nach Reichtum und in völliger Hingabe an Gott sahen die Templer ihre Aufgabe darin, die Pilger vor Angriffen der Sarazenen und Wegelagerern zu schützen. Seltsam war jedoch, dass sie bei ihrer Gründung gelobten, neun Jahre lang keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Sie bezogen in Jerusalem Quartier, im Palast König Balduins, der auf den Ruinen des Tempels Salomons stand. Doch beteiligten sie sich zu dieser Zeit an keinen Kämpfen. Stattdessen unternahmen sie und im Bereich des Salomonischen Tempels. Was sie dort suchten und vielleicht auch fanden, ist bis heute rätselhaft. Die Spekulationen reichen von der Bundeslade über den Heiligen Gral bis hin zu Schriften aus der Zeit Christi, die dem Glauben einen völlig neuen Inhalt geben könnten. Oder war es der Schatz König Salomons? Was immer sie auch in Jerusalem entdeckt haben mögen, an keinem Ort der Welt kommt man den Gründungsgeheimnissen der drei Offenbarungsreligionen so nahe. Christentum, Judentum und Islam haben hier ihren Ursprung. Als 1894 britische Offiziere eine Karte der unterirdischen Gänge und Gewölbe dieses Bereichs anlegten, stießen sie überall auf die Spuren der Templer. Der Orden war seit seiner Gründung immer von Geheimnissen umwoben. Niemand konnte sagen, woher ihr Vermögen kam. Ihr Reichtum wuchs plötzlich immens und ihr Einfluss auf die Politik nahm zu. 1139 verlieh ihnen der Papst das Recht, eigene Kirchen zu bauen und eigene Steuern zu erheben. Keine andere weltliche Macht durfte sich in ihre Handlungen einmischen. Sie wurden zu den eigentlichen Herren Jerusalems und zu einer Handelsmacht im gesamten Mittelmeerraum. Der erste Kreuzzug hatte bewiesen, dass es möglich war, Besitz und Macht zu erwerben. Die Eroberung des Heiligen Landes hatte dem Handel neue Dimensionen eröffnet. Als im Jahre 1144 die Stadt Edessa in Mesopotamien von den Sarazenen wieder zurück erobert wurde, sah der Papst die heiligen Städten Palästinas aufs Neue bedroht und Die Städte Genua, Pisa und Venedig warteten bereits darauf, sich zu engagieren, schien es doch wieder eine äußerst profitable Unternehmung zu werden. Das Volk war zu Anfang nicht sehr begeistert. Am Rhein predigte der Mönch Radulf für den Kreuzzug, aber er hatte nur erreicht, dass sich in mehreren Städten das Volk gegen die Juden erhob, denen man Geldwucher vorwarf. Doch jetzt bestieg ein anderer Streiter Gottes auf Geheiß des Papstes die Kanzeln. Bernhard von Clairvaux hatte die Zelle seines Klosters verlassen, zog wie eine lodernde Fackel über die Lande und entzündete in den Herzen der Gläubigen die Opferfreude. Erst wirkte er in Frankreich, wo König Ludwig VII. mit zahlreichen Rittern die Fahrt ins Heilige Land gelobte. Dann begab er sich über Flandern nach Deutschland. Allein gestalt und das von einer heiligen Glut überstrahlte Antlitz genügten, um überall, wo er predigte, einen wahren Taumel der Hingebung zu erwecken. Man glaubte, Wunder zu erleben und folgte besinnungslos seinem Ruf. Auch der deutsche Herrscher Konrad III. nahm das Kreuz und machte sich mit einem Heer von 60.000 Mann auf den Weg. Alle waren dem Ruf des Papstes und des heiligen Bernhard gefolgt. Sogar die Herrscher der beiden mächtigsten Reiche Europas Ludwig VII. von Frankreich und Konrad III. von Deutschland. Ein gewaltiges Heer verließ Europa. Doch der Kreuzzug wurde zu einem furchtbaren Fehlschlag mit riesigen Verlusten. Allein der König von Frankreich konnte sich über sein Unglück trösten. Es war ihm nämlich gelungen, einige Splitter vom Kreuz, einige Nägel, den Schwamm, den Purpurrock Jesu und die Dornenkrone für eine ungeheure Summe zu kaufen. Als diese Heiligtümer ankamen, ging er mit seinem ganzen Hofe denselben Barfuß bis Vincennes entgegen. Es schien, als wäre endlich ganz Europa in religiösem Rausch dem Glanz der römischen Kirche erlegen und Männer wie Bernhard von Clairvaux hatten daran vielleicht den größten Anteil. Bernhard stammte aus einer altadeligen burgundischen Familie. Er war ein Schwärmer, dem es wahrer Ernst war, die verdorbenen Geistlichen und die Menschen überhaupt zu bessern. Er quälte seinen Körper auf grauenhafte Weise, indem er mit seinen Mönchen oft nur von Buchenblättern und dem elendsten Gerstenbrote lebte. Genoss er einmal zur Stärkung seines geschwächten Magens etwas Mehlbrei mit Öl und Honig, dann weinte er bitterlich über diese Schwachheit. Seine Frömmigkeit und sein scharfer Verstand erwarben ihm bald einen bedeutenden Ruf. Als er einst in Mailand einzog, waren ihm Hände und Arme geschwollen von den Küssen, mit denen ihn die zudringlichen Gläubigen überdeckten. Er hätte Erzbischof, ja Papst werden können. Er schlug alle Würden aus. Aber als einfacher Bruder Bernhard von Clairvaux übte er den bedeutendsten Einfluss aus. Er schlichtete Streitigkeiten zwischen Päpsten und Königen, zwischen Fürsten und ihren trotzigen Vasallen. Und der wildeste Kriegsmann zitterte vor dem gewaltigen Mönch. Weder Kaiser noch Papst wagten es, in Bernhards Kloster einzureiten. Sie gingen demütig zu Fuß. Aus Überzeugung und religiösem Eifer unterstützte er den zweiten Kreuzzug, diese großartige Narrheit, wie sie mancher Historiker nennt. Selbst über die hartnäckigsten Widersacher siegte seine Beretsamkeit. Der deutsche Herrscher Konrad III. war zuerst völlig abgeneigt, den Kreuzzug mitzumachen. Aber als er in Speyer die Predigt Bernhards gehört hatte, legte er seinen Königsmantel ab und trug den Heiligen auf seinen Schultern durch das Gedränge. Bernhards verführerische Zunge entvölkerte die Städte von Männern, sodass in manchen kaum einer für sieben Weiber zurückblieb. Denn alles, was die Wand bepisst, nahm das Kreuz, klagte ein Zurückgebliebener. Zwischen Bernhard von Clairvaux und dem Orden der Tempelritter muss es manche Querverbindungen gegeben haben. Nicht nur, dass er bei der Ausarbeitung der Ordensregeln behilflich war, sondern er war es auch, der 1128 die kirchliche Anerkennung des Ordens beim Papst erwirkte. Doch dann scheinen sich die Wege getrennt zu haben. Bernhard blieb seiner Überzeugung treu, Askese und Armut, und wurde ein Heiliger. Der Orden der Templer wurde überraschend schnell reich, ja, man sprach bald vom sagenhaften Templerschatz. Ein Nimbus geheimen Wissens und geheimer Macht umgab die Tempelritter. Überragende Kenntnisse in der Architektur wurden ihnen nachgesagt, und die gewaltigen gotischen Kathedralen, die in jenem Jahrhundert entstanden, sind in erster Linie auf ihre Kenntnisse zurückzuführen. Dieses Wissen entsprang zweifellos der arabischen Kultur. Der Bau der Kathedrale von Chartres nahm von der Planung bis zur Fertigstellung nur 26 Jahre in Anspruch. Innerhalb dieser Zeit schufen Zimmerleute, Glaser, Bildhauer, Geodäten und Astronomen ein derart unfassbares Meisterwerk, das jeder Besucher, der die Kirche betritt, unweigerlich ihrer Faszination erlegt. Die Proportionen sind so perfekt, dass der ganze Bau schwerelos zu sein scheint. Wo man hinblickt, entdeckt man bedeutungsvolle Tafeln und Glasbilder, die sich jeder Entschlüsselung entziehen. Welche Geheimnisse könnten die Baumeister hier verborgen haben? Chartres ist nur eine von 80 riesigen gotischen Monumentalbauten, die in dem Jahrhundert in Frankreich entstanden, das auf die Rückkehr der Tempelritter aus dem Heiligen Land folgte. Das Ende des Ordens ist ebenso geheimnisvoll wie sein Anfang. Allmählich wurde klar, dass die Templer auch in Glaubensfragen ihre eigenen Wege gingen. Das konnte Papst Clemens V. nicht dulden. Er tat sich mit dem französischen König Ludwig IV. zusammen, denn der schuldete dem Orden der Templer sehr viel Geld. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 begann die erbarmungslose Jagd auf alle Mitglieder des Ordens. Ziel war, alle Tempelritter in Frankreich zu verhaften und ihre Besitztümer zu beschlagnahmen. Die Anzahl der Templer in ganz Frankreich schätzte man auf etwa 15.000 Mann. Viele konnten fliehen nach Spanien, Portugal und Schottland. Doch die meisten wurden gefasst und eingekerkert. Wer nicht schon in der Folterkammer starb, der brannte auf dem Scheiterhaufen. Der sagenhafte Templerschatz jedoch blieb verschwunden. Doch es sollte nicht lange dauern, da ging von Schottland eine neue Bewegung in die Welt, die der Freimaurer. Bis heute sagt man ihnen nach, insgeheim an den Fäden des Weltgeschehens zu ziehen. Sind sie die Erben der Tempelritter? Zur Zeit der Kreuzzüge war das Papsttum auf dem Gipfel seiner Macht. Auf Geheiß des Heiligen Vaters zog ganz Europa in den Krieg. Erbarmungslos erschlugen die christlichen Streiter den Feind oder wurden selbst hingeschlachtet oder starben auf dem Weg ins Heilige Land an Hunger, Krankheit und Erschöpfung. Dass die Männer auf dem Stuhl Petri dem Machtrausch erlagen, ist menschlich. Doch mit Religion oder gar mit Gott hatte die sittliche Dekadenz der katholischen Geistlichkeit nichts mehr zu tun. Enttäuschung machte sich daher bei den Gläubigen breit. Und das Ideal christlicher Lebensführung, wie es der heilige Bernhard verkörperte, gewann an Bedeutung. Bernhard blieb zwar sein Leben lang dem Papsttum treu ergeben, versäumte es aber nicht, immer wieder den weltlichen Machthunger und das zügellose Treiben der kirchlichen Herrscher zu kritisieren. Die nahmen ihm das keineswegs übel und sprachen ihn schon 1173 heilig. Die Hinwendung zum asketischen Ideal nahm neue Formen an. 1182 wurde der heilige Franz von Assisi als Johannes Bernardone geboren. Die Idee der Bettelorden ist sein Verdienst. Der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Assisi in Umbrien wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, also wurde er Soldat. Er geriet in Gefangenschaft und erkrankte dort schwer. Nach seiner Genesung trieb er sich unter Bettlern und Aussätzigen herum, küßte ihre Geschwüre, kleidete sich in Lumpen und bestahl seinen Vater, um das Gestohlene zum Ausbau einer verfallenen Kirche zu verwenden. Der Bischof von Assisi nahm ihn in Schutz und bald zog er im Lande umher, bettelnd für den Bau der eben erwähnten Kirche. Die Kollekte fiel so reichlich aus, dass er auf den Gedanken kam, einen Bettelorden zu gründen. Papst Innozenz III. durch einen Traum dazu veranlasst, bestätigte die von Franz aufgesetzte Mönchsregel, die er anfangs noch eine Regel für Schweine, aber nicht für Menschen genannt hatte. Der nächste Papst, Honorius III. war auch nicht sonderlich begeistert. Ihr seid ein Einfallspinsel, meinte er, aber er ließ den Einfallspinsel gewähren. Anfangs wurde Franz verspottet und verhöhnt, aber nach drei bis vier Jahren stieg der Ruf seiner Heiligkeit so sehr, dass ihm, wenn er sich einer Stadt näherte, Geistlichkeit und Volk feierlich entgegenzogen und alle Glocken geläutet wurden. Wenn er in Assisi umherging und bettelte, so steckte er alles Essbare, das er erhielt, in einen Topf, und wenn ihn hungerte, so langte er zu und aß von dem ekelhaften Gemisch. Einst wurde Franz von einem Kardinal zu Tische geladen, er ließ jedoch alle Gerichte unberührt und aß zum allgemeinen Ekel der erlauchten Gäste den den Phras den er gesammelt hatte. Die Almosen sind unser Erbe, Almosen unsere Gerechtigkeit, das Betteln unser Zweck und unsere Königswürde, die Schmach und Verachtung unsere Ehre und unser Ruhm am Tage des Gerichts. Das war sein Leitspruch und er ging selbst mit gutem Beispiel voran. Je mehr ihn die Gassenjungen verhöhnten, desto lieber war es ihm. Ganz vergnügt war er, wenn sie ihn gar mit Schmutz bewarfen. Aus lauter Demut ließ er sich mit Füßen treten. Die Tiere liebte er sehr und nannte sie seine Brüder und Schwestern. Geoft predigte er den Gänsen, Enten und Hühnern und als ihn einst die Schwalben und Sperlinge durch ihr Gezwitscher störten, bat er die lieben Schwestern um Ruhe. Einen Bauer, der zwei Lämmer zu Magde trug, fragte er, Weshalb quälst du meine Brüder so? Eine Laus, die sich auf seine Kutte verirrt hatte, nahm er sorgfältig zwischen die Finger, küsste sie und sagte, Liebe Schwester Laus, lobe mit mir den Herrn. Dann setzte er sie auf seinen Kopf, Seinen Körper nannte er Bruder Esel und wenn diesen Esel der Hafer stach, dann plagte er ihn wacker, er wälzte sich nackt auf Dornen, stieg bis an den Hals in gefrorene Teiche oder legte sich in den Schnee, bis jede wollüstige eselhafte Regung verschwunden war. Sein Orden wuchs außerordentlich schnell. Schon im Jahre 1216, als er ein Generalkapitel desselben nach Assisi ausschrieb, kamen hier 5000 Franziskaner zusammen. Im Laufe der Zeit wurden die Franziskaner Klöster so wohlhabend wie keine anderen. Reichtum durch Armut. Eine verblüffende Konstellation. Im Süden Frankreichs hatte sich seit dem ersten Kreuzzug als Reaktion auf die sittliche Dekadenz katholischen Geistlichen eine neue Glaubensgemeinschaft gebildet, die der römischen Kirche aus dem Ruder lief, die Katara. Katara kommt vom griechischen Katharos und bedeutet rein. Die Katholiken verwendeten den Ausdruck mit abfälligem Unterton, hochmütige, die sich rein nennen. Die Katara selbst nannten sich Gläubige, Christen, die Priester sogar gute Christen. Die Bezeichnung Vollkommener oder Perfektus für einen katharischen Priester wurde nur von den Inquisitoren der römischen Kirche verwendet. Natürlich ironisch. Die Katara strebten danach, den in ihrem Körper eingefangenen göttlichen Funken zu befreien. Da sie die Bibel auf ihre eigene Art und Weise auslegten, standen sie in völligem Widerspruch zur römischen Kirche. Ja, sie bestritten sogar die Göttlichkeit Christi. Er war für sie nur ein Mensch, allerdings ein vorbildlicher Mensch. Das heilige Sakrament der Taufe war für sie ohne Bedeutung und sie waren Pazifisten, Kriegsgegner. Das hatte es in der römischen Kirche schon seit 1000 Jahren nicht mehr gegeben. Das konnte der Papst unmöglich dulden, zu einer Zeit, in der auf sein Geheiß ganz Europa zu den Waffen griff. Bernhard von Clairvaux hatte schon versucht, die Katara oder Albigenser, wie sie auch genannt wurden, zum wahren Glauben zu bekehren. Angesichts seiner geringen Erfolge wurde dann auf dem dritten Laterankonzil im Jahr 1179 beschlossen, entschiedener gegen diese Heresie vorzugehen. Drei päpstliche Abgesandte trafen im südfranzösischen Okzitanien ein. Hier blühte der Minnesang, was die heiligen Patres wohl verwirrt haben mag. Von den Troubadouren wurde das hohe Lied der Frau gesungen, wo doch die Weiber Gefäße des Teufels waren, Quellen der Sünde, Lusthäuser des alten Feindes. Aus dem Wort Katara wurde jetzt der Begriff Ketzer. Der päpstliche Legat Pierre de Castenot wurde ermordet. Bis heute weiß man nicht, ob er von den Katarern oder von heimlichen Mördern des Papstes beseitigt wurde. Jedenfalls war das der Anlass, jetzt mit Waffengewalt gegen die teuflische Heresie vorzugehen. Im März 1208 rief Papst Innozenz III. zum Kreuzzug gegen die Albigenser auf. Ritter aus ganz Frankreich, aus Flandern und Burgund, aus Bayern, Österreich und Friesland folgten dem Aufruf. Der Heilige Krieg sollte mehr als 20 Jahre dauern. Und man schätzt die Zahl der Opfer auf eine Million. Dominikus Guzman, einer der drei päpstlichen Legaten, erkannte, dass der römischen Kirche ein geeignetes Instrument fehlte, um den Unglauben in den eigenen Reihen rechtzeitig und erfolgreich bekämpfen zu können. Und so gründete er den Orden der Dominikaner. Der Orden befasste sich mit Predigen und Unterrichten im wahren Glauben, mit der Zensur gefährlicher Bücher und mit der Verfolgung der Irrgläubigen, der Ketzer. In päpstlichem Auftrag trat jetzt die heilige Inquisition auf den Plan und Dominikus selbst war der Erste, der förmliche Ketzerjagden anstellte. Die peinliche Befragung, auch Folter genannt, war das Instrument der Wahrheitsfindung, der Scheiterhaufen das Urteil. Dominikus wollte seinen Orden mit dem des heiligen Franz vereinigen, aber dieser hatte keine Lust dazu. Beide Orden standen sich indessen anfangs bei, aber bald gerieten sie in bitterste Feindschaft. Zum einen wollten die gebildeten Dominikaner stets etwas Besseres sein als die Franziskaner, von denen durchaus keine Gelehrsamkeit gefordert wurde. Zum anderen war auch der Dominikanerorden ein Bettelorden, wie der der Franziskaner, und so kam Neid ins Spiel. 1221 starb Dominikus Guzman. Bereits 13 Jahre später wurde er heilig gesprochen, denn seine Verdienste für die römische Kirche waren enorm. Mit der heiligen Inquisition war das Werkzeug geschaffen, um dem Irrglauben buchstäblich kräftig einzuhalten. Es gab in jener Zeit der Kreuzzüge und der heiligen Kriege gegen Ketzer auch Menschen, die das Wort heilig weit eher verdienten. Oft waren es die Frauen, die in dem erstarrten Patriarchat und dem Größenwahn des Papsttums leise Töne anschlugen und meist zurückgezogen in ein Kloster, sich mystischer Betrachtung hingaben. Mitunter leuchtet ihr milder Glorienschein bis in unsere Zeit darüber. Die Nonne des Benediktinerordens, Hildegard von Bingen, wäre hier zu nennen. Ihr Wissen über Heilkräuter und Medizin erfreut sich gerade in unseren Tagen wie der reger Aufmerksamkeit. Unter dem Begriff Hildegard-Medizin kann man in mancher Apotheke auf ihre Rezepturen zurückgreifen, wenn die Schulmedizin mit ihrem Latein am Ende ist. Wer im Herzen Schmerzen leidet, sodass seines Herzens Stärke keine Fortschritte macht, sondern traurig wird, esse oft die rohen Kerne der Maroni, und das gießt seinem Herzen gleichsam einen Schmelz ein, und er gelangt zu Stärke und Frohsinn. Durch ihre Betrachtung der Natur erkannte sie den Menschen als ganzheitliches Wesen, als ein Zusammenspiel von Geist und Körper. Von Kopf bis Fuß versuchte sie, den Krankheiten auf die Spur zu kommen, befasste sich mit Gehen und Stehen und Reiten, mit der Ernährung und der Verdauung, mit den Gemütsbewegungen und Stoffwechselstörungen und gab Anweisungen für eine gesunde Lebensführung. Angst, Zorn oder auch übergroße Freude können den Menschen das Einschlafen erschweren. Erst wenn er in seinem Gemütszustand mit seinen Angelegenheiten in Übereinstimmung kommt, erhalten die Gefäße das rechte Maß zurück. Dann schläft der Mensch ein. Mit dem Nachtgottesdienst begann um drei Uhr morgens der Tag hinter den Klostermauern, nach der Regel des heiligen Benedikt Ora et Labora, bete und arbeite. Zwischen den kurzen Stunden Gebeten arbeitete man im Garten und auf dem Feld. Das Nachtgebet kurz nach Sonnenuntergang beendete den Tag. Hier ein Gebet aus der Feder Hildegards für diejenigen, die in den christlichen Litaneien keine Erbauung finden. Wenn ich mit offenen Augen betrachte, was du, mein Gott, geschaffen hast, besitze ich hier schon den Himmel. Ruhig sammle ich im Schoß Rosen und Lilien und alles Grün, während ich deine Werke preise. Hildegards erstes großes Werk, Scyvias, Wisse die Wege, begründete ihren Ruf als Mystikerin und Seherin und drang bis in die höchsten Kirchenkreise. Im Jahre 1141 der Menschwerdung Jesu Christi, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war, sah ich ein überaus stark funkelndes Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte mein Gehirn, mein Herz und meine Brust ganz und gar, gleich einer Flamme, die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Es erglühte mich so, wie die Sonne einen Gegenstand erwärmt, auf den sie ihre Strahlen ergießt. Und plötzlich hatte ich die Einsicht in den Sinn und die Auslegung des Psalters, des Evangeliums und der anderen Schriften des Alten und Neuen Testaments. Die Gesichte, die ich schaue, empfange ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlafe oder in Geistesgestörtheit, nicht mit den Augen des Körpers und nicht an abgelegenen Orten, sondern wachend, besonnen und mit klarem Geist, mit den Augen und Ohren des inneren Menschen, an allgemein zugänglichen Orten, so wie Gott es will. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen, »Ich bin das lebendige Licht, das das Dunkel durchleuchtet.« Hildegard von Bingen gilt als die gröste Mystikerin des Mittelalters. Hier, in der Mitte des 12. Jahrhunderts, spürt man bereits, wie eine neue Zeit ihre Schatten vorauswirft, wie neues Denken sich allmählich Raum schafft. In Italien entstehen die ersten Universitäten, doch gelehrt werden vor allem die christlichen Glaubenswahrheiten. Philosophie erfreut sich bei den gelehrten großen Ansehens. Philosophieren bedeutet in dieser Zeit, die gepredigten Wahrheiten möglichst spitzfindig zu beweisen. Daneben steht die Mystik, die aus der inneren Gottesschau gespeist wird. Gleichzeitig bilden sich neue Glaubensgemeinschaften, Katara und Valdenser, und die römische Kirche antwortet mit drakonischen Maßnahmen, mit Schwert und dem Feuer der heiligen Inquisition. Der Papst ist mächtiger als je zuvor. Schon ist die Allmacht über den ganzen Erdkreis zum Greifen nah durch den großartigen Erfolg des ersten Kreuzzuges. Doch der Misserfolg der christlichen Heere im zweiten Kreuzzug wendet noch einmal das Blatt. Das sinnlose Sterben der Kreuzritter in Kleinasien und Palästina lastete man den Urhebern des unseligen Unternehmens an. Die Enttäuschung über das große, vergebliche Opfer fiel auf die zurück, die das Opfer verlangt und mit tausend schönen Sprüchen dafür geworben hatten. Während die römische Kirche in ihrer weltlichen Machtentfaltung deutlich Federn ließ, wurde in Deutschland in Jahre 1152 ein neuer Herrscher gewählt, Friedrich Barbarossa. Er nahm noch einmal den Kampf auf, gegen die weltliche Vorherrschaft des Papstes. Doch die Machtbefugnisse, die sich die Kurie im Laufe einiger Jahrhunderte angemaßt hatte, waren mittlerweile so gefestigt, dass man kaum mehr erwarten konnte, als ein kurzes Auflodern der alten kaiserlichen Herrlichkeit. Die Zeit, in der die Kaiser noch dauerhaft über die Kirche herrschen konnten, war endgültig vorüber. Und im Einvernehmen, mit dem Papst zu herrschen, das war undenkbar. Doch jetzt schien die Situation günstig. Das Papsttum war angeschlagen und hatte mit Aufständen in Rom zu kämpfen. Und der neue deutsche König, Friedrich I., auch Barbarossa genannt, nach seinem rötlich-schimmernden Bart, das war endlich wieder ein Herrscher von Format. Als glühender Verehrer Karls des Großen strebte er wie dieser nach der Vormachtstellung gegenüber der römischen Kirche. Auch die Vorstellung vom Gottesstaat auf Erden unter der Fuehrung des Kaisers wurde noch einmal lebendig. Und so war es auch Friedrich Barbarossa, der die Heiligsprechung Karls des Großen eifrig betrieb. Aber die neue Bluehte des Reiches sollte nur ein halbes Jahrhundert waeren. Die weltlichen Fürsten standen hinter dem neuen Koenig und gegen die Fürsten der Kirche wusste sich Friedrich schnell durchzusetzen. Er verlangte von ihnen Gehorsam und verhängte, wo es nötig schien, strenge Strafen. Er verstand es, auf leer gewordene Stühle Männer zu bringen, die ihm wohlgesonnen waren und ihm treu blieben. Er zog die bewegliche Habe verstorbener Kirchenfürsten ein. Kurz, er fing an, mit der hohen Geistlichkeit wieder zu verfahren, wie mit einem königlichen Werkzeug. 1153 kam zu Konstanz ein Vertrag zwischen Koenig und Papst zustande. Beide versprachen sich Hilfe gegen ihre Feinde und Papst Eugen III. stellte Friedrich die Kaiserkrone in Aussicht. Ein Jahr später war es dann soweit. Friedrich überquerte mit einer bescheidenen Streitmacht von 1800 Rittern die Alpen. Hadrian IV., der in der Zwischenzeit Papst geworden war, war in arger Bedrängnis. Die römischen Bürger hatten, in Erinnerung an das antike römische Imperium, einen Senat erwählt, der dem Papst die Alleinherrschaft in der heiligen Stadt streitig machte. Dazu kam, dass in Rom und in der Lombardei ein gewisser Arnold von Brescia das Volk mit heißen, aufreizenden Reden gegen den Papst aufwiegelte. Wahre Frömmigkeit verbiete jeden Besitz. Die Kirche müsse sich daher aller Güter enteignen, predigte er auf offener Straße. Auch wandte er sich gegen die herrschende Praxis der Inquisition, die ohne ordentliche Gerichtsverhandlung und ohne die Möglichkeit einer Verteidigung die Angeklagten auf den Scheiterhaufen schickte. Bereits auf dem Weg nach Rom nahm Friedrich Barbarossa den Quertreiber gefangen und überstellte ihn dem Papst, der ihn alsbald hinrichten ließ. Doch Papst Hadrian IV. verlangte von dem deutschen König einen noch viel schmerzlicheren Dienst. Barbarossa musste die Aufgabe eines Stallmeisters übernehmen und dem Papst den Steigbügel halten. Das tat er erst nach heftigem Widerstreben und dann auch nur, weil ihn die älteren Ritter in seiner Begleitung davon überzeugen konnten, dass dasselbe bereits unter dem letzten Kaiser geschehen war. Barbarossa hielt dem Papste den Steigbügel, aber erhielt ihn auf der rechten Seite, auf welcher der Schinder zu Pferde steigt, und antwortete auf die Bemerkung Hadrians darüber, Ich war nie Stallknecht, eure Heiligkeit werden verzeihen. Ja, der Kaisertitel war mittlerweile mit großer Demütigung verbunden. Nach der Krönung zog Kaiser Friedrich Barbarossa wieder ab, obwohl die Römer erneut den Aufstand probten. Der Papst musste sich allein helfen. War das eine kleine Rache für eine große Demütigung? Aber 1800 deutsche Panzerreiter, das war nicht genug, um in Rom nachhaltig die Ruhe wiederherzustellen. Zwar waren die Ritter von furchterregendem Aussehen, mittlerweile trugen sogar die Pferde Kettenpanzer, doch viel mehr als eine bewaffnete Demonstration war es wohl nicht. Unter Kaiser Friedrich Barbarossas Herrschaft gedieh jetzt das deutsche Reich prächtig wie lange nicht mehr. Um es zu seinem früheren Glanz zu erwecken, griff Friedrich auf alte Bestimmungen und Gebräuche zurück, die in Vergessenheit geraten waren, oder die durch die veränderten Verhältnisse nicht mehr ausgeübt wurden. Doch von seinem Traum, ein Weltreich zu errichten, nach dem Vorbild Karls des Großen, davon war er weit entfernt. Der Zwist zwischen Kaiser und Papst entzündete sich drei Jahre später erneut, als auf einem prunkvollen Reichstag Barbarossas zwei päpstliche Legate erschienen und einen Beschwerdebrief des kirchlichen Herren überbrachten. Neben allerlei Vorwürfen fand sich darin der Hinweis, dass die kaiserliche Würde ein Lehen der päpstlichen Oberhoheit sei. Es kam zum Tumult bei der deutschen Gefolgschaft des Kaisers, wobei ein Legat ein Warf, von wem hat er dann das Kaisertum, wenn nicht vom Herrn Papst? Diese erneute päpstliche Demütigung saß tief. Im folgenden Jahr überschritt ein kaiserliches Heer von mehr als zehntausend Mann die Alpen. Brescher ergab sich, Mailand wurde gezwungen, die Tore Städte Oberitaliens gestützt. Jetzt mussten sie sämtliche Reichsgüter, die sie sich im Laufe der Zeit angeeignet hatten, zurückgeben. Und nur das wurde ihnen zugestanden, für dessen einwandfreien Erwerb sie den urkundlichen Nachweis erbringen konnten. Überdies durchstreiften kaiserliche Boten die päpstlichen Gebiete und tasteten sie nach alten Rechten der Krone ab. Gerade zu diesem Zeitpunkt starb der Papst. Die Kardinäle spalteten sich in zwei Lager für und gegen Barbarossa. Und so wurden zwei Päpste gewählt. Die Kirchenfürsten aus Deutschland und der Lombardei wählten Papst Viktor IV. Die übrigen erhoben Alexander III. zum Papst, eben jenen Legaten, der auf Barbarossas Reichstag das demütigende Schreiben des Papstes überbracht hatte. Die jetzt folgende Auseinandersetzung zwischen Alexander III. und dem Kaiser dauerte fast 20 Jahre. Papst Alexander flüchtete nach Frankreich und versuchte eine internationale Allianz gegen den Kaiser auf die Beine zu stellen. Barbarossa machte Mailand dem Erdboden gleich. Alexander III. kehrte nach Rom zurück. Der Kaiser erschien mit seinem Heer in der Heiligen Stadt und setzte seinen Gegenpapst auf den Thron. Alexander III. floh erneut. Da raffte das kaiserliche Heer eine tückische Seuche hinweg. Jetzt war es Barbarossa, der auf Schleichwegen mit dem kümmerlichen Rest seiner Mannschaft Richtung Heimat floh. Denn in den norditalienischen Städten brauchte er sich derart geschwächt nicht blicken zu lassen. Die hatten sich nämlich in der Zwischenzeit zum Veroneser Bund zusammengeschlossen, um das kaiserliche Joch abzuschütteln. Barbarossa hatte eine Weile genug von Italien. Erst sechs Jahre später überquerte er erneut mit 8000 Brittern die Alpen. Der Veroneser Städte Bund handelte mit dem Kaiser einen Frieden aus. Barbarossa schickte den größten Teil seines Heeres nach Hause in der Überzeugung, die Herrschaft in Oberitalien gefestigt zu haben. Die Städte dachten aber nicht daran, die Abmachungen zu halten, jetzt, wo das Kaisers Militär macht so geschwächt war. Es kam zum Kampf. Der Kaiser erlitt eine böse Schlappe gegen die überlegenen Mailänder, die sich für die Zerstörung der Stadt rächen wollten. Jetzt blieb Barbarossa nichts anderes übrig, als mit Papst Alexander den Dritten Frieden zu schließen. Als sich die beiden 1177 in Venedig trafen und der Kaiser des Papstes Fuß küsste, da soll nach Auskunft der kirchlichen Schreiber Papst Alexander den Fuß auf des Kaisers Nacken gesetzt haben mit den Worten »Auf Schlangen und Ottern mögest du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen« des Kaisers Schreiber überlieferten die Worte Barbarossas. »Nicht dir gilt es, sondern Petrus«, der Papst soll darauf geantwortet haben, »Mir und Petrus«. Wie es scheint, wollte sich Barbarossa mit seiner Niederlage noch nicht abfinden. Er verheiratete seinen Sohn mit der Thronerbin der in Süditalien herrschenden Normannen und verlieh ihm bei der Hochzeit den Titel Cäsar. Jetzt war er in der Lage, den Papst in die Zange zu nehmen. Mit dem Besitz Süditaliens mag er noch manch andere Hoffnung verknüpft haben. Vielleicht wollte er teilhaben an den lukrativen Unternehmungen im Morgenland. Nur so scheint es verständlich, dass er als 60-Jähriger mit 20.000 Mann zu einem Kreuzzug ins Heilige Land aufbrach. Er sollte nicht wiederkommen. In Kleinasien erfocht er noch einen letzten Sieg und ertrank dann in den Fluten des Salem. Eine Ära ging zu Ende, endgültig. Die Ära der großen europäischen Reiche. Es wird keinen Herrscher mehr geben, der sich mit Karl dem Großen oder Otto dem Großen vergleichen könnte. Der Sieg des Papsttums zeichnete sich ab. Wohl begehrte noch der eine oder andere König oder Kaiser dagegen auf, doch das Blatt begann sich unwiederbringlich zu wenden. Bonifatius VIII kam 1294 auf den päpstlichen Stuhl. In seiner Bulle heißt es Papst Bonifat VIII stiftete den gläubigen Christen das Jubeljahr. Das antike Rom feierte den Anfang eines neuen Jahrhunderts durch große Festlichkeiten. Auch die Juden hatten ihr Jubel oder Versöhnungsjahr. Dadurch war der Papst auf den Gedanken gekommen, solche Jubeljahre auch in der Christenheit einzuführen. Wer in dem Jubeljahr nach Rom pilgerte und hier sein Schärflein auf dem Altar niederlegte, der erhielt vollkommenen Ablass für alle Sünden, die er in seinem Leben begangen hatte und war wieder unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Oder noch unschuldiger, denn in diesem steckt doch nach der Kirchenlehre bereits die Erbsünde, die erst durch die Taufe gelöscht wird. Von allen Seiten strömten die Sünder nach Rom. Im Jahre 1300 waren es rund 200.000. Der Gewinn, den sowohl die Römer als auch die Papstkirche davon hatten, war unermesslich. Was von den reichen Leuten an Gold und Silber geopfert wurde, hat die päpstliche Schatzkammer wohlweislich verschwiegen. Allein an Kupfergeld kamen in diesem goldenen Jahre 50.000 Goldgulden zusammen. Nach einer ungefähren Schätzung belief sich der ganze Ertrag des Jubeljahres auf 15 Millionen. Für die damalige Zeit war das eine ganz außerordentliche, eine unerhoerte Summe. Die unerwartetreiche Ernte machte den Päpsten natürlich Lust zu einer baldigen Wiederholung. 100 Jahre sind gar zu lang und so hatte Papst Klemens VI. die beispiellose Güte zu bestimmen, dass das nächste Jubeljahr bereits in 50 Jahren gefeiert wurde, denn ihm war ein ehrwürdiger Greis mit zwei Schlüsseln, also wahrscheinlich St. Peter erschienen, der ihm mit drohender Gebärde zugerufen hatte. Öffnet die Pforte! Und da musste er natürlich gehorchen. In der Jubelbulle befiehlt der Papst den Engeln des Himmels auch diejenigen, die auf der Reise nach Rom gestorben sind, vom Fegefeuer zu erlösen und in die Freuden des Paradieses einzuführen. Am Altar von St. Paul lösten sich Tag und Nacht zwei Priester mit Kruppiers Rechen in der Hand ab, die unaufhörlich das geopferte Geld einstrichen und fast der Last ihrer Arbeit erlagen. Das Gedränge in der Kirche war so groß, dass viele der Gläubigen erdrückt wurden. Die Zahl der Wallfahrer gibt man auf eine Million und einige Hunderttausende an und den Ertrag dieser Jubelernte auf mehr als 22 Millionen. Zum Andenken an die Lebensjahre Jesu verkürzte Papst Urban VI. die Zeit zwischen den Jubelernten auf 33 Jahre, damit er selbst im Jahr 1383 noch in den Genuss desselben käme. Und wegen der Kürze des Menschen Lebens wurde der Abstand in späterer Zeit auf 25 Jahre verkürzt. Bonifatius IX. wurde 1389 Papst. Er berechnete, dass viele Christen nicht nach Rom kämen, weil die Reise zu viel kostete und weil sie vielleicht auch wegen ihrer Geschäfte nicht abkömmlich wären. Diesen schickte er die Gnade ins Haus, indem er Leute aussandte, denen er die Macht beilegte, für den dritten Teil der Reisekosten nach Rom vollgültigen Ablass zu erteilen. Trotz dieses Entlastungsangebots ließen es sich die Fremden nicht nehmen, nach wie vor in die heilige Stadt zu strömen. Und in dem Jubeljahr unter Nikolaus V., der von 1447 bis 1455 regierte, konnte die Tiberbrücke die Menge der Menschen nicht tragen, sie brach zusammen. 200 Gläubige verloren dabei ihr Leben. Unterdessen gestaltete sich für die weltlichen Herrscher das Regieren immer schwieriger. Da war da war nur der Papst in Rom, der die Oberherrschaft über die ganze Welt beanspruchte, nein, auch im Bürgertum der Städte war eine neue Kraft herangewachsen, die allmählich das alte Lehnsystem Stück für Stück ablöste. Vorreiter waren die Städte der Lombardei, als sie sich zum Veroneser Bund zusammenschlossen und Kaiser Barbarossa erfolgreich getrotzt hatten. Der Geschichtsschreiber Otto von Freising berichtete von ihnen, denn sie lieben die Freiheit so sehr, dass sie sich jedem Übergriff der Gewalt entziehen und sich lieber von Konsulen als von Herrschern regieren lassen. Da es bekanntlich bei ihnen drei Stände gibt, nämlich Kapitane, Valvasoren und Bürger, werden, um keinen Hochmut aufkommen zu lassen, diese Konsulen nicht aus einem, sondern aus allen Ständen gewählt und damit sie sich nicht zur Herrschsucht verleiten lassen, werden sie jedes Jahr ausgetauscht. So kommt es, dass das Land fast vollständig unter Stadtstaaten aufgeteilt ist und dass man ferner kaum einen Edlen oder Großen von noch so großem Ehrgeiz findet, der sich nicht dieser Herrschaft der Städte beugte. Damit sie nicht der Mittel entraten, auch die Nachbarn zu unterdrücken, halten sie es nicht für unter ihrer Würde, junge Leute der unteren Stände und auch Handwerker, die irgendein verachtetes mechanisches Gewerbe betreiben, zum Rittergürtel und zu höheren Würden zuzulassen. So kommt es, dass sie an Reichtum und Macht die übrigen Städte der Welt übertreffen. Aber es sollte nicht lange dauern, bis überall in Europa das Beispiel der Italiener Schule machte. Stadtluft macht frei über Jahr und Tag. Das war ein Ausspruch jener Tage, der auf die ländliche Bevölkerung der Umgebung eine große Anziehungskraft ausübte. Jeder grundherrschaftlich abhängige Bauer konnte in die Stadt ziehen und war nach Ablauf einer Frist von 366 Tagen frei. Er konnte nicht mehr von seinem früheren Herrn zurückgefordert werden. Als freier Bürger genoss er den Schutz der Stadt und konnte einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit nachgehen. Er konnte Handel treiben oder sich als Handwerker sein Brot verdienen. Mit den alten Marktrechten, die die Städte meist besaßen, war auch die Aufsicht über Maße und Gewichte verbunden. Münz und Zollrechte kamen Manche Stadt konnte sich sogar das Recht der Hochgerichtsbarkeit erkämpfen. In Deutschland folgte der große Rheinische Städtebund dem italienischen Beispiel. Mainz, Worms und Oppenheim schworen sich Beistand bei jeder Bedrohung von außen. Der schweizerischen Eidgenossenschaft der drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden traten bald auch Luzern, Zürich und Bern bei. Bis heute hat ihr Bund überdauert. Eine neue Zeit war angebrochen. Die Kreuzzüge hatten die Grenzen des mittelalterlichen Europa gesprengt. Das Heilige Land musste man zwar wieder an die Sarazenen abtreten, doch der Zuwachs an Kenntnissen aller Art aus der arabischen Welt war unbestreitbar. Und der Handel mit weit entfernten Ländern des Orients brachte vielen Städten großen Wohlstand. Doch mit den hochgeschätzten Waren Matteo Villani Chronist im italienischen Florenz berichtete 1346 In diesem Jahr begann sich im Osten, in China und Nordindien und weiteren Gebieten unter den Menschen jeden Alters und Geschlechts eine Seuche auszubreiten. Man fing an Blut zu spucken und der eine starb sofort, der andere nach zwei oder drei Tagen. Die Krankheit kam in Schüben und erfasste ein Volk nach dem anderen und innerhalb eines Jahres ein Drittel des Erdteils der Asien heißt. Zuletzt erreichte sie die Völker am Schwarzen Meer. Unruhe begann sich in Genua auszubreiten, denn Genua hatte auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer eine Handelsniederlassung, Kaffa. Kaffa wurde gerade von den Tartaren belagert, doch erreichten immer wieder Schiffe den Hafen und vielleicht konnte man sich mit den Tartaren noch einigen oder sie wurden der Belagerung müde. Ein junger Notar aus Piacenza weilte eben zu der Zeit in Kaffa, Gabriele de Mussis. Nach seiner glücklichen Heimkehr berichtete er zu zu diesem Zeitpunkt befiel die Seuche die Tartaren ihr ganzes Heer geriet in Panik und täglich starben Tausende den eingeschlossenen erschien es als ob Rachepfeile vom Himmel flögen um den Übermut der Feinde zu zügeln als die nunmehr vom Kampf und der Seuche geschwächten Tartaren bestürzt und völlig verblüfft zur Kenntnis nehmen mussten dass ihre Zahl immer kleiner wurde und erkannten dass sie ohne irgendeine Hoffnung auf Rettung dem Tod ausgeliefert waren banden sie die Leichen auf Wurfmaschinen und ließen sie in die Stadt Kaffa hineinkatapultieren damit dort alle an der unerträglichen Seuche zugrunde gehen sollten man sah wie sich die Leichen die sie auf diese Weise hineingeworfen hatten zu Bergen türmten die Christen konnten sie nämlich weder wegschaffen noch vor ihnen fliehen eine Rettung schien nur dadurch möglich dass man die herabstürzenden Leichen so weit es möglich war in den Fluten des Meeres versenkte bald war jedoch die ganze Luft verseucht und ebenso das Wasser durch die krankmachende Fäulnis vergiftet es breitete sich ein solcher Gestank aus dass von Tausenden nur noch einer in der Lage war das Heer zu verlassen und die Flucht zu wagen so gelangte man aus der erwähnten Stadt Kaffa mit einigen Schiffen welche von zwar noch lebenden aber bereits mit der Seuche infizierten Seeleuten gesteuert wurden nach Genua mit anderen nach Venedig mit wieder anderen in weitere Regionen der Christenheit Es klingt unglaublich kaum gingen die Matrosen irgendwo an Land die krankmachenden Ausdünstungen begleiteten sie ja und kamen dort mit den Menschen in Berührung starben diese So kam die Pest nach Europa Die Hafenstadt Genua war eine der größten Städte des Kontinents Doch jetzt hielt der Schwarze Tod reiche Ernte Bald konnte die Stadt Regierung keine rechtsbindenden Beschlüsse mehr fassen da die meisten Ratsmitglieder der Seuche zum Opfer gefallen waren Nach den Berichten Demussis überlebte nur einer von sieben Viele Genueser flohen und brachten die Pest ins Hinterland Unaufhaltsam fraß sich die verheerende Seuche durch Europa Aus Venedig berichtete Lorenzo de Munazis Gleich zu Beginn raffte die Pest innerhalb weniger Tage führende Persönlichkeiten Richter und Beamte hinweg die man in den Großen Rat gewählt hatte Danach auch diejenigen welche deren Platz eingenommen hatten Im Monat Mai nahm sie so sehr zu und wurde derart ansteckend dass Plätze Höfe Grabstätten und Friedhöfe von Leichen überquollen Viele wurden an öffentlichen Wegen begraben einige unter dem Boden ihrer Häuser Unzählige starben ohne dass jemand dabei war und ihre Leichen stanken aus den verlassenen Häusern Keine natürliche Flamme könnte fettige Dinge die sich nahe beieinander befinden so umzingeln oder verbrennen wie diese Pest alles verdarb und befiel was in ihrer Nähe war keiner der sich bei einem Sterbenden aufhielt konnte dem Toten kommen hauchte nämlich jemand sein Leben aus wurde alles von einem unentrimmbaren tödlichen Ansteckungsstoff erfüllt so überließen sich Eltern Kinder Geschwister Nachbarn und Freunde gegenseitig ihrem Schicksal die Ärzte besuchten keine Patienten mehr sondern ergriffen die Flucht ein Handelsschiff das in Genua abgewiesen wurde ging in Marseille vor Anker Jetzt kam die Pest auch über Frankreich Die medizinische Fakultät in Paris erstellte ein Gutachten über die Seuche Wir die Mitglieder des Medizinalkollegiums zu Paris legen hiermit nach reiflicher Überlegung und gründlicher Diskussion über die vorherrschende tödliche Pest sowie nach Erforschung der Meinung unserer alten Lehrer eine klare Analyse dieser Seuche nach den Regeln der Astrologie und Naturwissenschaften vor Wir erklären folgendes Man weiß dass in Indien und den Ländern am großen Meer die Gestirne welche mit den Sonnenstrahlen und der Hitze des Himmelsfeuers kämpfen ihren Einfluss besonders auf auf das Meer ausüben und heftig gegen seine Gewässer ankämpfen dabei entstehen Dämpfe welche die Sonne verdunkeln und ihr Licht in Finsternis verwandeln diese Dämpfe bilden einen Kreislauf des Steigens und Fallens von 28 Tagen schließlich wirken die Sonne und ihr Feuer so stark auf das Meer ein dass sie eine große Menge davon anziehen und in Dampf verwandeln der sich in die Luft ist nun irgendwo das Wasser durch verendete Fische verdorben kann es durch die Sonnenwärme nicht mehr aufgelöst und weder in heilsamen Dampf noch Hagelschnee oder Reif verwandelt werden sondern die Dünste verbreiten sich in der Luft und hüllen manche Gegenden mit Wolken ein so geschah es in Arabien Teilen Indiens in den Ebenen und Tälern Mazedoniens in Albanien Ungarn Sizilien und Sardinien wo kein Mensch am Leben blieb wir glauben dass die Gestirne sich mithilfe der Natur darum bemühen durch ihre himmlische Macht das Menschengeschlecht zu erhalten und von seinem Leid zu befreien sie werden mithilfe der Sonne durch die Kraft ihres Feuers die dichten Wolken innerhalb von zehn Tagen bis zum 17 Juli durchbrechen der Nebel wird sich dann in einen giftigen Regen verwandeln nachdem die Luft wieder rein wird sobald ihn Donner und Hagel ankündigen muss jedermann mit Niederschlägen rechnen und den Kontakt mit der Luft während des Regens vermeiden danach soll man große Feuer aus Weinreben Lorbeer Zweigen oder anderem noch grünen Holz anzünden ferner viel Weihrauch und Kamille auf öffentlichen Plätzen und zu Hause verbrennen niemand soll die Felder betreten bevor sie völlig trocken geworden sind drei Tage soll man auch wenig Nahrung zu sich nehmen und sich vor der Kühle des Morgens des Abends und der Nacht hüten Als klar wurde dass die ärztlichen Prognosen nicht zutrafen begann man andere mögliche Ursachen ins Auge zu Fremde wurden mit großem Argwohn betrachtet und in Narbon erklärte ein Richter dass man Männer mit verdächtigem Pulver festgenommen habe die zum Teil freiwillig zum Teil unter der Folter Giftanschläge gestanden hätten sie seien vermutlich von Engländern für ihre Schandtaten bezahlt und deshalb mit Zangen gezwickt zerstückelt und schließlich verbrannt worden es musste eine Ursache geben für diese Seuche die das ganze Menschengeschlecht dahin zu raffen drohte manche glaubten zu bemerken dass junge und schöne Menschen bevorzugt Opfer der Pest wurden Charland de Vinariot der Leibarzt des Papstes hatte wieder eine andere Theorie In In Avignon kamen zunächst die Spanier um weil sie schmutzig waren und viel Fleisch aßen was sehr viel Blut erzeugt das wenn es in großer Menge vorhanden ist leicht in Fäulnis übergeht dann weil sie unmoralisch lebten und weil sie aus bereits verseuchten Gebieten nach Avignon kamen Angesteckt wurden schließlich auch die Juden weil auch sie in unhygienischen Verhältnissen lebten und sich ebenfalls in einer anderen Region aufgehalten hatten wo aufgrund der Besonderheit und des Klimas der Gegend eine tödliche Seuche grassierte Aus diesem Grund starben auch solche die durch körperliche Arbeit geschwächt waren etwa die Bauern Bei ihrer Arbeit atmen sie nämlich notwendigerweise viel verseuchte Luft ein sie erkranken also weil sie Tag und Nacht unter freiem Himmel der Luft ausgesetzt sind die sie durch die Atmung aufnehmen weitere Gründe weshalb zu Epidemie Zeiten die meisten Menschen erkranken und sterben sind die Angst und all die Eindrücke die durch häufiges Glocken läuten die Totengesänge und Leichen karren hervorgerufen werden Man nimmt wahr wie jeder Mann vom Tod heimgesucht wird In vielen Städten wurden jetzt die Glocken nicht mehr geläutet und Trauerzüge durch die Stadt wurden verboten Papst Clemens VI. mied den Kontakt zur Außenwelt niemand hatte Zutritt zu seinen Gemächern ununterbrochen ließ er große Feuer unterhalten er gab die Anweisung Pestleichen zu sezieren um der Krankheit auf die Spur zu kommen Man fand das was man suchte verfaulte Körpersäfte Fäulnis der inneren Organe hervorgerufen durch einen Überschuss des feucht warmen Blutes Adalas ist da die einzig mögliche Therapie Die Diagnosen waren alle zweifellos sehr gelehrt doch waren sie auch richtig Natürlich wusste man damals nicht dass Ratten und Flöhe die Krankheit übertrugen und beides gab es überall in Mengen Das von den Kranken tödlicher Pesthauch ausging nämlich dann wenn die Lunge befallen war das war nicht zu bezweifeln so versuchten sich die wenigen Ärzte die nicht vor der Seuche geflohen waren durch Pestmasken zu schützen in das schnabelförmige Behältnis vor Nase und Mund steckte man Leinen Streifen die in Essig oder anderen Essenzen getränkt waren aber es gab kein Mittel gegen die Pest alles was man versuchte war vergebens die Pest war die Züchtigung Gottes und hatte nicht Papst Clemens VI zur Wallfahrt nach Rom aufgerufen zum zweiten Jubeljahr in der Geschichte der Christenheit lange bevor irgendjemand von der Seuche ahnen konnte das war ein Fingerzeig Gottes und so strömten die Gläubigen im Pestjahr 1350 in Scharen nach Rom beteten und leisteten ihre Buße und brachten die Seuche auch in die Gegenden die bis dahin verschont geblieben waren doch vielen war eine Wallfahrt nicht genug es schienen sich die Prophezeiungen der Apokalypse zu erfüllen das Ende der Welt war nahe während die einen ihr Vermögen verprassten um dem Leben noch so viel wie möglich abzugewinnen fanden sich die Bußfertigen zu Prozessionen zusammen sie wollten dem Leiden Christi nacheifern und sich geißeln wie dieser geißelt wurde sie zogen von Stadt zu Stadt und brachten auch oft die Pest mit sich jeder trug Geißeln die an ihm herunter hingen und sie sangen ihr Lied diese Bittfahrt ist zu erhaben Christus ging selbst nach Jerusalem und trug sein Kreuz in der Hand nun helfe uns der Heiland sie hatten zwei oder drei Vorsänger denen sie antworteten und kamen sie in Kirchen verschlossen sie diese legten ihre Gewänder bis auf das Unterkleid ab sodass sie von den Lenden bis zu den Knöcheln nur noch Leinen trugen während der Prozession umschritten sie in zweier Reihen Kirche und Kirchhof und sangen und jeder Teilnehmer schlug sich mit seinen Geißeln hoch bis zu den Achseln sodass das Blut über die Knöchel floss und man trug Kreuze Kerzen und Fahnen voraus und sie sangen während der Prozession trete her wer büßen will so entkommen wir der heißen Hölle Lucifer ist ein böser Geselle wen er greifen kann den stürzt er ins Elend jede Geißel war eine Art Stock von welchem drei Stränge mit großen Knoten vorne herab hingen mitten durch die Knoten liefen von beiden Seiten sich kreuzende eiserne nadelscharfe Stacheln die in der Länge eines Weizenkorns oder etwas mehr aus dem Knoten ragten mit solchen Geißeln schlugen sie sich auf den entblößten Oberkörper so dass dieser blau verfärbt und entstellt anschwoll und das Blut nach unten lief und die benachbarten Wände der Kirche worin sie sich geißelten bespritzte zuweilen trieben sie sich die eisernen Stacheln so tief ins Fleisch dass man sie erst nach wiederholten Versuchen herausziehen konnte eine Bußfahrt dauerte dreieunddreißig einhalb Tage und entsprach damit den Lebensjahren Christi bis zu hunderttausend Gläubige sollen an einigen dieser kollektiven Rasereien teilgenommen haben und es ging dabei nicht immer friedlich zu den Einzug der Geißler in der Reichsstadt Frankfurt dokumentierte der Chronist Kaspar Kamenz Im Jahre 1349 als die Sekte der Flagge Landen scharenweise unser Deutschland seine Städte und Orte durchschwärmte kam eine sehr große Zahl von ihnen auch nach Frankfurt Als sie hier sahen wie die Juden in den besten Vierteln wohnten waren sie ich wage nicht zu sagen ob zu recht so empört dass sie die Schmach unseres Herrn rächen die Waffen nehmen und kämpfen wollten Es entwickelte sich ein Getümmel wobei man die Juden niedermetzelte Vergeblich setzten sich die Bürger für die Unversehrtheit und Sicherheit der Juden ein Die Geißler stürzten in deren Häuser griffen sie an und die Juden die zu den Waffen eilten wurden niedergemacht Die Sturmglocke läutete und die Bürgerschaft verteidigte sie Dank deren Stärke und Mutes wurden den Juden nicht ohne erhebliches Blut vergießen die meisten waren dem Schwert zum Opfer gefallen ihre Ruhe zurückgegeben Doch als ob die Ausschreitungen gegen sie mit Wissen oder gar nach dem Willen der Stadtväter und Bürger geschehen wäre begannen diese sich äußerst argwöhnisch zu verhalten und sannen nicht nur gegen einige sondern gegen alle Bürger auf Rache Die Juden waren ein verfemtes Volk Bereits auf dem vierten Laterankonzil im Jahre 1215 waren sie vom damaligen Papst Innozenz dem Dritten für ihren Mord an Christus zur ewigen Sklaverei verdammt worden Seither musste jeder Jude ab seinem siebten Lebensjahr als Kennzeichen den spitzen Judenhut tragen Viele Berufe waren ihnen verwehrt und so verdiente sich so mancher aus ihrer Mitte seinen Lebensunterhalt als Geldverleiher ein Gewerbe das den Christen untersagt war Missgunst Neid und Argwohn begleitete sie daher ständig Als man jetzt nach Schuldigen suchte für die schreckliche Seuche da waren sie die ersten Opfer Der Konstanzer Domherr Heinrich von Diesenhofen berichtete In diesem Jahr verbrannte und tötete man die Juden vom Johannes Fest bis Allerheiligen in ganz Burgund mit Ausnahme der Stadt Avignon die der Papst erworben hatte bis hin nach Solothurn wo man sie ebenfalls umbrachte weil man ihnen die tödliche Seuche die in diesem und im folgenden Jahr wütete in die Schuhe schob Man erzählte sich und hörte ja sie gestanden es selbst dass sie wie auch den Aufzeichnungen des folgenden Jahres zu entnehmen ist die Brunnen vergiftet hätten drei Jahre wütete die erste Pestwelle in Europa doch damit war die Seuche noch nicht überstanden Mailand wurde erst zehn Jahre später erfasst und 1370 sowie 1380 flammte die Pest erneut auf danach war nichts mehr wie früher rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung war dahingerafft aus Florenz berichtete der Chronist Matteo Villani da die Leute nur noch wenige waren und deshalb im Überfluss Grund und Boden erbten vergaßen sie die Vergangenheit als ob sie nie vorhanden gewesen wäre das niedrige Volk wollte nicht mehr in den alten Berufen arbeiten da Männer und Frauen vom Überfluss überwältigt wurden den man in allen Bereichen vorfand man verlangte auch nach teuren und köstlichen Speisen wenn geheiratet wurde kleideten sich die Kinder und Frauen niedrigen Standes in all die schönen und teuren Gewänder der Vornehmen die umgekommen waren Die Händler hatten durch die Seuche stark an Bedeutung verloren denn wer wollte schon in diesen Zeiten Handel treiben wo jeder Fremde argwöhnisch betrachtet wurde aus Angst ob er nicht die Pest einschleppe oder die Brunnen vergiften wolle aber es wird nicht lange dauern bis die großen und mächtigen Handelshäuser gegründet werden Hans Fugger der Stammvater der berühmten Kaufmannsfamilie war eben dabei sich in Augsburg als Weber niederzulassen Die entvölkerten Städte vergaben nämlich nach jeder Pestwelle Zuzugsrechte um die Sterbeziffern auszugleichen denn viele Häuser standen leer und drohten zu verfallen Handwerk hat goldenen Boden Nach den grauenvollen Jahrzehnten war das jetzt die Devise In den Städten brach die Herrschaft der Zünfter an Schuhmacher Bäcker Fleischer Steinmetze und Schmiede dominierten die Ratsversammlungen das waren die Bürger des neuen Mittelstandes an ihrem Wirken erkennt man am deutlichsten den Anbruch einer neuen Zeit Johannes Gutenberg wurde um das Jahr 1400 geboren seine Erfindung des Buchdrucks muss eine Revolution gewesen sein plötzlich waren Bücher und damit Informationen für breite Schichten der Bevölkerung erschwinglich Viele große und kleine Erfindungen verändern jetzt das Leben Auf den Kirchtürmen sieht man immer häufiger große Uhren und man beginnt Arbeitszeit nicht mehr in Tagen sondern in Stunden zu messen Das ist der neue Lebensrhythmus Doch der gilt noch nicht für alle Das Mittelalter lässt sich nicht in allen Bereichen so leicht abschütteln Es gibt sie immer noch die Ritter Doch jetzt im 15. Jahrhundert werden sie zunehmend zum Anachronismus Einst als Panzerreiter gegen die Horden der Ungarn zu Ruhm und Ansehen gelangt prägten sie schnell das mittelalterliche Leben und wurden bald zum niederen Adel erhoben Prächtige Ritterturniere höfischer Minnesang und Ritterehre sind untrennbar mit dem Mittelalter verbunden Doch jetzt geht ihre Zeit zu Ende Bereits Pfeile trafen noch auf 200 Meter Entfernung ihr Ziel und ihre Kraft durchschlug sogar den Plattenpanzer Von den edlen Rittern wurde die Bogenwaffe natürlich verschmäht Das war etwas fürs Fußvolk Doch das Fußvolk diese Bauern Krieger die machten den Rittern allmählich schwer zu schaffen Sie kämpften keinen ehrlichen ritterlichen Kampf nach Regeln Sie kämpften um zu siegen und da war ihnen jedes Mittel recht Die Ehre war ihnen einerlei Mit langen Spießen stellten sie sich in geschlossenem Verband auf Ritt man dagegen an dann gruben sich die Spieße tief in die Pferdeleiber und sofort waren sie mit ihren schrecklichen Hellebarden über dem gestürzten Reiter und schlugen ihm grausame Wunden Der kam meist gar nicht mehr dazu sein Schwert zu benutzen Ein ritterliche Schonung zu erwarten Die Bürger Heere und Bauern Krieger wollten kein Lösegeld von den adligen Verwandten erpressen Sie drehten den Ritter der sich in seiner Rüstung kaum bewegen konnte einfach auf den Bauch und stachen mit ihren Spießen in das ungeschützte Sitzfleisch bis der Ritter ins Gras biss Die Rüstung die war kostbar Den nackten Körper ließ man liegen Nein es war nicht mehr die Zeit der Ritter und der Ritterspiele die jetzt anbrach Während auf der einen Seite Genies wie Leonardo da Vinci die Türen einer neuen Zeit aufstoßen Impulse setzen in der Architektur in Technik Astronomie in Physik und Anatomie und nicht zu vergessen in der Malerei verschanzen sich auf der anderen Seite die ewig gestrigen hinter Glaubens Postulaten und Hexen Wahn Für sie ist das Mittelalter noch lange nicht zu Ende Ihre Scheiterhaufen werden bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinein brennen Im Dezember 1484 veröffentlichte Papst Innozenz der Achter eine päpstliche Bulle die als Hexen Bulle in die Geschichte einging Nicht ohne schmerzliche Sorge ist uns kürzlich zur Kenntnis gelangt dass in einigen Teilen Norddeutschlands sowie in den Provinzen Gemeinden und in den Diözesen Mainz Köln Trier Salzburg und Bremen viele Personen beiderlei Geschlechts uneingedenk ihres eigenen Heils und vom katholischen Glauben abweichend sich mit Teufeln und teuflischen Wesen selbst entehrt haben und durch ihre Beschwörungen Zauber Zauber Formeln und abscheuliche Zaubereien die Nachkommen der Frauen und die Jungtiere zugrunde richten die Früchte der Erde die Trauben an den Weinstöcken und das Obst an den Bäumen ja sogar Männer Frauen und Tiere auch Weinberge Obstgärten Wiesen und Weiden Roggen Weizen und andere Getreide der Erde verfluchen und vernichten diese teuflischen Wesen plagen und quälen außerdem Männer und Frauen Herdentiere sowie Vieh aller Art mit Schmerzen und Krankheit innerlich und äußerlich sie hindern die Männer zu zeugen und die Frauen zu empfangen weshalb weder Männer mit ihren Frauen noch Frauen mit ihren Männern den Geschlechtsakt ausführen können darüber hinaus entsagen sie dem Glauben den sie durch das Sakrament der Taufe erhielten und scheuen sich nicht angestiftet vom Feinde der menschlichen Rasse die abscheulichsten Gräuel und Exzesse zum Schaden der menschlichen Seele zu verüben wobei sie die göttliche Majestät beleidigen und die Ursache von Ärgernissen und gefährliche Beispiele für viele sind Es gab schon vorher päpstliche Manifeste gegen Zauberei und Hexentum auch wurden schon vor dieser Zeit Hexen verbrannt aber die Dominikaner die mit der Inquisition betraut waren machten keine große Sache daraus es geschah eher beiläufig und stillschweigend das sollte sich jetzt ändern Angestiftet durch die Bulle des Papstes erschienen zwei eifrig hexengläubige Dominikaner Mönche beim Heiligen Vater Heinrich Institoris und Jakob Springer beide konnten auf eine langjährige Erfahrung in Sachen Hexenverfolgung zurückblicken und erwirkten von Papst Innozenz dem Achten einen Erlass der ihnen die alleinige Zuständigkeit in Sachen Hexen zusprach mit dieser Vollmacht durften sie gegen Verdächtige nach eigenen Gutdünken vorgehen was für eine groß angelegte Hexenjagd fehlte das war eine Anleitung für das praktische Vorgehen wenn man einen Verdächtigen gefunden hatte also verfassten sie ein Handbuch für den Hexenjäger den Hexenhammer Papst und der Begriff Ketzer neu definiert Der Glaube an Hexen war jetzt eng mit dem christlichen Glauben verbunden und so war ab sofort jeder ein Ketzer der nicht an Hexen glaubte Auf Auf der einen Seite konnte man damit die letzten Reste von nicht christlichem Aberglauben beseitigen Auf der anderen Seite hatte man jetzt ein nützliches Instrument zur Hand gegen das neue Denken das überall im Gottesstaat des Papstes um sich griff Da gab es allerdings Menschen die der Vernunft einen Wert beimaßen wo doch jeder wissen sollte dass Vernunft der Heresie gleich kommt da sie dem Glauben im Wege steht Und der Glaube ist jetzt per päpstlicher Bulle Hexenglaube Dank der neuen Buchdruckkunst wurde das Buch ein Bestseller Bis 1669 erlebte es 29 Auflagen und wurde in mehrere Sprachen übersetzt Der Richter beginne den Prozess durch eine allgemeine Vorladung in der Weise wie folgt indem er sie an den Türen der Kirche oder des Rathauses anheftet Da wir mit allen unseren Neigungen erstreben und aus vollem Herzen ersehnen dass das uns anvertaute christliche Volk in der Einheit und Klarheit des katholischen Glaubens eifrig gepflegt und von aller Pest der ketzerischen Verkehrtheit ferngehalten werde befehlen wir unter der Strafe der Exkommunikation innerhalb der zwölf zunächst zu rechnenden Tage man möge uns enthüllen wenn jemand weiß gesehen oder gehört hat dass irgendeine Person als Ketzerin oder Hexe übel beleumundet oder verdächtig sei und dass sie im besonderen so etwas betreibe was zur Schädigung der Menschen der Haustiere oder der Feldfrüchte auszuschlagen vermag wenn jemand Eben Ebenso Ebenso wie Ketzer gegen Ketzer zum Zeugnis zugelassen wird so auch Hexer gegen Hexer jedoch immer nur gegen und nicht für auch Gattin Söhne und Angehörige gegen und nicht für und zwar deshalb weil deren Zeugnis zum Beweise wirksamer ist Wer aber für einen verdächtigen Zeugnis ablegte war automatisch auch verdächtig und geriet damit in die Fänge der Inquisition und einmal erfasst gab es kein Entrinnen Was schließlich der Richter tun muss ergibt sich klar dass nämlich wie es die allgemeine Gerichtspflege verlangt zur Strafe des Blutes keine Angeklagte verurteilt wird wenn sie nicht durch eigenes Geständnis überführt wird wiewohl sie für offen in ketzerischer Verkehrtheit ertappt gehalten wird und von einer solchen Angezeigten ist jetzt auch die Rede so wird sie dann auf jeden Fall zur Erlangung eines Geständnisses den peinlichen Fragen und Foltern ausgesetzt und damit die Frage klar sei möge ein Fall angenommen werden der sich zu Speyer zutrug und zu vieler Leute Kenntnis gelangt ist als ein gewisser ehrenwerter Mann an einer gewissen Frau vorüber ging und er auf ihren Wink nicht in den Verkauf einer verkäuflichen Sache hatte willigen wollen rief sie unwillig hinter ihm her in kurzem wirst du wünschen zugesagt zu haben und so oder mit ähnlichem Sinne ist die gebräuchliche Art der Hexen zu sprechen da wandte er unwillig über sie und nicht mit Unrecht das Gesicht nach hinten um sie anzusehen in welcher Absicht sie die Worte ausgestoßen habe und siehe er ward plötzlich von einer Behexung betroffen indem sein Gesicht sich in schauderhafter Entstellung schräg bis zu den Ohren ausdehnte und er konnte es nicht zurückziehen sondern blieb lange Zeit in dieser Entstellung Es gibt vier Arten den Angeklagten zu überführen entweder nämlich durch das Recht wie zum Beispiel Folterwerkzeuge und Zeugen oder durch Evidenz der Tat oder durch Auslegung des Rechtes zum Beispiel dass der Angeklagte öfters vorgeladen worden sei oder durch heftigen Verdacht Das war jetzt der Gottes Start auf Erden unter der Alleinherrschaft des Papstes Zu viel hunderttausend guter Nacht herzlieb Tochter Unschuldig bin ich gematert und muss sterben Man hat mir den Daumenstock angelegt Bis dass das Blut heraus quoll Danach achtmal auf die Folter Herz lieb Kind Diese Schreiben halt verborgen Gute Nacht Ich seh dich nimmermehr Während ganz Europa hell aufleuchtete im Schein der Scheiterhaufen, sonnten sich die Päpste im Glanz ihrer gottgleichen Allmacht War das tatsächlich Gottes Start auf Erden? Auf dem Thron der Papst als der Allmächtige und um ihn herum die hell lodernden Fegefeuer der Sünder? Nein Es war eher ein letztes Aufbäumen der mittelalterlichen Geisteshaltung gegen die neu anbrechende Zeit Von Italien gehen die neuen Impulse aus Die Familie der Medici, durch Bankgeschäfte reich geworden, beherrscht Florenz Cosimo de Medici stiftet die platonische Akademie, an der sich bald Künstler und Denker der neuen Zeit versammeln Hier ist die dogmatische Geisteshaltung des Mittelalters bereits überwunden Der Mensch in seinem Wesen wird Mittelpunkt der Betrachtung Eifrig werden die großen Werke der griechischen Antike gelesen und diskutiert Plato, Sokrates, Pythagoras In der Architektur schafft sich das neue Denken Ausdruck Und auch hier ist es Cosimo de Medici, der großzügig Aufträge vergibt Brunelleschi und Michelozzo schaffen die gewaltige Domkuppel und den Palazzo Medici Lorenzo de Medici, er wird auch der prächtige genannt, tritt in die Fußstapfen seines Großvaters Cosimo Und führt Florenz in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einer Blüte, die ihresgleichen sucht Er tritt für eine Politik des Gleichgewichts unter den italienischen Stadtstaaten ein Selbst ein begabter Dichter sammelt er führende Humanisten um sich und fördert eifrig die Kunst Der junge Florentiner Michelangelo Buonarroti gehört zu seinen Schützlingen Und gilt als aufstrebendes Bildhauer- und Malertalent Er wird sich auch als Baumeister einen Namen machen, beim Bau von St. Peter in Rom Renaissance wird dieser Aufbruch in die Neuzeit genannt Überall ist er zu spüren, nicht nur in Florenz In Granada wirbt ein junger Mann aus Genua für seine Pläne, einen neuen Seeweg nach Indien zu entdecken Er glaubt an die Kugelgestalt der Erde und will nach Westen segeln Königin Isabella von Kastilien schenkt ihm Gehör und unterstützt das tollkühne Unternehmen Er wird Amerika entdecken Christoph Kolumbus Auch nördlich der Alpen ist die Aufbruchstimmung allmählich zu spüren Der Gelehrte Erasmus von Rotterdam genießt in breiten Kreisen bereits großes Ansehen In seinem Handbuch des christlichen Streiters setzt er sich für ein freies, vernunftgemäßes Christentum ein Das den sittlichen Gehalt des Neuen Testaments betont Er entwickelt einen Plan zur künftigen Vermeidung von Kriegen Alle christlichen Staaten sollten einen umfassenden Bund bilden Jedes Land solle ein genau bestimmtes Gebiet zugesichert erhalten Keine Vergrößerungen, keine Sonderabkommen oder überalterte Ansprüche sollten rechtens sein Renaissance und Humanismus regen sich überall als Boten einer neuen Zeit Der Horizont der Menschen weitet sich Und bald werden die Erkenntnisse der neuen Wissenschaften von der Natur der Dinge die Glaubensdogmen ablösen Unwiderruflich In Rom begann im Jahre 1506 der Neubau des Petersdoms Die Hofhaltung der Päpste konnte sich inzwischen mit der der altrömischen Kaiser messen Bald traten finanzielle Engpässe auf Papst Leo X. wusste sich zu helfen Der Heilige Vater erließ eine Bulle, worin allen, welche durch Geldbeträge den Bau der Peterskirche befördern würden, Ablass verkündigt wurde Die ganze christliche Erde wurde nun in verschiedene Bezirke eingeteilt Und Reisende des großen römischen Handelshauses dorthin geschickt Unter dem Titel päpstlicher Legaten oder Kommissarien Die Ablassbriefe, welche diese Reisende des Stadthalter Gottes verkauften, lauteten wie folgt Im Namen unseres allerheiligsten Vaters, des Stellvertreters Jesu Christi Spreche ich dich zuerst von aller Kirchenzensur los, die du verschuldet haben könntest Hiernächst auch von allen Missetaten und Verbrechen, die du bisher begangen So groß und schwer dieselben auch sein mögen Auch von denen, welche sonst allein der Papst vergeben kann Ich erlasse dir vollkommen alle Strafen, die du um dieser Sündenwillen billig im Fegefeuer erleiden solltest Ich mache dich wieder der Kirchensakramente und der Gemeinschaft der Gläubigen teilhaftig Und setze dich von Neuem in den reinen und unschuldigen Zustand zurück Worin du gleich nach der Taufe warst, sodass, wenn du stirbst, die Pforten der Hölle, wodurch man zur Qual und Strafe einzieht, verschlossen sein sollen Damit du geraden Weges in das Paradies gelangen mögest In der päpstlichen Kanzleitaxe war der Preis festgesetzt, für welchen die allerscheußlichsten Sünden vergeben wurden Eltern- und Geschwistermord, Blutschande, Kindermord, Fruchtabtreibung, Ehebruch aller Art Die unnatürlichste Wolllust, Meineid, kurz, alles, was man nur Sünde oder Verbrechen heißt, fand hier seinen Preis Der gleichen Gnaden können Arme nicht teilhaftig werden, denn sie haben kein Geld, also müssen sie des Trostes entbehren So heißt es am Ende der heiligen Preisliste Für die Bezahlung von zwölf Dukaten war es Geistlichen erlaubt, Hurerei, Ehebruch, Blutschande und Sodomie, also Unzucht, mit Tieren zu treiben Leo X. fand es vorteilhaft, den Ablass in einigen Bezirken an große Unternehmen für bestimmte Summen zu verpachten Die Generalpächter hatten wieder ihre Unterpächter Ein flächendeckendes Netz von Geldkanälen überzog bald die christliche Welt Und alle Kanäle führten nach Rom Einer der besten Ablassvertreter war wohl der Dominikanermönch Johann Tetzel aus Pirna Er führte einen eisernen, mit dem Wappen des Papstes verzierten Kasten mit sich herum Zog von Mark zu Mark und sang So wie das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt Überall versammelte er eine große Menge um sich Er rühmte von sich, dass er durch den Ablass mehr Seelen aus der Hölle errettet habe Als von dem Apostel Petrus durch die Predigt des Evangeliums Heiden bekehrt worden waren Er könnte nicht allein begangene Sünden vergeben, sondern auch solche, die man erst begehen wollte Und die Kraft seines Ablasses sei so groß, dass es keine Sünde gebe, welche durch denselben nicht gesühnt werden könne Seht doch, der Himmel steht euch überall offen Wollt ihr jetzt nicht hineingehen? Wann werdet ihr denn hineinkommen? Oh, ihr unsinnigen und verstockten Menschen, die ihr fast den wilden Tieren gleich seid Und die große Verschwendung und Ausgießung der päpstlichen Gnade nicht zu würdigen versteht Seht, so viel Seelen könnt ihr aus dem Fegefeuer erlösen Oh, ihr Hartnäckigen und Saumseligen Ihr könnt mit zwölf Groschen euren Vater aus dem Fegefeuer reißen Und seid doch so undankbar, dass ihr euren Eltern in so großer Not nicht beisteht Ich will am jüngsten Gerichte die Schuld davon nicht auf mich nehmen An dem Händlerwesen der römischen Kirche entzündete sich heftige Kritik Am 31. Oktober 1517 war sie für die Wittenberger Bürger nicht zu übersehen Sie hing groß an der Türe ihrer Schlosskirche Martin Luther, der Doktor der Theologie und Lehrer für Bibelerklärung in Wittenberg hatte sie dort angebracht, um zu einer öffentlichen Diskussion darüber aufzufordern Seine 95 Thesen über den Ablass führten zu einem heftigen Streit mit Johann Tetzel Im Verlauf der Auseinandersetzung geriet Luther mehr und mehr in Opposition zur römischen Kirche Auf der Leipziger Disputation 1519 bestritt er schließlich die Unfehlbarkeit der Konzilien und behauptete, die Entstehung des Papsttums habe lediglich menschlich-geschichtliche Ursachen Es folgte die päpstliche Bannandrohungsbulle Luther verbrannte sie öffentlich Das war sein endgültiger Bruch mit der römischen Kirche und der Beginn der Reformation Die Reformation beendet das Mittelalter und die römische Kirche wird nie mehr uneingeschränkte Macht besitzen In der Zeit der Renaissance und des Humanismus beginnt das Abendland die Fesseln des Mittelalters endgültig abzustreifen Er hatte sich in Desiderius getäuscht Kaum hatte der Langobardenkönig die Macht über das Kirchenterritorium in seinen Händen Da ließ er dem Kirchenoberhaupt sagen Dem Papst genüge es, dass ich seine Feinde beiseite geschafft habe, die bis jetzt am Lateran geherrscht haben Er hat gar nicht nötig, weiterhin Ansprüche geltend zu machen Denn wenn ich ihm jetzt nicht weiterhelfe und ihn beschütze Dann wird König Karlmann kommen, um den Tod seiner Leute zu rächen und den Pontifex gefangen zu nehmen Papst Stephan war vom Regen in die Taufe gekommen Mit den Langobarden war kein Handel möglich Desiderius wollte alles Mit dem Frankenkönig Karlmann hatte er es sich durch den Putsch verscherzt Denn Rom gehörte zum Interessenkreis Karlmanns Blieb nur noch dessen Bruder Karl übrig Der über die andere Hälfte des Frankenreiches herrschte Auch wenn dieser inzwischen die stinkende und aussätzige Langobardin geheiratet hatte und den Kirchenmann einfach ignorierte Papst Stephan an die Königin Mutter Bertrada und an König Kahn Nur mit vieler Schlauheit sind wir dann zu Desiderius entronnen Ohne die Hilfe dieses unseres ausgezeichneten Sohnes wären wir und der ganze Klerus in der Kirche ermordet worden Solche Teufeleien wurden, sicherlich ohne Karlmanns Wissen, gegen uns angestiftet Gegendarstellung gab es keine Denn von Karlmanns Leuten am Lateran waren alle getötet oder verjagt worden Die Reaktion im Frankenreich war ungeheuer Das ganze feingesponnene Bündnis mit den Langobarden erwies sich als sinnlos Jetzt hatte Desiderius ganz Italien in der Hand und die Kirche dazu Das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Langobarden und dem Papst war empfindlich gestört Desiderius zu mächtig geworden Nur mit Mühe konnte Karlmann zurückgehalten werden, den Papst sofort abzusetzen Er musste sich überzeugen lassen, dass ein solches Unternehmen nicht nur höchst unpopulär sei sondern vor allem auch ein gefährliches Abenteuer Denn die fränkische Königswürde ohne den Segen des Papstes könnte ins Wanken geraten Auch Karls Geduld war zu Ende Er hatte sich der politischen Führung der Mutter gebeugt Er hatte die ungeliebte und hässliche Langobardenprinzessin gegen den Willen des Papstes geheiratet Und jetzt war alles umsonst Eine fränkisch-langobardische Verständigung konnte es nicht mehr geben Mit einem höhnischen Brief schickte er Desiderata zurück zu ihrem Vater ins Langobardenreich Und um den Skandal perfekt zu machen, heiratete er umgehend die kaum 14-jährige Hildegard, in die er sich verliebt hatte Hildegard gebare kurz darauf einen Knaben, der nach dem Vater Karl genannt wurde Die Erregung über diese Ungeheuerlichkeit nahm gefährliche Ausmaße an Die Siderius war tödlich beleidigt Der königliche Bruder Karl Mann schimpfte Karl einen Eid- und Ehebrüchigen Heiden, der überdies zu Unrecht die Krone trage, da er unehelich geboren sei Ein Bruderkrieg schien unvermeidbar Karl hatte schlechte Karten, denn auch seine eigenen Mannen waren geteilter Meinung Da setzte er alles auf eine Karte Völlig überraschend steht er mit einer Schar seiner Getreuen an den Grenzen des Bruderreiches Und Karl Mann, sichtlich erschrocken, wird von merkwürdigen Todesahnungen geplagt So dass er dem Kloster Saint-Denis sofort einen riesigen Besitz überschreibt, um sich auf das Jenseits vorzubereiten Und tatsächlich ist er wenige Tage später tot Sofort überschreitet Karl die Grenze Bevor sich eine Opposition bilden kann, lässt er sich von der Reichsversammlung der Adeligen zum König über das Bruderreich wählen Die Witwe Karl Manns flieht mit ihren Söhnen, ausgerechnet zu Desiderius, dem Langobardenkönig Dies alles ging mit solcher Geschwindigkeit vor sich, dass an eine Gegenwehr nicht zu denken war Jetzt herrschte Karl allein über die Franken Doch es gärte gewaltig im Reich Der Bruch der Verträge mit den Langobarden Gleichzeitig die schmähliche Behandlung der Desiderata Und die skandalöse Hochzeit mit Hildegard Und dann noch die undurchsichtigen Begleitumstände beim Tode Karl Manns Das war zu viel Karls Thron wankte gefährlich Er musste die wehrhaften Männer seines Reichs beschäftigen, bevor sie auf dumme Gedanken kamen Er musste ihnen eine Aufgabe geben, die Beute versprach Sonst könnten sie sich gegen ihn wenden Es gab ein Germanenvolk, das die Franken noch nicht hatten unterwerfen können Die Sachsen Die Sachsen waren noch Heiden Denn bisher war es Rom nicht gelungen, sie vom wahren Glauben zu überzeugen Also rüstete Karl im Frühjahr 772 zum christlichen Feldzug gegen die Sachsen Er konnte zwar nicht erwarten, das widerspenstige Volk gleich zu besiegen Aber der Krieg brachte Vorteile Innenpolitisch wurde das Reich dadurch stabilisiert Karl konnte sich als Herr und König profilieren Und außenpolitisch befand er sich wieder auf Papstkurs, wenn er den Sachsen das Christentum brachte Der Segen Roms würde seine Herrschaft wieder festigen und den lästigen Kirchenbann beseitigen Der Sommerfeldzug war erfolgreich und niemand hatte Gelegenheit gegen das neue Regime zu rebellieren Es gelang die sächsische Grenzfestung, die Eresburg zu nehmen, 30 Kilometer südlich vom heutigen Paderborn Die Eresburg in der Hand des Feindes, das hätten die Sachsen vielleicht verschmerzen können, denn man konnte sie zurückerobern Aber die Franken hatten auch noch Irminsul gefällt Das war entschieden zu viel Sie war das Heiligtum der Sachsen Die Irminsul, die riesige alte Weltesche Sie trug das Himmelsgewölbe und ihr Verlust war einfach unwiederbringlich Vielleicht war dies der Hauptgrund, warum sich die Sachsen 30 Jahre lang erbittert gegen die Franken wehrten Um sie gefügig zu machen, nahm Karl Geiseln Wenn er aber glaubte, sie damit befriedet zu haben, so irrte er gewaltig, denn das Germanenvolk war nur ein loser Stammesverband Und wenn Karl sich von einem Teil des Volkes Geiseln holte, so war das keine Gewehr dafür, dass nicht ein anderer Teil des Heidenvolkes sich erbittert weiter zur Wehr setzte Doch einstweilen war der Feldzug für Karl ein großer Erfolg Und als bei Lippspringe vor den Franken eine Quelle aufsprudelte, der Bullerborn Da war jeder von der Gottgefälligkeit des Krieges überzeugt Denn das war eindeutig ein Wunder Und König Karl war die göttliche Berufung Dass der Bullerborn immer wieder versiegt, um dann erneut aufzusprudeln Woher sollten die Franken das wissen? Inzwischen nahmen die Ereignisse in Italien einen Verlauf, der die Aufmerksamkeit König Karls erforderte Papst Stephan war gestorben und an seine Stelle der römische Aristokrat Hadrian zum Bischof von Rom gewählt worden Niemand wusste, welche Haltung er der fränkischen Krone gegenüber einnehmen und wie er sich mit Desiderius stellen würde Der hatte ihm nämlich zu verstehen gegeben, dass nunmehr er mit seinen Langobarden und nicht mehr der fränkische König den heiligen Petrus beschützen wolle Hadrian antwortete, er würde denjenigen als Patritius der Römer anerkennen, der ihm die strittigen Gebiete aus den Vereinbarungen mit Pippin III. übergebe Karls Thron begann erneut zu wanken, denn die strittigen Gebiete befanden sich im Besitz des Langobardenkönigs Desiderius könnte sich entschließen, sie herauszugeben und im Gegenzug könnte Papst Hadrian die Söhne Karlmanns zu fränkischen Königen salben Die befanden sich ja am Hof des Desiderius Desiderius würde damit Beschützer der Christenheit Doch der Langobardenkönig war keinesfalls gewillt, die annektierten Gebiete herauszugeben Er fühlte sich stark, Herr über Italien Die römische Kirche müsste sich ihm unterwerfen Doch der Papst dachte gar nicht daran, klein beizugeben Er blieb stur, und Desiderius zog mit seiner Streitmacht nach Rom, um mit Gewalt die Söhne Karlmanns von Hadrian salben zu lassen Sollte sich der Apostelführer weigern, so war er entschlossen, ihn davon zu jagen Papst Hadrian weigerte sich tatsächlich Und anstatt sich verjagen zu lassen, übermittelte er dem Langobardenkönig das strikte Verbot, St. Petri, die heilige Stadt, zu betreten Sollte er diesem Himmelsverbot trotzen, so sei er mit seiner ganzen Begleitung für alle Ewigkeit gebannt und verflucht Da war er wieder, der gefürchtete Kirchenbann Was bei Karl und den Franken nichts bewirkt hatte, jetzt, bei den Langobarden, hatte der Papst damit Erfolg Sie blieben vor Scheu und Bestürzung tatsächlich stehen und gaben ihre Sache in dem Augenblick auf, als der Sieg bereits sich erschien Mit einem Schlag hatte König Desiderius die Macht über seine Krieger verloren Papst Hadrian wäre töricht gewesen, hätte er nur auf die Wirkung seines Fluchs gebaut Bei der Glaubensstärke der Langobarden konnte er da keineswegs sicher sein Er hatte gleichzeitig Boten an den fränkischen Hof gesandt, um Karl mitzuteilen, dass der heilige Vater auch weiterhin zu den Franken halten wolle Und die Aufstellung der Karlmannsöhne zu Gegenkönigin ablehne Wenn König Karl nun auch seinerseits die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit seinem Vater Pippin III. erfüllte Karl versuchte es mit Geld Er schrieb an Desiderius, da man wisse, dass die langobardischen Freunde hierdurch einen erheblichen materiellen Verlust erleiden müssten Da sie jahrelang allerdings widerrechtlich im Genuss der Einkünfte aus den strittigen Gebieten gestanden hätten Habe die fränkische Krone sich entschlossen, ihnen unmittelbar nach Ausfolgung an die Kurier den Betrag von 14.000 Goldsolidi anzuweisen Desiderius gab sich noch nicht geschlagen und lehnte das Angebot ab Er hatte die Alpenübergänge stark befestigen lassen Die Franken sollten nur kommen Und die Franken kamen In zwei Abteilungen traten sie an Desiderius zog in Eilmärschen nach Norden, um die uneinnehmbaren Alpenübergänge zusätzlich zu sichern Die Franken kamen zu spät Ihre Sache stand ungünstig An eine Erstuermung der von den Langobarden besetzten Pässe war nicht zu denken Desiderius war sich seines Sieges sicher Und schon bereit, den scheinbar abziehenden Franken nachzusetzen Da erhob sich im Langobardenlager Schlachtenlärm Ja, Panik Karl hatte auf Schleichwegen mit einem Teil seiner Truppe den Pass umgangen Und war dem Gegner in den Rücken gefallen Desiderius saß in der Falle Ob bei den Langobarden tatsächlich Verrat im Spiel war, wie gemunkelt wurde, ist nicht sicher Jedenfalls war Karls Sieg bald von Sagen umwoben Es hieß, ein langobardischer Spielmann sei nächtlich ins fränkische Lager geschlichen Und habe sich erboten, den Feind über die Berge zu führen Als Belohnung forderte er, dass alles Land ihm gehören solle, soweit sein Horn vernommen würde Nach dem Sieg bestieg er einen Berg und blies aus Leibeskräften Dann lief er in die umliegenden Täler und fragte jeden, den er traf Hast du Blasen hören? Und wenn der Nichtsahnende bejahte, gab er ihm eine Ohrfeige und sagte Dann bist du mein Noch viele Jahrhunderte später kannte man am Mont Seigny den Frankensteig Und nannte die dortige Bevölkerung die Transcornati, die Zusammengeblasenen Die Langobarden waren geschlagen In wilder Flucht erreichte Desiderius seine Hauptstadt Pavia Die Franken folgten auf dem Fuß und belagerten die Festung Als endlich im Juli 774 Pavia kapitulierte, wies Karl alle Verhandlungen mit Desiderius zurück Der Langobardenkönig samt seiner Frau wurde geschoren und in ein fränkisches Kloster gesteckt Karlmanns Witwe und ihre Kinder erfuhren das gleiche Schicksal Denn auch sie waren in die Hände der Franken geraten Die Klöster jener Zeit waren die sichersten Gefängnisse Um die Langobardenfrage ein für allemal zu lösen, ließ sich Karl selbst zum Herrscher über die Langobarden erheben Wenn Papst Hadrian geglaubt hatte, er könne jetzt das langersehnte Land für seinen Kirchenstaat in Besitz nehmen So sah er sich getäuscht Karl, der König der Franken und Langobarden, wie er jetzt hieß, dachte gar nicht daran Nach eingehendem Studium der Vertraege war er zu dem Schluss gekommen Sein Vater Pippin habe dem Heiligen Stuhl die beanspruchten Gebiete nicht geschenkt Sondern nur versprochen, sie zu schenken Das war ein bedeutsamer Unterschied Zu diesem Versprechen stand Karl Er konnte es so lange wiederholen, bis der Papst zu einem billigen Vergleich bereit wäre Italien war in seiner Hand Der Papst war in seiner Hand Warum sollte er jetzt große Zugeständnisse machen? Karl hatte eine ganz andere Vorstellung Eine Vision Der Gottesstaat des Augustinus wurde zu seinem Lieblingsbuch Von seinem Ratgeber in Kirchenfragen Alcuin ließ er sich daraus vorlesen Der Gottesstaat war universell an kein bestimmtes Land oder Volk gebunden Der Glaube sollte alle Untertanen seines Reiches miteinander verbinden Ganz gleich, welchem Stamm sie angehörten Karl sah seine Mission vor sich Er wollte nicht warten, bis alle Menschen gute Christen geworden waren Um sein Reich der nächsten Liebe zu errichten Er wollte das Reich Gottes Wirklichkeit werden lassen Hier und heute Gott hatte ihn so hoch erhoben, dass er jetzt Herr über die Christenheit war Das war göttliche Vorsehung Er war dazu ausersehen, das Reich Gottes zu schaffen Und wenn das so war, dann waren die Franken das auserwählte Volk Gottes Und hatte nicht die Sehnsucht der Christenheit von jeher dem Gottesstaat auf Erden gegolten Und nicht seinem schwächlichen Ersatz, dem Kirchenstaat? Dass er mit solchen Gedankengängen auf dem rechten Weg war, hatte ihm der angelsächsische Bischof Katwulf bestätigt, als er anlässlich des Siegs über die Langobarden meinte, der König der Franken sei nunmehr der Stellvertreter Gottes auf Erden Gedenke stets, mein König, Gottes deines Herrn, in Furcht und Liebe, weil du an seiner Stelle stehst und über alle seine Glieder zu wachen und zu regieren und Rechenschaft abzulegen hast am Tage des Gerichts Der Bischof von Rom steht an zweiter Stelle Er steht an Christi Stelle Ja, er würde den Gottesstaat schaffen Der Kirchenstaat des Papstes war damit völlig überflüssig Während der Papst vergeblich auf die Übereignung der versprochenen Territorien für seinen Kirchenstaat wartete, wurde Karl zurück ins Reich gerufen Die Sachsen hatten die Schändung ihres Heiligtums der Irminsul gerecht Nicht um Beute zu machen, sondern in ungestuemem Hass überfluteten sie die fränkischen Grenzgebiete, zerstörten Kirchen und Kreuze und jagten die verängstigten Christen vor sich her Noch ganz unter dem Eindruck der Berichte wurde folgender Entschluss zum Gesetz erhoben Das treulose und buntbrüchige Volk der Sachsen soll so lange bekriegt werden, bis es entweder vertilgt ist oder das Christentum angenommen hat Der Vernichtungskrieg wurde sofort aufgenommen Innerhalb von drei Monaten waren alle Vorbereitungen beendet Und das größte Heer, das je unter einem fränkischen Kommando gestanden hatte, setzte sich von Düren aus in Bewegung Im Tross folgte eine Schar Priester Sie sollten dafür Sorge tragen, dass die Unterworfenen auch wirklich katholisch wurden Das Heer stieß ins Leere Die Sachsen waren nicht bereit, sich in offener Schlacht zu stellen Während sich zwei Sachsenstämme, die Ostfalen und die Engern, freiwillig Karl unterwarfen Überfielen die Westfalen unter ihrem Führer Widukind die Rückendeckung der Franken Es kam nicht viel heraus bei diesem Feldzug Die Priester kamen nicht zum Zug, denn die Franken waren froh, mit heiler Haut aus den unheimlichen Gebieten wieder abziehen zu können Zumal es schon recht herzlich wurde Doch kaum waren die Franken außer Landes, da sammelte Widukind die Stämme wieder unter seiner Führung Dabei wurde klar, dass Unterwerfung und eidliche Verpflichtung den Franken gegenüber gar nicht ernst genommen wurde Kaum war das Frühjahr angebrochen, da eroberten im Handstreich die Sachsen ihre Ehresburg zurück Als Karl bald darauf mit einem großen Heer heranrückte, regte sich kein Widerstand Widukind war wieder verschwunden Engern und Ostfalen zeigten sich friedlich und verhandlungsbereit Und am heiligen Patalbronn, hier entstand später Paderborn, ließen sich ganze Scharen taufen In Gruppen stiegen sie in das seit Urzeiten heilige Wasser Doch dass dies die Abkehr von ihren Göttern bedeuten sollte, dass sie jetzt plötzlich Christen waren, das leuchtete ihnen nicht ein Warum sollte man nicht die Formalität der sogenannten Taufe über sich ergehen lassen, wenn die Franken dafür wieder abzogen Karl glaubte, das Land endgültig unterworfen zu haben und berief die große Reichsversammlung des Jahres 777 mitten in das eroberte Feindesland nach Patalbronn Die großartige Heerschau und die pompöse Hofhaltung Acht Ochsen und hunderte von Schweinen wurden pro Tag benötigt Sollten die Sachsen beeindrucken Ein großer Staatsakt war geplant Alle Sachsenführer sollten ihrem neuen Herrn huldigen Und sich anschließend in einer umfangreichen Taufzeremonie öffentlich zum Christentum bekennen Alle Welt sollte sehen, dass die wilden Sachsen nun befriedet waren Und, bekehrt zum christlichen Glauben, dem fränkischen König huldigten, dem Stellvertreter Gottes auf Erden Alles lief nach Plan Die Sachsenführer erklärten feierlich, dass ein jeder und mit ihm seine Gefolgsleute ihren gesamten Besitz und ihre persönliche Freiheit zum Unterpfand für künftige Treue gäben Doch ein Sachse fehlte Ausgerechnet der mächtigste unter ihnen Wie du Kind Amtlich ließ man erklären, im Bewusstsein seiner vielen Übeltaten sei er vor dem Angesicht des Königs geflüchtet, da er nicht auf dessen Großmut habe rechnen können Nach außen hin war Karls Erfolg perfekt Eine großartige Demonstration seiner Macht Und die Franken schwelgten in Kreuzzugsstimmung Der Gottesstaat war greifbar nahe Gerade als sie sich in diesem Siegesbewusstsein sonnten, erschien eine Gesandtschaft aus Spanien In Spanien herrschten die Krieger Mohammeds In einer Revolution hatte ein neuer Machthaber den alten Soleimann abgelöst Jetzt war Soleimann am Hofe Karls erschienen, um diesen um Hilfe gegen den neuen Herrn zu bitten Denn die christlichen Gemeinden, die unter Soleimanns Herrschaft noch freie Religionsausübung genossen, fänden sich jetzt unter schwerster Bedrückung Im Namen seines rechtmäßigen Herrn des Kalifen in Bagdad, biete er ihm zum Dank die Herrschaft über die vorwiegend christlich besiedelte Nordmark Spaniens, vom Westmeer bis zum reichen Barthelona Zweifellos war das der nächste Schritt in Richtung Gottesstaat Und hätte man erst mal die Nordmark Spaniens in der Hand, so wäre der Rest der iberischen Halbinsel wohl nur noch eine Frage der Zeit Mit einer Wucht ohne gleichen rüstete Karl nun zum Feldzug gegen die Sarazenen Der Kreuzzugsgedanke trat damit erstmals offen ins Bewusstsein der Christenheit In der Fantasie vieler Kirchenmänner fegte Karls Armee bereits über die iberische Halbinsel, setzte über nach Nordafrika, vertilgte den Islam der Küste entlang bis Jerusalem, um siegreich über Konstantinopel wieder zurückzukehren Es war wohl notwendig, solche Vorstellungen in helles Licht zu rücken, denn die Franken begannen, kriegsmüde zu werden Welch ungeheure Anforderungen das andauernde Kriegführen an das Volk stellte, zeigt eine Mobilmachungsorder Karls an den Abt von Fulda Deshalb befehlen wir dir, dass du mit vollzähliger Mannschaft, alle wohlbewaffnet und ausgerüstet, am 17. Juni an den genannten Ort kommest Das ist sieben Tage vor der Messe St. Johannes des Täufers So ausgerüstet sollst du mit deiner Mannschaft an den genannten Ort kommen, dass du von dort, wohin auch unser Befehl weist, feldmarschmäßig abrücken kannst Also mit Waffen und Werkzeugen und allem Kriegsbedarf an Kleidung und Kost Demnach muss jeder Reiter, Schild, Lanze, Schwert und Halbschwert, Bogen und Köcher mit Pfeilen haben Auf den Karren Werkzeuge jeder Art, nämlich Beile und Brecheisen, Bohrer, Äxte, Hacken, eiserne Spaten und was sonst an Geräten im Felde notwendig ist Lebensmittel von der Versammlung ab für drei Monate, Waffen und Kleider für ein halbes Jahr Und das befehlen wir unbedingt Sorgt ihr für die Befolgung, dass ihr im vollen Frieden nach dem genannten Ort ziert, durch welchen Teil unseres Reiches euer Weg euch auch führen mag Dass ihr euch also nicht untersteht, außer Heu, Holz und Wasser irgendetwas anzurühren Und jeder von euch lasse seine Leute zusammen mit ihren Karren und Reitern marschieren und bleibe stets bei ihnen Damit die Abwesenheit des Herrn den Leuten nicht etwa Gelegenheit zu übergriffen gibt Und so sammelten sich tausende von Kämpfern zu Fuß Dazu schwere Panzerreiter, hochgerüstete Krieger mit gewaltiger Kampfkraft Die Kosten waren enorm, denn ein Reitpferd und die Ausrüstung entsprachen dem Gegenwert von 20 Kühen Wer dafür aufkommen musste, das waren die reichen Grundherren im Lande Einfache Bauern schlossen sich zusammen und stellten einen gepanzerten Kämpfer Wer sollt gab es nicht, der Lohn war die Beute im Feindesland Das größte Heer, das je die christliche Welt gesehen, zog in zwei Armeegruppen Richtung Spanien So ein Mann hatte Karl versprochen, die gesamte Bevölkerung werde auf seiner Seite sein Und sich gegen die ungeliebte Herrschaft erheben, insbesondere natürlich die Christen Doch die Wirklichkeit sah ganz anders aus Überall wurden die Franken feindselig empfangen Und auch die Revolte, die Soleimann im Lande anzetteln wollte, verpuffte ohne Wirkung Schon das dem Frankenreich nahegelegene Pamplona wehrte sich erbittert Also gab es statt des erwarteten Dankgottesdienstes ein blutiges Strafgericht zur Ehre Gottes Die Festung wurde vollständig zerstört An eine nordspanische Mark mit Pamplona in der Schlüsselstellung war bei dieser Haltung der Bevölkerung wohl nicht mehr zu denken Der militärische Spaziergang, den man erwartet hatte, entwickelte sich zu einem bösen Abenteuer Auf das man in keiner Weise vorbereitet war Das wankende Reich der Sarazenen erwies sich als festgefügter, glänzend regierter Staat Und man konnte froh sein, mit heiler Haut davonzukommen Und nicht mal das schien sicher So brach Karl den Feldzug ab Denn außer der Eroberung Pamplonas waren keine weiteren Erfolge erzielt worden Und die Temperaturen auf der spanischen Halbinsel setzten überdies den schwer bewaffneten Männern stark zu Auf dem Rückweg durch die Pyrenäen Man war schon fast an den Grenzen des Frankenreiches Da brach das Unglück herein Die waskonischen Christen wollten die Zerstörung ihrer Hauptstadt Pamplona nicht ungerecht lassen Während das Heer in lang ausgedehnter Marschordnung, wie diese der schmale Pass erzwang, sich vorwärts schob Brachen plötzlich die Vaskonen aus einem auf dem höchsten Berggipfel gelegenen Hinterhalt Die dichten Wälder, deren es dort noch viele gibt, sind für solche Zwecke sehr geeignet Sie überfielen den letzten Teil des Trosses und die zur Deckung bestimmten Mannschaften von oben her Warfen sie in die gähnenden Schluchten Erschlugen im Handgemenge, wer sich zur Wehr setzte Und raubten alles Gepäck Im Dunkel der Nacht stoben sie dann nach allen Seiten auseinander Der Überfall war mehr als ein schmerzlicher Ausgang des Feldzugs Unter den Gefallenen befand sich nämlich der Markgraf Frautland Der berühmteste Held im fränkischen Heer Karl der Große war ihm besonders zugetan Und es wurde gemunkelt, der Graf sei des Koenigs eigener Sohn Karls Ruf der Unbesiegbarkeit hatte schwer gelitten Und ob sein Gottesstaat auf Erden wirklich Gott gewollt war, schien plötzlich fragwürdig Zu allem Ueberfluss hatten die Sachsen und der Widukind Karls Abwesenheit genutzt Und waren ueber die Hessen und Thueringer hergefallen Sie hatten alle Missionare erschlagen oder verjagt Und die Muenche von Fulda hatten nur mit groesster Not die Gebeine des heiligen Bonifatius retten koennen Als Karl jetzt seine rheinfränkische Garde in Bewegung setzte, die Scara Franziska, war es zu spät Denn es herbstelte schon bedenklich und Widukind war wieder ueber alle Berge Karl konnte nur noch ein paar Nachzuegler stellen Er musste sich einen ganzen Winter lang gedulden Dann zog er erneut mit einer Armee gegen die Sachsen und lief wieder ins Leere Wenn mit dem Schwert den Sachsen nicht beizukommen war, vielleicht konnten es die Streiter Gottes, die Missionare Die geretteten Gebeine des heiligen Bonifatius wiesen vielleicht den Weg Noch herrschten in Sachsen die alten Traditionen Sie mussten mit neuen Glaubensinhalten gefuehlt werden Jeder heidnische Festtag musste einen katholischen Inhalt bekommen Die Muenner des Glaubens zogen los, um dem Vertreter Gottes auf Erden den Weg zu bereiten Er, der Beherrscher aller Himmel und Zeiten, sandte einen gewaltigen Koenig, den kluegsten und tapfersten Dass er nicht etwa aus der Ferne, sondern aus naechster Nae, wie ein reisender Giesbach sich auf euch stuerzen wird Um eure trotzigen Nacken zu beugen Er wird ueber euer Land herfallen Wird es mit dem Schwerte, mit Verwuestung, Brand und Versklavung heimsuchen Als Reicher des Gottes, den ihr schmaet Auf euch passt das Wort der alten Verheißung Sie wurden wenige und von Kummer und Elend bewegt Es sollte noch eine Weile dauern, bis die Missionare Recht behielten Als Gesandte genossen die Missionare Gastrecht bei den Sachsen Und vielleicht waeren diese mit der Zeit auch Christen geworden Doch so lange wollte der Frankenkoenig nicht warten 782 berief er erneut eine Reichsversammlung ein nach Lippspringe auf sachsischem Boden Beschlossen wurde die franckische Grafschaftsverfassung Sie bedeutete das Ende der sachsischen Freiheit Denn die sachsischen Gebiete wurden jetzt unter franckische Verwaltung gestellt Den Sachsen wurden franckische Grafen vor die Nase gesetzt Und auf Ungehorsam gegen die neuen Herren stand nun die Todesstrafe Mit dem Tode sollte kuenftig auch bestraft werden Wer eine Kirche schendet, beraubt oder verbrennt Wieder hielt Karl den Krieg fuer beendet Wendete sich nach Italien, um seine beiden Soehne Ludwig und Pippin vom Papst zu Koenigin salben zu lassen Das nutzte Widukind und versammelte die Sachsen erneut unter seiner Fuehrung Mit jeder neuen Rebellion schien Widukinds Einfluss zuzunehmen Zwei Frankenheere wurden in Eile den Sachsen entgegengeworfen Der koenigliche Kämmerer Adalgis, Marschall Gailo und Pfalzgraf Worath befehligten das erste Aufgebot Graf Dietrich setzte mit den ripuarischen Franken nach Sie wollten die Sachsen in die Zange nehmen Ueber den Kampf berichten die Reichsannahlen Nachdem Adalgis, Gailo und Worath die Nacht in ihrem Lager auf dem rechten Weserufer verbracht hatten Besprachen sie sich untereinander Und kamen zu der Befuerchtung, dass sich der Ruhm des Sieges an den Namen Dietrichs heften wuerde Wenn diese an der Schlacht teilnehme Daher beschlossen sie, ohne ihn mit den Sachsen zu kaempfen Sie griffen zu den Waffen Und zogen mit groesster Eile Als wenn sie es nicht mit einem in Schlachtreihe stehenden Feinde zu tun haetten Sondern auf der Verfolgung von Fliehenden und beim Beutemachen waeren So schnell die Rosse sie tragen konnten auf die Sachsen los Die vor ihrem Lager zur Schlacht geordnet standen So uebel wie der Anmarsch, so uebel war auch der Kampf Kaum hatte die Schlacht begonnen Wurden sie von den Sachsen umzingelt Und fast alle getoetet Diejenigen, die entrinnen konnten, floh nicht in das eigene Lager Sondern in das jenseits des Gebirges gelegene Lager Dietrichs Der Verlust der Franken war noch viel groesser, als er zahlenmaessig zu sein schien Weil die beiden Kommandeure Adalgis und Gailo, vier Grafen und zwanzig andere namhafte und edle Maenner gefallen waren Abgesehen von all den anderen, die ihnen gefolgt waren Und lieber mit ihnen untergehen, als ueberleben wollten Jetzt ist die Geduld des Frankenkoenigs zu Ende Er erscheint mit einem maechtigen Heer an der Weser Sachsische Bauern, Vaeter und Soehne werden vor das koenigliche Kriegsgericht geschleppt Wer leugnet, wird ueberfuehrt Wer schweigt, der ist schuldig, schuldig des Treuebruchs am Koenig 4500 Sachsen laesst er an einem Tag enthaupten Und sieht dabei zu Die Aller faebt sich rot vom Blut der Opfer Wer heute den niedersachsischen Ort Verden an der Aller besucht, wird keinen Wegweiser zum Sachsenhain finden Man muss schon danach fragen Wege von großen Eichen umsaumt, fuehren durch 4500 Findlinge Herangebracht von Koenigsberg und der niederlaendischen Grenze Wenn man beim Fremdenverkehrsamt nach der Bedeutung dieser Steinsetzung fragt Druecken die Mitarbeiter einem etwas in die Hand, was vom Landesjugendpfarramt Hannover herausgegeben wurde Es lohnt sich nicht, das zu lesen Es sei denn, man sucht die Schuld fuer einen Massenmord nur bei den Opfern Nein, die Sachsen wollten nicht katholisch werden und diesem christlichsten aller Herrscher dienen Ihr Kampfeswille war noch nicht gebrochen Erneut organisierte sie Widukind in grossen Verbänden Jetzt wagten sie sogar, den Franken offene Feldschlachten zu liefern In Detmold und an der Hase stuerzten sie sich im Sommer 783 auf das franckische Heer Barbrustige Frauen an ihrer Spitze, die wild schreiend aus den Waeldern ueber die ueberraschten Franken herfielen Die Franken sollen erst die Oberhand gewonnen haben, als franckische Frauen aus dem Heerestross sich ebenso barbrustig in die Schlacht warfen Drei Tage wogte der Kampf, bei unertraeglicher Sommerhitze Dann waren die Sachsen vollstaendig geschlagen Doch Karls Zorn ueber deren Widerspenstigkeit ist noch nicht verraucht In breiter Front zieht er mit seinem Heer durch das entvoelkerte Land Reist Hauser ein, schuttet die Brunnen zu, vernichtet die Saat, verbrennt die Waelder Wer nicht fliehen kann, wird niedergemetzelt Im Sachsenland herrscht Friedhofsstille Wer noch am Leben ist, fällt unter Karls neues Blutgesetz Wer in eine Kirche gewaltsam eindringt und in ihr gewaltsam oder dieblich etwas wegnimmt oder die Kirche durch Feuer einaeschert, sterbe er des Todes Wenn jemand die heilige 40-tägige Fastenzeit nicht aus Not, sondern zwecks Herabsetzung des Christentums verschmäht und Fleisch isst, sterbe er des Todes Wenn jemand einen Bischof, Priester oder Diakon tötet, sterbe er des Todes Wenn jemand den Körper eines verstorbenen Mannes nach dem Brauch der Heiden durch Feuer verzehren lässt und seine Gebeine zu Asche macht, sterbe er des Todes Wenn jemand sich ungetauft verbergen will und es verschmäht, zur Taufe zu kommen, sterbe er des Todes Wenn jemand mit den Heiden eine Verschwörung gegen die Christen oder den König verabredet, sterbe er des Todes Die heidnischen Priester und Wahrsager sind sofort zur Aburteilung den königlichen Gerichten auszuliefern Versammlungen unter freiem Himmel sind nicht mehr gestattet Erstmalig wird jetzt per Gesetz die Kirchensteuer angeordnet Zehn Prozent von allem für den Gott der Christenheit In der Praxis mussten diese Bestimmungen geradezu auf die Vernichtung der sächsischen Bevölkerung hinauslaufen Für die Sachsen war es nämlich unmöglich, all die Vorschriften, die sie größtenteils gar nicht verstanden, einzuhalten Dass die Gesetze eingehalten wurden, dafür sorgten die fränkischen Priester, die im Sachsenland praktisch Polizeigewalt hatten Gegen das strenge Regime regte sich auch Protest aus den eigenen Reihen Wenn das leichte Joch Christi und die süße Last mit der gleichen Inbrunst dem äußerst hartnäckigen Sachsenvolk gepredigt würde Wie die Leistung des Zehnten und beim kleinsten Verschulden die Ausführung der gesetzlichen Vorschrift gefordert wird So würden sie die Taufe kaum verabscheuen Doch eine Freiheit blieb den Sachsen Hatten sie sich eines der vielen Vergehen zu Schulden kommen lassen, so konnten sie Zuflucht nehmen in den christlichen Kirchen Es war nämlich gleichzeitig das Recht des Kirchenasyls eingeführt worden So kam Gottes Barmherzigkeit endlich auch über die Sachsen Denn der Priester, der über die Gnadenwürdigkeit des Asylsuchenden zu befinden hatte, wurde damit zum Herrn über Leben und Tod Unter dieser Knute bricht endlich der sächsische Widerstand zusammen Was Karl jetzt noch fehlt, das ist Widukind Wenn er ihn nicht fangen und in Gewahrsam bringen kann, könnte die sächsische Rebellion jederzeit wieder aufbrechen Er jagt ihn kreuz und quer durch das Sachsenland Ohne Erfolg Immer wieder entwischt ihm Widukind Widukinds weiteres Schicksal ist umstritten Die Geschichtsschreiber zur Zeit Karls des Großen waren ausnahmslos Kirchenmänner, Widukinds Erzfeinde Nach ihren widersprüchlichen Angaben wurde er gefasst oder stellte sich selbst und ließ sich taufen König Karl in eigener Person soll sein Taufpate gewesen sein Bei näherem Hinsehen ist Widukinds Bekehrung zum Christentum und seine Taufe eher Ausdruck christlicher Propaganda jener Zeit Denn begraben wurde Widukind nach alter germanischer Sitte Trotz der Blutgesetze Karls des Großen Auch wenn die großen Kämpfe vorüber sind und die Sachsen scheinbar bezwungen So flammen doch immer wieder einzelne Revolten auf Die Bauern wehren sich vor allem gegen die Abgabe des Zehnten der Kirchensteuer Die von den Priestern mit großem Nachdruck eingetrieben wird Da greift Karl zum letzten Mittel seiner Sachsenpolitik, um endlich Frieden im Reich zu schaffen Beginnend 795 werden in einer ersten Massenvertreibung 10.000 Sachsen deportiert Das Mittel bewährt sich Und fortlaufend finden weitere Umsiedelungen statt Die groesste im Jahr 804, wo dem Anal des Klosters Lorsch zufolge Der gesamte Stamm der Nordsachsen, Albinger und Wigmoti Mit Weib und Kind oder dem Beistand Gottes Und nach seinem weisen Ratschluss auf verschiedenen Wegen aus Sachsen gefuehrt Und auf Gallien und andere Teile des Reiches verteilt wurde So entstanden ueberall im Reich die Ortsnamen mit dem Stamme Sachsen Sogar in Rom entstand ein Sachsenviertel In die verlassenen Siedlungen rueckten ueberall Franken Oder rechtzeitig zum Sieger uebergetretene Sachsenfamilien ein In Holstein auch Slaven, die dem Frankenkuenig Waffenhilfe geleistet hatten So hatte sich das Wort des heiligen Lebuin, der in franckischem Auftrag die Sachsen missionierte Doch noch bewahrheitet Er, der Beherrscher aller Himmel und Zeiten, sandte einen gewaltigen Koenig Den kluegsten und tapfersten, dass er nicht etwa aus der Ferne Sondern aus naechster Nae wie ein reisender Giesbach sich auf euch stuerzen wird Um eure trotzigen Nacken zu beugen Er wird ueber euer Land herfallen Wird es mit dem Schwerte, mit Verwuestung, Brand und Versklavung heimsuchen Als Raecher des Gottes, den ihr schmaet Auf euch passt das Wort der alten Verheissung Sie wurden wenige Und von Kummer und Elend bewegt Karl der Große hat sein Ziel erreicht Der Gottesstaat ist Wirklichkeit geworden Von den Pyrenaeen bis an die Nordsee Vom Atlantik bis an die Elbe Und im Südosten bis tiefe Nain ins heutige Ungarn Der groesste Teil Italiens gehoerte zu seinem Herrschaftsbereich Und eigentlich auch die roemische Kirche Der Papst in Rom war verstaendlicherweise nicht ganz zufrieden mit seiner Stellung Denn im Gegensatz zum Frankenkoenig, der sich als Vertreter Gottes auf Erden fuehlte War er, der Papst, nur der Vertreter Christi Die Arbeitsteilung zwischen den beiden himmlischen Stadthaltern Fasste Karl in einem Brief an den Papst zusammen Unsere Aufgabe ist es Mithilfe der goettlichen Güte Ueberall die Kirche Christi gegen die Angriffe der Heiden Und Verwuestungen durch die Unglaubigen Nach außen mit Waffen zu verteidigen Und als Schutz im Inneren durch Ausbreitung des katholischen Glaubens zu festigen Eure Aufgabe ist es Mit zu Gott erhobenen Händen gleich Moses Uns im Kampf zu unterstuetzen Auf das durch euer Eintreten Von Gott gefuehrt und gefuehrt Das christliche Volk ueber die Feinde seines heiligen Namens Ueberall Sieg gewinne Und der Name unseres Herrn Jesus Christus In der ganzen Welt verherrlicht werde Kuerzer gesagt Karl wollte herrschen und kaempfen Im Zeichen der christlichen Religion Der Papst sollte fuer den Sieg beten Auch wenn die roemische Kirche im Frankenreich Wenig weltliche Macht besaass So haette sie doch durchaus zufrieden sein koennen Ihre Abhaengigkeit vom byzantinischen Kaiserthron War nicht mehr spuerbar Der Machtzuwachs Den sie durch Karls christliche Politik erfahren hatte War enorm Und durch das Reichsgesetz Der zehnprozentigen Kirchensteuer Waren ihre Saeckel prall gefuehlt Bisher hatte man die glaubigen Christen Zur Zahlung dieser Abgabe ueberreden muessen Und wenn auch schon am Ende des siebenten Jahrhunderts Eine franckische Synode den Zehnten Für eine goettliche Satzung erklaert hatte Und jeden mit dem Bann bedrohte Der ihn nicht bezahlen wollte So hatte man doch keinerlei gesetzliche Handhabe Diesen Obulus einzutreiben Jetzt war es anders Jetzt konnte man den Zehnten auf alles moegliche anwenden Nicht nur auf Feldfruchte, Schafe, Ziegen, Kälber, Huener und sonstigen Erwerb Sondern man konnte ihn sogar von Dingen erheben Die sich fuer Geistliche nicht sonderlich schicken Zu Brescha belehrte ein Pfarrer die Frauen im Beichtstuhl Dass sie ihm auch den Zehnten von Ehelichen Umarmungen entrichten muessten Eine der Frauen, welche sich von der Rechtmaessigkeit Der geistlichen Ansprüche hatte ueberzeugen lassen Wurde von ihrem Manne wegen ihrer langen Abwesenheit zur Rede gestellt Von ihm gedrängt Beichtete sie das saubere Beichtstuhlgeheimnis Der beleidigte Ehemann sann auf eine herbe Zustigung Er veranstaltete ein grosses Gastmahl Zu welchem auch der zehntlustige Pfarrer geladen wurde Als man in der besten Unterhaltung war Erzaehlte der Wirt der Gesellschaft die Nichtswuerdigkeit des Pfaffen Und wandte sich dann plötzlich an diesen Indem er ihm sagte Da du nun von meiner Frau den Zehnten von allen Dingen verlangst So empfange nun auch den hier Dabei ueberreichte er dem Pfaffen ein Glas voll Urin Und zwang den halbtoten Pfarrer Dasselbe vor den Augen der johnenden Gesellschaft zu lehren Seitdem wird er sich wohl besser ueberlegen Worauf er den Zehnten erheben will Inwieweit die Anekdote geschichtlichen Tatsachen entspricht Mag dahingestellt sein Doch macht sie deutlich Welch neues Bewusstsein die geistlichen Herren befluegelt haben mag Am Weihnachtstag des Jahres 795 ist Staatstrauer angesagt Die Pfarrer lassen beten fuer einen Toten Papst Hadrian ist gestorben Ein Priester aus Rom wird zum neuen Papst gewaehlt Verblueffend schnell, innerhalb 24 Stunden Leo der Dritte Papst Leo geriet bald in Konflikt mit einer starken, stadtruehmischen Adelsfraktion Sei es wegen seiner frankenfreundlichen Haltung Sei es wegen seines zupackenden, ja, harten Regierungsstils Vorgeworfen wurde ihm allerdings etwas ganz anderes Mein Eid und Ehebruch Waehrend der feierlichen Bittprozession am Tage des Apostels Markus am 25. April 799 Fielen seine Feinde ueber ihn her Einhard, der Geschichtsschreiber Karls des Großen, berichtet Die Roemer hatten Papst Leo schwer misshandelt, ihm die Augen ausgestochen und die Zunge ausgerissen Blind und stumm bedeutete im Mittelalter amtsunfaehig Wer nicht sehen und sprechen konnte, konnte auch nicht herrschen Was wirklich geschah, laesst sich kaum feststellen Mag sein, dass ihn seine Gegner einfach vom heiligen Stuhl verjagen wollten Jedenfalls konnte Leo nach St. Peter fliehen Von dort brachten ihn franckische Koenigsboten nach Spoleto in Sicherheit Ueberraschenderweise war Leo unversehrt Ein Wunder war geschehen Gott habe ihn von seiner Blendung befreit Karl der Große schickte Erzbischof Hildebald von Koeln nach Italien Um Leo den Dritten abzuholen und unter starker Bedeckung zu ihm zu geleiten Doch kurz darauf erschienen auch abgesandte aufstaendischen Roemer in Paderborn Welche den Papst des Adulterium et Periurium, des Ehebruchs und Meineids verklagten Jetzt schaltete sich Alkuin ein, des Koenigskirchlicher Berater Mit Nachdruck erinnerte er an den alten Grundsatz kanonischen Rechts Primam sedem anemine judicari Dass der erste Stuhl von niemandem gerichtet wird Dabei wusste Alkuin sehr wohl Bescheid ueber die Vergehen des Papstes In einem seiner Briefe gesteht er einen Bericht ueber die Unkeuschheit Und den Aemterkauf durch Papst Leo den Dritten vernichtet zu haben Aber der Stellvertreter Christi auf Erden durfte nicht weltlicher Gerichtsbarkeit unterliegen Konnte nicht mit irdischen Maßstaeben gemessen werden Es gab keinen Menschen auf der Welt, der ueber ihm stehen durfte Es sei denn, er, Koenig Karl, der Vertreter Gottes auf Erden Man hoerte auf diese Mahnung Karl entsandte die Erzbischoefe Hildebald von Koellen und Arn von Salzburg Um Leo nach Rom zurueckzufuehren und in sein Amt und seine Rechte wieder einzusetzen Nach Erfuellung dieses Auftrags hielten Hildebald und Arn Untersuchung Nein, nicht ueber den Papst, sondern ueber dessen Anlaeger Da diese ihre Vorwuerfe nicht genuegend zu beweisen vermochten Wurden sie wegen falscher Anklage gefangen gesetzt und in fraenkisches Gebiet geschafft Damit waren freilich die Verhaeltnisse nicht bereinigt Die roemische Opposition gegen den Papst war noch nicht besiegt Es brodelte weiter in der Stadt So entschloss sich Karl im folgenden Jahr 800 Selbst nach Rom zu reisen Wo er am 23. November von Leo Nach den Regeln imperialen Zeremoniels empfangen wurde Karl erkannte die Notwendigkeit Die Vorwuerfe gegen den Papst definitiv auszurueumen Sah sich aber eingedenk der Mahnungen Alquins Auch an den Grundsatz gebunden Das ueber den Nachfolger Petri nicht gerichtet werden kann Darum berief er eine Synode Welche die Sache nochmals untersuchte Jedoch unter dem ausdruecklichen Vorbehalt Kein Tribunal zu sein Nicht richten zu koennen noch zu wollen Es fanden sich keine Beweise gegen Leo Das heist keine Zeugen, die aus eigener Kenntnis Die Anklagen haetten stuetzen koennen Der Papst seinerseits leistete am 23. Dezember Vor der Synode einen Reinigungseid In vollem Ornat, das Evangelienbuch in der beringten Hand Bestieg er die Kanzel der Peterskirche Und sprach mit fester Stimme Es ist bekannt, teuerste Brueder Das boese Menschen wieder mich aufgestanden sind Mich haben verstummeln wollen Und schwere Beschuldigungen auf mich gehauft haben Zur Untersuchung dieser Angelegenheit Ist der gnädigste und erlauchteste König Karl Nebst seinen Bischöfen und Fürsten in diese Stadt gekommen Deshalb bekenne ich Leo, Papst der heiligen römischen Kirche Von niemand verurteilt noch gezwungen Sondern aus meinem freien Willen Mich in eurer Gegenwart vor Gott, der mein Gewissen kennt Und vor dem heiligen Apostel Fürsten Petrus In dessen Kirche wir sind Rein von allen schuldvollen Verbrechen Wie sie mir zur Last gelegt sind Ich habe sie weder getan noch tun lassen Dessen ist Gott mein Zeuge Vor dessen Angesicht wir kommen werden Und vor dessen Angesicht wir stehen Dies tue ich aus meinem freien Willen Um jeglichen Verdacht niederzuschlagen Nicht als ob es so in den Kirchengesetzen stunde Oder als ob ich damit meinen Nachfolgern Oder unseren Bruedern und Mitbischofen Einen Präzedenzfall oder eine neue Regel auferlegen wollte Damit war die Sache beendet Der Dank des Papstes fuer Karls Unterstuetzung Sollte nicht lange auf sich warten lassen Zwei Tage spaeter Waehrend des Weihnachtsgottesdienstes Am Grab des Apostels Petrus Die Peterskirche ist bis auf den letzten Platz gefuehlt Selbstverständlich nur mit einer Auswahl der Papsttreuen Tritt Leo der Dritte an Karl heran Und setzt ihm die Kaiserkrone aufs Haupt Die Anwesenden bejubeln Karl den Großen Als ihren Augustus und Imperator Karl ist ueberrascht Ja sogar ungehalten Und Einhard schreibt spaeter Er wuerde an jenem Tage Trotz des Hohen Festes Die Kirche nicht betreten haben Wenn ihm die Absicht des Papstes Vorher bekannt gewesen waehre Nicht dass Karl der Große Etwas dagegen gehabt haette Kaiser zu sein Nein, das war sicher nicht der Anlass seines Unmuts Er wollte diesen Titel Der dem Herrn ueber die gesamte Christenheit zustand Aber nicht so Als Geschenk aus der Hand des Papstes Und wahrscheinlich auch nicht hier in Rom Er hatte doch Aachen zu einer neuen christlichen Stadt Auf den Ruinen der roemischen Antike machen wollen Seine Pfalzkapelle War eben in diesem Jahre 800 fertiggestellt worden Die Besten der Besten hatte er sich fuer diesen Bau geholt Und selbst festgelegt, wie er auszusehen hatte Damit er jeden Vergleich mit den schoensten Kuppelbauten In Ravenna, Rom und Byzanz bestehen konnte Das Karlsippos erzaehlt ueber den Ausbau Aachens Zum zweiten Rom Da steht in seiner Pfalz der huldreiche Karl Bestimmt, wo die ragenden Mauern verlaufen des kuenftigen Rom Eifrig muet sich die taetige Schar Die einen hauen den Marmor zurecht Fuer hochragende Suellen Und fuehren die Mauern der Burg auf Andere wälzen eifrig die Steinbloecke herbei Hier bemuehen sich andere, warme Heilquellen zu erschliessen Fassen das von Natur kochende Wasser des Bades in Mauerwerk ein Und hauen aus marmornen Stufen schoene Sitzbanke Dort bauen wieder andere, dem ewigen Koenig Mit gewaltiger Anstrengung, einen herrlichen Tempel Schon ragt zu den Sternen das heilige Haus Mit gegletteten Mauern Ja, er muss die Kaiserkroenung als Anmaßung des Apostelfuehrers empfunden haben Er haette sich lieber die Krone selbst aufs Haupt gesetzt Wie es auch die byzantinischen Kaiser zu tun pflegten Doch jetzt war er Kaiser von des Papstes Gnaden Nachdem die roemischen Ereignisse im Reich bekannt geworden waren Bekamen die Kloester Hochkonjunktur Eine geistliche Karriere erschien vielen erstrebenswert Denn die Macht des Papstes im Gottesstaat hatte erheblich zugenommen Auch wenn Karl jetzt Kaiser war Aber eben von des Papstes Gnaden Gläubige ueberschrieben ihren Grundbesitz den Kloestern Nicht nur um des Seelenheils willen Man war dadurch auch von den erdrueckend gewordenen Kronen und Militaerlasten befreit Und die Kloester zahlten Leibrenten bis zur dreifachen Summe des normalen Ertrags Die dadurch enterbten Söhne bekamen Kirchenämter Und dass es in den Kirchenämtern nicht unbedingt weltfremd zugehen musste Das hatte das Beispiel Leo des Dritten ja gezeigt So wuchs der Reichtum der Kirche enorm Im Jahr 813 veranlasste der Abt des Großklosters Germain-des-Prés In der nae von Paris Eine Aufzeichnung des Besitzstandes seines Klosters Es umfasste rund 23.000 Hektar bebautes Land Das von 4.710 Familien bearbeitet wurde Mit 5.316 Kindern und sonstigen Verwandten Dabei waren die Leibeigenen nicht mitgezelt Es werden wohl rund 16.000 bis 20.000 Menschen gewesen sein Die dieser riesigen Klostergrundherrschaft angehörten Ihre jährlichen Abgaben an das Kloster Umfassten etwa 2.300 Doppelzentner Getreide 2.000 Schweine und Ferkel 4.600 Hüner 23.000 Eier 4.600 Eimer Wein Und ca. 20.000 Denare Das sind Silbermuenzen karolingischer Prägung Dazu kamen an Dienstleistungen für die kirchlichen Herren Rund 80.500 Frohntage und 4.600 Frohnfuhren Aus den Aachener Synodalbeschlüssen von 816 geht hervor Dass die großen Abteien im Reich Durchschnittlich zwischen 3.000 und 8.000 Bauernstellen hatten Die untere Grenze für kleine Kirchen und Klöster Lag immer noch bei 300 bis 400 Hofstellen Und Klöster und Kirchen gab es viele im Gottesstaat Auch die reichsten Grundherren konnten nicht mehr mit der kirchlichen Grundherrschaft konkurrieren Zahlreiche Klostergründungen des Königs und des Adels führten dazu Dass der Edle dann die Stelle des Bischofs oder Abts innehatte Weltliche und geistliche Macht verschmolzen miteinander Die adeligen Bischöfe und Äbte brauchten ihr weltliches Standesbewusstsein nicht abzulegen Sie betrachteten die Klöster praktisch als ihren Herrschaftsbesitz Auch das Zölibat war noch nicht erforderlich Es wurde zwar mehr und mehr von den Päpsten befürwortet Aber nur von denen, die nicht selbst verheiratet waren Zwingend war es bis jetzt jedenfalls nicht Ja, die römische Kirche glänzte in neuem Machtbewusstsein und Reichtum Während die Herrschaft Karls des Großen offensichtlich ihren Zenit überschritten hatte Seit der Kaiserkrönung hatte die Kirche wieder die Oberhand gewonnen Vielleicht fehlten Karl dem Großen militärische Herausforderungen Oder es machte sich allmählich sein Alter bemerkbar Zunehmend widmete er sich jetzt den notwendigen Reformen, um das Reich nach innen zu festigen Er bemüht sich, die Bildung seiner Untertanen zu mehren Und per Gesetz und unter Strafe wird jetzt ein bestimmtes Minimum an Wissen verlangt Das Vaterunser und das apostolische Glaubensbekenntnis Weil er den Alkohol mied, setzte er strenge Strafen auf Trunkenheit Weil er aber das Fasten nicht vertrug Vier Gerichte ließ er sich auftragen, außer dem Braten Durfte ein jeder sich nach genau festgesetztem Tarif davon freikaufen Die sächsischen Zwangskristen hingegen hatten auf Bruch der Fastenzeit die Todesstrafe zu erwarten Es sei denn, der Priester stellte fest, dass die Not sie dazu gebracht habe, Fleisch zu essen Auch der Landzuwachs der Kirche musste per Gesetz eingedämmt werden Ebenso der offensichtliche Rückgang der Kampfkraft seiner Armee Ohne kaiserliche Genehmigung darf sich fortan niemand zum Priester weihen lassen Denn wir haben vernommen, dass vielfach nicht ein frommes Herzensbedürfnis der Grund ist Sondern vielmehr die Absicht, sich auf diese Weise der Heerespflicht oder anderen staatlichen Leistungen zu entziehen Jeder Grundbesitzer, der über mindestens zwölf Hörige verfügt, muss einen Panzer haben Wer einen solchen Besitz womöglich verschweigt oder ihn gar verkauft, hat Bestrafung zu gewärtigen Nein, seine Armee, die durfte er nicht vernachlässigen Auch wenn es größtenteils ruhig geworden war im Reich, so lauerten doch überall noch Gefahren Da war an der Nordgrenze der heidnische Dänenkönig Gottfried Sein Volk gehörte zu den Nordmännern, auch Normannen genannt Immer wieder kam es zu kriegerischen Zusammenstößen mit ihnen Mit 200 Schiffen waren sie jüngst im fränkischen Friesland erschienen Nach Erhalt eines Lösegelds von 100 Pfund Silber, fortan Danegeld genannt, zogen sie wieder ab Der Chronist des Kaisers schreibt ironisch Er betrachtet Friesland und Sachsen vollständig als eigene Besitzungen und beabsichtigt in Kürze mit einem großen Heer nach Aachen vorzustoßen Die Dänen waren mit den Sachsen befreundet gewesen Aber für die Franken waren sie einstweilen noch kein ernstzunehmender Gegner König Gottfried wurde kurz darauf ermordet und seine Söhne vermochten kein so großes Aufgebot zu sammeln Die Dänen hatten sich bisher dem katholischen Glauben erfolgreich widersetzt Und um einer Zwangskristianisierung nach dem Muster der Sachsen vorzubeugen hatte Gottfried zwischen Nord- und Ostsee einen Schutzwall errichten lassen den Danewirk Willy Broort, ein Benediktiner, der dem friesischen Heidentum den Kampf angesagt hatte war schon vor 100 Jahren in den Norden gezogen Mit 30 dänischen Jünglingen war er zurückgekehrt Sie sollten zum christlichen Glauben erzogen werden Willy Broorts Missionsversuch war nicht sehr erfolgreich Die Nordleute fanden es geeignet sämtliche Beschläge von Reliquienkästchen und heiligen Schriften in Kleiderspangen umzuarbeiten womit sie diese einer nutzbringenden Aufgabe zuführten Lange Zeit war es nach Willy Broorts Anfangsversuch ruhig und die Dänen blieben ihren Göttern treu Im heidnischen Norden konnte Handel treiben, wer immer es wollte Zu den nordischen Göttern brauchte er sich deswegen nicht zu bekennen Im christlichen Frankenreich war das anders Hier durfte Handel nur von Christen getätigt werden Wollte ein nordischer Händler seine Pelze verkaufen musste er sich vorher taufen lassen Natürlich hatte der Norden auch Bedarf an Waren die im fränkischen Reich erzeugt wurden Also blieb den Nordleuten meist nichts anderes übrig als sich zum Zwecke einer Handelserlaubnis im Frankenreich taufen zu lassen Das sahen die Mönche gern Und auch der christliche Kaiser Karl Wäre nicht vielleicht ein Taufhemd aus gutem friesischen Tuch ein geeignetes Geschenk, das zur Bekehrung verstärkt anreizen könnte? Plötzlich war die Nachfrage nach kostenlosen Taufhemden dermaßen groß Dass die friesische Heimweberei die kaiserlichen Bestellungen nicht rasch genug erledigen konnte Man musste bei der unerwartet hohen Bekehrungsfreudigkeit zur groben, sackleinenden Ersatzware greifen Die nordischen Händler merkten es sofort Weshalb ein Teufling erbost ausrief Zwanzig Mal habe ich mich von euch waschen lassen Aber noch nie hat man mir so schlechtes Zeug dabei angeboten Die Nordmänner waren eigentlich immer friedliche Händler gewesen Und tüchtige Seefahrer dazu Zum Handeln aber braucht man Frieden Und daher gab es seit jeher einen heiligen Kauffrieden in Skandinavien An bestimmten Tagen strömten Freunde und Feinde an den heiligen Orten zusammen Jeder verrichtete sein Opfer an die Götter Kein Blut durfte vergossen werden An diesen Tagen bluhte der Tauschhandel Und der Gedanke des Kauffriedens nahm immer mehr Raum ein Schliesslich wurden sogar Handelsstete gegruendet In denen der Kauffrieden das ganze Jahr hindurch wirksam war Ohne kultische Bindung Duldsam gegenuber Andersgläubigen oder ausländischen Händlern Die sonst ihre Waren gar nicht hätten anbieten koennen Diesen Frieden ueberwachten Beauftragte des Koenigs Wickgrafen genannt Durch diese friedlichen Handelszentren Bluhte der Norden foermlich auf Händler aus allen Teilen der damaligen Welt Konnten sich ungehindert im Norden bewegen Doch jetzt Seit der Zwangschristianisierung der Sachsen Wurden die Wikinger Wie die Nordmänner auch genannt wurden Zunehmend unruhiger Ueberfälle auf die Kuesten Heuften sich Hatten sie vielleicht Angst Ihnen koennte das gleiche Schicksal widerfahren Wie den Sachsen Der erste Ueberfall hatte schon vor Karls Kaiserkroenung stattgefunden Er hatte einen Aufschrei In der christlichen Welt ausgeloest Das von irischen Muenchen erbaute Kloster Lindisfarne An der englisch-schottischen Kueste War gepluendert worden Die Insassen von ein paar Drachenschiffen Waren an Land gestuermt Hatten den Muenchen die Kleider vom Leibe gerissen Das Steinkreuz des Bischofs Etel Wold umgestoßen Alle Klosterschaetze geraubt Das Vieh geschlachtet Und das Fleisch an Bord gebracht Wer sich nicht maenlich wehrte War niedergeschlagen worden Sie verschwanden ebenso ploetzlich Wie sie gekommen waren Hatten sich die ersten Ueberfälle Noch auf England, Schottland und Irland beschraenkt So war jetzt auch das christliche Frankenreich Davon betroffen Die Schiffe tauchten im Frueher Irgendwo am Horizont auf Und waren bald darauf gelandet Noch bevor die Kuestenwache Zur Stelle sein konnte Die Raubzuege liefen blitzartig ab Sodass das trage Landherr Darauf nicht reagieren konnte Zu Anfang waren es noch einzelne Schiffe Doch schnell werden ganze Flottenverbände daraus Offensichtlich hatte es sich bei den Nordmännern herumgesprochen Wie leicht Beute zu machen war Wenn man nur schnell genug wieder auf hoher See war Mit Diplomatie und christlicher Mission War den Wikingern bisher noch nicht beizukommen gewesen Jeder Bauer und Krieger des Nordens War sein eigener Herr Es gab starke Bindungen an die Sippe und die Familie Koenige hatten nur so viel Macht Wie sie sich mit Hilfe ihrer Gefolgsleute verschaffen konnten Eine Staatsgewalt wie im Frankenreich Gab es nicht bei ihnen Eine Schiffsmannschaft konnte ihren eigenen Krieg fuehren Wenn es ihr vorteilhaft erschien Eine Flotte von 20 Schiffen Stellte schon eine bedrohliche Macht dar Aber aus den anfaenglichen Beutezuegen einzelner Gruppen Sollten sich bald große Feldzuege, Landnahmen, Kolonien und Herrschaften Über Land- und Wasserwege entwickeln Wie konnte man ihnen entgegentreten? Karl der Große beschloss, eine Flotte zu bauen Die Franken waren zwar nie Seefahrer gewesen, aber sie wuerden es schon lernen Mit einer Flotte konnte man dem Dänenkoenig anders gegenüber treten Und ihm seine Feindseligkeiten heimzahlen Man koennte ihn in seine Inselwelt verfolgen Und die Sache waere dann rasch beendet Auch im Mittelmeer koennte man sich ganz anders durchsetzen Gegen die Sarazenen und gegen Byzans Sie alle hatten Schiffe Völlig neue Perspektiven muessen den alternden Kaiser beseelt haben Mit all seiner Energie beginnt er das Vorhaben In See gestochen ist die Flotte nie Und Dänemark ist von Karl nie erobert worden Der Tod war schneller Am 28. Januar 1814 stirbt der Kaiser Romanen, Franken und die ganze Christenheit Sind tief im Gram, von Elend bedrückt Wehe uns Jammernden Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl Wehe uns Jammernden So lamentieren die Gläubigen des Reichs Allen voran der Klerus Ob ihn das Volk ebenso betrauert hat? 46 Jahre hat Kaiser Karl regiert Von 768 bis 814 Doch nur in zwei Jahren gab es keinen Krieg In Gottes Namen zwang er die Völker mit Feuer und Schwert zum Christentum Langobarden, Sachsen, Friesen, Bayern, Awarens, Laven, Basken In ganz Deutschland gibt es nicht weniger als 109 Kultstätten des Heiligen Karl Und zur Nacheiferung an Gesinnung und Taten fordert die Stadt Aachen seit 1950 auf Und er waehlt alljaerlich unter den Großen und Groessen dieser Welt einen Um ihn mit dem internationalen Karlspreis auszuzeichnen Churchill, Adenauer, Kissinger, Cole, Clinton Was da wohl zur Nacheiferung empfohlen wird? Wohl dem Volk, dessen Herr sein Gott ist Das meinte Alcuin, der geistliche Berater Kaiser Karls Aber das war im frühen, im düsteren Mittelalter Kaiser Karl hatte drei Söhne Die sollten das Riesenreich erben Frühzeitig hatte er sie zu Königen salben lassen und eine Einteilung geschaffen Einer sollte Italien bekommen, der andere Aquitanien, der dritte sollte sein Nachfolger werden und das uebrige Reich beherrschen Aber der Tod wirft diese Berechnungen ueber den Haufen Zwei der Prinzen sterben vorzeitig Und das sind die tuechtigen Söhne gewesen Uebrig bleibt der wenig taugliche Ludwig, der eigentlich nur Aquitanien bekommen sollte Kaiser Karl hatte ihn vier Monate vor seinem Tod in Aachen zum Mitkaiser und Erben eingesetzt Und die Zustimmung der Reichsversammlung eingeholt Der 71-Jährige spuerte wohl sein Ende nahen Und musste waehrend des Kroenungszeremoniells von seinem Sohn gestuetzt werden Ludwig setzte sich die Kaiserkrone selbst aufs Haupt So haette sich Karl auch seine eigene Kroenung gewuenscht Kaiser nicht aus den Händen des Papstes, sondern aus eigener Machtvollkommenheit Ja, Ludwig sollte das Werk des Vaters fortsetzen Den Gottesstaat auf Erden bewahren und vergruechern Ludwigs Aufgaben zeichneten sich bereits klar ab Da war Papst Leo III. der Kaisermacher Seine Machtanspruch durfte man nicht erliegen War doch die Kirche in den letzten Jahrzehnten zunehmend maechtiger und reicher geworden Dann galt es, die Nordmene, die Wikinger zu missionieren Und dem Gottesstaat womoeglich einzugliedern Sonst koennten sie zur Gefahr werden Doch Ludwig besaas nicht annaehernd die Tatkraft seines Vaters Schon im ersten Jahr seiner Regierung stießen die Normannen unbehelligt bis zur Loire-Muendung vor Es gab keine franckische Flotte, um ihnen entgegenzutreten Und es wird auch nie eine geben Stattdessen setzte Ludwig auf die Kirche Missionare wurden losgeschickt Und Ludwig erwarb sich den Beinamen der Fromme Der Papst in Rom hatte im Reich mehr zu sagen als je zuvor Seine Muenche waren es auch, die die Wikinger katholisch machen sollten Fruehre Missionierungsversuche, wie die von Willibrold, waren klaglich gescheitert Man musste sich etwas Neues einfallen lassen, um die freien und selbstbewussten Söhne des Nordens unter das Kreuz zu bringen Eine guenstige Gelegenheit bot sich, als die Söhne des dänischen Koenigs einen Kleinkoenig vertrieben Der bat um Aufnahme bei Kaiser Ludwig dem Frommen Der Kaiser fuerhrte nun demonstrativ vor, wie gut es doch nordischen Herrschern gehe, wenn sie im Einvernehmen mit ihm stunden Unter Aufbietung aller Pracht wurde Harald Klack, so hieß der Vertriebene, mit Frau und Sohn getauft Als Lehen erhielt er einen guten Landstrich an der Wesermuendung, um ein Leben in Wohlstand fuehren zu koennen Der Kaiser hoffte, dass die Wikinger einen der Ehren doch wohl in Ruhe lassen wuerden Insbesondere erschien ihm Harald Klack, der richtige Mann zu sein, mit dessen Hilfe es gelingen koennte Einen Missionar nach Dänemark einzuschleusen Ein solcher war zur Hand Bepackt mit kaiserlichen Geschenken und seinen kirchlichen Zaubergeräten Zog Ansgar in Begleitung des Moennings Outbert den Rhein hinab zur Nordsee und segelte nach Dänemark Von der Missionsarbeit wissen die Chronisten keinen Erfolg zu verzeichnen Dennoch liess der Kaiser nicht ab von seinem Lieblingsgedanken Er wollte den Wikingergeist von innen her vernichten Die naechste Gelegenheit kam, als Gesandte des Schwedenkoenigs aus Birka nach Worms zum Reichstag kamen Und Handelsvertraege abschliessen wollten Der Kaiser liess sich eine Missionsreise nach Birka zusichern Ansgar bekam vom Kaiser persoenlich seine Instruktionen Und brach mit dem Moench Widmar ein zweites Mal zu einer Nordlandreise auf Unterwegs stießen sie auf Seeräuber, die ihnen die kaiserlichen Geschenke Und die vierzig Bibeln und Reliquienkästchen abnahmen Offenbar herrschte wieder einmal Mangel an Kleiderspangen Mit großer Schwierigkeit setzten sie also die sehr lange Reise zu Fuß fort Wo es sich machen liess auf Schiffen ueber die zwischenliegenden Gewässer Und kamen schliesslich zur Hafenstadt am Lande der Sver, Birka genannt Der schwedische Koenig Bjorn empfing sie freundlich Und gestattete nach Ruecksprache mit seinen Vertrauensleuten Dass sie das Evangelium verkuenden durften In Birka gab es so viele Religionen und Goetter Da kam es auf einem Meer oder weniger nicht an Bereits eineinhalb Jahre spaeter wurde die erste Kirche nahe Birka errichtet Allerdings war das zunechst der einzige Erfolg der Missionsreise Ansgar kehrte zurueck ins Frankenreich und schickte eine grosse Zahl von Priestern nach Birka Sie sollten dies Zentrum heidnischen Glaubens sturmreif machen Er selbst reiste in das daenische Haithabu In Dänemark hatte sich ein Sohn des ermordeten Koenigs zur Alleinherrschaft empor gearbeitet Er suchte Anerkennung und Bundesgenossen um seine Herrschaft zu sichern Ansgar versprach ihm beides Und der arglose Koenig gestattete ihm dafuer den Bau einer Kirche Im Norden des Frankenreichs war inzwischen die Handelsstadt Hammerburg an der Elbe gegruendet worden Ein viereckiger Wall war aufgeworfen worden mit 100 Metern innerem Durchmesser Bis zu sieben Metern hoch mit starken Holzpalisaden Und da im Frankenreich Handel etwas mit Christentum zu tun hatte Entstand in der Mitte der Hammerburg eine Taufkapelle fuer Ansgar, den Missionar Den Nordmännern schadeten die von der Hammerburg ausgehenden Missionsbemuehungen zunächst nicht Sie planten ganz andere Dinge, nachdem sich die kleinen Raubzuege so gut bewährt hatten Mit besserer Ausruestung woerde man weit groessere Siege erkaempfen koennen Ganze Lander koennten die Beute sein Die Katastrophe kam 820 ueber Irland Die Alster-Analen berichten Das Meer spie fluten von Fremden ueber Erin aus Und es gab keinen Hafen, keinen Landeplatz, keine Befestigung, keine Burg, keine Wehr Ohne Flotten von Wikingern und Seeraubern Die zerstrittenen irischen Kleinkoenige wurden hinweggefegt Die Wikinger hatten in dem tollkuenen Torgiesel einen starken Fuehrer, der sich zum Koenig ueber die ganze Insel ausrufen liess Und dem christlichen Klerus zum Trotz den heidnischen Goettern opferte Waehrend die Wikinger nach der Eroberung Irlands jetzt neue Krafte sammelten, zeichnete sich im Frankenreich Ludwigs des Frommen allmaehlich der Niedergang ab Ludwig, dessen Kaisertitel vom Papst 816 nachtraeglich bestaetigt wurde, sah sich der unloesbaren Aufgabe gegenüber, das Frankenreich im Innern organisieren zu muessen Denn die aggressive Eroberungspolitik seines Vaters hatte viele Probleme nur verdrängt Aus den vielen Valkern, die sich Karl der Große einverleibt hatte, war noch kein einheitlicher Staat entstanden Und die Adeligen, die ueber die einzelnen Stamme herrschten, machten zunehmend ihre eigene Politik, je schwaecher der Kaiser an der Spitze war In seinem Bemuehen, das Reich zu festigen, erließ Ludwig der Fromme 817 das Gesetz ueber die Unteilbarkeit des Reichs Die drei Sohne Ludwigs wurden zu Mitkaisern gekroent und durch ein kompliziertes Aufteilungssystem wurden ihnen ihre Machtbereiche zugewiesen Hier regte sich bereits der erste Widerstand des Adels Bedeutete doch das Aufteilungssystem einen Bruch mit den alten Stammesrechten Als Ludwigs zweite Frau einem weiteren Sohn das Leben schenkte, musste die Machtverteilung wieder neu geregelt werden Damit waren die drei aelteren Brueder nicht einverstanden Um die einzelnen Anspruchsberechtigten entstanden Adelsparteien, die den leidigen Streit der Brueder um das noch gar nicht faellige Erbe zur Staatsaffaire machten Es kam zu einer offenen Auseinandersetzung, in der die drei Erstgeborenen den Vater absetzten Doch die Brueder waren sich nicht einig So dass es dem machtigen Klerus im Reich gelang, Ludwig den Frommen wieder in sein Amt zu setzen Auf dem Luegenfeld bei Colmar, das liegt rund 50 Kilometer suedlich von Straesburg Standen sich drei Jahre spaeter die Kontrahenten mit ihren Heeren erneut gegenueber Doch Ludwig der Fromme hatte bei seinen Maennern schon so viel an Ansehen eingebuesst, dass er sich plötzlich allein auf dem Schlachtfeld fand Seine Leute waren groesstenteils zu den Soehnen uebergelaufen Für Ludwig den Frommen war die Herrschaft zu Ende Unter den drei uebriggebliebenen Soehnen, einer war inzwischen verstorben, kam es 841 beim Fontenoir erstmals zu blutigen Kaempfen 843 wurden die Streitereien mit dem Vertrag von Verdun beendet und das Frankenreich endgueltig aufgeteilt Karl II., auch der Kale genannt, erhielt das Westfrankische Reich, das spaetere Frankreich Lothar I. wurde Herrscher ueber Lotharingien, das von der Nordsee ueber den Rhein bis nach Italien reichte Und Ludwig bekam den ostfrankischen Teil, das spaetere Deutschland, daher wuerde er auch Ludwig der Deutsche genannt Die Klinger nutzten die Gelegenheit Die Dreiteilung des Reiches war ihnen willkommen, durch die Zwistigkeiten der Brueder sind die Kuestenwachen unbesetzt Am 12. Mai des Jahres 841 segeln daenische Schiffe die Seine aufwaerts ins Zentrum des Westfrankischen Reichs Rouen wird erobert, ein Jahr spaeter fallen sie in Friesland ein Mit 67 Schiffen segeln norwegische Wikinger im Jahr darauf die Loire aufwaerts und die Bewohner von Monde erleben das Fest Johannes des Teufers auf eine Weise, wie sie es sich nicht hatten traumen lassen Die Wikinger ueberwintern sogar auf einer Insel im Fluss und richten sich ein, als ob sie fuer immer bleiben wollten Ja, sie lassen sogar Frauen und Kinder nachkommen Fuer die Verpflegung muss das umliegende Land aufkommen Zwei Jahre spaeter werden alle drei Reichsteile mit grossen Flottenverbänden angegriffen 120 Schiffe fahren die Seine aufwaerts und erobern Paris Um die Wikinger-Schar loszuwerden, zahlt Karl der Kahle 7000 Pfund Silber das seine Grafen aus dem Volk eintreiben wobei ein gutes Teil immer in die Tasche der Adligen fliest Die zweite Flotte fällt in Spanien und Nordafrika ein Eine dritte Gruppe plundert erneut Friesland, waehrend eine vierte nach Hammerburg segelt Dort treffen die Wikinger auf den Missionar Ansgar Der Chronist Rimbert berichtet Ansgar traf Maßnahmen, um die heiligen Reliquien wegzuschaffen und entkam mit knapper Not, sogar ohne Mantel, waehrend die Priester in alle Richtungen flohen Die Feinde hatten sich jetzt der Stadt bemächtigt und plunderten alles, was in ihr und dem umgebenden Lande war Sie kamen am Abend, blieben ueber Nacht und den folgenden Tag Nachdem sie alles in Brand gesteckt hatten, zogen sie fort Dort wurde die Kirche, die herrlich gebaut war, unter der Leitung des Herrn Bischof Ansgar eingeaeschert Zusammen mit dem wunderbar eingerichteten Mönchskloster Dort ging die prachtvoll geschriebene Bibel, die seine Majestät der Kaiser unserem Pater geschenkt hatte, in Flammen auf Ebenso wie mehrere Bücher Alles an Kirchengeraeten und anderen Kostbarkeiten wurde zerstoert Entweder durch Plunderung oder durch Feuer Fast nackt konnte er den Feinden entkommen Waehrend die Missionsstation Hammerburg mit ihrer Taufkapelle voellig zerstoert wurde, blieb die ausserhalb des Ringwalls gelegene Kaufmannssiedlung unbehelligt Waffen aus dem damaligen Kampf wurden vor einigen Jahren aus der Elbe gebaggert Dänische Wikinger drangen auf ihren Booten auch rein aufwaerts bis nach Mainz vor Das kleine Stiftsdorf Bonn wurde voellig geplundert und zerstoert Die alljährlichen Beutezuege waren fuer die heimgesuchten Voelker ein Aderlass Hungersnoete stellten sich ein Im 9. Jahrhundert ist die grosse Hungersnot am Rhein im Jahre 850 historisch belegt Der Getreidepreis war so hoch, dass man grosse Silberstuecke fuer einen kleinen Sack Getreide bezahlen musste Das dreigeteilte Frankenreich war nicht in der Lage, sich wirkungsvoll gegen die Nordmänner zur Wehr zu setzen Ihre Beutezuege sollten bis ins 11. Jahrhundert andauern Ein Gebiet an der Muenung der Seine traeckt bis heute ihren Namen Die Normandie Hier hatte sich ein Teil von ihnen niedergelassen Und einer der ihren wird 1066 als Wilhelm der Eroberer in England einfallen Die Wikinger waren die erfolgreichsten Seefahrer ihrer Zeit Jedes ihrer Schiffe war aus rund 20 Eichen gefertigt und mit aufwendigen Verzierungen versehen Sie waren hochseetauglich Um ohne Landsicht auf offener See ihr Ziel zu erreichen, erfanden sie einfache Navigationsinstrumente Nein, sie waren nicht nur die unvorstellbar grausamen Barbaren, als die sie von den Muenchen der Christianisierungszeit hingestellt wurden Sie waren vor allem kluge und strategische Krieger, die sich gegen eine Welt zur Wehr setzten, die mit Feuer und Schwert alle Völker katholisch machen wollte Sie betrieben auch ehrlichen Handel, vor allem mit russischen und arabischen Kaufleuten Andere Scharen von Wikingern hielten Ausschau nach besiedelbarem Land In ihrer Heimat war landwirtschaftlicher Boden knapp So kamen sie nach Island, Groenland, ja, bis nach Nordamerika Doch wie weit sie auch segelten Die christlichen Missionare folgten ihnen auf dem Fuß Der Gottesstaat auf Erden, mit einem Kaiser als Vertreter Gottes auf Erden, war nach Karl dem Großen zerbrochen Die römische Kirche konnte jedoch weiter ihre Macht behaupten, jetzt über alle drei fränkischen Reiche Sie allein war jetzt der Gottesstaat Doch für den Vertreter des Himmels auf Erden besaß der Papst in Rom immer noch zu wenig Macht Er war noch nicht Alleinherrscher seiner Kirche, sondern nur Bischof von Rom Mit einigen Sonderrechten, die sich das Papsttum im Laufe der Jahrhunderte Gegenüber den anderen Bischöfen erkämpft hatte Das sollte nun anders werden Zu diesem Zwecke wurden zu Anfang des 9. Jahrhunderts Die in der Geschichte unter dem Namen der Pseudo-Isidorischen Dekretalen bekannten falschen Urkunden Von einem päpstlichen Schreiber zusammengestellt Sie wurden unter dem Namen des höchstgeachteten Bischofs Isidor von Sevilla Der 636 gestorben war, verbreitet Und begannen mit 60 Briefen der allerersten Bischöfe Roms Denen eine Menge bischöflicher Beschlüsse, echte und falsche, folgten Der Hauptzweck dieser Fälschung war es Den römischen Bischof zum unumschränkten Kirchenmonarchen zu machen Die Macht der Erzbischöfe, Bischöfe und Synoden zu brechen Ja, die Bischöfe unmittelbar dem Papst in Rom zu unterwerfen Die Kirche von aller weltlichen Gerichtsbarkeit unabhängig zu machen Und allen Einfluss des Staates auf kirchliche Angelegenheiten und Verhältnisse zu unterbinden Auch wenn der oberste Bischof von Rom bereits die Vorherrschaft über die anderen Bischöfe gewonnen hatte So setzte er jetzt Brief und Siegel unter seine Alleinherrschaft Und um den Anspruch der römischen Kirche an die Welt ganz deutlich zu machen Ist in der Zusammenstellung auch eine Schenkungsurkunde enthalten Durch welche Kaiser Konstantin, dem Apostel Petrus, das ganze abendländische Reich und dessen Hauptstadt Rom zusichert Das Betrügerische dieser Briefe und Urkunden liegt so klar zutage Dass man kaum begreift, wie selbst Bischöfe ihnen damals Glauben schenken konnten Aber die meisten waren ungelehrte Leute, welche nicht einmal die Geschichte ihrer Kirche kannten Und lieber waren sie von dem entfernten Bischof von Rom abhängig Als von ihrem nahen Erzbischof, der ihnen auf die Finger schauen konnte In diesen Briefen, die ja angeblich von den römischen Bischöfen der ersten Jahrhunderte geschrieben worden sein sollten Kommen Bezeichnungen von Dingen vor, die man zu ihrer Zeit noch gar nicht kannte Die Kirchenväter der ersten Zeit zitieren Stellen aus der Bibel nach der Übersetzung des viel später lebenden Heiligen Hieronymus Selbst aus Büchern, die erst im siebten Jahrhundert geschrieben wurden Es gibt darin sogar Stellen aus den Beschlüssen einer Synode zu Paris im Jahre 829 Diese pseudo-isidorischen Dekretalen wurden die Grundlagen des Papsttums Jetzt war der Papst in Rom unumschränkter Gesetzgeber in geistlichen und weltlichen Dingen Welche Kraft von diesen Schriften ausging, zeigte sich sehr schnell bei den nachfolgenden Päpsten Papst Nikolaus I. verkündete, dass die Untertanen den Königen, die den Willen Gottes nicht täten, keinen Gehorsam schuldig wären Der Wille Gottes war natürlich das, was der Papst verkündete Seinen Namen setzte er in allen Schriften vor den der Könige Gegen die Allmacht des Papstes zeigte sich sogar Widerstand in den eigenen Reihen Die Erzbischöfe Teutgaut von Trier und Günther von Köln protestierten Du bist ein Wolf unter Schafen Du handelst gegen deine Mitbischöfe nicht wie ein Vater, sondern wie ein Jupiter Du nennest dich einen Knecht der Knechte und spielst den Herrn der Herren Du bist eine Wespe Aber glaubst du, dass du alles tun dürftest, was dir gefällt? Wir kennen dich nicht und deine Stimme und fürchten nicht deinen Donner Die Stadt Gottes Die Stadt Gottes Die Stadt Gottes Die Stadt Gottes, von der wir Bürger sind, ist größer als Babylon Das sich rühmt, ewig zu sein Und das sich brüstet, als ob es nie irren könne Johannes der Achte, der 872 den römischen Stuhl bestieg Sprach von dem Kaiser Karl dem Kahlen In seinem Schreiben an die Bischöfe des Ostfränkischen Reichs heißt es Was schaffen wir denn in der Kirche an Jesus Stadt, wenn wir nicht für Jesus gegen der Fürsten Übermut kämpfen? Wir haben, sagt der Apostel, nicht mit Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürsten und Gewaltigen zu kämpfen Je schwächer die weltlichen Herrscher nach der fränkischen Reichsteilung geworden waren, desto überbordender gebärdete sich die Führung der römischen Kirche in ihrem Machtgefühl Stefan der Fünfte wurde 885 Papst Er war schon nicht mehr damit zufrieden, ein Mensch zu sein Die Päpste werden, wie Jesus, von ihren Müttern durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen Alle Päpste sind so eine gewisse Art von Gottmenschen, um das Mittleramt zwischen Gott und den Menschen besser betreiben zu können Ihnen ist auch alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen worden Und was für das Haupt der Kirche gilt, das gilt auch für ihre Glieder So wird es nicht mehr lange dauern, bis Priester von der Kanzel predigen Mit der Absolutionsgewalt hat Jesus dem Priestertum eine Macht verliehen, die selbst der Hölle furchtbar ist Der selbst Luzifer nicht zu widerstehen vermag Eine Macht, die sogar hinüberreicht in die unermessliche Ewigkeit Wo sonst jede irdische Macht ihre Grenze und ihr Ende findet Eine Macht, sage ich, die Fesseln zu brechen vermag, welche für eine Ewigkeit geschmiedet waren Durch die begangene, schwere Sünde Sich gegen dieses neue Machtbewusstsein der römischen Kirche zu behaupten Wird den künftigen Herrschern der europäischen Reiche sehr schwer fallen Und die Päpste der kommenden Jahrhunderte werden dank ihrer Allmacht bar jeder moralischen Beschränkung sein Der heilige Franz von Assisi wird sagen Wenn mir ein Priester und ein Engel zugleich begegnen würden So würde ich zuerst den Priester grüßen, dann erst den Engel Weil der Priester eine viel höhere Macht und Hoheit besitzt als die Engel Die Macht und Hoheit der Priester betrifft natürlich nur ihr Amt, nicht den Menschen, der dieses Amt innehat Das heilige Amt steht über allem, auch über den menschlichen Schwächen ihrer Träger Der fromme Rabanus Maurus, der von 822 bis 842 Abt in Fulda war und später Erzbischof von Mainz wurde, stellte klar Wenn man einen Geistlichen sieht, die Hand auf dem Busen eines Weibes So muss man annehmen, dass er sie segne Ob daher wohl das Wort kommt, eine Frau befinde sich in gesegneten Umständen? Raterius von Verona klagte zu Anfang des 10. Jahrhunderts Oh, wie verworfen ist nicht die ganze Schar der Kopfgeschorenen, da unter ihnen keiner ist, der nicht ein Ehebrecher ist oder ein Sodomit Unter solchen Umständen war es wohl natürlich, dass vielen Christen Bedenken kamen, ob es wohl ziemlich sei Dass sie das, was sie für das Heilige hielten, das Abendmahl aus so beschmutzten Händen annehmen könnten Auf eine deshalb an ihn gerichtete Frage antwortete Papst Nikolaus I. Es kann niemand, so sehr er auch verunreinigt sein mag, die heiligen Sakramente verunreinigen, welche Reinigungsmittel aller Befleckungen sind Der Sonnenstrahl, welcher durch Kloaken und Abtritte geht, kann doch dieserhalb keine Befleckung an sich ziehen Daher mag der Priester beschaffen sein, wie er will Er kann das Heilige nicht beflecken Fürwahr, ein Trost für die gesamte Christenheit Im 5. Jahrhundert nach Christi Geburt versank das römische Imperium im Chaos von Hunnensturm und Völkerwanderung Übrig blieb das Byzantinische Reich im Osten mit einem Kaiser, der in Konstantinopel residierte Übrig blieb auch die römische Kirche Ihre Macht war ungebrochen, denn in jenen schweren Zeiten suchten die Menschen mehr denn je Trost im Glauben Entwurzelte Germanenstämme zogen raubend und mordend durch Europa und machten sich auf dem Boden des einstigen Imperiums breit Sie waren Heiden, und die eroberten Gebiete waren römisch-katholisch Die Eindringlinge waren zu wenige, um in den besetzten Gebieten dauerhaft zu herrschen Das gelang nur einem Germanenvolk, den Freien, den Franken Das römische Gallien hatten sie schon fest in ihrer Hand Und innerhalb von drei Jahrhunderten wuchs das Frankenreich zur neuen Weltmacht heran Es reichte von den Pyrenäen bis an die Nordsee, vom Atlantik bis an die Elbe Und im Südosten bis tief hinein ins heutige Ungarn Der größte Teil Italiens gehörte zu seinem Herrschaftsbereich Und eigentlich auch die römische Kirche Ja, die heidnischen Franken waren Christen geworden, ganz pragmatisch Denn mit der Unterstützung der Kirche regierte es sich leichter Und der mächtigste, der christlichste aller Herrscher, Karl der Große Vereinigte konsequent die Welt des Glaubens mit der Staatsgewalt Und verwirklichte seine Vision vom Gottesstaat auf Erden Auf der Höhe seiner Macht wurde er am Weihnachtstag des Jahres 800 Vom Papst der römischen Kirche zum Kaiser gekrönt Karl der Große hielt das Zepter fest in seiner Hand Er war der Vertreter Gottes auf Erden Und die römische Kirche war sein Werkzeug Doch als sein Sohn, Ludwig der Fromme, den Thron bestieg, wendete sich das Blatt Der Klerus wurde zum eigentlichen Herrscher Die Berater des Kaisers, die Bischöfe hatten das Sagen Und die heilige Allianz zwischen Kaiser und Papst Wurde bald zum Machtkampf hinter den Kulissen Die Söhne Ludwigs des Frommen Teilten das fränkische Riesenreich des Abendlandes schließlich unter sich Der Gottesstaat auf Erden zerbrach Karl der Zweite, auch der Kale genannt Erhielt das westfränkische Reich, das heutige Frankreich Lothar der Erste wurde Herrscher über Lotharingien Das von der Nordsee über den Rhein bis nach Italien reichte Und Ludwig der Deutsche bekam den ostfränkischen Teil, das heutige Deutschland Während die Macht der Karolinger jetzt schnell versiegte Schwang sich die römische Kirche zu neuen Höhen auf Rund ein Drittel des Grund und Bodens in Europa nannte sie ihr Eigen Und durch die zehnprozentige Kirchensteuer, die ihr Karl der Große per Gesetz eingeräumt hatte War sie die stärkste Wirtschaftsmacht Rom wurde Mitte des 9. Jahrhunderts das Zentrum der abendländischen Welt Und der Bischof von Rom, einst ein Bischof unter vielen, fühlte sich jetzt als Papst Und Alleinherrscher über den Klerus, ja sogar über die ganze Christenheit Um jedermann von der Rechtmäßigkeit der päpstlichen Herrschaftsansprüche zu überzeugen War es notwendig, nachweisen zu können, dass schon die ersten römischen Bischöfe solche Machtvollkommenheit besessen hätten Urkunden und Briefe der allerersten Kirchenväter sollten jeden Zweifel daran beseitigen Dass diese pseudo-isidorischen Dekretalen, wie sie genannt werden, größtenteils Fälschungen waren, hergestellt in den Schreibstuben des Papstes, war dabei völlig unerheblich Kaum 50 Jahre nach dem Tod Kaiser Karls des Großen setzte Papst Nikolaus I. mit einem vorher nie dagewesenen Selbstbewusstsein die kirchlichen Herrschaftsansprüche durch Er nannte sich Richter über die ganze Welt Fühlte sich durch keinerlei fremdes Recht gebunden, da er von Christus selbst eingesetzt zu sein glaubte Bei solcher Machtvollkommenheit war es kaum verwunderlich, dass das Papsttum bald seltsame Blüten treiben sollte Im Jahre 900 wird im Ostfränkischen, dem Deutschen Reich, ein neuer König gekrönt In deutschen Landen ist er der Letzte aus dem Geschlecht der Karolinger Doch ein Hoffnungsträger für das schwache Reich ist er nicht Er ist erst sieben Jahre alt, Ludwig das Kind Er wird auch nicht erwachsen werden, denn er ist schwachköpfig Die Verwaltung des Reichs liegt in den Händen der Erzbischöfe Hatto von Mainz und Salomon von Konstanz Sie regieren im Namen des Königs, für die Kirche Der Adel, die Pfalzgrafen, einst die Stützen des Kaiserreichs, kümmern sich jetzt nur noch um ihre eigenen Interessen und bekriegen sich oft genug gegenseitig Dabei wäre gerade jetzt eine starke Hand nötig, die Einheit schafft um den alljährlich sich wiederholenden Raubzügen der Ungarn wirkungsvoll entgegenzutreten Auch die nordische Gefahr ist keineswegs gebannt Die Wikinger fallen in schönster Regelmäßigkeit im Reich ein Und was tut der Bischof von Mainz? Er redet von der verdienten Geißel Gottes, die man demütig über sich ergehen lassen muss Dabei gäbe es den starken Mann im Reich, der sich auch bei den anderen Mächtigen durchsetzen könnte Der den täglich wachsenden Ansprüchen der geistlichen Herren wirkungsvoll entgegentreten könnte Es ist Otto, der Sachsenherzog Gerade die Sachsen, die noch vor hundert Jahren von Karl dem Großen so schrecklich dezimiert mit Feuer und Schwert ins Christentum geprügelt wurden Gerade die sind wieder stark geworden und weiterhin trotzig dem Klerus gegenüber Otto hat sein Lehen nicht wie andere aus der Hand des Bischofs im Namen eines regierungsunfähigen Königs erhalten Er ist von seinem Sachsenvolk gewählt worden, nach altem Stammesbrauch Doch Otto stammt aus keinem Herrschergeschlecht Dagegen ist König Ludwig das Kind ein Karolinger Damit ist sein Thron unantastbar Und Erzbischof Hatto kann in seinem Namen regieren, wie er will Keine Macht, selbst nicht der König hat das Recht, dem Priester zu widersprechen Denn der Priester ist Gottes Rechtsverwahrer Die Edlen aber sind nur irdische Machthaber Solcherlei Weisheit ist jetzt in mancher Predigt zu hören Als endlich im Jahre 911 Ludwig das Kind in seinem 18. Lebensjahr stirbt, wird der Reichstag einberufen Alle Pfalzgrafen sind versammelt, um einen neuen König zu erwählen Die Herrschaft der Karolinger ist im Deutschen Reich mit Ludwig zu Ende gegangen Es gibt keinen Nachfolger Jetzt soll einer der Pfalzgrafen König werden Otto von Sachsen wäre wohl der Richtige Aber viele der Edlen sind dagegen Sie fürchten, Otto könnte nicht nur die Rechte der Kirche beschneiden, sondern auch ihre eigenen Außerdem ist Otto den herrschenden Bischöfen ein Dorn im Auge Und wie sollte er gegen den Klerus regieren können? Auch Otto selbst will die zum Greif nahe Königskrone nicht Er fühlt sich zu alt für diese schwere Aufgabe, das Reich und die zerstrittenen Grafen zu einen Gegen einen starken Klerus Auch würde Erzbischof Hatto der Wahl sicher nicht zustimmen Hatte doch Otto kürzlich verlauten lassen, er würde das Mainzer Erzbistum mit seinen riesigen Ländereien in Sachsen und Thüringen einfach auflösen Fiele die Wahl tatsächlich auf Otto, so würde sich Bischof Hatto beim westfränkischen König Hilfe holen Bei den Franken des Westreichs herrschte nämlich noch ein Karolinger, Karl III. Der hatte zwar selbst alle Hände voll zu tun gegen die aufständischen Großen seines Reichs und gegen die Nordmänner Auch erfreute er sich nicht sonderlich großer Machtvollkommenheit Die Kirche war bei den Westfranken ebenfalls mächtiger als die Könige Doch Karl der Einfältige, wie er auch genannt wurde, hätte er ablehnen können, wenn ihn die Kirche um Hilfe bat? Wahrscheinlich hätte er sich mit Unterstützung der Bischöfe auch die deutsche Krone geholt Das alles galt es zu bedenken Schließlich einigte man sich auf Konrad von Franken Der war ein tapferer Kriegsmann und den Kirchenmännern sehr willkommen Erzbischof Hatto selbst hatte ihn vorgeschlagen Sieben Jahre lang versuchte Konrad, dem zerrissenen Reich Ruhe zu geben Trat mit Hilfe der Bischöfe den immer eigenmächtiger werdenden Herzögen entgegen Versuchte das Reich vor den Ungarn zu schützen Doch alles war vergeblich Er hatte nicht das Volk auf seiner Seite, sondern nur die Kirche Sein Gegenspieler war erst Otto von Sachsen Und als der starb, war es dessen Sohn, Herr Heinrich Der sich wie sein Vater von seinem Volk zum Herzog wählen ließ Beim Ting, nach altem Stammesbrauch Das war ein glatter Verstoß gegen das herrschende Recht des Königs Nur der durfte einen Herzog ernennen und ihm ein Lehen geben Konrad zog gegen Heinrich ins Feld und holte sich eine blutige Nase In deutschen Landen konnte man nur mit den Sachsen herrschen, nicht gegen sie Das war Konrads bittere Erkenntnis Und so war seine größte Tat wohl die, dass er auf dem Sterbebett seinen Bruder Der die Königswürde erben sollte, veranlasste, auf den Thron zu verzichten Stattdessen schickte er ihn zum Sachsenherzog, zu Herrn Heinrich Um ihm die Krone anzutragen Herr Heinrich saß am Vogelherd Die Minnesänger an den mittelalterlichen Burgen und Höfen Erzählten noch lange die Geschichte von Herrn Heinrich Und seiner Berufung zum deutschen König Zum Gründer des Deutschen Reichs Das Reich, das Heinrich vorfand War im Großen und Ganzen ein recht schmaler Streifen Von der Nordsee bis zum Kamm der Alpen Im Westen reichte das Gebiet nur stellenweise über den Rhein Im Osten waren die Slaven rings um den Thüringer Wald vorgedrungen Hatten Elbe und Saale überschritten Und sich im Maintal breitgemacht Was zwischen den eng zusammengeschobenen Flanken lag War nur zum Teil kultiviertes Land Umgeben von ausgedehnten Wäldern und Sümpfen Nur am Rhein und an der Donau gab es größere Siedlungen Die noch meist aus der Römerzeit stammten Hier wurden die Waren getauscht Werkzeuge aller Art, Waffen und Rüstungen Und feinere Kleider für die Reichen Das Karge-Leben war ständig bedroht Von den Horden der verschiedenen Slavenstämme Die den Osten heimsuchten Am schlimmsten trieben es die Ungarn Sie kamen in größeren oder kleineren Schwärmen Drangen in Häuser und Kirchen Raubten die Vorräte und Schätze Zerstampften die Felder und töteten Oder verschleppten die Einwohner Wenn diese nicht rechtzeitig in Wälder und Sümpfe geflüchtet waren Es schien, als wären die Zeiten der Hunneneinfälle zurückgekehrt Als Herr Heinrich gekrönt wurde Lag die Königsmacht am Boden Stattdessen regierten die Bischöfe Und in den einzelnen Territorien Hatten die Stammesherzöge das Sagen Das führte andauernd zu Auseinandersetzungen Denn die Herzöge mussten sich gegen die Feinde Von außen zur Wehr setzen Und zogen oft genug auch gegeneinander ins Feld Dazu brauchten sie Vasallen, die sie bezahlen mussten In ihrer Not zogen sie häufig Kirchengüter ein Was dem Klerus sehr missfiel Nein, es war eigentlich kein Reich Das der neue König Heinrich I. bei seiner Krönung vorfand Es war mehr oder weniger eine Ansammlung von Fürstentümern Die bald miteinander, bald gegeneinander kämpften Herr Heinrich, wie der neue König überall genannt wurde Ging gleich sehr tatkräftig zu Werke Auf sein eigenes Volk die Sachsen Auf die konnte er sich verlassen Auch die Franken waren auf seiner Seite Denn der Herzog der Franken war Eberhard Der Bruder des verstorbenen Königs Gleich zu Beginn seiner Herrschaft Erteilte Herr Heinrich dem Klerus eine herbe Abfuhr Als der Nachfolger Hattus von Mainz, Erzbischof Heriger Ihn zum König salben wollte, lehnte Heinrich I. einfach ab Heriger drohte daraufhin Niemand wird einen König anerkennen, der nicht gesalbt ist Auch der König des Westfrankenreiches drüben, jenseits des Rheines Wird nicht dulden, dass hier jemand sich König nennt, der die heilige Weihe verachtet Und der die selbst Kaiser Karl sich beugte Die Drohung verfehlte jedoch ihr Ziel Da Herr Heinrich die Kirchenmänner briskierte, war er ziemlich sicher Die anderen Edlen auf seiner Seite zu haben Und der König der Westfranken, Karl der Einfältige, der hatte sich selbst einen Dorn ins Fleisch gesetzt Als er den Nordmännern Land an der Atlantikküste gegeben hatte, die heutige Normandie Und die Wikinger hatten dort sofort einen starken und blühenden Staat errichtet Karl der Einfältige also, der hatte genug zu tun, seine eigene Krone zu behalten Erzbischof Heriger gab sich geschlagen Aus Rom war keine große Hilfe zu erwarten Denn auf dem Stuhl Petri herrschte ziemliches Chaos Entschlossen festigte Herr Heinrich seine Macht gegenüber der Kirche Indem er auf frühere Gepflogenheiten zurückgriff Die Bischöfe wurden jetzt wieder vom König eingesetzt Ihm ergebene Männer, die ihr Amt nicht mehr dazu benutzten Um in die Geschäfte des Reiches hineinzureden oder gar Unfrieden zu säen Fast im Handumdrehen schaffte er es jetzt ohne Blutvergießen Die restlichen Stammesherzöge unter seiner Führung zu einen In überraschend kurzer Zeit war es dem neuen König gelungen Das Reich im Inneren zu festigen Viel größer waren die Schwierigkeiten, die ihm die Ungarn bereiteten Ihre schnelle Reiterei galt als unbesiegbar Sie nur einigermaßen aufzuhalten, ging schon fast über die Kräfte seiner Armee Sie gar vernichten zu schlagen, daran war einstweilen noch nicht zu denken In seiner Not unterbreitete Heinrich dem Ungarnführer ein Angebot, das dieser nicht auslagen konnte Für neun lange Jahre verpflichtete er sich zu einer jährlichen Tributleistung, wenn die Ungarn für diese Zeit sein Volk unbehelligt ließen So hatte er Zeit gewonnen, die er entschlossen nutzen wollte Er, der König, ordnete daher Folgendes an Zum Ersten, dass allen Talben in den Gauen sofort steinerne Burgen angelegt oder vorhandene umgebaut werden sollen Zum Zweiten, dass Städte und größere geschlossene Siedlungen mit festen steinernen Mauern zu umgeben sind Zum Dritten, dass ein Reiterheer geschaffen werde, in dem von neun Männern immer einer ständig in der Burg wohnen soll Während seine acht Gefährten ihre Äcker bestellen, säen und ernten mögen Zum Vierten, dass von jeder Ernte ein beträchtlicher Teil auf der Burg abzuliefern sei Sowohl zum Unterhalt der Reiter als auch zum Vorrat, wenn bei einem Überfall die Gau-Sassen dort Zuflucht suchen müssen Zum Fünften schließlich, dass alle Tinge, Tagsatzungen und Feste im Gau immer in den Burgen sollen begangen werden Damit das Volk sich an sie gewöhne und in ihnen heimisch werde Es galt uns gutes Recht Dass, wer den Boden bebaut, auch das Schwert tragen darf Nun wird bald manch einer das Schwert tragen, der Äcker nicht mehr sein Eigen nennt Aber die Not gebietet uns, so zu handeln Das war die Geburtsstunde der Ritter Der Armee der Panzerreiter Landauf, landab konnten sie in Turnieren ihre Künste zur Schau stellen und dabei gegenseitig ihre Kräfte missen Es war eine Waffe mit gewaltiger Durchschlagskraft, die da entstand Und fortan sollten als vollwertige Krieger nur noch die Panzerreiter gelten Aber die neue Elite-Truppe war teuer Der Wert einer Rüstung samt Pferd entsprach einem Gegenwert von 40 bis 45 Kühen Das war der Bestand eines ganzen Dorfes Als erstes führte Herr Heinrich sein neues Reiterheer gegen die Slaven Die mit den Ungarn befreundet waren und sich oft genug auf deren Seite gestellt hatten Mit der neuen Waffe waren die Slaven leicht zu besiegen Dann endlich kam wieder der Tag, an dem die Abordnung der Ungarn erschien, um ihren jährlichen Tribut einzufordern Euer Weg war vergeblich Die Männer meines Volkes wollen nun nichts mehr herschenken Und unser Vertrag vom Jahre 924 ist damit hinfällig geworden Eröffnete ihnen der König Für die Ungarn war das eine herbe Enttäuschung Hatten sie sich doch bereits an diese bequeme Art des Broterwerbs gewöhnt Eine Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld war unausweichlich Um die Jahreswende 933 wälzte sich ihr Zug von der Donau zum Elbetal und flutete durch Böhmen heran Der Hunger hatte sie noch mitten im Winter aufbrechen lassen Und als die erste strenge Kälte nachließ und sich der Winter dem Ende zuneigte Da stießen sie an die Grenzen des Reichs Doch überall waren Burgen entstanden, uneinnehmbar für die Steppenreiter Und die Burgen zu umgehen und sie im Rücken zu lassen, das wagten sie nicht Sie wären zwischen zwei Fronten geraten So teilten sie ihr her Während der eine Teil an der Belagerung festhielt Umging der andere Teil die Befestigungsanlagen, um über das Landesinnere herzufallen Doch statt der erwarteten Beute fanden sie nur verlassene Hofstellen Kein Vieh, nur leere Ställe und Scheunen Enttäuschung machte sich breit Hunger und Kälte zehrte an den Kräften Und irgendwo in den Wäldern, da wartete Herr Heinrich mit seiner Streitmacht auf sie Erschöpft schlagen sie ihr Nachtlager auf und postieren ihre Wachen Noch ist der neue Tag nicht angebrochen Da sind Sachsen und Thüringer mitten unter ihnen In wilder Flucht rettet sich wer kann Doch sie geben sich noch nicht geschlagen Noch nie hatten sie einen Kampf verloren Und jetzt, im Sattel ihrer Pferde, da sind sie wieder in ihrem Element Und neuer Mut keimt auf Das nächtliche Gemetzel, Mann gegen Mann, das war nicht ihr Kampf Da waren sie chancenlos Als der neue Tag anbricht, da reiten sie an Es ist noch ihre altbewährte Kampfesweise, die sie anwenden Welle auf Welle, den Pfeil auf dem Bogen sprengt heran, schießt, wendet und jagt zurück Aber der Erfolg ist nicht mehr der gleiche wie früher Von den Berghängen fliegen ihnen die Pfeile entgegen Reißen Löcher in die Angriffsfront Getroffene, Männer wie Pferde, wälzen sich am Boden Und behindern die nächsten Angriffswellen Doch nicht genug damit In ihrem Rücken ertönen Horn-Signale Herrn Heinrichs neue Waffe, die Reiterei, sprengt heran Da ist es vorbei mit den Ungarn, mit der Geißel Gottes Wer noch fliehen kann, der sucht das Weite Solange Heinrich Koenig ist, werden sie nicht wiederkommen Waffen tragen und zum Kampf ziehen ist nun ausschliesslich Sache der Reiter geworden Die Bauern koennen nicht ihre Felder bestellen und zugleich wirkungsvoll Krieg führen Die Zeit der Ritter bricht jetzt an Ihre Burgen versprechen Schutz und Zuflucht Die Krieger müssen versorgt werden Nicht nur mit Lebensmittel, sondern auch mit Waffen, Werkzeugen, Kleidung und Hausrat aller Art So siedeln sich rund um die Burgen Handwerker und Händler an Städte entstehen Es ist der Beginn einer neuen Gesellschaftsordnung Ein Jahr nach dem großen Erfolg gegen die Ungarn kam es zum Krieg mit Dänemark Die Dänen gehörten zu den Nordmännern, den Wikingern, die im 8., 9. und 10. Jahrhundert einen großen Einfluss auf die damalige Welt ausübten Die begabten Seefahrer starteten von ihren skandinavischen Heimatländern aus in die ganze Welt Bis nach Kanada kamen sie In Europa gab es kaum einen Flecken, der von den Wikingern nicht bedroht wurde Zur Zeit Karls des Großen überfielen sie die Nordseeküste im Frühjahr und kehrten mit großer Beute im Winterheim Die Dänen suchten hauptsächlich die englischen Küsten heim kamen aber auch bis ins Mittelmeer Sie fuhren auch rein aufwärts bis nach Mainz und plünderten die Dörfer der Region Jahrhunderte spaeter sprach man noch von der nordischen Gefahr Das war der Feind, dem sich jetzt Herr Heinrich entgegenstellte Im Juni des Jahres Die antike Welt war aus den Fugen geraten Völkermassen aus dem Norden und Osten wälzten sich über den europäischen Kontinent und überfluteten alle Länder Mordeten, raubten und hinterließen völlige Verwüstung Man musste Krieg führen, um zu überleben Die Zeit der Völkerwanderung wird sie genannt Doch mit Wandern hatte das nichts zu tun Es ging ums nackte Überleben Das wilde Chaos war wohl von den Hunnen ausgelöst worden Seit dem Ende des vierten Jahrhunderts drangen sie aus Zentralasien nach Westen vor Niemand konnte sie aufhalten Sie hatten die Germanenvölker entwurzelt und trieben sie vor sich her Schnell und grausam fielen sie in das ueberraschte Europa ein Ihr ungewohnter Koerperbau, ihre voellig fremd anmutenden Gesichtszuege und ihre Art zu leben sorgten dafür, dass die Geschichtsschreiber jener Zeit unheimliche Dämonen aus ihnen machten Für die Christen waren sie die Geißel Gottes Offensichtlich nicht von dieser Welt Womöglich waren sie direkt den Tiefen der Hölle entstiegen Aus der Sicht der Heiden waren sie in den unwegsamen, unheimlichen Sümpfen Russlands von Hexen und Waldgeistern gezeugt worden Angeblich bandagierten sie die weichen Schaedelknochen ihrer Kinder um den Koepfen ihre langgestreckte Form zu geben und den Sauglingen wurden die Nasen platt gedrückt, damit sie unter den hunnischen Helm passten Sie waren unter uns, ohne dass wir wussten, woher sie kamen In den Brunnen der Goetter traengten sie ihre Pferde Auf den Stufen der Tempel nahmen sie unsere Frauen An den Saulen unserer Stadt zerschmetterten sie die Koepfe unserer Kinder Nackt ueber die Hälse der Pferde geworfen So verließen unsere Toechter die Stadt Wir werden sie nie wiedersehen Warum die Hunnen so ploetzlich mit aller Gewalt nach Europa stuermten, ist unbekannt Wahrscheinlich war es der Hunger, der sie trieb Denn ihre Bevoelkerung war kontinuierlich gewachsen und die armseligen Steppen ihrer Heimat konnten das Nomadenvolk nicht mehr ernähren Da brachen sie alle Bruecken hinter sich ab und drengten nach Westen, ins sagenhaft reiche Europa Roemer und Germanen fuehlten sich ihnen gegenueber anfangs voellig wehrlos und wurden einfach abgeschlachtet Denn die Hunnen besaassen eine neue Art der Kriegsfuehrung, die sehr erfolgreich war Infanterie, wie die Roemer sie hatten, war ihnen unbekannt Sie waren hervorragende Reiter und kaempften vom Ruecken ihrer Pferde aus Eine absolute Neuheit war die Konstruktion ihrer Settel So sicher, wie sie im gestreckten Galopp ihre Pfeile abschieessen konnten Das war noch nie dagewesen Die Hunnen kaempften in kleinen beweglichen Einheiten von 500 oder 1000 Mann Unter schrecklichem Kriegsgeheul fielen sie ueber ihre Feinde her so dass die auseinanderstoben und meist vernichtet wurden Doch das roemische Imperium baumte sich noch einmal auf gegen die Invasion aus dem Osten Germanen und Roemer kaempften Seite an Seite Gemeinsam traten sie den Hunnen in der weiten Ebene um Chalons-sur-Marne auf den katalonischen Feldern entgegen Man schrieb das Jahr 451 Es muss ein grausiges Gemetzel gewesen sein bei dem den hoechsten Blutzoll die Germanen zahlten Auf der Seite der Roemer kaempften Franken und Westgoten als Verbundete auf der Seite Attelas des Hunnenkoenigs alle die Germanenstaemme, die er bereits unterworfen hatte Rom konnte noch einmal siegen Die Hunnen zogen sich zurueck Doch die kraefte des Imperiums waren damit erschopft Es war nahezu ungeschuetzt Und fuer die hungernden und entwurzelten Germanen war es das Land, in dem Milch und Honig floss Auf der Suche nach schneller Beute ueberzogen sie die Provinzen der sterbenden Weltmacht Bei Trier durchbrachen die Vandalen die Grenzen des roemischen Reiches Sie stuermten die Stadt Die Bevölkerung floh, ebenso die roemischen Soldaten Den Angreifern war das einerlei Sie plunderten gruendlich, hausten wie die Vandalen Ein roemischer Chronist berichtete Schauspielvorfuehrungen gibt es jetzt keine mehr Auch da nicht, wo sie vorher ueblich waren Man spielt nicht in der Stadt Mainz Sie ist verwuestet Man spielt nicht in Koellen Es ist voll von Feinden Man spielt nicht in der wunderschoenen Stadt Trier Sie liegt viermal zerstoert am Boden Man kann nicht mehr Vor lauter Armseligkeit und Elend dieser Zeit Die Mehrzahl der heimatlosen Völker zog mit Kind und Kegel einfach weiter Wenn es nichts mehr zu rauben gab Sie wollten oder konnten kein Land laenger in ihrem Besitz halten Die Franken mussten ihre alte Heimat am Niederrhein, dem heutigen Belgien, nicht verlassen Seit rund 200 Jahren hatten sie sich hier in den duesteren Wäldern des Nordens zusammengetan Kleine germanische Völkerschaften und nannten sich die Freien, die Franken Der Hunnensturm war suedlich von ihrem Territorium vorbeigefegt Auch sie hatten an der Seite des roemischen Imperiums tapfer gegen die Hunnen gekaempft Doch jetzt wurde aus den ehemals Verbundeten der neue Feind fuer die sterbende Weltmacht Das Imperium lag am Boden Das war die richtige Zeit, um sich das roemische Gallien einzuverleiben Dieses verlockende, fruchtbare Land direkt in ihrer Nachbarschaft Wo sogar Trauben reiften Jene suessen Fruechte, aus denen die Roemer so ein koestlich berauschendes Getraenk herzustellen wussten Clodwig war ihr neuer Held, ihr Koenig, und unter seiner Fuehrung begehrten sie in den letzten Jahren zunehmend auf Dem letzten roemischen Stadthalter in Gallien, Syacrius, hatten sie immer wieder erheblichen Aerger bereitet Auch ohne die Franken war seine Lage schon hoechst besorgniserregend, ja nahezu aussichtslos Denn das roemische Imperium, dessen Vertreter er ja war, war zerbrochen Und seither war er, Syacrius, die letzte Bastion eines nicht mehr existierenden Weltreichs Ein ganzes Jahrzehnt hatte er ausgeharrt, auf diesem verlorenen Posten Und wieder und wieder davon getraumt, Rom moechte sich noch einmal erheben Noch einmal erwachen zu neuem Leben, zu neuer Bluete Ein Weltreich wie Rom, wie konnte das einfach untergehen Es durfte nicht sang- und klanglos verschwinden Und ihn, den Stadthalter, als einzigen mit erhobener Fahne zuruecklassen Hier in diesem entlegensten Winkel der Welt, in Gallien, in Soasson So nah bei diesen unberechenbaren Franken Fürwahr, welch grausames Schicksal Wäre doch ein starker Cäsar auf den Thron gekommen Ein Claudius etwa, oder Trajan Die haetten den Zusammenbruch des Reichs verhindert Aber stattdessen wurde jener Jüngling gekrönt Dieser Schönling, Romulus Augustus Welch ein Name fuer einen Cäsar Als Omen hatte er gelten sollen Romulus, der Gründer der Stadt, die einst dem Reich den Namen gab Und Augustus, der Heilige, der Geweihte, der Erhabene Der erste roemische Kaiser war mit diesem Titel geehrt worden Nachdem er das Reich aus einer Krise zu neuen Hohen gefuehrt hatte Doch was ist aus dem Herrscheramt geworden? Ein schoener Jüngling mit einem schoenen Titel Doch voellig machtlos Wird einfach zur Abdankung gezwungen Gestuerzt von einem Rugier-Fuersten Odoaker Der von germanischen Seldnern Die Land forderten So einfach zum Koenig von Italien ausgerufen worden war Die Germanen Diese Barbaren Zugegeben Als Soldaten in den eigenen Reihen Waren sie lange von unschetzbarem Wert gewesen Furchtlose Kämpfer Stark Und von enormer Groeße Rom hatte das immer honoriert Und die Fuehrer der germanischen Seldner Wurden am Hofe die maechlichsten Persoenlichkeiten Sogar der Titel Patricius Wurde ihnen verliehen Doch als Gegner waren sie beengstigend Fast unbesiegbar Und dem Reich war es nie geglückt Sie völlig zu bezwingen Sie waren einfach wilder Als alle anderen unterworfenen Völker Und jahrhundertelang eine ständige Bedrohung Schon Tacitus, der Geschichtsschreiber, berichtete Dass sie keinerlei Zurückhaltung kannten Wenn es um Krieg führen Oder trinken ging Und das war vor 400 Jahren Doch seither hat sich nichts geändert Sie sind so rauflustig wie eh und je Wie soll man einen ordentlichen Feldzug führen Gegen diese Horden Die keine Angst kennen Und auf dem Schlachtfeld Vom Geschrei ihrer Frauen angefeuert werden Rohes Fleisch sollen sie verzehren Wie die wilden Tiere Und wie die wilden Tiere So pflegen sie auch Über die geordneten römischen Legionen herzufallen Nur ihre Anfuerer haben meist Pferde Und sind mit Schild und Frame bewaffnet Framen Das sind Speere mit einer schmalen, kurzen Eisenspitze Die aber sehr scharf ist Und die sie auch im Nahkampf verwenden Wie eine wilde Meute kommen sie daher Die Kämpfer zu Fuß werfen auch noch kleinere Spieße Einer immer mehrere Und zwar ungeheuer weit Dabei sind sie nackt Oder nur mit einem Umhang leicht bekleidet Einige haben Schwerter oder größere Lanzen Ein Prunken mit schmucken Waffen ist ihnen fremd Lediglich ihre Schilde Und diese bemalen sie mit sorgfältig ausgesuchten Farben Nur wenige tragen einen Panzer Oder einen Helm aus Metall oder Leder Den sie irgendwann bei uns eingetauscht haben Gegen Felle Oder Bernstein Dessen Wert ihnen scheinbar völlig unbekannt ist Sie kennen keine Schlachtordnung wie wir Ihre Behändigkeit passt sich dem Reiterkampf vorzüglich an Ein Zurückgehen Lediglich zum Zwecke eines neuen Vorstoßes Gilt bei ihnen eher als ein Zeichen von kluger List Und nicht als Angst Nur der Verlust des Schildes Ist in ihren Augen eine Schmach ohnegleichen Wer auf diese Weise ehrlos wird Darf weder an Opfern noch am Ting teilnehmen Sie haben keine vernünftige eigene Schrift Kein Staatswesen mit Geschichte Keine einheitliche Reichskirche mit Bischöfen an der Spitze Stattdessen glauben sie an ihre Druiden Und ein Sammelsurium von Göttern Die Angst und Schrecken verbreiten Und oft mit Menschenopfern Gnädig gestimmt werden müssen Und wenn sie nicht gerade Krieg führen So sind sie von unübertroffener Faulheit Und überlassen die gesamte Arbeit ihren Frauen Und jetzt kamen sie Durch die Nebel der Morgendämmerung Hörte man das Schnauben und Stampfen ihrer Pferde Noch bevor das Auge sie erspähte In den Uferauen sammelten sie sich vor dem Angriff Ja, er hatte sie erwartet Und wenn es das Schicksal so wollte Dann starb er heute einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfeld Er, der übrig gebliebene Bannerträger Des zugrunde gegangenen römischen Imperiums Er, Syagrius, der Letzte Syagrius, letzter römischer Machthaber in Gallien 486 nach Christus von Clodwig, dem Frankenkönig Bei Soasson geschlagen und hingerichtet steht in den Geschichtsbüchern Für die Römer war es so, wie Bischof Orenzius von Aquitanien sagte Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt Und schon läuft ab die Zeit der letzten Tage Ganz Gallien raucht wie ein einziger Scheiterhaufen Clodwig war erst 20 Jahre alt Unter seiner Führung sollten die Franken noch halb Europa erobern und auf dem Boden Galliens die römische und die germanische Kultur zu einer neuen Ordnung verbinden Der mittelalterlichen Welt König Clodwig aus dem Haus der Merowinger war der erste große König, den die Franken hervorbrachten Doch die Schwierigkeiten für ihn müssen enorm gewesen sein Sein neues Frankenreich hatte plötzlich ein Vielfaches der ursprünglichen Größe und wuchs noch weiter Denn bereits zehn Jahre nach seinem Sieg über Syagrius unterwarf er die Alemannen in der Schlacht bei Zülpich Wie konnte er solch ein Riesenreich dauerhaft beherrschen? In ihrer Heimat waren die Franken gewohnt, ganz anders zu leben als hier in den besetzten Gebieten Städte waren als Aufenthaltsort außerordentlich unbeliebt Clodwigs Untertanen hausten in einfachen Häusern aus Lehm oder Holz mit Stroh gedeckt In einem einzigen großen dunklen Raum lebten Mensch und Vieh einträchtig zusammen Es war noch genauso, wie Tacitus das einst beschrieben hatte Das Land ist schaurig durch seine Wälder und hässlich durch seine Sümpfe Reicher an Niederschlägen nach Gallien zu und windiger nach Norikum und Pannonien hin Getreide gedeiht gut, Edelobst dagegen gar nicht Vieh gibt es in Menge, doch ist es zumeist ein unansehnlicher Schlag Selbst beim Großvieh vermisst man die natuerliche Stattlichkeit und den stolzen Stirnschmuck Nur die Groesse der Herden macht den Germanen Freude Und Viehherden sind ihr einziger und liebster Reichtum Gold und Silber haben ihnen die Götter, ich weiß nicht, ob aus Gnade oder aus Zorn, versagt Doch will ich nicht behaupten, es gebe in Germanien überhaupt keine Gold- und Silberader Denn hat schon jemand danach gesucht? Besitz und Verwendung dieser Metalle reizen die Germanen nicht sonderlich Man kann beobachten, wie bei ihnen Gefäße aus Silber, die ihre Gesandten und Fürsten geschenkt bekommen haben Ebenso gering gewertet werden, wie solche aus Ton Ihre Dörfer legen sie nicht, wie wir, so an, dass die Häuser Wand an Wand stehen und eine Straße bilden Jeder lasst vielmehr um seinen Hof einen freien Raum Vielleicht will man sich dadurch vor Feuergefahr schützen Vielleicht versteht man sich aber auch nicht recht aufs Bauen Nicht einmal behauene Steine oder Ziegel benutzen die Germanen Ohne Rücksicht auf gefälliges und schönes Aussehen verwenden sie zu allem unbehauenes Holz Auch ist es üblich, unterirdische Höhlen auszuheben und eine dicke Schicht Mist darauf zu legen Das ist eine Zufluchtsstätte für den Winter und ein Aufbewahrungsort für die Feldfrüchte Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen und ein Pflug aus Holz Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut Wenn die Bauern ein Korn Getreide säten, konnten sie auf zwei bis drei Körner Ertrag hoffen War das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken, so blieb die Ernte aus Und pure Verzweiflung machte sich breit Nein, für Schönheit und Luxus hatten Klotwigs Franken keinen Sinn Wichtiger war ihnen, was die Natur an Nahrung lieferte Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze gab es in den Wäldern Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff jener Zeit Die Menschen glaubten an geheimesvolle Kräfte in der Natur Eine Bärenklaue um den Hals einer schwangeren Frau sollte das Kind stark werden lassen Eine Buche schützte vor Blitzschlag Und wenn Spinnweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen Die Natur war von Wesen belebt Von Feen und Kobolden War voller Zeichen und Wunder War ein Wesen, das lebte Wollte man einen Baum fällen, so musste man sich vorher bei ihm entschuldigen Eichen waren heilig Die Natur spendet Leben und sie nimmt es Sie ist eine Göttin Und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwörung Das war das Weltbild der Franken zu Beginn des Mittelalters Sie waren Heiden Und das besetzte Gallien war römisch-katholisch Bischöfe und Priester waren wie Staatsbeamte Und Bischöfe durften sogar Recht sprechen Der Klerus funktionierte wie eine Staatsbürokratie Ein Netz von Klöstern überzog das Land Untereinander verbunden durch Straßen, die das Imperium erbaut hatte Das Leben der Bürger in den Städten Den Zentren römischer Kultur Mit Theatervorführungen, Badeanstalten und Lustbarkeiten aller Art Konnte kaum gegensätzlicher sein als das, was die Franken gewohnt waren Nahezu unüberbrückbar schien die Kluft Und den Franken drohte ein ähnliches Schicksal wie so vielen anderen germanischen Stämmen Nämlich unterzugehen in der Überzahl der einheimischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten Für viele Franken hatte die christliche Religion eine starke Anziehungskraft War sie doch aus dem Untergang des römischen Imperiums unbeschadet hervorgegangen Ihre Machthaber, die Bischöfe und Priester, besaßen das gesamte Wissen und Können der vergangenen Kultur Auch die Frau des Frankenkönigs, Krodichilde, eine Tochter des Königs von Burgund, war Christin Natürlich war es ihr wichtig, Clodwig zum wahren Glauben zu bekehren Bei der Taufe des erstgeborenen Sohnes ließ sie die Kirche mit Teppichen und Decken schmücken Auf das Clodwig, der durch die Predigt nicht bekehrt werden konnte, durch diese festliche Handlung zum Glauben erweckt werde Ihr Sohn aber erstickte, als er eben getauft war, noch in den weißen Kleidern Da schwoll dem König die Galle und erschallt heftig die Königin und sprach Wäre der Knabe geweiht im Namen meiner Götter, gewiss lebte er noch Für Krodichilde war es die Strafe Gottes dafür, dass ihr Gatte noch Heide war So brachte sie auch ihren nächsten Sohn zur Taufe Er bekam ebenfalls das Taufwasser in die Lunge und erkrankte schwer, aber er erholte sich wieder Wir wissen nicht, ob Clodwig letztendlich dem steten Einfluss seiner Frau erlag Oder ob es politisches Kalkül war Jedenfalls ließ er sich taufen Eine Volksversammlung aus vom Bischof ausgesuchten Klakören klatschte begeistert Beifall, als der König seinen Entschluss bekannt gab Die Inszenierung war prächtig In weißem Taufhemd schritt der König mit 364 edlen Franken zur Taufkapelle Allen Pomp, dessen sie fähig war, bot die Kirche auf, galt es doch, die überlegene christliche Kultur zu zeigen In anderen Schriften wird berichtet von 3000 seiner wilden Kampfgefährten, die mit ihm die Taufe nahmen Das war praktisch die gesamte Oberschicht Frankens Mit entblößtem Oberkörper und ohne Waffen trat der König vor den Vertreter der römischen Kirche in Gallien, Bischof Remigius von Raas Beuge dein Haupt in Demut, stolzer Sigamba, und verehre von nun an, was du bisher verbrannt ist, und verbrenne, was du bisher verehrt ist Nun, da Clodwig Christ geworden war, unterstellte er die Kirche seinem Reich Denn die Kirche hatte das, was dem Frankenkönig fehlte Sie hatte Einfluss auf die Bevölkerung in den besetzten Gebieten Clodwig konnte nun auf die Hilfe seiner neuen Untertanen zählen Jetzt hatte er den gleichen Glauben wie sie Sein neues Reich war dadurch innerlich gefestigt Und er konnte daran gehen, es Stück für Stück zu erweitern Die christliche Überlieferung weiß eine andere Geschichte über Clodwigs Bekehrung zu berichten Als die Franken in der Schlacht von Zülpich schon fast besiegt waren und die Alemannen bereits triumphierten Da gelobte Clodwig Jesus Christ, Crodechilde verkündet, du seist der Sohn eines lebendigen Gottes Ich flehe dich an Gewährst du mir jetzt den Sieg über meine Feinde So will ich an dich glauben und mich taufen lassen in deinem Namen Und da er solches gesprochen, wandten sich die Alemannen und fingen an zu fliehen So jedenfalls wusste Bischof Gregor von Thur es zu berichten Die Franken, die zum wahren Glauben bekehrt werden sollten Kannten natuerlich nicht die Erzaehlung aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter Da wird dem Heerfuerer Jephthah eine sehr aehnliche Begebenheit zugeschrieben Wir wissen nicht, war es nur fruehchristliche Propaganda Oder war auch ein Koernchen Wahrheit dabei Für das Volk kam jedenfalls klar zum Ausdruck, wer unter den Goettern der Mächtigste war Der Koenig und seine Krieger blieben von der christlichen Botschaft jedoch weitgehend unberuehrt So liess sich Clodwig auch nicht daran hindern, die Burgunder zu ueberfallen und seinem Reich einzuverleiten Die Burgunder, das waren die Nachbarn des Frankenkoenigs und ihr Herrscher Gundobad, war Clodwigs Schwiegervater Sie hatten sich nach einer verheerenden Niederlage gegen die Hunnen hierher gefluechtet und lebten jetzt zwischen dem Genfer See und Lyon an der Rhon Vielleicht ist es hier entstanden, in ihrer neuen Heimat, das Heldenepos von der Niederlage gegen Etzel, den Hunnenkoenig, das Nibelungenlied Die dem Tod geweihten, die lagen allumher Zu Stuecken lag zu hauen, die Koenigin, so her Dietrich und Herr Etzel zu weinen huben an Jämmerlich sie klagten, um manchen Freund und Untertan Da war der Heldenherrlichkeit verschlungen von dem Tod Die leute hatten alle viel Jammer und viel Not Mit Leid war nun beendet des Koenigs hohes Fest Das Schicksal stets auf Freude, doch Leid am Ende folgen laesst Wer im Nibelungenlied eine getreue Darstellung des geschichtlichen Geschehens sucht, der wird enttäuscht Denn das Epos ist erst einige hundert Jahre später niedergeschrieben worden Und so haben sich Ereignisse am Hofe der Frankenkoenige mit der älteren Geschichte der Burgunder vermischt Mit der Übernahme Galliens durch die Franken war eine neue Zeit angebrochen Klodwigs Bekehrung zum Katholizismus bedeutete den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Europas Wenngleich von christlicher Lebensfuehrung bei ihm nichts zu spuehren war Klodwig entstammte dem altfraenkischen Adelsgeschlechter Merowinger Dessen Grunder Merowech seinen Ursprung von einem Meerdrachen ableitete Was fuer das sagenhafte Alter seiner Sippe sprechen sollte Die Koenigswuerde konnte nach altfraenkischem Recht nur an Mitglieder der edelsten Geschlechter fallen Denn dabei war es jahrhundertelang geblieben, dass die Franken langgelockte Koenige aus ihrer ersten Und so zu sagen vornehmsten Sippe waehlten Klodwig hatte seine eigene Methode, sich und seinen Nachkommen die Koenigswuerde fuer alle Zukunft zu sichern Er liess kurzerhand alle Adelsfamilien mitsamt seinen eigenen entfernten Verwandten bis zum letzten Mann ermorden So dass im ganzen Frankenreich nur noch er selbst und seine Soehne fuer die Krone in Frage kommen konnten Er ging dabei mit beispielloser Hinterlist vor, wie die Geschichtsschreiber jener Zeit berichten Nach der Ermordung des letzten seiner Verwandten Hat er oeffentlich geklagt, nun keinen Gesippen mehr zu haben, der ihm im Unglueck beistehen koenne Aber so sprach er nicht aus Schmerz, sondern in arger List Um vielleicht doch noch einen Verwandten ausfindig zu machen und ihn umzubringen An der Rheingrenze lebten neben Klodwigs neuem Reich noch andere Frankenstaemme, die Chatten und die Ribuaria Mit List und Gewalt beseitigte er auch ihre Koenige und vereinigte am Ende alle Franken unter seiner Herrschaft Die von Hunnensturm und Völkerwanderung entwurzelten germanischen Voelker, die sich im heutigen Frankreich niedergelassen hatten, wurden alle nacheinander seine Beute Aber die Franken nahmen nicht nur germanische Stamme in ihren Bund auf, sondern auch komplette roemische Legionen 50 Jahre spaeter schreibt ein Chronist Bis zum heutigen Tage sind sie deutlich als die Legionen erkennbar, in denen ihre Vaeter einstmals dienten Sie tragen deren Standarten, wenn sie in die Schlacht ziehen, und halten ihre Sitten Und die roemische Tracht bewahren sie in allen Einzelheiten Fast 300 Jahre lang herrschten die Merowinger Koenige Oft wurde das Reich unter den Thronerben aufgeteilt Das Rhein-Mosel-Land Austrien war deutschstaemmig In Neustrien, Nordfrankreich, hatten sich ueberwiegend Germanen, Kelten und Roemer vermischt Burgund, das heutige Südfrankreich, war bald ganz romanisch Doch immer wieder fand das Frankenreich zur Einheit zurueck Im ewigen Auf und Ab der Thronwirren waren Verrat und Meuchelmord an der Tagesordnung Immer aber herrschte unbestritten das einzige langgelockte Koenigsgeschlecht Der Merowinger, weil der große Clodowech ihm das absolute Kronmonopol gesichert hatte Ueber die Nachfahren Clodwigs berichtete im sechsten Jahrhundert der franckische Bischof und Geschichtsschreiber Gregor von Thur Als nun Koenig Sigibert sah, dass seine Brueder sich Weiber waehlten, die ihrer nicht wuerdig waren und sich so weit erniedrigten, selbst Maegde zur Ehe zu nehmen da schickte er eine Gesandtschaft nach Spanien und freite mit reichen Geschenken um Brunichilde, die Tochter Koenig Athanagels Denn diese war eine Jungfrau von feiner Bildung schön von Angesicht, zuechtig und wohlgefaellig in ihrem Benehmen klugen Geistes und anmutig im Gespräch Der Vater versagte sie ihm nicht und schickte sie mit großen Schetzen dem Koenige Der versammelte die Großen seines Reichs ließ ein Gelage anrichten und unter unendlichem Jubel und großen Lustbarkeiten nahm er sie zu seinem Gemahl Und da sie dem Glauben des Arius ergeben war wurde sie durch die Belehrung der Bischoefe und die Zusprache des Koenigs selbst bekehrt glaubte und bekannte die heilige Dreieinigkeit und wurde geseibt Als Siegeberts Bruder Koenig Hilperich dies sah freite er, obschon er bereits mehrere Weiber hatte um Galswinter, Brunichildens Schwester wobei er durch seinen Gesandten versprach die anderen Weiber zu verlassen wenn er nur ein ihm ebenbürtiges Koenigskind zur Ehe empfinge Der Vater glaubte diesen Versprechungen und uebersandte ihm seine Tochter gleich wie die fruehere mit reichen Schetzen Galswinter war aber aelter als Brunichilde und als sie zum Koenig Hilperich kam, wurde sie mit großen Ehren aufgenommen und ihm vermählt auch wurde sie von ihm mit großer Liebe verehrt sie hatte naemlich große Schaetze mitgebracht sie tat auch zur rechtglueubigen Kirche ueber und wurde geseibt aber des Koenigs Liebe zu Fredegunde, die er schon frueher zum Weibe gehabt hatte brachte schweren Streit zwischen ihnen Galswinter beklagte sich beim Koenig ueber die Krenkungen, die sie unaufhoerlich zu ertragen habe und dass sie bei ihm nichts gelte Daher bat sie, er moege die Schaetze behalten welche sie mit sich gebracht habe aber sie selbst frei in ihr Vaterland heimziehen lassen Der Koenig aber ging heimtueckischerweise nicht darauf ein sondern beguetigte sie durch sanfte Worte Endlich liess er sie durch einen Dienstmann erdrosseln und fand sie tot in ihrem Bette Der Koenig aber nahm, als er die Tote beweint hatte nach wenigen Tagen abermals Fredegunde zu seinem Gemahl Waehrend jener Zeit konnte wohl jeder Franke froh sein nicht als Merowinger geboren zu sein denn kaum einer dieses Geschlechts starb eines friedlichen Todes In ihrem Herzen blieben die Franken noch lange Heiden Von der christlichen Botschaft waren sie nicht so leicht zu ueberzeugen Ihr Himmel hies Valhalla und dahin kamen nur die Krieger Odins die heldenhaft in den Schlachten gefallen waren Dort lebten sie weiter unter Kaempfen und Zechen So mancher getaufte Fürst bestand auf seiner Kriegsausruestung auch noch nach dem Tod Als Grabbeigabe fanden Archaeologen einen Helm mit einer Stirnplatte aus reinem Gold Den unteren Rand des Helms zieren Weinreben Weinstoecke hatten einst die Roemer nach Gallien gebracht und die Franken schetzten das berauschende Getraenk, das man daraus gewinnen konnte Ueber der Stirn wurden zwei Kreuze genau dort eingeritzt, wo frueher die heidnischen Zeichen angebracht waren Ein Grabstein zeigt auf der einen Seite das Bildnis des Toten, eines Kriegers von Schlangen umgeben den Symbolen germanischen Goetterglaubens Schlangen waren das Symbol fuer verwandte Seelen, die den Kaempfer ins Reich der Toten begleiten sollten Auf der anderen Seite des Steins die erste ueberlieferte Darstellung germanischen Ursprungs von Jesus sein Kopf von Lichtstrahlen umgeben Heidnische und christliche Symbolik nebeneinander Barbaren und Christen miteinander, das waren die Anfaenge der abendlendischen Kultur zur Zeit der Merowinger Wie lebte man in diesen Zeiten? Und wovon lebte man? Die einen lebten vom Krieg und von der Beute Gab es keinen Krieg, dann lebten sie von den anderen Die anderen, das waren die Bauern Das Land gehuerte dem Koenig Der Koenig vergab weite Gebiete als Lehen an seine getreuen, adeligen Gefolgsleute Die wiederum verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und bekamen dafür einen Teil der Ernte Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen Es gab kein Buergertum, es gab kaum Handel Die vorhandenen Roemerstraaßen fuehrten durch dichte Waelder, in denen noch Wuelfe und Beren lebten Sie wurden benutzt, solange sie benutzbar waren Ausgebessert oder erneuert wurden sie nicht Wie sah Europa aus zur Zeit des fruen Mittelalters, als die Merowinger herrschten? Ganz Westeuropa, von den Pyrenaeen bis nach Thueringen, von der Nordsee bis an die Alpen, war franckisch geworden Im Norden gehuerten die Friesen zu den wenigen Germanen, die nicht auf Wanderschaft gegangen waren sondern in ihren ursprunglichen Siedlungsgebieten an der Nordsee blieben In Friesland florierte schon fruehr ein bluehender Handel mit England und anderen Nordsee-Anrainern waehrend das restliche Germanien noch mit Urwald ueberwuchert und voellig versumpft war Die Friesen waren die ersten germanischen Kaufleute Durch ihre Handelsgeschaefte reich geworden, besaassen sie bereits eine eigene Muenzprägung und galten in merowingischer Zeit als unabhaengig An der Nordsee-Kueste in der Gegend um die Elbmuen-Dung lebten die Sachsen Sie hatten die Karuska und andere Germanen-Stamme unterworfen und sich bis nach Westfalen ausgebreitet Heiden waren sie und galten als außerordentlich wild Das Grenzgebiet zwischen ihnen und den Franken blieb stets unruhig Mal fielen die Sachsen im Frankenreich ein, mal die Franken bei den Sachsen England war ein recht oedes Land Angeln, Sachsen und Juten besiedelten England und vertrieben die keltische Urbevölkerung nach Wales, Irland und Schottland Auf der ganzen Insel lebten kaum 400.000 Menschen Ab dem 6. Jahrhundert wurde England von Rom aus missioniert, sehr erfolgreich Denn in den folgenden Jahrhunderten waren die englischen Muenche begehrte und gelehrte Pilger die emsige Missionsarbeit leisteten Spanien war das Reich der Westgoten Die Gebiete nordlich der Pyrenäen hatten sie an die Franken verloren und sich ganz auf die iberische Halbinsel zurueckgezogen Hier nahmen sie gegen Ende des 6. Jahrhunderts den katholischen Glauben an Doch was war aus dem einstigen Imperium geworden? Jenem sagenhaften roemischen Reich der Antike? Wo waren seine Ueberreste? Was hatte ueberdauert? Italien wurde beherrscht von den Langobarden In Nordafrika, der Kornkammer des roemischen Reiches, hatten sich die Vandalen niedergelassen Nahezu unversehrt dagegen blieb der Osten des Reichs Der roemische Kaiser Konstantin hatte im Jahr 330 seine Residenz von Rom nach Byzans verlegt und der Stadt am Bosporus seinen Namen gegeben Konstantinopolis Unter den Soehnen des Theodosius war das Reich 395 aufgeteilt worden in Ostrom oder das Byzantinische Reich und Westrom Waehrend Westrom unter dem Hunnensturm und der Völkerwanderung zerbrach war Byzans davon verschont geblieben Waehrend Rom von Vandalen und Goten gepluendert wurde war Konstantinopel zum Nabel der damaligen Welt geworden Es gab keine Stadt außer Rom, die sich mit ihr vergleichen konnte Gewaltige Bauwerke, Kirchen, Basiliken, Paläste und Villen zeugten von ihrem Reichtum In Konstantinopel residierte der Kaiser des Byzantinischen Reiches Nachdem das Westroemische Reich untergegangen war, erhob er Anspruch darauf Fuehre der Christenheit und ihr Beschuetzer zu sein Aber Rom hatte er nicht schuetzen koennen Doch jetzt, zur Zeit der Germanenreiche auf westroemischem Boden Jetzt ging von Rom eine neue Kraft aus Die Kraft der roemischen Kirche Sie hatte den Zusammenbruch des Imperiums ueberlebt Sie wurde von den neuen Machthabern gebraucht Und indem sich die roemische Kirche in den Dienst der neuen Herrscher stellte Die germanischen Heiden christianisierte, wuchs ihre Macht Und Rom wurde mehr und mehr zum Zentrum des Reiches, das nicht von dieser Welt sein sollte Seit unter Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war Da war es vorbei mit dem Frieden unter den Menschen, mit Bruederlichkeit und Mitleid Bereits wenige Jahre spaeter auf dem Konzil in Arl 314 Hatte die Kirche jeden Deserteur des kaiserlichen Heeres mit dem Bann belegt Es war vorbei mit der Verachtung der Dinge dieser Welt Mit der freiwilligen Armut der fruehen Christen Das galt nur noch fuer die Glueubigen, nicht mehr fuer die Fuehrung der Kirche Bereits 40 Jahre nach Konstantins Tod Hatte die Kirche 10% vom Grund und Boden im roemischen Weltreich besessen Im Mittelalter wird sie in Westeuropa gar ein Drittel ihr eigen nennen Fuer Kaiser Konstantin war es eine rein politische Entscheidung gewesen Die Religion, die trotz vielfacher Verfolgung nicht einzudämmen war, zur Staatsreligion zu erheben Die Christen hatten sich ja lediglich geweigert, an der gottgleichen Verehrung des Kaisers teilzunehmen Indem ihnen eingeraumt worden war, den einzig wahren Glauben im Staate zu besitzen Hatten sie auf der anderen Seite den Kaiser als ihren weltlichen Herrn anerkennen muessen Der Kaiser war und blieb der unumschraenkte Herrscher ueber die Kirche Konstantin selbst hatte sich erst auf seinem Sterbebett taufen lassen Als die nachfolgenden roemischen Kaiser zum Christentum uebertraten, behaupteten sie ihre Wuerde als Oberpriester nannten sich Pontifex Maximus, ein Titel, der spaeter auf die Paepste uebergehen sollte Gleichzeitig hoben sie das Ansehen der Bischoefe ihren Gemeinden gegenüber Manche Kaiser vertrauten ihre Kinder den Bischoefen zur Erziehung an Was dann die ganz natuerliche Folge hatte, dass diese in der Furcht Gottes, das heist, in der Demut gegen die Priester erzogen wurden Und als sie selbst Kaiser wurden, ihre Knie vor denselben beugten und ihnen die Hände kussten Rom war das Zentrum weltlicher Macht Die Welt des Glaubens, sollte sie nicht ebenso regiert werden? Von Rom aus? Die von den Aposteln gestifteten Gemeinden waren die Richtschnur religioesen Lebens fuer die uebrigen Und da Rom die einzige Gemeinde im Abendland war, sie war von Paulus gestiftet worden So war es denn ganz natuerlich, dass sich die abendlendischen Bischoefe hin und wieder in streitigen Fellen kollegialisch an die Bischoefe von Rom wandten und um Rat baten Die Stelle des roemischen Bischofs wurde nun eine sehr begehrte und beneidete Der heidnische Stadthalter zu Rom, Praetextatus, sagte Macht mich zum Bischof von Rom, dann will ich sogleich Christ werden Die Bewerber um diese Stelle lieferten sich mitunter blutige Auseinandersetzungen Alle Bischoefe nannten sich Papst, von Papa, Vater oder Oberpriester Oder sogar Stellvertreter Jesu und gaben sich untereinander diese Titel Also auch dem Bischof von Rom, der bald Papst der Stadt Rom, bald schlichtweg Papst genannt wurde Schon im vierten Jahrhundert verlangten die roemischen Bischoefe, dass ihnen der erste Rang unter den Patriarchen, also auch unter allen Bischoefen, zuerkannt wuerde Nicht, weil sie sich fuer Nachfolger Petri hielten, sondern weil sie ihren Sitz in der damaligen Hauptstadt der Welt hatten Aber man dachte noch nicht daran, ihnen eine hoere Wuerde als den anderen Patriarchen einzuraumen Die einzige rechtmaessige kirchliche Institution war die allgemeine Kirchenversammlung Fuer die Beachtung der allgemeinen Kirchengesetze hatte dann jeder Bischof in seine Diözese Sorge zu tragen Mit welcher Vehemenz die fruen Christen um die Glaubenswahrheiten rangen, zeigte die zweite Kirchenversammlung zu Ephesus im Jahre 449 Militante Muenche erzwangen die Annahme ihrer Glaubenssätze mit dem Schwert Und die Zusammenkunft ging als Muerderversammlung in die Annalen ein Weit wirksamer als die geistlichen Waffen waren eben irdische Knueppel Zahllose Muenche bildeten foermlich Freikorps von fanatischen Bischoefen angetrieben, um theologische Streitigkeiten zu bereinigen Der roemische Feldherr Vitalianus musste 314 in Konstantinopel einrücken, um die Stadt vor den wuetenden Muenchen zu schützen Der roemische Prefekt Orestes wollte der Verfolgung Einhalt gebieten Allein er verlor darüber beinahe sein Leben, indem er von einem wuetenden Muench mit einem Stein am Kopfe schwer verwundet wurde Die roemische Regierung schwieg, da sie die Schuldige nicht zu strafen wagte So gross war die Macht der Kirche bereits Von dem Zeitpunkt an, als der christliche Glaube zur Staatsreligion erhoben wurde, ging es auch in den Fuehrungsetagen der Kirche um Macht Das Hauptstreben der Bischoefe war darauf gerichtet, die Einmischung der weltlichen Macht in die Kirchenangelegenheiten zu beseitigen Ja, womoeglich sich ueber den Kaiser zu stellen Der roemische Bischof stand wie jeder andere Staatsbeamte unter dem roemischen Kaiser Und dieser und sein Stadthalter waren seine Richter Auch als das westroemische Imperium nicht mehr existierte, blieb der Kaiser in Konstantinopel Herrscher ueber die Kirche Die Reichssynoden wurden von den Kaisern berufen und diese präsidierten hier durch einen Kommissarius Die Beschluesse der Synoden wurden nicht vom Bischof in Rom, sondern von den Kaisern bestaetigt Und selbst wenn eine solche Kirchenversammlung gegen den Willen des roemischen Bischofs gehalten wurde, so verlor sie dadurch nichts von ihrer allgemeinen Gueltigkeit Bei strittigen Bischofswahlen entschied immer der Kaiser und kein Bischof durfte sein Amt ohne die kaiserliche Bestaetigung antreten Noch gegen Ende des 6. Jahrhunderts nennt Gregor I. den Kaiser in Konstantinopel, Mauritius, seinen frommen Herrn, dem die Gewalt ueber alle Menschen vom Himmel herab erteilt worden sei Und sich selbst nennt er einen unwuerdigen Diener Wer bin ich, der ich zu meinem Herrn rede, als Staub und Wurm? Wie weit die Macht eines byzantinischen Kaisers noch im 7. Jahrhundert ueber der des roemischen Bischofs steht, demonstriert Kaiser Konstanz am Beispiel des Bischofs Martin Martinus wagte es, den Befehlen des Kaisers entgegen zu handeln Ja, er liess sich in hochverraeterische Plane ein Dies bewog den Kaiser, den roemischen Bischof durch seinen Stadthalter in Rom gefangen nehmen und nach der Insel Naxos bringen zu lassen Wo Martinus ein ganzes Jahr lang im Gefengnis saß Von hier brachte man ihn nach Konstantinopel, sperrte ihn 39 Tage lang ein und stellte ihn dann vor ein Gericht, welchem der Großschatzmeister präsidierte Der roemische Bischof hatte die Gicht in den Beinen und erschien sitzend in einem Sessel Der Richter befahl ihm jedoch, das Verhoer stehend abzuwarten, und da er dies nicht konnte, so wurde er von zwei Maennern aufrecht gehalten Die Schuld war offenbar, und so ward ihm denn bald vom Großschatzmeister das Urteil gesprochen Du hast gegen den Kaiser verraeterisch gehandelt Du hast Gott verlassen Und Gott hat dich wieder verlassen Und in unsere Hände gegeben Darauf übergab er den Bischof von Rom dem Gouverneur von Konstantinopel mit der Weisung, ihn ohne Bedenken in Stücke zerhauen zu lassen, wenn er wolle Dem hochverraeterischen roemischen Papst wurde nun ein Halseisen umgelegt, und an Ketten wurde er durch die Stadt geschleppt Vor ihm her ging der Scharfrichter mit entblößtem Schwert, zum Zeichen, dass der Verbrecher zum Tode verurteilt war Darauf wurde Martin ins Gefängnis gebracht, mit Ketten auf eine Bank geschlossen und unter freien Himmel gestellt, wie es mit allen Verbrechern den Tag vor ihrer Hinrichtung geschah Martin fand mitleidige Seelen Die Gefängniswärter legten ihn ins Bett, und der Kämmerling des Kaisers ließ ihn zu Essen bringen Ja, der sterbende Patriarch Paulus von Konstantinopel, ein frommer Mann, den Martin feierlich als Ketzer verflucht hatte, bat auf seinem Sterbebette den Kaiser um seines Feindes Leben Es wurde ihm bewilligt Martin wurde aus dem Lande gewiesen Durch das ganze Mittelalter wird sich das Bestreben der römischen Kirche ziehen, die Vormachtstellung der weltlichen Herrscher zu beseitigen An die Stelle des weltlichen Staates sollte ihrer Meinung nach der Gottesstaat auf Erden treten Die Vorstellung vom Gottesstaat geht zurück auf die Schrift des heiligen Augustinus, De Civitate Dei Auch wenn die römische Kirche seit Kaiser Konstantin staatlichen Schutz genoss, so war sie doch nicht immer unumstritten Als in der Zeit der Völkerwanderung im Jahr 410 die Westgoten das bereits angeschlagene Imperium überrannten und Rom plünderten, war es das erste Mal seit über tausend Jahren, dass ein feindlicher Fuß die Stadt siegreich betrat Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der Bevölkerung Das war der Beweis für die Sinnlosigkeit, ja, Sündhaftigkeit des Christentums Die alten Götter hatten Rom ein Jahrtausend lang geschützt Der neue Gott konnte es nicht Den Christen wurde vorgeworfen, ihr Abfall von den alten Göttern hätte das Unglück heraufbeschworen Das Volk forderte daher die Rückkehr zum alten Glauben Augustinus, als Wortführer der Christenheit, holte zum Gegenschlag aus Seine größte Schrift, De Civitate Dei, der Gottesstaat, ist eine gewaltige Schilderung des Kampfes zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Satans In der ersten Hälfte der 22 Bücher führt er den Nachweis, dass nicht die Christen, sondern im Gegenteil die Dekadenz der Heiden für den Niedergang der römischen Kultur verantwortlich wären In der zweiten Hälfte entwickelt er seine Vorstellung vom Gottesstaat, der katholischen Kirche, im Gegensatz zum Teufelsstaat Gemeint ist damit das weltliche Staatsgebilde Für Augustinus ist der irdische Staat die Gemeinschaft des Bösen Er wird im Endgericht verdammt und vernichtet werden Der Gottesstaat ist die Gemeinschaft der Guten, der Heiligen, der Christen Die Kirche selbst ist der Leib Christi mit Christus als Haupt Was lag näher als ein weltumspannender irdischer Gottesstaat unter der Führung des Stellvertreters Christi auf Erden? Eine alle umfassende Glaubensgemeinschaft Das musste die Lösung sein, die Erlösung vom Bösen, vom Teufelsstaat Den Weg bereiten für den Christusstaat, darauf kam es an Denn der Erlöser selbst hatte ja angekündigt, er werde dereinst als Weltenherrscher wiederkommen Um vom Teufelsstaat zum Gottesstaat zu gelangen, bedurfte es natürlich einiger Richtlinien Vor allem musste völlig klar sein, was der richtige Glaube war Es durfte da keine Ungereimtheiten oder Unklarheiten geben Zwei Jahre vor seinem Tod verfasst Augustinus ein Handbuch der Heresien, in dem er nicht weniger als 88 verschiedene Irrlehren beschreibt Schlimmer jedoch als die Juden sind die Heretiker Jämmerlicher noch und wahnsinniger handeln sie im Unterschied nicht nur zu den Juden, die gegenwärtig Christus verleugnen Sondern sogar zu jenen Juden, die ihn damals töteten Sie bekämpfen die Kirche, die der Leib Christi ist Und leugnen ihn, der das Haupt dieser Kirche ist Heresie bedeutete ursprünglich selbsterwählte Lebens- oder Lehrart Im kirchlichen Sprachgebrauch wurde daraus eine sittliche Verfehlung, der Ungehorsam gegen die göttliche Offenbarung Im hohen Mittelalter wird sie sogar als Staatsverbrechen verurteilt und bestraft werden Und man wird einen neuen Namen hinzufügen, benannt nach der Glaubensgemeinschaft, die der Kirche als Heresie erschien Man wird sie ausrotten, die Katarer, die Ketzer Augustinus Schrift, De Heresibus, ist das erste Handbuch der Ketzerei Der erste Ketzer wurde jedoch schon vorher hingerichtet Gegen Ende des vierten Jahrhunderts in Trier Aus Verfolgten waren Verfolger geworden Das ganze Mittelalter wird erhellt von den Feuern der Inquisition Jede selbsterwählte Lebensart wird von der Kirche verfolgt und ausgemerzt werden Denn der neue Gottesstaat verträgt keine Andersdenkenden Die letzte Hexe wird 1825 in St. Gallen in der Schweiz verbrannt werden Rund 300 Jahre, nachdem das Mittelalter eigentlich zu Ende sein sollte Schon nach wenigen Jahrhunderten gab es weit mehr Opfer der Kirche als Märtyrer, die ihr Leben für sie geopfert hatten Und die Vorstellung vom düsteren Mittelalter Vielleicht kommt sie daher, dass kaum ein Licht des Geistes die Feuer der Inquisition überstrahlen konnte Zu Beginn des Mittelalters sehen wir auf der europäischen Bühne drei Hauptakteure In Konstantinopel herrscht der Kaiser des Byzantinischen Reiches Byzanz hat die unruhigen Zeiten von Hunnensturm und Völkerwanderung unbeschadet überstanden Doch sich mit den kriegerischen Germanen anzulegen, die sich auf weströmischem Boden breitgemacht hatten Danach steht dem Kaiser nicht der Sinn An des Byzantinischen Kaisers Nabelschnur hängt die römische Kirche Sie hat den Zusammenbruch Westroms überlebt Kann sich aber dem Machtanspruch des Kaisers in Konstantinopel nicht entziehen Der hatte durch ein eigenes Gesetz bestimmt, die Kirche zu Konstantinopel sei das Haupt aller christlichen Kirchen Dagegen forderten die römischen Bischöfe die Vorherrschaft Stephanus, der 253 Bischof von Rom wurde, war der erste, der behauptete, er sei mehr als die anderen Bischöfe Denn er sei der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus Ja, er ging sogar so weit, dass er den asiatischen Bischöfen die Kirchengemeinschaft aufkündigte Weil sie seinen Vorschriften nicht gehorchen wollten Diese waren höchst erstaunt über die Dreistigkeit ihres Herrenbruders in Christo Und der Bischof Firmilian von Kappadokien äußerte sich in einem den Bischöfen zugeschickten Zirkular wie folgt Mit Recht muss ich mich in diesem Punkt über eine so offenbare als unverkennbare Torheit des Stephanus ärgern Welcher sich seines Bischofssitzes römt und sich für einen Nachfolger des Apostels Petrus ausgibt Dritter Hauptakteur ist das Frankenreich der Merovinger, das sich weiter festigen und vergrößern kann Die Merovinger brauchen die Kirche, um in den besetzten Gebieten herrschen zu können Die Stärke der Kirche wiederum ist ihre Macht über das Volk Vorherrschend unter den Offenbarungsphilosophen war die Ansicht, dass die Materie, das Körperliche, die Quelle alles Böse sei Das Heil des menschlichen Geistes bestehe darin, dass es sich von den Fesseln der Materie losmache und zu dem höchsten Gott zurückkehre Der Weg zu Gott führt über die Kirche Der Mensch soll ein rein geistiges Leben führen und alle vom Körper ausgehenden sinnlichen Regungen wie einen Feind bekämpfen Daher gewann schon unter den Christen der ersten Jahrhunderte der Gedanke Raum, dass es verdienstlich und zur Erlangung der Seligkeit förderlich sei sich Entbehrungen und körperliche Qualen freiwillig aufzuerlegen Der Gedanke lag nahe, sich diese durch selbst erteilte Schläge zu verursachen Und wir finden daher schon frühzeitig unter den Christen selbst Geißler, besonders unter den Mönchen In den Statuten vieler Klöster heißt es darüber Wenn die Mönche die Geißelung an sich selbst ausüben, so sollen sie sich an Jesum, ihren liebenswürdigsten Herrn erinnern, wie er an die Säule gebunden und gegeißelt ward Und sie sollen sich bemühen, wenigstens einige Geringe von den unaussprechlichen Schmerzen und Leiden selbst zu erfahren, welche er erdulden musste Durch Selbstgeißelung konnte man sein Gewissen beruhigen, wenn man eine Sünde begangen hatte Und als durch die Priester der Glaube aufkam, dass man durch diese oder jene von ihnen auferlegte Buße sich entsündigen könne So lag der Gedanke nahe, dass dies durch selbstgegebene Schläge geschehen könne Ein weiterer Grund dafür war auch der, dass man dadurch die Anfechtungen des Fleisches besiegen wollte Diese Schwärmerei nahm besonders im vierten Jahrhundert überhand Glaubenswahrheit war, was Bischof Zeno von Verona um 360 so ausdrückte Der größte Ruhm der christlichen Tugend ist es, die Natur mit Füßen zu treten Diese düstere Ansicht verbreitete sich über die ganze christliche Welt Die frommen Christen hielten sich nicht für wert, dass die Sonne sie bescheine Jede Genuss erschiene ihnen ein Schritt zur Hölle Und jede Qual ein Schritt zum Himmel Die Wüsten Syriens und Ägyptens bevölkerten sich mit frommen Christen, welche Jesum nachfolgen wollten Und weil dieser gelitten hatte, es für verdienstlich hielten, sich noch weit größere Qualen freiwillig aufzuerlegen Diese Schwärmerei wurde zur Epidemie Manche dieser Heiligen behängten sich mit schweren, eisernen Ketten und Gewichten Der heilige Eusebius trug beständig 260 Pfund Eisen an seinem Körper Einer dieser Büßer namens Talileus klemmte sich in den Reifen eines Wagenrades Und brachte in dieser Stellung zehn Jahre zu, worauf er sich zur Belohnung für seine Ausdauer in einen engen Käfig zurückzog Einige taten das Gelübde, jahrelang kein Wort zu reden oder keinen Menschen anzusehen Da es das höchste Ziel aller dieser für ihre Seligkeit sich quälenden Menschen war, die Natur mit Füßen zu treten Und jede vom Fleische stammende Regung zu unterdrücken So wurde natürlich auch der Geschlechtstrieb als höchst unchristlich verdammt und bekämpft Dieser mächtigste der Triebe war aber schwer zu besiegen St. Hieronymus, um 330 geboren, erzählt, dass bei diesem Kampf mit der Natur Jünglinge und Mädchen sich Gehirnentzündungen und oft Wahnsinn zugezogen haben Doch je mehr die Büßer ihren Leib kasteiten, desto üppiger wurden die Bilder der Fantasie, die ihnen der Teufel vorführte Und je mächtiger so der Satan seine Herrschaft über das Körperliche demonstrierte, desto größer mussten die Anstrengungen werden, ihm zu widerstehen 1934 zog er mit seinem neuen Ritterheer nach Norden Die Dänen verschanzten sich hinter den festen Wellen, die sie von der Schlei bis zur Eide gebaut hatten Um jedem Feind den Zugang zu ihrer Handelsstadt Haithabu zu verwehren Erdwelle und Holzpalisaden aber waren für Heinrichs Panzerreiter schon lange kein ernstes Hindernis mehr Und die Dänen mussten zu ihrem Schrecken erleben, dass in kurzer Zeit nicht nur die Welle in Heinrichs Hand fielen, sondern auch die Stadt Haithabu belagert und brannt wurde Da gab der Dänenkönig den Kampf auf und verlegte sich aufs Verhandeln Herr Heinrich erklärte, er habe nicht die Absicht, das Land der Dänen zu unterwerfen und das Volk sich botmäßig zu machen Aber er müsse fordern, dass die Züge der Nordmannen in sächsisches Gebiet und nach Friesland künftig hin unterblieben Und er verlange zum Unterpfand dafür die Abtretung des jetzt genommenen Gebiets einschließlich der Welle und der Stadt Haithabu Das waren harte Bedingungen für die Dänen, denn von Haithabu aus führten die Handelswege nach Friesland und dem Süden, sowie die Seewege nach Schweden Was willst du mit Haithabu, König der Deutschen? Ihr habt keine Schiffe und deine Leute sind nicht der Seefahrt kundig Was nützt dir die Stadt am Meer, wenn du es nicht befahren kannst? Als Kompromiss wurde vereinbart, dass die Dänen ihre Stadt weiter nutzen dürften, aber gleichzeitig Sachsen in Haithabu angesiedelt werden sollten Der Norden des Reichs blieb von jetzt an von den Einfällen der Nordmänner verschont Herr Heinrich stand nun im 61. Lebensjahr Sein Reich war wohl bestellt, die äußeren Feinde besiegt, die Übermacht der römischen Kirche zurückgedrängt Die Herzöge hatten jedoch große Macht behalten und herrschten nahezu uneingeschränkt in ihren Territorien Doch solange sie sich unter den König stellten, war das Reich stark Eines blieb König Heinrich noch zu tun Er musste die Nachfolge seiner Herrschaft sicherstellen Das mag ihm so manche schwere Stunde bereitet haben Seine Tochter Gerberga, die wusste er wohl verheiratet mit dem Herzog von Lothringen Lothringen war damit fest ans Deutsche Reich gebunden Aber seine vier Söhne, die mögen ihm wohl Kopfzerbrechen bereitet haben Gerade Otto, der sein Nachfolger werden sollte, war kein Herrscher nach dem Sinn Herrn Heinrichs Er strebte zu sehr nach Geltung Kaiser wollte er werden, sagte er schon als Junge Herr Heinrich soll dagegen gehalten haben Mein Sohn Otto der Erste, du Hosenscheißer, wirst niemals Kaiser Da stieg aus der Hose Otto der Große So wusste man in späteren Zeiten, über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu berichten Doch als Herr Heinrich im Jahre 936 starb, erwählten die Großen des Reiches einstimmig den 24-jährigen Otto zu seinem Nachfolger Otto hat von seiner königlichen Würde eine sehr hohe Meinung Er will herrschen wie Karl der Große und den Gottesstaat auf Erden wieder zum Leben erwecken In der Karlstadt Aachen lässt er sich vom Mainzer Erzbischof mit dem Heiligen Öl salben Die Kroninsignien werden ihm überreicht, das Schwer zum Schutz gegen alle Feinde Christi, die Armspangen, der Königsmantel sowie Zepter und Stab Zwei Erzbischöfe setzen ihm die Krone aufs Haupt Und König Otto nimmt auf dem Marmorthron Karls des Großen Platz Jetzt ist er König von Gottes Gnaden, gesalbt von den Vertretern des Himmels auf Erden Ganz nah fühlt er sich seinem Vorbild Karl dem Großen Gleich zu Beginn seiner Regierung gründet er das Magdeburger Kloster und lässt es dem Heiligen Mauritius weihen Dem Bekämpfer der Heiden, denn Heiden gibt es noch viele an den Grenzen des Reichs Otto will herrschen und er will allein herrschen Er will nicht von den Landesherzögen abhängig sein Er will ihre Macht brechen und allein regieren So hat er sie bald alle gegen sich Und im Reich herrscht Bürgerkrieg Drei Jahre toben die Aufstände, dann hat Otto sie alle bezwungen Der Herzog von Franken fällt bei Andernach im Kampf Und der Herzog von Lothringen ertrinkt auf der Flucht im Rhein Ottos Bruder Heinrich und der Erzbischof von Mainz werden gefangen gesetzt Jetzt kann Otto über die Herzogtümer der Verschwörer verfügen Aber die Wirren im Innern schwächen das Reich Im Osten erheben sich die mühsam unterworfenen Slaven und durchstoßen die Grenze Auf der anderen Seite des Reichs fallen die Westfranken unter König Ludwig im Elsass ein Otto hat große Mühe, seine Macht zu behaupten Der Weg zum Kaisertum und zum Gottesstaat auf Erden scheint endlos lang Doch mit viel Glück kann er die Ruhe im Reich wiederherstellen und die Grenzen sichern Jetzt, da seine Herrschaft weitgehend gefestigt ist, beschließt er, die Slaven zu missionieren Und auch den Dänen will er das Heil der Kirche bringen, um sie für die Zukunft zu befrieden Gleichzeitig beginnt er, die Machtstrukturen im Inneren des Reichs zu verändern Er will sich die Kirche gefügig machen Mit Neugrundungen und großzügigen Landüberschreibungen an Bistümer und Klöster Sichert er sich das Recht, dort auch Bischöfe und Äbte zu ernennen Oder auf die Wahl Einfluss zu nehmen Die Treuesten aus seiner Gefolgschaft sollen diese hohen Kirchenämter bekleiden Und Aufgaben der Reichsverwaltung übernehmen Nach deren Tod werden die Ländereien wieder dem König zufallen Dieses Reichskirchensystem wird ein Pfeiler seiner Königsmacht Und erweist sich als sehr vorteilhaft für das ganze Land Otto ist dadurch vom Wohlwollen des Adels weitgehend unabhängig Denn über die Kirche beherrscht er das Volk Eine neue Anziehungskraft geht jetzt aus von dem gefestigten Reich der Deutschen in der Mitte Europas Und seinem König Otto dem Ersten Aber er ist noch nicht Kaiser Noch nicht Otto der Große Kaiser sein bedeutet Beschützer der ganzen Christenheit zu sein Kaiser sein bedeutet auch den Stuhl des Papstes in Rom zu schützen Kaiser sein bedeutet letztlich auch über Italien zu herrschen Und was sich in dem Land südlich der Alpen seit ein paar Jahrzehnten abspielte Das schrie förmlich nach einer starken, ordnenden Hand In jener Zeit gab es noch keine Kardinäle Der Papst wurde von der römischen Geistlichkeit und vom Volk Roms gewählt Vom Volk, das heißt von denen, die den größten Einfluss hatten Und das war der römische Stadtadel Für die Papstwahl war daher nicht immer ein gottesfürchtiges Leben von Bedeutung Sondern oft völlig andere Qualitäten So trug es sich zu, dass zu Beginn des 10. Jahrhunderts nicht der Heilige Geist Sondern die Mätresse des mächtigen Markgrafen Adalbert von Toskana, Marozia Den päpstlichen Stuhl mit ihrem Liebhaber Sergius III. besetzte Marozia gebar dem Papst einen Sohn, der später ebenfalls Papst werden sollte Als Sergius starb, erhob Marozia ihren neuen Liebhaber, der auch ihre Schwester Theodora begattete Zum nächsten Papst, Anastasius II. Diesem folgte in kurzer Zeit Johannes X., denn das Schwesternpaar konsumierte viele Päpste Aber Johannes X. überwarf sich mit Marozia So ließ sie ihn gefangen setzen und ersticken Leo VI., der ihm folgte, wurde ebenfalls nach einigen Monaten ermordet Endlich machte Marozia ihren mit Sergius III. gezeugten Sohn Johannes XI. zum Papst Mord und Totschlag erfüllten Rom Einer der Feinde des Papstes bemächtigte sich desselben und ließ ihn im Gefängnis vergiften Als römisches Hurenregiment ging die Zeit in die Geschichtsschreibung ein Und der päpstliche Schriftsteller Bischof Baronius berichtete In diesem Jahrhundert war der Gräuel der Verwüstung im Tempel und Heiligtum des Herrn zu sehen Und auf Petris Stuhl saßen die gottlosesten Menschen, nicht Päpste, sondern Ungeheuer Wie hässlich sah die Gestalt der römischen Kirche aus, als geile und unverschämte Huren zu Rom alles regierten Mit den bischöflichen Stühlen nach Willkür schalteten und ihre Galane und Beischläfer auf Petris Stuhl setzten Selbstredend nahm sich so mancher hohe geistliche Würdenträger ein Beispiel an den römischen Verhältnissen Man findet unter dem Klerus nichts anderes als Üppigkeiten, liederliches Leben, Völlerei und Hurerei Ihre Häuser haben sie ganz infam gemacht und sie in Hurenherbergen verwandelt Tag und Nacht wird darin gesoffen, getanzt und gespielt Ihr Bösewichte, müsstet ihr die Vermächtnisse der Könige und die Almosen der Fürsten so anwenden? So klagte ein Zeitgenosse Aber die politischen Verhältnisse in Italien waren nicht minder chaotisch Der König der Langobarden war im Jahr 950 unverhofft verstorben Und die 19-jährige Königin Adelheid war somit plötzlich Witwe geworden Markgraf Beringar von Ivrea war Herr eines Fürstentums in der westlichen Lombardei und nutzte die Stunde Er riss die Herrschaft über die Langobarden an sich und wollte die Königin Witwe Adelheid zwingen Seinem Sohn Adalbert ihre Hand zu reichen Damit sollte die Machtergreifung legitim gemacht werden Als Adelheid die Verbindung mit Adalbert zurückwies, wurde sie, so der Bericht des Abtes Odilo von Cluny Unschuldig gefangen gehalten, durch vielfache Quellereien geängstigt, ihres Haarschmuckes beraubt Und am Ende mit einer Dienerin in einen dunklen Kerker eingeschlossen Die Kunde von ihrem Leiden verbreitete sich schnell im Abendland Schließlich gelang es ihr zu fliehen Ein Geistlicher hatte der Königin Witwe und ihrer Dienerin Männerkleidung verschafft Unter vielen Gefahren schlugen sich die beiden Frauen durch bis in die Gegend von Mantua Wo sie ein Ritter namens Azo auf seiner Burg am Gardasee in Sicherheit brachte Von dort rief Adelheid die Hilfe des deutschen Königs an Jetzt ist es soweit König Otto muss nach Süden Im Spätsommer 951 überquert er mit seiner Heeresmacht den Brenner Und kommt durch das Etchtal nach Oberitalien Kein Widerstand regt sich Trient und Verona öffnen ihm die Tore Im September rückt er in die Hauptstadt Pavia ein Auch Mailand, die größte Stadt Oberitaliens, nimmt ihn mit offenen Armen auf Nun, nach dem erfolgreichen Einmarsch, wirbt er um die Hand der jungen Adelheid Welche Frau könnte einem solchen Sieger widerstehen? Noch im gleichen Jahr findet die Hochzeit statt Mit der Heirat gewinnt der deutsche König auch die Langobardenkrone Und nennt sich jetzt wie sein Vorbild Karl der Große Rex Francorum et Langobardorum König der Franken und Langobarden Jetzt ist Otto seinem Kaisertraum schon zum Greifen nahe Er lässt bei Papst Agapetus II. nachfragen Ob der seinem Wunsche nach der Kaiserkrönung entsprechen wolle Der Papst lehnt ab Otto ist nicht in der Lage, trotz seiner Streitmacht in Italien Druck auf den Papst auszuüben Denn zu Hause im Deutschen Reich revoltiert wieder der Adel Er muss so schnell wie möglich zurück Will er Herr im eigenen Lande bleiben In Eilmärschen geht es über die Alpen nach Norden Dem aufsässigen Schwabenherzog entgegen Aber es kommt noch schlimmer Während Otto noch in blutiger Schlacht den Sieg erkämpft Kommt es im Osten des Reiches zum nächsten Aufstand Es sind die Slaven, die sich gegen seine Herrschaft Und die Christianisierung auflehnen Entschlossen wirft er seine Streitmacht nach Osten Die Slaven sind noch nicht besiegt Da fallen die Ungarn in Bayern ein Sie überqueren den Lech und versuchen Augsburg zu nehmen Die Augsburger wehren sich verbissen Wollen nicht kapitulieren Obwohl die Stadt nur von einer einfachen Mauer umgeben ist Halten die Verteidiger unter Bischof Ulrich Mehrere Wochen lang dem Feind stand Doch mit jedem Tag wird die Lage aussichtsloser Auf die Nachricht vom Ungarn-Einfall Übergibt Otto I. den Befehl über die an der Elbe stehende Streitmacht Dem Markgrafen Gero Er soll sich allein mit den Slaven schlagen Mit einem Teil der Truppe hastet der König über Weißenburg an der Altmühl Und Donauwörth in Richtung Augsburg Am 9. August schlägt er nicht weit von der belagerten Stadt entfernt Sein Lager auf und sammelt in aller Eile Bayern und Schwaben, Franken und Böhmen unter sein Banner Als die Ungarn durch Spähtrupps von der Ankunft der deutschen Streitmacht erfahren Geben sie die Belagerung von Augsburg auf Und beziehen Schlachtordnung am linken Lechufer Am Morgen des 10. August rückten die Deutschen unter dem Banner des Heiligen Michael Auf beschwerlichem und unebenem Gelände dem Feind entgegen Nur rund 8000 Mann sind sie stark Doch es sind schwer gerüstete Panzerreiter Die Ungarn greifen mit schnellen, berittenen Bogenschützen an Ein Teil von ihnen umgeht das Heer Ottos in weitem Bogen Fällt mit gellendem Geschrei überraschend den Tross an Und verursacht erhebliche Verwirrung Erst Konrad der Rote, im Jahre zuvor noch Rebell gegen den König Kann mit seinem fränkischen Aufgebot die Ordnung wiederherstellen Jetzt stürmen die Deutschen mit Vehemenz gegen die Reihen der Ungarn Mehrere Stunden wird erbittert und blutig gekämpft Gegen Abend ist der Sieg errungen Das feindliche Heer in den Lech getrieben Da die Flussufer sehr steil sind Werden die Ungarn fast vollständig aufgerieben In dieser Schlacht hat sich Otto seinen Beinamen der Große erworben Jetzt hat er auch das Volk auf seiner Seite Und seine Herrschaft ist jetzt endgültig gefestigt Die Ungarn werden nicht wiederkommen Der Jubel des deutschen Heeres war nicht ungetrübt Viele Kampfgefährten waren gefallen Unter ihnen auch Konrad der Rote, der so viel zum Sieg beigetragen hatte Als der Ausgang der Schlacht schon abzusehen war, hatte Konrad wegen des heißen Tages die Helmbänder geöffnet Nach der Schlacht auf dem Lechfeld zog Otto sofort wieder an die Elbfront gegen die Slaven Die boten freiwillig Tributzahlungen an, wollten aber ihre Selbstständigkeit behalten Otto der Große wollte sie jedoch als Teil seines christlichen Reiches Der Sieg blieb ihm treu Gleich in der ersten Schlacht unterlagen die Slaven unter Fürst Stoynev Sein Kopf wurde auf eine Lanze gesteckt und auf freiem Feld zur Schau gestellt Seinem Berater stachen die Sieger die Augen aus Schnitten ihm die Zunge ab Und ließen ihn zwischen den Leichen auf dem Schlachtfeld liegen Keine sehr christliche Tat Das deutsche Reich Otto des Großen war endlich innerlich gefestigt Jetzt war die Zeit, sich seinem Kaisertraum zu widmen Nach der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn hatte er vorsorglich schon mal die Kaiserkrone in Auftrag gegeben Das himmlische Jerusalem sollte sie symbolisieren Denn das heilige römische Reich war das Abbild des himmlischen Gottesreichs Und hatte damit weltweite Geltung Die Krone ist heute noch in der Wiener Hofburg zu sehen Während die Besten der Goldschmiedekunst an Ottos Kaiserkrone arbeiteten Bestieg am 16. Dezember 955 in Rom ein neuer Papst den Petrusstuhl Johannes der Zwölfte Johannes der Zwölfte hieß zuvor Octavian Er war erst 19 Jahre alt und kein Geistlicher Seine Großmutter war jene lebenslustige und einflussreiche Geliebte mehrerer päpstlicher Vorgänger Marozia Geliebte auch des Markgrafen von Toskana Johannes verkaufte Bistümer und Kirchenämter an den Meistbietenden und gab ungeheure Summen aus für Pferde und Hunde Pferde hielt er nicht weniger als 2000 und diese durften nur mit Pistazien, Rosinen, Mandeln und Feigen gefüttert werden die vorher in gutem Wein eingeweicht worden waren Guter Hafer und Heu wäre ihnen wahrscheinlich lieber gewesen Unter seiner Regierung ging es recht lustig zu man lachte und tanzte in der Kirche und sang dazu sehr ungeistliche Lieder Der päpstliche Palast wurde von Johannes dem Zwölften in einen Harem verwandelt Kein Weib war so keck sich sehen zu lassen denn Johannes notzüchtigte alles Mädchen, Frauen und Witwen selbst über den Gräbern der heiligen Apostel So schrieb über ihn der Bischof von Cremona, Luitbrandt Es versteht sich von selbst, dass diese Art zu leben nicht ganz billig war Papst Johannes der Zwölfte sann auf Abhilfe und fand eine sehr ergiebige Geldquelle die Dispensations- und Absolutionsgelder Wollte jemand trotz mangelnden Alterspriester werden so kostete das sechs Dukaten Große Summen brachte auch die Erlaubnis, das Fasten zu umgehen Eine weitere Einnahmequelle war die Erlaubnis zur Ehe zwischen Blutsverwandten Wenn man bedenkt, dass bis zum 14. Verwandtschaftsgrad jede eheliche Verbindung per Kirchengesetz verboten war dann musste nahezu jeder Heiratswillige diese Taxe entrichten denn in ländlichen Gebieten war dann fast jeder mit jedem verwandt Das war der Papst, der Otto den Großen zum Kaiser krönen sollte Fast neun Jahre waren seit König Ottos Italienreise und seiner Heirat mit Adelheit vergangen Aus dem Süden kamen jetzt zunehmend Klagen über den Lehnskönig den Otto über die Langobarden eingesetzt hatte Spoleto in Mittelitalien hatte diese erobert und bedrohte jetzt auch Rom Papst Johannes der Zwölfte sowie Bischöfe und Adelige in Nord- und Mittelitalien riefen Otto um Hilfe Otto der Große war bereit die Kaiserkrone fertiggestellt Seinen siebenjährigen Sohn Otto den Zweiten ließ er in Aachen zum König krönen und übergab dem Erzbischof von Mainz die Vormundschaft sowie die Regentschaft im Reich Dann brach er im Herbst 961 mit einem Heer und seiner Gemahlin nach Italien auf Sein Lehnskönig dachte nicht daran, sich einem Kampf zu stellen Er zog sich stattdessen in seine Festungen zurueck Und Otto der Große dachte nicht daran, ihn dort zu belagern Er hatte anderes im Sinn Der Muench Adalbert von Trier berichtet 961 feierte der Koenig Weihnachten in Pavia Dann zog er weiter, war zu Rom guenstig aufgenommen und unter dem Zuruf des ganzen roemischen Volkes und der Geistlichkeit von dem Papst Johannes am Lichtmesstag 962 zum Kaiser und Augustus ernannt und eingesetzt Der Papst hielt ihn auch mit vieler Herzlichkeit bei sich und versprach Zeit seines Lebens, wolle er nicht von ihm abfallen Jetzt war Otto endlich Kaiser, Beschutzer der Christenheit Papst und Kirche waren ihm untertan Jetzt saß er auf dem Thron Karls des Großen Im Privilegium Ottonianum vom 13. Februar 962 bestaetigte Otto, nunmehr Schutzherr der Stadt Rom den paepstlichen Besitz, das heißt, alle von Koenig Pippin und Kaiser Karl dem Großen gemachten Schenkungen Ausdruecklich bekundete Otto, dass er sein Kaisertum als Erneuerung und Fortsetzung der kaholingischen Tradition verstehe Das muss dem Papst wohl Sorge bereitet haben Denn Kaiser Karl der Große verstand sich als der Vertreter Gottes auf Erden und hatte den Papst nur Stellvertreter Christi sein lassen Doch das paepstliche Dogma lautete inzwischen kein weltlicher Herrscher durfte ueber dem Papst stehen Kaiser Otto der Große verließ Rom um den Widerstand seines Lehenkoenigs im Langobardenreich endgultig zu brechen Doch waehrend er noch dessen feste Pletze belagerte schickte Papst Johannes XII. seine Sendboten in das byzantinische Kaiserreich und zu den Ungarn um sie gegen Otto den Großen zu mobilisieren Das wurde dem neuen Kaiser doch zu bunt Er kehrte zurueck nach Rom, berief ein Konzil ein und angeblich erfuhr er erst hier hoechst unheilige Dinge ueber den Heiligen Vater Die achtungswertesten Bischoefe traten gegen Johannes XII. als Anklage auf Einer sagte, dass er gesehen habe, wie der Papst einen im Pferdestall zum Bischof ordinierte Andere bewiesen, dass er Bischofsstellen fuer Geld verkaufte und dass er einen zehnjährigen Knaben zum Bischof von Lodi gemacht habe Man beschuldigte ihn ferner des unzuechtigen Lebenswandels dass er den Kardinal Subdiakonus kastriert mehrere Hauser in Brand gesteckt beim Wein auf des Teufels Gesundheit getrunken und beim Wuerfelspiel oftmals Venus und Jupiter angerufen habe Nachdem die Synode feierlichst die Wahrheit dieser Aussagen beschworen hatte bat sie den Kaiser, den Papst trotz aller Beweise nicht ungehoert zu verdammen Johannes wurde dazu beordert aber statt seiner kam ein Brief in welchem er schrieb Wir hoeren, dass ihr einen andern Papst waehlen wollt Ist das eure Absicht? So exkommuniziere ich euch alle im Namen des allmaechtigen Gottes damit ihr ausser Stand gesetzet werdet weder einen Papst zu verdammen noch eine Messe zu halten Nun machte Kaiser Otto nicht sehr viel Umstaende mit dem liederlichen Papst setzte ihn ab und den von Volk, Adel und Geistlichkeit erwaehlten Leo den Achten an seine Stelle Johannes hatte sich in der Zwischenzeit mit den Schaetzen der Peterskirche davongemacht Kaum war Kaiser Otto mit seinen deutschen Rittern wieder abgezogen da verlangten die roemischen Damen nach ihrem Liebling Johannes und wussten es durch ihre einflussreichen Gatten dahin zu bringen dass er wieder im Triumph nach Rom zurueck geholt wurde Dem neugewaehlten Papst Leo gelang es zu entkommen aber mehrere seiner Freunde fielen Johannes in die Hände der sie schaendlich verstummen liess neben anderen der Bischof von Speyer, Ottgar er wurde so lange gepeitscht, bis er tot war Der heilige Vater, Johannes der Zwolfte genoss aber die neue Herrlichkeit nicht lange er entfuerte eine schoene Frau wurde von dem Manne derselben auf frischer Tat ertappt und totgeschlagen ein seltsamer Tod fuer den Stadthalter Christi auf Erden Otto kehrte Italien den Ruecken auch wenn es auf dem Papstthron immer noch drunter und drueber ging Er war jetzt endlich Kaiser von Gottes Gnaden und auf der Hohe seiner Macht Den groessten Teil von Italien beherrschte er und sein Reichskirchensystem hatte sich als vortreffliches Instrument seiner Macht erwiesen Er konnte Bischoefe und Äbte ernennen und wieder absetzen Damit war auch die Kirche seinem Einfluss unterworfen Er saß auf dem Thron Karls des Großen auch wenn sein Reich nicht ganz so groes geworden war Doch sein Aufenthalt in Deutschland dauerte nur ein Jahr Die chaotischen Zustande in Rom forderten erneut seine Anwesenheit Auf dem Stuhl Petri saß jetzt Johannes XIII Bereits im Jahr seiner Ernennung wurde er von den Ruemern davongejagt und rief jetzt nach Ottos Hilfe Also brach der Kaiser wieder nach Italien auf Diesmal nahm er seinen Sohn mit auf die Reise Papst Johannes XIII. sollte die kaiserliche Hilfe gleich ordentlich bezahlen und seinen Sohn zum Mitkaiser salben damit die Thronfolge unumstoesslich sei Schon auf die Kunde vom Herannahen des kaiserlichen Heeres beriefen die Ruemer Johannes XIII. als sei nichts gewesen auf den Papstthron zurueck und am Weihnachtstag 967 kroente der Papst Ottos elfjährigen Sohn zum Kaiser Otto II. Otto der Große beschloss in Italien zu bleiben um auch in diesem Teil seines Reiches Ordnung zu schaffen und die Anerkennung seiner Kaiserwuerde durch Byzanz zu erzwingen Unteritalien war immer noch Teil des Byzantinischen Reichs und dessen Kaiser in Konstantinopel sah sich auch als Beschutze der Christenheit auch wenn er bisher nicht viel unternommen hatte um diesem Anspruch gerecht zu werden Aber er war der rechtmaessige Erbe des Ruemischen Imperiums nicht der Papst oder der neue Kaiser des Germanenreichs Otto der Große Es folgten Feldzuege gegen die byzantinischen Besitzungen in Unteritalien und immer wieder Verhandlungen Dann war es soweit 972 wurde der Zwist endlich beigelegt durch eine Hochzeit Die byzantinische Prinzessin Theophanu reichte dem deutschen Kaisersohn Otto II. ihre Hand Dass Theophanu in Wirklichkeit keine Prinzessin sondern nur die Nichte des Kaisers in Konstantinopel war das brauchte in der Heimat ja keiner zu wissen Wichtig war das Prestige und dass durch diese Heirat das deutsche Kaisertum endlich von den byzantinischen Herrschern anerkannt wurde Das war ein gewaltiger politischer Erfolg Das hatte nicht einmal Karl der Große zu Wege gebracht Als im August 972 Kaiser Otto der Große nach Deutschland zurueckkehrte war er auf dem Gipfel seiner Macht Seinen Ruhm konnte er allerdings nicht mehr lange genießen Er starb bereits ein Jahr spaeter Von den zeitgenessischen Geschichtsschreibern wurde er als Haupt der Welt gepriesen als von Gott erwählter mächtigster Herrscher und Beschutzer des christlichen Abendlandes Er hatte den Gottesstaat auf Erden nach dem Vorbild Kaiser Karls wieder erstehen lassen und die roemische Kirche noch einmal unter seiner Herrschaft gezwungen Doch wie lange werden sich die Päpste in Rom das gefallen lassen unter den Herrschern der Welt nur die zweite Geige zu spielen? Im Moment war daran nichts zu ändern Das Reichskirchensystem Ottos des Großen war ein starkes Bollwerk gegen die Allmacht des Oberhirten in Rom Also begnuegten sich die Nachfolger Petri einstweilen damit, dem Satan das Leben recht schwer zu machen und die Sünde aus der Welt der Gläubigen zu schaffen Wer in der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern seiner Frau beiwohnt muss ein Jahr Buße tun oder 16 Solidos an die Kirche bezahlen oder unter die Armen verteilen Tut er es in Besoffenheit und zufällig so darf er nur 40 Tage Buße tun Jeder muss sich vor Empfang des Abendmahls der Frau sieben Tage enthalten Der Verehelichte, der sich von der sichtbaren Empfängnis bis zur Geburt des Kindes von der Frau nicht enthält muss, wenn ein Sohn geboren wird, 30 Tage wenn eine Tochter geboren wird, 40 Tage Buße tun Derlei Vorschriften gab es eine ganze Menge Buße tun, das hieß Opfern, Fasten und Beten Nein, es war nicht leicht, nach den Regeln des christlichen Gottes zu leben Überall lauerte die Versuchung, die Sünde, das Böse, Satan Die ganze Welt war Teufelswerk Fratzen Luzifers waren die alten Götter an die man seit Menschengedenken geglaubt hatte Uralte heilige Bräuche waren Hexenkünste und leider gab es noch genug Volk, das daran festhielt Hebammen waren sehr bewandert in der Kunst des Heilens und ihr Wissen über die Kräuter wurde von Generation zu Generation weitergegeben Beim Pflücken war es wichtig, die richtigen magischen Worte zu murmeln damit das Kraut später auch seine volle Wirkung entfalten konnte Die Kirche verbot das Sammeln der Kräuter nicht Aber es musste unter Gebeten erfolgen und mit Nachdruck verurteilte sie, dass anstelle des Credo oder des Pater Noster abscheuliche Zaubersprüche angewandt wurden Eine große Menge verbrecherischer Frauen haben sich dem Teufel ergeben Auf dem Rücken von Tieren durchqueren sie in der Luft riesige Entfernungen um sich an dem Orte zu versammeln, wo der Hexensabbat stattfindet Dort dienen sie in bestimmten Nächten der heidnischen Göttin Diana als ihrer Herrin Ach, dass sie doch die einzigen Opfer ihres Wahns wären und nicht noch viele andere auf den Weg des Verderbens zerren würden Eine unglaubliche Anzahl von Menschen lässt sich nämlich von ihrem Lug und Trug verführen und hält all das für wahr In diesem Wahn weichen sie sogar vom rechten Glauben ab und verfallen in den heidnischen Irrtum es gäbe irgendwelche Götter und höhere Mächte außer dem einzigen Gott In Wirklichkeit tritt doch der Teufel immerzu in anderer Gestalt und Verkleidung auf und täuscht so ein ihm verfallenes, schwaches Gemüt mit mancherlei Bildern Einstweilen begnügte sich die Geistlichkeit in den meisten Fällen noch damit die so vom Satan verführten, von der Kanzel herab auf den rechten Weg zu bringen Aber es war höchste Zeit, Buße zu tun Das Jahrtausend ging zu Ende Ein Fieber banger Hoffnungen, Furcht und Erwartungen begann sich der Menschen zu bemächtigen Augustinus hatte gelehrt, dass mit der Geburt Christi das tausendjährige Reich begonnen hätte Jetzt gingen die tausend Jahre zu Ende Stand die Wiederkunft Christi unmittelbar bevor? Im Jahr 999 erfasste viele Christen Todesangst Sie ließen ihre Äcker unbestellt und spendeten große Summen der Kirche Viele pilgerten nach Rom Andere glaubten, nach der Offenbarung der Heiligen Schrift müsse der Wiederkunft Christi die Herrschaft des Antichrist vorausgehen Die müsse mit dem Jahre tausend anbrechen Hat nicht gerade jetzt, so kurz vor der Zeitenwende, ein Mann den Papstthron bestiegen von dem alle Welt behauptet, er stünde im Bündnis mit dunklen Mächten Begünstige die Wissenschaften und dergleichen Teufeleien Dabei ist doch die Heilige Schrift die einzige Wahrheit Alles andere muss Teufelswerk sein Papst Silvester II. trieb eifrig Mathematik und hatte die arabischen Ziffern eingeführt Man erzählt sich, der Teufel selbst habe ihm die Papstwürde verheißen und versprochen, ihn nicht eher zu holen, als bisher in Jerusalem Messe lesen würde Dazu besteht freilich wenig Hoffnung, denn diese Stadt ist von den Sarazenen besetzt Und Silvester II. glaubte daher, die Bedingung eingehen zu können Als mit dem Anbruch des neuen Jahrtausends nichts geschah, atmete man auf und erinnerte sich an die Bibelworte Den Tag und die Stunde kennt niemand, nicht einmal die Engel des Himmels Doch drei Jahre später sollte Papst Silvester sein Schicksal ereilen Es gab nämlich in Rom eine Kapelle, welche den Namen Jerusalem führte Hier las der Papst eine Messe, ohne an den Namen zu denken Und der Teufel holte ihn, gewissenhafterweise Silvesters Grab hat lange geschwitzt und seine Gebeine rasselten schrecklich Das Leben der Menschen begann sich allmählich zu verändern War es der Beginn des neuen Jahrtausends, in dem viele einen Neuanfang sahen? Ein burgundischer Mönch berichtet Als das dritte Jahr, nachdem Jahrtausend ins Land zog, wurden fast auf der ganzen Erde Vornehmlich aber in Italien und Gallien die Kirchen umgebaut Nicht etwa wegen Baufälligkeit, die meisten waren sogar recht gut erhalten Sondern weil jede christliche Gemeinde von glühendem Wetteifer erfasst Eine noch prächtigere besitzen wollte als die Nachbargemeinden Es war geradezu, als schüttle die Welt ihr Alter ab Und legte allenthalben einen weißen Mantel von Kirchen an Damals wurden fast sämtliche Kirchen der Bischofssitze Die den verschiedenen heiligen geweihten Klosterkirchen Ja selbst die Dorfkirchlein von den Gläubigen schöner wieder aufgebaut Diese rege Bautätigkeit war teuer Aber die Jahrtausendwende hatte der Kirche durch die Spenden der Gläubigen Solche Reichtümer beschert, dass sie sich den Kirchenbau gut leisten konnte Es wird angenommen, dass zu dieser Zeit in Deutschland Rund die Hälfte des Grund und Bodens Eigentum der Kirche war Ungarn- und Normanneneinfälle gehörten scheinbar der Vergangenheit an Die Bevölkerung war kräftig gewachsen Und die Orte um Burgen und Klöster wurden schnell größer Und gaben gute Verdienstmöglichkeiten für ein aufstrebendes Handwerk Verstärkt setzte jetzt auch der Handel mit Waren aller Art ein Es arbeiteten nicht mehr alle Menschen auf dem Feld Die Erträge waren durch die Einführung der Dreifelderwirtschaft Mit ihrem Fruchtwechsel deutlich besser geworden Und neuerdings konnte man schon Pflüge mit Rädern sehen Die sich viel tiefer in den Boden gruben Die Zugtiere schafften das ohne Mühe Denn es waren auch neue Zuggeschirre erfunden worden Die die Kraft der Tiere besser nutzten Das Kummet für die Pferde und das Stirnjoch für die Rinder Verstärkt wurde jetzt auch die Kraft des Wassers genutzt Nicht nur zum Kornmalen, sondern neuerdings auch zum Walken der Wollstoffe Wassergetriebene Hammerwerke für die Eisenverarbeitung Waren die allerneueste Errungenschaft In den Gelehrtenstuben jener Zeit, das waren die Klöster, las man jetzt neuerdings Cicero und Aristoteles Und mancher Kirchenmann schätzte die Antiken Dichter höher als das Christentum Südlich der Alpen soll es von diesen Leuten noch mehr gegeben haben Die aber häufig durch Schwert und Feuer ihr Ende fanden Besonders in den wirtschaftlich besser entwickelten Regionen Tauchten jetzt immer wieder so unglaubliche Ansichten wie diese auf Dass nicht die göttliche Vorsehung, sondern der Zufall die Welt regiere In der Diözese Utrecht ermahnte der Priester, den Dorfältesten doch zur Kommunion zu gehen Ihm sei ein Krug voll Bier lieber als der Kelch des Herrn, gab der zur Antwort Und so blieb die Kirche leer, weil auch die übrigen Dorfbewohner der gleichen Meinung waren Die menschliche Seele ist nichts Sie verschwindet mit dem letzten Atemzug Das hatte der Mönch Alpert von Metz gehört, von Wirtshausgängern Wie kamen solch gotteslästerliche Behauptungen in die Welt? Entsprangen sie den Werken der antiken Philosophen? Oder spielte die Enttäuschung mit, dass zur Jahrtausendwende weder der erwartete Christus noch der Antichrist erschienen waren? Es war eine eigenartige Situation Auf der einen Seite wuchsen als Zeichen einer neuen Frömmigkeit überall die romanischen Kirchen aus dem Boden Auf der anderen Seite wucherte dazwischen das Unkraut des Unglaubens, der Heresie Es musste etwas geschehen Die Kirche hatte deutlich an Glaubwürdigkeit verloren und die Päpste an Macht und Ansehen Papst Benedikt IX, nach den Aussagen vieler seiner Zeitgenossen ein verkommener Jüngling, hatte es sich mit den Römern verdorben Bevor er davongejagt wurde, verkaufte er sein Amt an den ehrwürdigen Gregor VI. gegen klingende Münze Die Römer aber wählten gleichzeitig Silvester III. zum Papst Während sich nun Silvester III. mit Gregor VI. darum stritt, wem denn nun eigentlich der päpstliche Thron gehören solle Tauchte Benedikt IX. wieder auf, wollte den Verkauf seines Amtes wieder rückgängig machen und den Petrus-Thron erneut besteigen Das waren unhaltbare Zustände Der deutsche König musste einschreiten Es war Heinrich III. und er kam aus dem Geschlecht der Salier, nachdem die ottonische Linie erloschen war Heinrich III. war noch nicht zum Kaiser geseibt wie seine Vorgänger, aber seit Otto dem Großen verstand sich jeder deutsche Herrscher als Beschützer der Christenheit Im September 1046 zog Heinrich III. mit seinem Heer über die Alpen nach Süden Entschlossen, dem päpstlichen Spuk ein Ende zu bereiten Seine erste Station Pavia Heinrich III. schlägt Bischof Suidger von Bamberg als Clemens II. zum Papst vor Dem wird auch sofort zugestimmt und zum Weihnachtsfest salbt der neue Papst Heinrich III. zum Kaiser Doch die Päpste jener Zeit hatten ein gar kurzes Leben Es dauerte kein Jahr und Clemens II. war tot Vergiftet, wie man vor einigen Jahren an den Gebeinen des Toten feststellen konnte Nun schlug Heinrich III. den Bischof Poppo von Brixen vor Als Papst Damasus II. lebte er ganze 23 Tage Kaum ein Bischof hatte nun noch große Lust, als Papstkandidat nach Rom zu gehen Doch nun wandten sich die Römer selbst an Kaiser Heinrich III. mit der Bitte um einen neuen Papstvorschlag Des Kaisers Wahl fiel auf Bischof Bruno von Thule Der war gar nicht besonders begeistert von der Aussicht, Papst zu werden Er war aber ein fetter Kaiser Heinrich III. und so konnte er nicht gut ablehnen Nach einigen Monaten Bedenkzeit stimmte er zu und wurde Papst Leo IX. Leos Amtszeit wehrte immerhin fünf Jahre und er nutzte die Zeit Vehement ging er gegen den Handel mit Kirchenämtern, auch Simonie genannt, vor Er hielt feierliche Gottesdienste ab und konnte als glänzender Redner die Gläubigen begeistern Auf einmal wurde der Papst für die Massen des Volkes ein unmittelbares Erlebnis und belebte überall, wo er hinkam, den Glauben an seine heilige Sendung Zum Ratgeber erwählte sich Papst Leo IX. einen kleinen, braunen, ungewöhnlich hässlichen Mönch mit Namen Hildebrandt, den er alsbald zum Subdiakon beförderte Hildebrandt wurde schnell zur grauen Eminenz, zur verborgenen Seele aller päpstlichen Maßnahmen Als Leo IX. am 19. April 1054 starb, war es Subdiakon Hildebrandt, der zum Kaiser nach Deutschland reiste und sich dessen Ängsten vertrauten, den Bischof Gebhard von Eichstätt als Kandidaten für die Papstwahl erbart Nur widerstrebend entsprach der Kaiser dem Wunsche Hildebrandts und Bischof Gebhard von Eichstätt wurde Papst Viktor II. Der 5. Oktober 1056 ist ein Datum, das kaum in irgendeinem Geschichtsbuch große Erwähnung findet und dennoch geschieht an diesem Tag etwas, das das Machtverhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum völlig verändern wird Im Alter von nur 38 Jahren stirbt Kaiser Heinrich III. Sein Sohn Heinrich IV. soll die Nachfolge antreten, doch der ist noch keine sechs Jahre alt Also übernimmt des Kaisers Witwe Agnes die Regentschaft für ihr Kind Papst Viktor II., der frühere Vertraute und Berater des verstorbenen Kaisers, eilt ihr zu Hilfe denn sie ist im Ränkespiel um die Macht keineswegs gewachsen Doch hinter Papst Viktor II. zieht bereits ein anderer die Fäden Subdiakon Hildebrandt Als im folgenden Jahr auch Papst Viktor II. stirbt, ist es wieder Hildebrandt, der die Papstwahl entscheidend beeinflusst Dem Aufschwung des Papsttums zu neuen Höhen steht jetzt nichts mehr im Wege Ziel ist die unbedingte Herrschaft der geistlichen Gewalt über die Weltliche und Subdiakon Hildebrandt ist der Stratege hinter den Kulissen Zuerst muss die Wahl des Papstes dem Einfluss weltlicher Herrscher entzogen werden Dass ein Kaiser wie der verblichene Heinrich III. drei Päpste absetzen konnte und vier Päpste intronisieren, das durfte es nicht mehr geben Den Papst zu erwählen, das wird von nun an Aufgabe der Kardinäle, die einen aus ihrer Mitte zum Oberhirten ernennen Natürlich wird Hildebrandt jetzt Kardinal Ob die folgende Begebenheit auch dem Einfluss Hildebrandts zuzurechnen ist, muss offen bleiben Hauptdrahtzieher war jedenfalls ein Erzbischof, nämlich Anno von Köln Die Bischöfe Günther von Bamberg und Egbert von Braunschweig waren mit von der Partie, ebenso wie einige deutsche Herzöge Es war ein Anschlag auf den mittlerweile elfjährigen Thronfolger Heinrich IV. Das Pfingstfest im Jahr 1062 verbrachte die Kaiserin mit ihrem Sohn auf der Rheininsel Kaiserswerth bei Düsseldorf Vor den Augen seiner hilflosen Mutter wurde der junge Thronfolger auf ein bereitgehaltenes Schiff gelockt und entführt Heinrich versuchte sich durch einen Sprung in die Fluten des Rheins zu retten, doch des Erzbischofs Männer fischten ihn wieder heraus und brachten ihn nach Köln Erzbischof Anno setzte anschließend auf einer Reichsversammlung den Beschluss durch, dass immer derjenige der Verwalter der Krone sein solle in dessen Gebiet sich der junge Herrscher gerade aufhielte Agnes, die Mutter des Thronfolgers, gab auf. Sie ging in ein römisches Kloster Während in Rom Kardinal Hildebrand die päpstliche Politik beherrschte, regierte Erzbischof Anno von Köln jetzt das Kaiserreich Dass das Papsttum nun die Oberhand über das Kaisertum gewann, ist nicht verwunderlich Im heranwachsenden Heinrich IV. muss die erzwungene kirchliche Bevormundung eine Rebellion ausgelöst haben Sein Vater Heinrich III. hatte noch die Macht, Päpste einzusetzen oder nach Belieben auch absetzen zu können Er, Heinrich IV., war ein Gefangener der Kirche, ohnmächtig sogar den Bischöfen gegenüber Im fünfzehnten Lebensjahr mündig erklärt, trat König Heinrich IV. im März 1065 die Regierung des Reiches an So recht und schlecht, wie man das von einem Heranwachsenden seines Alters erwarten konnte Ohne die Hausmacht eines eigenen Herzogtums war er dem Wohlwollen der geistlichen und weltlichen Landesfürsten ausgeliefert Und die machten ihm das Regieren ziemlich schwer, mussten sie doch um ihre eigenen Vorrechte fürchten, wenn sie den König stärkten Während Heinrich noch darum kämpfte, seine Macht zu festigen, wurde im Jahr 1073 in Rom ein neuer Papst gewählt Es wird niemanden wundern, dass es gerade jener kleine, braune, ungewöhnlich hässliche Mönch mit Namen Hildebrand war Der als Papst Gregor VII. den Stuhl des Oberhirten bestieg Die Aussichten Gregors VII. als Weltherrscher in die Geschichte einzugehen, waren nicht schlecht Das Reichskirchensystem Otto des Großen hatte überall im Reich mächtige Kirchenfürsten entstehen lassen Die von einem noch mächtigeren Kaiser eingesetzt und auch abgesetzt werden konnten Viele Regierungsämter waren von Kirchenmännern besetzt Die Rechtsprechung lag meist in den Händen der Bischöfe Jetzt gab es keine Kaisermacht mehr, nur noch den jungen König Heinrich IV. der verzweifelt um seine Anerkennung kämpfte Jetzt lag die ganze Macht bei ihm, Papst Gregor VII. Dass sein Anspruch auf die völlige Herrschaft über die gesamte Christenheit, ja, über die ganze Welt außer Frage stand Das sollten wieder einmal die Urkunden und Briefe der allerersten Bischöfe Roms Die sogenannten Pseudo-Isidorischen Dekretalen beweisen Bekanntlich Fälschungen aus der Feder päpstlicher Schreiber des 9. Jahrhunderts Nach Gregors Grundsatz war der Papst der Stadthalter Gottes Gott hatte ihm die ganze Welt zu Lehen gegeben Daraus folgte, dass alle weltlichen Herrscher ihren Besitz nur als Lehen aus den Händen des Papstes empfangen könnten Jeder Herrscher, der dem nicht entsprechen wollte, wurde mit dem Bann bedroht In seinen Kanzleigrundsätzen, Dictatus Pape, offenbarte er den neuen Kurs der Kirche Quod Romana Ecclesia a solo domino sit fundata Das die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden ist Quod Solus Romanus Pontifex jure dikator universalis Das allein der römische Bischof mit Recht weltumfassend genannt wird Quod ille solus posset deponere episkopus vel reconquiliare Dass allein er Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann Dass alle Fürsten allein des Papstes Füße küssen Dass allein sein Name in den Kirchen genannt wird Dass dieser Name einzigartig ist auf der Welt Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen Dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden darf Und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann Dass er von niemandem gerichtet werden darf Dass niemand es wage, denjenigen zu verurteilen, der an den apostolischen Stuhl appelliert Dass die wichtigen Streitfragen jeder Kirche an ihn übertragen werden müssen Dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist Und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird Dass der römische Bischof, falls er kanonisch eingesetzt ist Durch die Verdienste des heiligen Petrus unzweifelhaft heilig wird Nach dem Zeugnis des heiligen Bischofs Enodius von Pavia Dem viele heilige Väter beistimmen Wie aus den Dekreten des heiligen Papstes Symmachus hervorgeht Zur Ausführung seiner ehrgeizigen Pläne hielt es Gregor VII. für nötig Die Geistlichkeit von allen Banden zu trennen Durch welche sie mit der bürgerlichen Gesellschaft und mit dem Staate verbunden war Sie sollte kein anderes Interesse als das der Kirche haben Und dieser mit Leib und Seele angehören Da Familienbande die fesselndsten und einflussreichsten Bande von allen sind So unternahm er es, um jeden Preis die Ehe bei Geistlichen auszurotten Dass im Hintergrund noch andere Beweggründe eine Rolle spielten Zeigt ein Konzil aus dem Jahre 1278 Also rund 100 Jahre später Die Priester hatten nämlich den Kampf um ihre Frauen nicht sogleich aufgegeben Es heißt dort in einer der Verordnungen Da die Fleischeslust den Klerikalstand vielfältig entehrt Besonders wenn es zum Kinderzeugen kommt So verordnen wir, dass die Kleriker, besonders die in den heiligen Weihen sich befindlichen Sich nicht unterstehen, ihren im geistlichen Stand erzeugten Söhnen und ihren Konkubinen etwas testamentarisch zu vermachen Solche Vermächtnisse sollen der Kirche des Testators zufallen Die gregorianische Reform gilt als herausragende Leistung Gregors VII. und ging in die Kirchengeschichte ein Doch sie erschöpfte sich nicht in der Forderung nach dem Zölibat der Geistlichen Eines der Hauptziele war, die Einsetzung von Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten durch weltliche Machthaber zu unterbinden Investitur wird die Zeremonie genannt In welcher der Kaiser den kuenftigen Bischof zum Reichsfürsten erhob und ihn mit Landbesitz belehnte Der Bischof war jetzt Vasall des Kaisers Gleichzeitig überreichte ihm der Herrscher einen Ring, zum Zeichen der Vermählung des Bischofs mit dem Reich Und den Hirtenstab, das Symbol des geistlichen Hirtenamtes Der Geistliche wurde nicht eher in seine Würde eingesetzt, bis diese Zeremonie stattgefunden hatte Sie war das Band, durch welches die Bischöfe mit dem Landesfürsten zusammenhängen Dieses Band wollte Gregor lösen, um der weltlichen Macht alle Gewalt über die Kirche und deren Diener zu entziehen Auf einer Synode im Jahr 1075 erließ er ein Dekret, welches allen Geistlichen bei Strafe des Verlustes ihrer Ämter verbot Die Investitur aus der Hand eines Laien, eines Nichtgeistlichen zu empfangen Laien, die dem zuwiderhandelten, wurden mit dem Bann bestraft Die Fürsten waren erstaunt über die neue Anmaßung des Oberhirten und scherten sich nicht um seine Befehle Gregor wusste jedoch sehr wohl, was er wagen konnte Er mühte sich nicht mit den kleineren Fürsten ab Er wollte ihnen seine Macht zeigen, indem er sie gegen den Angesehensten unter ihnen, gegen König Heinrich IV. richtete Als Heinrich IV. des Papstes neue Ansprüche nicht beachtete und fortfuhr, in Deutschland und Italien nach herkömmlicher Weise Bischöfe zu ernennen, geschah das Unvermeidliche Zu Neujahr 1076 erhielt der König ein drohendes Schreiben des Papstes mit der Aufforderung, nach Rom zu kommen, um sich vor dem Oberhirten zu verantworten Heinrich IV. war empört über diese Unverschämtheit und berief eine Synode nach Worms Hier erhob Kardinal Hugo Candidus, der unter Umgehung der anderen Kardinäle Gregor auf den Papstthron befördert hatte, schwere sittliche Vorwürfe gegen den Oberhirten 26 deutsche Kirchenfürsten erklärten daraufhin einstimmig Gregor VII. für abgesetzt Ein königlicher Brief mit der Mitteilung hiervon wurde nach Rom gesandt und dort öffentlich verlesen Eine Synode lombardischer Bischöfe in Piacenza schloss sich dem Urteil von Worms an Auch in Rom empörte sich eine Menge Gebannter gegen den Papst und überfiel ihn in der Kirche, als er gerade sein Hochamt hielt An den Haaren schleppten sie ihn ins Gefängnis Aber Gregor hatte nicht nur Feinde in Rom Vor allem Mathilde, die mächtige Markgräfin von Toskana, war ihm sehr eifrig zugetan Und so kam er schnell wieder frei Der Oberhirte war kein Mann, der schnell klein beigab Und so ließ seine Antwort an Heinrich IV. nicht lange auf sich warten Heiliger Petrus, Erster unter den Aposteln, höre mich, dein Knecht Kraft deiner Vollmacht, zur Ehre und zum Schutze deiner Kirche Im Namen des Allmächtigen Gottes untersage ich dem König Heinrich, der sich gegen deine Kirche in unerhörter Anmaßung erhoben hat Die Regierung des Deutschen Reiches und Italiens Entbinde alle Christen des Eides, den sie geleistet haben oder noch leisten werden Und verbiete hierdurch, dass irgendjemand ihm als König diene Zugleich mit dem Bannspruch überschwemmte ein Heer von Mönchen ganz Deutschland und bearbeitete das Volk Zuerst schrien die Deutschen fast einstimmig gegen den verwegenen Papst Doch schnell fielen des Königs Getreue von ihm ab, bis auf einen, Herzog Gottfried von Lothringen Doch den räumten Mörder aus dem Wege Die deutschen Fürsten versammelten sich zu Tribur und erklärten hier dem König, dass sein Reich zu Ende sei, wenn er sich nicht innerhalb eines Jahres vom Banne befreie Als Heinrich die Auseinandersetzung musste eskalieren Einige bestrichen, um sich den Kampf zu erleichtern, ihre rebellischen Glieder mit Schierlingssaft Und andere machten der Sache völlig ein Ende, indem sie die Wurzel des Übels ausrotteten, schlicht und einfach abschnitten Damit hörte freilich alles auf, auch die Versuchung Und wenn ein Verdienst im Überwinden liegt, auch das Verdienst Der sonst so vernünftige Kirchenvater Origenes tat dies ebenfalls Leoncius, ein Priester zu Antiochien, Jakobus, ein syrischer Mönch und noch viele andere unter den Priestern und Laien folgten diesem Beispiel So dass ein Gesetz gegen die Kapaunierwut erlassen werden musste Mit Mystizismus vereinigte asketische Schwermerei steckt an Sie verbreitete sich wie die Pest in der Christenheit Die Sodas heilsuchenden Menschen fingen an, überall in den Wüsten und auch in den Städten große Gemeinschaften zu bilden Die Klöster St. Pachomius, der eigentliche Stifter derselben, hatte in dem Seinigen 1400 Mönche Und führte noch über 7000 andere die Aufsicht Im 4. Jahrhundert gab es in Ägypten wenigstens 100.000 Mönche und Nonnen Denn dass die Frauen von dieser Epidemie nicht verschont blieben, kann man sich leicht denken Die Stadt Oxirinchus hatte mehr Klöster als Wohnhäuser Und in ihnen beteten und arbeiteten nicht weniger als 30.000 Mönche und Nonnen Die Heiden mochten spotten, so viel sie wollten Dieses unheilige Feuer war nicht mehr zu löschen Es gelang ihnen nicht, denn die geachtetsten Kirchenlehrer priesen das Mönchs- und Einsiedlerleben über alles Und nannten es den geraden Weg in das Paradies Die heiligsten Bande der Natur wurden zerrissen Jünglinge verließen ihre Bräute, wie der heilige Alexius, der in der Brautnacht in die Wüste rannte Das waren die Früchte der Lehren solcher Männer wie Sankt Hieronymus, der sagte Und wenn sich deine jungen Geschwister an deinen Hals werfen Deine Mutter mit Tränen und zerstreuten Haaren und zerrissenen Kleidern den Busen zeigt, der dich ernährt hat Dein Vater sich auf die Türschwelle legt Stoße sie mit Füßen von dir Und eile mit trockenen Augen zur Fahne des Kreuzes Die im Orient entstandene Hysterie fand auch in Europa lebhaftesten Anklang Und heilige und Klöster schossen überall wie Pilze aus dem Boden Besonders wirkte dafür Sankt Ambrosius, Bischof von Mailand Dem wir den ambrosianischen Lobgesang, das Tedeum Laudamus, verdanken Und Sankt Hieronymus, sowohl durch eigenes Beispiel als durch Schriften Hieronymus hatte selbst längere Zeit in der syrischen Wüste gelebt Und schrieb ein Werk betitelt Lob des einsamen Lebens Welches fuer ein Meisterstueck der Beretsamkeit gilt Der heilige Martin war der erste, der Kloester in Frankreich anlegte Er war 316 in Pannonien geboren und hatte das Kriegshandwerk ergriffen Als er einst einem Armen die Hälfte seines Mantels gab Bildete er sich ein, Jesu Stimme zu hoeren Welche ihm zurief, was du andern getan hast, hast du mir getan Dies bewog ihn, sein Regiment zu verlassen und unter die Heiligen zu gehen Sein Ruf verbreitete sich bald Er wurde Erzbischof von Thur und ein sehr stolzer Heiliger Als er vor Kaiser Valentinian erschien, wollte dieser sich nicht von seinem Throne erheben Um St. Martin zu begrueßen Diesen verdross solcher Hochmut Er betete und, so erzaelt die Geschichte Feurige Flammen schlugen aus dem Thronsessel empor So dass seine kaiserliche Majestait schnell in die Hohe fahren musste Wollte sie nicht ihren allerhoechsten, allerdurchlauchtigsten, allerwertesten verbrennen Da nun nicht jeder ein Heiliger werden konnte Die Christenheit wäre sonst ausgestorben Musste eine Moeglichkeit gefunden werden, dennoch Eingang in die Glueckseligkeit zu finden Diesen Weg fand der roemische Bischof Gregor der Große gegen Ende des sechsten Jahrhunderts Fegefeuer hies der Ort, wo seiner Erklaerung nach die menschlichen Seelen geluetert wurden Damit sie rein in den Himmel kamen Denn Feuer war das Reinigungsmittel Wer so halb zwischen Himmel und Hölle garte, der konnte darauf rechnen Dass er gehuerig lange darin braten musste Wenn nicht die Priester ihn durch Fuehrsprache und Beten gegen harte Waehrung in den Himmel befoerderten Das Reglement im Fegefeuer war nur ihnen bekannt Und daher konnten sie allein beurteilen, wie viele Messen dazugehoerten Aber diese Messen waren keineswegs kostenlos Im siebenten Jahrhundert veraenderte sich die Situation Mohammed erschien auf der Weltbuehne und begruendete eine neue Religion, den Islam Das Christentum erhiel zwar einen Schock, aber fuer das Ansehen Roms und seiner Bischoefe Sollte sich diese Konkurrenz als hoechst vorteilhaft erweisen Mohammed bedeutet der Gepriesene Im Jahre 570 wurde er in Mekka geboren Mit 40 Jahren erreichten seine religioesen Visionen ihren Hoehepunkt Und wurden nach seinem Tode im Koran niedergeschrieben Seine Landsleute begegneten ihm anfaenglich mit Spott und Gewalt So dass er sich 622 entschloss, mit seinen Getreuen nach Medina auszuwandern Wo er fuer seine Lehren einen guenstigeren Boden vorfand Von da aus unternahm er Kriegszuege gegen die Mekkaner und die juedischen Stamme Konnte 629 die erste Wallfahrt nach Mekka antreten Eroberte dieses 630, womit der Siegeszug seiner Lehre in Arabien begann Es ist nur ein einziger Gott, welcher die ganze Welt beherrscht Er will von den Menschen treu verehrt sein durch Tugend Tugend besteht in Ergebung in den goetlichen Willen Andaechtigem Gebete, Wohltaetigkeit gegen die Armen und Fremden Redlichkeit, Keuschheit, Nuesternheit, Reinlichkeit Tapferer Verteidigung der Sache Gottes bis in den Tod Wer diese Pflichten erfuellt, ist ein Glaubiger Und empfengt den Lohn des ewigen Lebens Diese Religion musste in der damaligen Zeit grossen Anklang finden Denn sie war einfach und verstaendlich, während die der Christen immer unklarer, mystischer und damit unverstaendlicher geworden war Außerdem war es der Bevölkerung häufig lieber, von den Muslimen beherrscht zu werden, als vom Kaiser in Konstantinopel und seiner Kirche Glaubensgemeinschaften, wie die der Kopten, wurden von der Kirche argwoehnisch als Heretiker betrachtet und liefen Gefahr, verfolgt zu werden Die Muslime dagegen forderten in der Regel nur eine Abgabe, die häufig geringer war, als die Steuern, die sonst dem Kaiser zu entrichten waren Dafür genoss man ihren Schutz Ein Ubertritt zum Islam wurde von den neuen Herrschern zwar gewunscht, aber nicht mit Waffen und Drangsal erzwungen Außerdem standen die Muslime in dem Ruf, ihre Vertraege einzuhalten Besonders bei den Völkern des Oriens verbreitete sich daher die Lehre Mohammeds mit großer Schnelligkeit Muslime uebernahmen die Kontrolle in Südpalestina und eroberten 635 Damaskus Bald musste in ganz Asien und Nordafrika die christliche Kirche dem Islam weichen Dadurch verschwanden die Patriarchen von Antiochien, Jerusalem und Alexandrien Sie waren immer die grossen Gegenspieler der Bischoefe von Rom gewesen Der roemischen Kirche stand jetzt nichts mehr im Weg, nach dem Vorbild der roemischen Cäsaren zentral von Rom auszuherrschen Zumal der Kaiser in Konstantinopel zur gleichen Zeit in seiner eigenen Hauptstadt von den Kriegern Mohammeds den Sarazenen belagert wurde und deshalb nicht einschreiten konnte Als im Jahre 640 die Anhanger Mohammeds Jerusalem einnahmen, wurde Rom zur heiligen Stadt der Christenheit Rom Hier hatte Petrus gewirkt Ein Besuch an seinem Grab oder die Beruehrung seiner Reliquien garantierten die Erloesung von allem Boesen Sein Grab wurde ueberall in Europa zum Mittelpunkt der Verehrung Die Pilger legten Geschenke nieder und schworen Eide auf Petri Grab Schon im dritten und vierten Jahrhundert hatten viele Pilger die heiligen Stetten in Rom besucht Doch nach dem Fall Jerusalems erreichten die Pilgerzuege ungeahnte Ausmaße Aus allen Teilen der damaligen Welt stromten sie herbei Alle Schichten der Bevölkerung waren vertreten Bischoefe, die ihre Angelegenheiten am paepstlichen Hof mit Gebeten an den Graebern der Apostel verbinden wollten Priester und Muenche, die vor allem Reliquien mit nach Hause nehmen wollten Knochensplitter der Heiligen oder auch nur Leinenstreifen, die ueber die heiligen Graeber gelegt wurden Doch die meisten Pilger waren einfache Leute Eine Wallfahrt nach Rom an die Graeber der Märtyrer sollte das Heil ihrer Seele sicherstellen Je weiter der Weg und je beschwerlicher die Reise war, desto groesser war ihr Verdienst Und mussten sie zu Fuss ueber die Alpen, dann war das erkaempfte Seelenheil umso groesser Die meisten kamen nur einmal in ihrem Leben Reiche Glaeubige, die auf Dauer gekommen waren, wurden zu einer stendigen Einkunftsquelle fuer Rom Sie liessen sich in der Naehe der Peterskirche nieder, um ihre Tage mit Beten, Fasten und Almosen geben zu verbringen Damit sie umso leichter in den Himmel aufgenommen wuerden Die Fremden, die sich in Rom niederliessen, wurden allmaehlich romanisiert Diejenigen, die in die Heimat zurueckkehrten, genossen zu Hause grosses Ansehen Hatten sie doch Rom gesehen, die heilige Stadt Sie wurden zu den wichtigsten Traegern roemischen Einflusses in Westeuropa Bischoefe und Kleriker brachten ausser Reliquien Auch die Gepflogenheiten der roemischen Liturgie mit zurueck in die Heimat Die Regelung und Versorgung des anwachsenden Pilgerstroms wurde zur vordringlichen Aufgabe der Kirche Heuser und Herbergen mussten fuer die Pilger errichtet werden Rom boomte, so zu sagen Und ihr Einfluss auf die damalige Christenheit wuchs und wuchs Rom war dabei, den Kampf gegen Konstantinopel um die Vorherrschaft im christlichen Glauben fuer sich zu entscheiden Zumindest, was den Einfluss in Westeuropa betraf Rom, das Papsttum und der heilige Petrus verschmolzen miteinander Waehrend die Wellen der Pilgerstroeme Rom ueberfluteten, erfasste die Woge des Islam die iberische Halbinsel Im Jahre 711 drangen die Araber ueber die Meerenge von Gibraltar nach Spanien ein Und zerschlugen das christliche Reich der Westgoten In Rom schrillten die Alarmglocken Der Islam hatte zwar laestige Gegner der eigenen Kirchenpolitik beseitigt Und Rom zum Zentrum der Christenheit erhoben Doch jetzt wurde er zur akuten Bedrohung fuer die roemische Kirche in ganz Europa Das franckische Koenigreich war das einzige festgefuegte Staatsgebilde, das jetzt noch Widerstand leisten konnte Vieles, so boten die naechsten tausend oder zweitausend Kilometer kein ernsthaftes Hindernis Die Heere des Islam haetten bis zu den Grenzen Polens durchstoßen Und mit Hilfe ihrer betraechtlichen Seemacht auch ueber England die mohammedanische Herrschaft errichten koennen Die letzte Bastion der Christenheit in Westeuropa war jetzt das Frankenreich der Merowinger Doch die Glaubensstaerke der Franken stand nicht besonders hoch im Ansehen Sie waren weit eher Heiden als Christen Papst Gregor II. erkannte die Gefahr, die der Kirche drohte Und schickte Missionare, um die Franken gegen den Islam innerlich zu staerken Den Aberglauben zu vertreiben Und der christlichen Religion zum Sieg zu verhelfen Winfried hieß der Muench der Benediktiner Der in die germanischen Waelder des Frankenreiches geschickt wurde Die Benediktiner lebten nach den Regeln des heiligen Benedikt Und galten als treffliche Vertreter des Christentums Benediktiner Kloester waren Zufluchtsorte fuer Wissenschaft und Kuenste in jener Zeit Und beruehmt in ganz Europa fuer ihre ausgezeichneten Schulen In seiner Heimat, in England, genoess Winfried als Prediger sehr grosses Ansehen Und hatte die schoensten Aussichten auf eine glanzvolle kirchliche Karriere Aber er hatte keinen Sinn fuer diese Art von Erfolg Eine andere Leidenschaft hatte sich seiner bemachtigt Er wollte den germanischen Heiden das Licht des wahren Glaubens bringen Muenche und Priester gab es bereits im Frankenland Schon Ende des sechsten Jahrhunderts waren die ersten Sendboten aus Irland zu den Franken gekommen Kolumban und seine Schuehler Sie hatten auch bei den Bayern und Franken gewirkt Doch das Christentum, das sie verbreitet hatten, ging mehr in die Richtung einer Nationalkirche Und war weitgehend unabhaengig von Rom Und es stand im Verruf, dem Heidentum aehnlicher zu sein als dem Christentum Diese Priester sollen sogar heidnisches Opferfleisch verzehrt haben Winfried wusste, dass es Muenche gab, die sich gleich mit fünf Beischlaeferinnen im Bett vergnuegten Wie sollten diese Menaer in der Lage sein, den Heiden das Evangelium zu predigen Oder dem Islam mit seiner Vielweiberei Einhalt zu gebieten Der Bischof von Rom, der sich auch Papst Gregor II. nannte Hatte dem Engländer befohlen, die Kirche im Frankenreich und in den angrenzenden Gebieten gruendlich zu reformieren Ziel sollte sein, die Völker nicht nur dem christlichen Gott zugenglich zu machen Sondern sie auch fest an die Kirche in Rom und dessen Papst zu binden Winfried war nach Rom gereist, um sich fuer seine apostolische Mission die noetigen Instruktionen zu holen Und natuerlich Verstaerkung, denn das war kein Ein-Mann-Unternehmen Alles alte germanische Brauchtum musste durch die christliche Missionierung umgewertet werden Aus heidnischen Feiern wurden nach der Anweisung des Papstes christliche Feste gemacht So muß jedes Fest zu Ehren ihrer Goetter in ein anderes umgeformt werden In Feste der heiligen Märtyrer, Feste mit religioesen Zeremonien Winfried war mit dem Papst einig in der ueberzeugung, dass der straffe, rechtglaubige Aufbau der neuen Kirchenprovinzen noetig sei, um den islamischen Versuchungen wirksam zu begegnen Diskutiere mit den Heiden und frage sie, warum besitzen Christen, Lander mit Ueberfluss, aber Heiden, nur durftige Regionen, hatte ihm ein Freund geraten Aber Winfried diskutierte nicht Was sich zerstoeren liess, wurde rucksichtslos und gruendlich vernichtet Heiligtuemer und Wohnstaetten wurden in Schutt und Asche gelegt Die Externsteine, eine Kultstaette im Teutoburger Wald, widerstand Sie war zu gewaltig Um sie dennoch zu christianisieren, mußte eine Kreuzszene eingemeißelt werden Winfried liess die Eichenfellen, die den Heiden heilig waren, und aus ihrem Holz Kirchen errichten Das war in der Tat ein starkes Stück Und es spricht fuer die Franken, dass sie Winfried und seine Gefaehrten nicht gleich erschlagen haben Aber wie muß die Wut in ihnen hochgekocht sein? Wie muessen sie die Rache Donas erwartet haben? Doch die blieb aus Hatte der alte Gott seine Kraft verloren? War die Zeit reif fuer den neuen Gott der Christen? Manch einer schlug sich vorsichtshalber auf die Seite des christlichen Gottes Und liess sich taufen Winfried meldete die ersten Erfolge seiner Mission nach Rom Er benoetigte dringend weitere Unterstützung In zahlreichen Schreiben an die Kloester in seiner Heimat Versuchte er mehr Muenche und Nonnen fuer seine Arbeit zu begeistern Und er hatte Erfolg Papst Gregor II. war sehr angetan von den Erfolgen des englischen Muenchs Er wollte ihn sehen Also reiste Winfried erneut nach Rom Wurde dort zum Bischof ernannt Und bekam seinen neuen Namen Bonifatius Das ist der, der die gute Botschaft bringt Aus England kam personelle Verstaerkung Unter den zahlreichen Helfern, die jetzt eintrafen Waren auch seine Neffen Willibald und Wunibald und seine Nichte Walburga Allesamt verlaessliche Verwandte, denen er Schlüsselpositionen anvertrauen konnte Sie alle waren im rechten Glauben aufgewachsen Waren bereits im Alter von fünf, sechs oder sieben Jahren in Kloester gekommen Die sich durch ihre asketische Disziplin einen Namen gemacht hatten Und waren dort von Nonnen und Muenchen erzogen worden Das Leben von Heiligen war ihnen praktisch vorgezeichnet Jetzt reisten sie in die alten Römer-Siedlungen an der Donau Und gründeten neue Diözesen Regensburg, Salzburg, Passau und Freising In seinem engeren Missionsgebiet und südlich davon Schuf Bonifatius die Bistümer Eichstätt, Würzburg, Bührerburg und Erfurt Oft wurden die Trümmer zerstörter Siedlungen und Kastelle aus der Römerzeit Zu Bausteinen christlicher Gotteshäuser, wie das Kloster von Salzburg Das sich aus den alten Gebäuden und Festungsanlagen der Römischen Stadt Juwavum erhob Als Bonifatius sah, dass alles wohlgeordnet war Brach er zu seiner letzten Mission auf, von der er nicht zurückkehren sollte Er wollte den Friesen die frohe Botschaft bringen Doch die haben ihn einfach erschlagen Walburga und ihr Onkel Bonifatius sind die Schlüsselfiguren der christlichen Frühzeit des Frankenreichs Und Persönlichkeiten der sakralen Politik und Gesellschaft des abendländischen Mittelalters Eine Ballung der Verehrungsorte findet man im nördlichen West- und Mitteleuropa In Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und im Norden Frankreichs Häufen sich die Patroninnen und Reliquienstätten der heiligen Walburga Hier galt sie als Schutzheilige gegen die Normanengefahr des 9. und 10. Jahrhunderts Bonifatius wurde seinem eigenen Wunsch entsprechend im Dom zu Fulda begraben Es gibt einen lauschigen Ort in der großen Wildnis Mitten unter den Völkern, denen wir Gottes Wort predigen Dorthin haben wir eine Schar von Mönchen gesetzt, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben und ein Kloster erbauen Männer strenger Abstinenz, die sich des Weins, des Meets und Fleisches enthalten Und keine Knechte haben, sondern mit der Frucht ihrer Hände Arbeit sich begnügen Dieses Land habe ich mit Hilfe frommer und gottesfürchtiger Männer des Fürsten der Franken Ehrbar erworben und dem Heiland geweiht Hier nun möchte ich, mit eurer gütigen Erlaubnis, meinen altersmüden Leib ein wenig ausruhen Und nach meinem Tode hier begraben sein Die innere Stärke des Glaubens Das war das eine Bollwerk gegen den Islam Doch damit allein war die militärische Stärke der Araber nicht zu brechen In den kaum 80 Jahren seit dem Tod Mohammeds hatte sich der neue Glaube ausgebreitet wie Feuer vor dem Sturm Und noch ehe ein Jahrhundert vergangen war, hatte er seine Herrschaft nach Syrien, Persien, Ägypten, die afrikanische Küste entlang das Niltal hinauf und tief hinein nach Nordindien getragen Das Christentum hatte mittlerweile nahezu die Hälfte seines Wirkungsbereichs rund um das Mittelmeer an die neue Religion verloren Die Westgoten waren von den Arabern besiegt und der Islam hatte sich über ganz Spanien ausgebreitet Im Eiltempo war alles bis zu den Pyrenäen unterworfen worden und jetzt rückten die Sarazenen vor in Richtung Frankenreich Nach Bonn fiel 720 Herzog Oldo von Aquitanien konnte 721 noch Toulouse erfolgreich verteidigen Sein Herzogtum hatte über einige Jahrhunderte hinweg seine Sonderstellung zwischen dem Frankenreich der Merowinger und dem Westgotenreich halten können Oldo unternahm einen verzweifelten Versuch, er verheiratete seine Tochter mit dem Araberführer Othman Es schien zu gelingen, denn eine Zeit lang schliefen die Überfälle der Muselmanen ein Doch dann wehte wieder ein schärferer Wind aus Damaskus und Othman wurde abgesetzt Jetzt ging es schlimmer los als je zuvor Und Oldo sah sich bei Arl dem Heer der Sarazenen gegenüber, das unter ihrem neuen Führer Abderrahman heranrückte Es sollen etwa 400.000 Mann gewesen sein Ein schier unfassbarer Gegner Jetzt musste sich Herzog Oldo entscheiden Entweder verlor er sein Herzogtum an die Araber oder er musste sich den Franken anschliessen In jedem Fall stand er auf verlorenen Posten Er fluchtete zu den Franken, die er bisher bekämpft hatte Im Frankenreich hatte die Dynastie der Merowinger schon seit geraumer Zeit ihre Macht eingebüßt Die Herrscher waren zu Schattenkönigen herabgesunken Wer jetzt im Reich das Sagen hatte, das waren die Hausmeier, Verwalter in höchster Position Und der jetzige Hausmeier war ein ganz besonderer Kerl Karl der Hammer, Karl Martell Von seiner Geburt erzählt man sich folgende Geschichte Sein Vater, Pippin II., war auch schon Hausmeier Er hatte zwei, wie es scheint, rechtmäßige Frauen zur gleichen Zeit Die reichbegüterte Plektrudis und die schöne Alfaida Als die schöne Alfaida einem Knaben das Leben schenkte wurde dem Vater die Geburt gemeldet mit den Worten Es ist ein Kerl Das heißt in der deutschen volkstümlichen Sprache Ein Knabe mit starken Gliedern Pippin II., neben seiner anderen Gemahlin sitzend, bemerkte dazu Kerl, das ist ein hübscher Name So wurde der Sohn der schönen Alfaida, also Kerl oder Karl genannt Und mit ihm erhielt ein künftiges Herrschergeschlecht Den Namen Kerlinger oder Karolinger Karl Martell hatte es verstanden, gegen den rivalisierenden Adel und die immer wieder auflackernde Opposition Das Reich unter seine Herrschaft zu bringen Ein neues fränkisches Heer hatte er geschaffen, aus seinen Vasallen gebildet Um das zu finanzieren, wurden weite Ländereien aus dem Riesenbesitz der Kirche eingezogen Und als Lehn zu lebenslänglichem Besitz an seine getreuen Gefolgsleute vergeben Der Besitz der Kirche umfasste in jener Zeit bereits ein Drittel des gesamten Frankenreiches Die Ritterschaft musste ihm dafür mitsamt ihren eigenen Vasallen Kriegsdienst leisten 732 also traf Karl der Hammer bei Thur und Poitiers mit seinen Franken auf die Araber Jetzt zeigte sich der Weitblick der Reform Denn ohne die Vermehrung seiner Reiterscharen wäre er dem Arabersturm nicht gewachsen gewesen Karl rückte mit seinem ganzen Heerbann, auch mit dem Aufgebot der rechtsrheinischen Germanen zum Schutz des fränkischen Nationalheiligtums St. Martin bei Thur heran So weit waren die Feinde schon vorgedrungen Südlich der Bienn, beiderseits der Straße von Thur, kam es zum Kampf Über die schwer gerüsteten fränkischen Scharen prasselte ein Hagel von Pfeilen nieder Die Franken hatten eine schlagkräftige, aber ziemlich unbewegliche Kavallerie und schienen den Arabern unterlegen zu sein Ihre Pferde waren einfach nicht so schnell, kaltblüter, massig und stark besser geeignet als Zugtiere, aber nicht für die Kavallerie Gegen die schnellen Rassepferde der Araber waren sie fast chancenlos Trotzdem gelang es Karl Martell, dem Gegner standzuhalten Als die Franken am nächsten Tag die Entscheidung erwarteten, die der erste Tag noch nicht gebracht hatte Fanden sie den Feind geflüchtet, das Lager und unermessliche Beute ihr eigen Abderrahman aber lag auf dem Schlachtfelde Es war das erste unerbittliche Halt für den Islam in Europa Die erste schwere Niederlage auf offenem Felde Wahrscheinlich war es ein Sieg, der ihm seinen Beinamen eintrug Der Hammer, der Schmiedehammer Aber die Kraft der Sarazenen war damit noch nicht völlig gebrochen Doch die kontinuierliche Gegenwehr der Franken in den folgenden Jahren konnte dem gegnerischen Vormarsch bis 738 endgültig ein Ende setzen Völlig zurückgedrängt und von der iberischen Halbinsel vertrieben wurden die Araber allerdings erst über 700 Jahre spaeter Es war nicht nur ein Sieg der Franken gegen die Araber Es war auch ein Sieg der Christenheit Ein Sieg der roemischen Kirche Die Gefahr des Islam schien gebannt Der Papst in Rom hatte das Volk der Franken fest im Griff Dank der ausgezeichneten Missionsarbeit des Bonifatius Karl Mattel hatte das durchaus unterstützt Obwohl er andererseits einen großen Teil der Kirchengüter eingezogen hatte Und der Kaiser in Konstantinopel Als offizielles Oberhaupt der christlichen Kirche War unter dem Druck der Araber völlig machtlos Gegenüber der neuen Entwicklung Was dem Papst jetzt noch fehlte Um den Gottesstaat auf Erden unter seiner Oberhoheit zu errichten Das war die Macht über die weltlichen Herrscher Deren mächtigster im Moment Karl Mattel war Denn Karl war im Frankenreich Nicht zuletzt durch seinen Sieg über die Araber So stark geworden, dass er darauf verzichten konnte Nach dem Tod des Königs Einen neuen aus dem Geschlecht der Merowinger zu ernennen Stattdessen regierte er selbst Mit allen königlichen Machtbefugnissen Dennoch hielt er die Fiktion der Merowinger Herrschaft Dadurch aufrecht, dass er in den zeitgenössischen Annalen Und seinen Urkunden die Jahre nach dem Tode unseres Königs berechnen ließ Papst Gregor III. ließ ihn also wissen Dass er bereit sei, ihn zum König der Franken zu erheben Sofern er ihm gegen die Norditalien beherrschenden Und Rom immer deutlicher bedrohenden Langobarden zu Hilfe käme Als Symbol ließ er Karl Mattel den St. Peters Schlüssel überreichen Aber trotz unablässiger, mit allen Mitteln betriebener Bemühungen Lehnte Karl Mattel immer wieder ab Er war nicht bereit, um den Preis der Königswürde aus den Händen des Papstes Sich und sein Reich der Kirche zu unterstellen Der zweite Grund für Karls Ablehnung des päpstlichen Angebots waren die Langobarden Mit ihnen wollte sich Karl Mattel nicht anlegen Er brauchte ihre Hilfe gegen die immer noch nicht völlig gebannte Gefahr der arabischen Invasion Vorläufig musste sich Papst Gregor III. also noch selbst mit den Langobarden auseinandersetzen Die Langobarden hatten die Schwäche des Kaisers in Konstantinopel benutzt Und sich in Italien hemmungslos ausgedehnt Sie griffen byzantinisches Gebiet in Italien an Und machten auch nicht Halt vor päpstlichen Territorien Obwohl sie eigentlich selbst katholisch waren Sie waren dabei so erfolgreich, dass der Papst bald Blut und Wasser schwitzte Es gab noch einen weiteren, sehr triftigen Grund für Karl Mattel die Königswürde abzulehnen Einer seiner Vorgänger im Hausmeieramt hatte vor rund 80 Jahren versucht Die Merowinger abzusetzen und König der Franken zu werden Sein Staatsstreich war missglückt und er hatte den Versuch mit dem Leben bezahlen müssen Es hatte daraufhin einige Zeit gekostet, die angeschlagene Macht der Hausmeier wiederherzustellen Hausmeier, das war naemlich ein ganz besonderes Amt Urspruenglich bot es wohl wenig Aufstiegsmöglichkeiten Wahrscheinlich kümmerte sich der Hausmeier um die Belange der königlichen Ehefrau am Hof der Merowinger Dennoch gewann das Amt über die Zeit hinweg an Einfluss Und war bald ein begehrtes Sprungbrett zur Macht für einflussreiche Adelsfamilien Und während die fränkischen Könige immer mehr zu einer Schattenregierung herabsanken wurden die Hausmeier immer mächtiger Schließlich verloren die Könige ihre Bewegungsfreiheit und das Recht, ihre Beamten selbst zu ernennen Sogar die eigentliche Regierungstätigkeit mussten sie aufgeben, um sie einem vom Adel vorgeschlagenen Vertrauensmann, dem Hausmeier, zu überlassen Die ganze Königsmacht hielt am Ende der Hausmeier in seinen Händen Und das Amt war mittlerweile erblich geworden Das wollte Karl Martell nicht aufs Spiel setzen Gewinnen konnte er nicht viel mehr, als er bereits hatte Aber alles verlieren, wenn der Adel nicht mitspielte Als Karl Martell 741 starb, hinterließ er seinen beiden Söhnen Karlmann und Pippin III. die Hausmeierwürde Nicht mehr nur als ein Amt, sondern schon als absolute Herrschaft Karlmann und Pippin III. regierten scheinbar einträchtig miteinander das Riesenreich Karlmann im Osten, Pippin im Westen Karlmann hatte sich den Missionar der Deutschen, Bonifatius, als Berater verpflichtet Daher genoss er beim Papst einen gewissen Vorzug So wandten sich die päpstlichen Gesandtschaften, die immer wieder Hilfe gegen die Langobarden forderten, an Karlmann Doch beide Brüder dachten nicht daran, der Aufforderung des Papstes Folge zu leisten Denn Aquitanien war wieder aufsässig geworden Und die Alemannen wollten sich auch nicht fügen Die Führung der Feldzüge hatte offenbar Karlmann inne Doch Pippin III. wurde mehr und mehr zur stärkeren politischen Persönlichkeit Doch schien die Machtfülle, die die beiden Brüder einst von ihrem Vater Karl Martell übernommen hatten Wieder etwas abzubröckeln Eine starke Adelsopposition machte sich allmählich breit Die wieder einen König aus der alten Dynastie wollten Schließlich sahen sich die Brüder 743 gezwungen Wieder einen aus dem gelockten Geschlecht der Merowinger zum König zu erheben Sie suchten sich daher den Unfähigsten unter den lebenden Merowingern aus Schilderich III. Er sollte der letzte der Merowinger Könige werden Auch in der Frage der Kirchengüter traten sie den Rückzug an Was wahrscheinlich dem Einfluss des Bonifatius zuzuschreiben ist Vier Jahre später kam es zu einem seltsamen Geschehen Im Jahre 747, auf dem Hoftag zu Düren, erklärte Karlmann seinen Rücktritt vom Hausmeieramt Er wollte sich zurückziehen ins Kloster Monte Cassino in Italien Der Entschluss Karlmanns kam völlig überraschend Und die Ursachen sind bis heute unklar Hatte er einfach das Interesse an den politischen Ränkespielen verloren? Aus Gewissensbissen, meinen viele Historiker Weil er das Heer der Besiegten Alemannen an der Mündung der Nemz in der Neckar Im Jahre 746 habe umstellen und niedermetzeln lassen Waren die Franken, besonders der harte Karlmann, auf einmal so zart fühlend? Oder war es die Eingebung seines geistlichen Beraters Bonifatius Den Papst Gregor III. nach dem Sieg über die Sarazenen zum Erzbischof ernannt hatte? Denn wenn sich der Papst als Schutzherrn der Christenheit einen fränkischen König wünschte Dann konnte schließlich nur einer der beiden zum Herrscher erhoben werden Dann war es wohl besser, der andere ging ins Kloster Karlmann verschwand in Monte Cassino Seine Frau und die Söhne wurden von jeder Teilnahme an der Macht ausgeschlossen Sie flüchteten nach Italien, zu den Langobarden Pippin III. war jetzt allein Herrscher des Frankenreiches Aber er war noch nicht König Drei Jahre lang erhielt er Bittgesuche vom neu erwählten Papst Zacharias Um Hilfe gegen die Langobarden, die das Oberhaupt der Kirche neuerdings regelrecht tyrannisierten Dann endlich beantworteten die fränkischen Stände die Bitten des Papstes mit der Frage Ob nicht ein feiger und untüchtiger König des Thrones beraubt und ein würdigerer an seine Stelle gesetzt werden dürfe Die Ansicht des Papstes konnte nicht ueberraschen Und Zacharias, einer der schlauesten unter den Paepsten, gab Kraft goettlicher Erleuchtung zur Antwort Es ist besser, den König zu nennen, der die koenigliche Macht hat Pippin III. hatte grunes Licht Im Jahr darauf schickte er den letzten Merowinger Koenig, Schilderich, samt seinen Kindern ins Kloster Die Kloester jener Zeit hatten offensichtlich auch die Aufgabe, unliebsame Gegner der Herrschenden zu beherbergen Und unter Aufsicht zu halten Für seine Krone wuenscht Pippin III. den feierlichen Akt der Salbung Nach biblischem Ritus durch den Erzbischof von Mainz, Bonifatius Es ist dies die erste Salbung bei den Franken Um auch den uebriggebliebenen Heiden im Reich deutlich zu machen, wer jetzt der unumschraenkte Herrscher war Ließ er sich auch noch durch die traditionelle germanische Schilderhebung intronisieren Das Amt des Hausmeiers schaffte der neue Koenig wohlweislich ab Kein Zweifel aber, dass die Kirche eines Tages fuer so viel geleistete Hilfe Vergueetung und Gegenleistung verlangen wird Zunaechst in ihrem Streit mit den Langobarden, dann aber in Form staerkeren Einflusses und der Anerkennung der kirchlichen Vormacht Papst Zacharias erlebte aber die Fruechte seiner Politik nicht mehr Papst Stephan II. war oberster Bischof von Rom geworden Gleich bei seinem Amtsantritt war er mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert Die Langobarden wollten die Oberherrschaft ueber Rom Der verzweifelte Papst packte seine sieben Sachen und zog ins Frankenreich Nach seiner Alpenueberquerung im Fruehr 754 wurde er mit allen Ehren empfangen Pippin schickte ihm seinen Sohn Karel 30 Meilen weit entgegen und ritt selbst eine Meile, ihn zu begrueßen Er litt nicht, dass der Bischof vom Pferde stieg, sondern begleitete ihn selbst zu Fues, gleich einem Stallknechte So erzählen die paepstlichen Geschichtsschreiber und machen damit deutlich, dass Pippin den Papst als oberste Instanz anerkannte Als Gegenleistung wurde Pippin von Papst Stephan selbst zum Koenig gesalbt Und ebenso seine Sohne Karl und Karlmann, was die Erblichkeit der Koenigswuerde garantierte Der Papst ernannte Pippin zum Schutzherrn der Roemer, er verlieh ihm den Titel Patricius Romanum Pippin besaß nun ein neues, ein christliches Heil Koenigtum und Papsttum waren von diesem Tage an fest miteinander verbunden Es war eine weltpolitische Machtverlagerung von grundlegender Bedeutung, die sich da vollzog Die Koenung Pippins zum Koenig der Franken von Gottes Gnaden bedeutete gleichzeitig die Loslosung der Roemischen Kirche aus der Abhaengigkeit vom Ostroemischen Kaiser in Konstantinopel, der ja laut Gesetz der oberste Herr der Christenheit war und bis zu diesem Zeitpunkt der einzige Herrscher von Gottes Gnaden Feierlich entband das Kirchenoberhaupt Pippin des Eides, den er seinem Koenig geleistet hatte und tat die Franken, wenn sie Pippin und seine Nachfolger nicht als Koenige anerkennen wuerden, in den Bann Damit war Pippins Macht und Koenigswuerde gefestigt und die Vorherrschaft der Karolinger in Mitteleuropa fuer die naechsten 150 Jahre festgeschrieben Der Bann, das war eine ernste Sache Der Bann oder die Exkommunikation kommt schon weit frueher in der christlichen Kirche vor aber dann war er immer nur gegen einen Einzelnen gerichtet und dieser hatte daran schwer zu tragen, wenn er sich auch persoenlich gar nichts daraus machte Das Volk betrachtete ihn als dem Teufel verfallen und floh seine Gemeinschaft, als ob er ein Pestkranker sei Die Ueberbleibsel seiner Tafel, und wenn es die einer Kaiserlichen waren, ruerrte selbst der Ermste nicht an Sie wurden verbrannt Mit der Exkommunikation wurde der Gebannte auch zugleich fuer buergerlich tot erklaert Er konnte keine Rechtssache vor Gericht fuehren, nicht Zeuge sein und kein Gut zu lehen oder in Pacht geben Vor die Tuer eines Gebannten stellte man eine Totenbare und seine Leiche durfte nicht in geweihter Erde begraben werden Daraus erklaert sich, dass selbst Koenige vor dem Banne zitterten In jener finsteren Zeit konnte ein Land kein groeseres Unglueck treffen, als das Interdikt Der Bann gegen ein ganzes Volk Trauer und Verzweiflung waren ueber dasselbe ausgebreitet, als wuete die Pest Der Landmann liess seine Arbeit liegen, denn er glaubte, dass der verfluchte Boden nur Unkraut statt Fruechte truege Der Kaufmann wagte es nicht, Schiffe auf die See zu schicken, weil er befuerchtete Blitze koennten sie zertruemmern Der Soldat wurde ein Feigling, denn er meinte, Gott sei gegen ihn Keine Wallfahrt, keine Taufe, keine Trauung, kein Gottesdienst, kein Begraebnis mehr Alle Kirchen waren geschlossen, Altere und Kanzeln entkleidet Die Bilder und Kreuze lagen auf der Erde, keine Glocke toente mehr Kein Sakrament wurde ausgeteilt Die Toten wurden ohne Sang und Klang verscharrt wie Vieh in ungeweihter Erde Ehen wurden nur eingesegnet auf den Graebern, nicht vor dem Altare Alles sollte verkuenden, dass der Fluch des heiligen Vaters auf dem Lande lasste Kurz, der ganze Klerus mit allem, was daran und darum hengt, war suspendiert Das also hatten die Franken zu erwarten, wenn sie Pippin keine Gefolgschaft leisten sollten So wird es jedenfalls von den Geschichtsschreibern dargestellt, die natuerlich alle Männer der Kirche waren Pippins Gegengeschenk an den roemischen Papst war das Exarchat Ein breiter Landstrich zwischen Mittelmeer und Adria, von Rom bis Ravenna, die heutige Romania und Ancona Das Land gehoerte dem byzantinischen Kaiser in Konstantinopel und war von den Langobarden besetzt Fuer Pippin schien es ein guter Handel, brauchte er doch von seinem eigenen Land nichts abzutreten Und etwas zu verschenken, das einem nicht gehoerte, das war schon immer die billigste Lösung Außerdem hatte Pippin in Italien keinerlei Ambitionen Fuer den Bischof von Rom war es ebenfalls ein gutes Geschäft Endlich war das Riesenreich der Franken und ihr Koenig Pippin von ihm abhaengig Pippin war Koenig von des Papstes Gnaden Und das Land, das die Kirche erhielt, das sollte der Kirchenstaat werden Auch wenn jetzt noch kein Zugriff darauf moeglich war Aber dafür wuerde er, Papst Stephan, schon noch sorgen Bevor der Papst nach Italien zurueckreiste, erschien in letzter Stunde ein Totgeglaubter Um seine warnende Stimme zu erheben Karlmann, Pippins Bruder, war aus dem Kloster geflohen Und wendete sich gegen den bevorstehenden Krieg gegen die Langobarden Im Handumdrehen aber wurde er durch kirchliches und koenigliches Einschreiten Zum desertierten Muench erklaert, der nach kirchlichem Recht nicht gehoert werden durfte Sondern rasche Bestrafung durch noch strengere Internierung finden musste Damit er in sicheren Gewahrsam kam, wurde er in ein franckisches Kloster gebracht Nach Bienn, wo der rustige Krieger auffallig rasch noch im gleichen Jahr starb Auch die grossen des Reiches waren keineswegs fuer diesen Handel Bonifatius und der Papst durften groesste Muee gehabt haben, die Sache unter Dach und Fach zu bekommen Doch Pippin gedachte sich anders aus der Affere zu ziehen Natuerlich hatte er dem Papst auch militaerische Hilfe gegen die Langobarden versprochen Um ihm die Gebiete der pipinischen Schenkung zu sichern Diese Schenkung war der Beginn der weltlichen Herrschaft des Papstes Ebenso eine entscheidende Weichenstellung fuer die Struktur des europaischen Mittelalters Es bedeutete eine Umorientierung des Papstes, was sich schon zu Zeiten Karl Matthels angedeutet hatte Der Bischof Roms wandte sich vom byzantinischen Osten ab Und suchte Schutz und Beistand im germanischen Westen Was sollte Pippin tun? Die Langobarden waren Freunde der Franken Und Pippin hatte kein Interesse an Italien Und ob dort der Papst oder die Langobarden herrschten, das war ihm egal Also schob er die Sache auf die lange Bank Als Papst Stephan nach Rom zurueckgekehrt war Und die Franken zu lange zuegerten, ihn von den Langobarden zu befreien Schrieb er einen Brief nach dem anderen an Pippin Und als derselbe immer noch nicht kam Schickte Stephan einen Brief des Apostels Petrus an Pippin, seinen Sohn und die fraenkische Nation In welchem der Apostel auf die Langobarden schimpfte Dringend um Hilfe bat und dem Frankenkuenig mitteilte Dass, wenn er nicht bellen wolle, er vom Reich Gottes ausgeschlossen sei Es sich mit dem Fels, auf dem die Kirche erbaut war, zu verderben War eine ernste Sache Andererseits mit den befreundeten Langobarden hatte man so manchen Gegner bezwungen Auch die Sarazenen Wie konnte man sie dazu bewegen, das Exarchat zu raumen? Oder konnte man Bischof Stephan irgendwie wieder beruhigen? Pippin wollte es sich nicht mit der Kirche verderben Schliesslich hatte ihn der Papst zum Koenig von Gottes Gnaden erhoben Der Kaiser in Konstantinopel, der woerde sich wahrscheinlich weiter ruhig verhalten Hatte er doch auch gegen die Langobarden nichts unternommen, um seinen Besitz zu behaupten Pippin entschloss sich endlich, in Italien einzuricken Der Langobardenkönig, der eben noch Ravenna erobert hatte und schon drohend vor Rom stand Gab beim Angriff der überlegenen Franken schnell auf und wurde in Pavia eingeschlossen In einem Vertrag mit den Siegern sicherte er zu, die eroberten Plätze auszuliefern Doch kaum waren die Franken über die Alpen zurückgekehrt, als die Langobarden wieder vor Rom erschienen Die Stadt vermochte den ersten Anstürmen zu trotzen Unglaublich schnell waren die Franken wieder zur Stelle Die Langobarden unterlagen erneut, dieses Mal am Fuße des Mont Seigny Und wieder fluchtete der Langobardenkönig nach Pavia, wo er im Herbst 756 zum zweiten Mal kapitulierte Nun musste er die fränkische Oberhoheit anerkennen, einen jährlichen Tribut zusichern und sich dafür verbürgen, die besetzten Gebiete zu räumen Pippin war zufrieden, erneuerte sein Schenkungsversprechen an den Papst und zog ab Doch auch diesmal hielten sich die Langobarden nicht an die Bestimmungen des Friedens Pippin ließ die Dinge im Süden gewähren, obwohl die Langobarden unter ihrem neuen König Desiderius wieder um sich griffen und wieder zu Kräften kamen Immerhin hatte Pippin der Kirche gegenüber seinen guten Willen gezeigt Viele Historiker sind der Ansicht, Pippins Feldzüge gegen die Langobarden wären nicht viel mehr als eine bewaffnete Demonstration gewesen um die traditionelle Freundschaft mit den Langobarden nicht aufs Spiel zu setzen Die annektierten Gebiete so einfach zu räumen, hätte für den Langobardenkönig eine politische Schlappe bedeutet die er sich nicht leisten konnte, ohne seine Machtstellung zu gefährden Und so musste Papst Stephan warten Als König Pippin III. im Jahre 768 starb, war die Angelegenheit immer noch nicht bereinigt Er rief die Großen des Reichs an sein Sterbebett nach Saint-Denis Sie sollten ihre Zustimmung zur Reichsteilung unter seine beiden Söhne Karlmann und Karl geben Während Karlmann kein langes Leben beschieden sein sollte, wird Karl Kaiser Karl der Große werden Hier hebt sich an eine köstliche Historie von König Pippinus und von jenem Sohn, den man nennt, den Großen Kaiser Karl Perchte, seine Mutter eine bretonische Prinzessin, ward vom König Pippin umfreit Er schickte seinen Hofmarschall, sie zu holen Aber der Treulose gab Befehl, sie im Dunkel des Bayerischen Waldes zu töten um seine eigene Tochter unterzuschieben Perchte entrann den Mordknechten und flüchtete in eine einsame Mühle Hier lebte sie mit der Familie des Müllers und verdiente ihr Brot durch kunstvolle Spinnerei Wie nun der König sich über Jahr und Tag auf der Jagd verirrte, geriet er in die Mühle wo man ihn und die seinigen gastlich aufnahm Unterdem ging sein Sterndeuter hinaus um seinen Notdurft und sah auch das Gestirn an Da sah er an dem Gestirn, dass sein Herr heut auf die Nacht bei seiner ehelichen Hausfrau sollt liegen und sollt von ihm schwanger werden und gewinnen ein recht degen Kind Er geht hinein und sagt es dem Herrn Der fragt den Müllner, ob er nit eine fremde Frau bei sich hätt Der Müllner leugnet und sprach, er hätt keine Sprach König Pipinus, so leg deiner Töchter eine zu mir Der Müllner tat das ohne Widerrät Aber der Sterndeuter sah, dass sie nicht sein ehelich Weib sollt werden Man legt nun die jüngere Tochter zu Die war auch nicht die rechte Da muss nun die Jungfrau herfür gehen Des erschrak sie gar Und der König sprach, erschrecket nit so sehr Er legt sich zu ihr Und der Sterndeuter ging und kam bald wieder herein und sprach Es leid Kunigs Kind an Kunigs Arm Und der edle König Pipinus hat die Nacht mancherlei zu kosen mit Prächten seiner edlen Frauen Ja, in jener Nacht soll er gezeugt worden sein Der sagenhafte Kaiser Karl der Große Geschichten über und um ihn gibt es viele Vater Europas wird er genannt Und die beiden großen europäischen Nationen Frankreich und Deutschland streiten sich darum War er nun Franzose oder Deutscher, Charlemagne oder Karl der Große Er war ein Europäer und sein Reich war Europa Vor 1200 Jahren hat er das vorweggenommen, was die Politiker heute wieder anstreben Ein vereintes Europa Er hat das Fundament des christlichen Abendlandes gelegt Auf dem heute wieder aufgebaut wird In deutschen Landen hat sich um Karl den Großen eine ganz besondere Gattung von kleinen Legenden gebildet Die den großen Kaiser als Beschützer der Verfolgten preisen Karl ist, wie Uland schön sagt Der Held und Heilige des deutschen Rechts Der Urquell aller Gesetzgebung und Rechtspflege Das friesische Rechtsbuch leitet von ihm den Ursprung seiner Gesetze ab Und im Schwabenspiegel heißt die alte Lex allamanorum Karlsrecht Er ist der gerecht waltende Herrscher, der nicht gestorben ist Sondern in den Untersberg bei Salzburg versetzt Auf die Stunde der höchsten Not des Reiches wartet Um entscheidend in einer letzten Schlacht auf dem Walserfelde für sein Volk einzugreifen Schon im Mittelalter wurde Karl zum idealen christlichen Kaiser stilisiert Und vor allem im französischen Sprachraum zur Hauptfigur zahlreicher Sagen und Eben Sein Hof war Zentrum der Kunst und der Wissenschaften Diese gaben den Anstoß zur karolingischen Renaissance Der Neubelebung der geistigen Kräfte unter Rückbesinnung auf die Antike Ihren Ausdruck fand sie in der romanischen Kunst und Architektur Wer war er nun wirklich? Jener Karl der Große, dessen Glorie bis in unser Jahrhundert herüberleuchtet Für die Kirche war er jedenfalls ein Heiliger 1165 von Papst Paschalis III. kanonisiert Für die Sachsen, die er 30 Jahre lang mit Krieg überzog Um ihnen mit dem Schwert das Christentum einzubläuen Für die war er wohl eher dem Teufel verwandt Die wenigen Geschichtsschreiber seiner Zeit Sparten nicht mit Lob und Ehren Allen voran sein Sekretär und Vertrauter Einhard Der nach Karls Tod die Vita Caroli Magni verfasste Das Leben Karls des Großen Von seiner Geburt und frühen Kindheit Sogar seinen Knabenjahren ist nichts bekannt Weder Schriften noch Dokumente sind darüber vorhanden Auch lebt heute niemand mehr, der davon erzählen könnte So habe ich mich entschlossen, diese Zeit zu übergehen Schreibt Einhardt Karls erste Lebensspanne ist seltsamerweise in völliges Dunkel gehüllt Obwohl er doch ein Sohn König Pippins III. war Erst als er im Jahre 768 das Frankenreich von seinem Vater übernimmt Werden die Berichte klarer Karl regierte nicht allein Er musste sich die Herrschaft mit seinem Bruder Karlmann teilen Mit dem er sich nicht sonderlich vertrug Karlmann warf ihm vor, ein unehelicher Spross Pippins zu sein Und damit eigentlich nicht erbberechtigt Karl war anderer Ansicht Schließlich war er der Erstgeborene Doch nicht genug damit Es mischte noch jemand mit in der großen Politik zwischen dem Papst in Rom, den Franken und den Langobarden, die Italien beherrschten Und der römischen Kirche immer noch die Gebiete des Kirchenstaates vorenthielten Es ist nicht der Kaiser in Konstantinopel Nein, der hat andere Sorgen Vor allem Thonstreitigkeiten Und daneben der Druck der Sarazenen Jener Krieger Allahs, die immer wieder Konstantinopel belagerten Es ist die Mutter der beiden Frankenkönige Die kräftig an den Fäden der Politik zieht Perchte oder Bertrada Die Spinnerin, wie sie auch genannt wurde Sie schmiedete Ehepläne für ihren Sohn Karl Er sollte die Tochter des Langobardenkönigs heiraten Und damit eine unzerstörbare Koalition der beiden Reiche unter fränkischer Führung schaffen Der Papst in Rom, Stefan IV., war erbost, als er das erfuhr Wie konnte er die Franken dann noch veranlassen, gegen die Langobarden loszuschlagen, um ihm die Gebiete seines Kirchenstaates zu sichern? Er sah sich plötzlich ohnmächtig einem fränkisch-schlangobardischen Block gegenüber Um die Allianz zu verhindern, schrieb er umgehend an Koenig Karl Besteht jener Eheplan, so kann er nur vom Teufel eingegeben sein Das ist keine heilige Ehe, sondern einfach ein sündiges Verhaeltnis Seid ihr denn ganz von Sinnen? Wie kann sich das aller Welt voran leuchtende Frankenvolk und euer königliches Edelgeschlecht mit der minderwertigen Langobardenrasse verbinden, diesen treulosen und stinkenden Volk? Es ist ja gar kein richtiges Volk, aber das Geschlecht der Aussätzigen stammt von ihnen Wie kann ein Mensch von gesundem Verstand begreifen, dass so hochberühmte Könige sich nun dieser Ansteckung aussetzen wollen? Der heilige Petrus, der Apostelfürst, der die Schlüssel des Himmelreichs in Händen hält Befiehlt dir, die Tochter des Langobardenkönigs nicht zu heiraten Solltest du dennoch tun, was Gott missfällt und unseren Protest missachten und dich in irgendeinem Punkte diesen Ermahnungen widersetzen so seist du hiermit gebannt und aus dem Königreich Gottes ausgestoßen Doch Papst Stephans Einfluss war nicht groß genug, um die Hochzeit zu verhindern und Karl nicht katholisch genug, um den Kirchenmann des Papstes genügend zu fürchten Er heiratete also Desiderata, die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius Sie soll ausnehmend hässlich gewesen sein, was für den Einfluss von Karls Mutter spricht Das Antwortschreiben an den Papst, in dem man die Eheschließung anzeigte, fiel sehr höflich aus Mit der Versicherung, man werde St. Peter immerdar sein Recht verschaffen Natürlich nur, soweit es nachweisbar wäre Papst Stephan schwieg dazu Es war die Ruhe vor dem Sturm Er konnte sich nicht mit der bestehenden Situation abfinden Die Franken hatten offensichtlich nicht die Absicht, die pipinische Schenkung, für die Pipin einst zum König von Gottes Gnaden gesalbt worden war, auszuführen Und dem Papst die zugesicherten Gebiete zu verschaffen Und dass die Franken den Kirchenmann so einfach ignorierten, das war eine böse Schlappe für das päpstliche Ansehen Allmählich dämmerte es auch dem Langobardenkönig Desiderius, dass sich die frühere Italienpolitik der Franken geändert hatte Der verstorbene Pipin hatte nicht die geringsten Interessen, sich in die Streitereien zwischen Papst und Langobarden einzumischen Er wollte nur König sein und brauchte dazu den Segen der Kirche, da sein Geschlecht nicht königlicher Herkunft war Seine Ahnen waren alle nur Hausmeier Nachdem Pipin gesalbt worden war, ließ er im Übrigen die Langobarden so lange gewähren, bis die Stimme des römischen Papstes ihn zum Handeln zwang Ob Desiderius diese Freiheiten jetzt noch hatte, war fraglich Denn jetzt war seine Tochter Desiderata die Frau des Frankenkönigs und praktisch ein Faustpfand in der Hand der Franken Von wem die folgende Initiative ausging, ist fraglich Jedenfalls tat sich Papst Stephan in aller Heimlichkeit mit dem König der stinkenden und aussätzigen Langobarden zusammen Gegen das aller Welt voran leuchtende Frankenvolk Desiderius versprach dem Apostelfürsten halb Italien Der Papst wollte ihn im Gegenzug zum Protektor der Christenheit annennen Ein Putsch im Machtzentrum der Kirche, dem Lateran, wurde inszeniert Und der Papst rief die vor den Toren Roms wartenden Langobarden zu Hilfe gegen die Franken Die zum Schutz des Apostelführers am Heiligen Stuhl stationiert waren Und dem Oberhaupt der Kirche angeblich ans Leben wollten Doch Papst Stephan